Uvertüre Die wohl erstaunlichste Entdeckung, die Menschen machten, als sie aufbrachen, um den Weltraum zu erkunden, war die, dass alles Leben im Universum miteinander verwandt ist. Das heißt nicht, dass man nicht eine kaum fassbare Vielfalt an Lebensformen vorgefunden hätte. Leben existiert unter den extremsten Bedingungen, an den unerwartetsten Orten und in den absonderlichsten Erscheinungsformen. Doch auf der niedrigsten Stufe sind all diese Formen miteinander verwandt. Man hatte damit gerechnet, unendliche Fremdartigkeit anzutreffen. Leben auf Siliziumbasis, etwa auf kochend heißen Planeten, denkende Steine, intelligente Magnetfelder, gasförmige Geistwesen und anderes, das auszudenken, die Fantasie nicht ausreicht. Aber bei aller Fremdartigkeit, die man tatsächlich antraf und die tatsächlich oft alle Fantasie übertraf, fand man doch unerwartet stets Gemeinsamkeiten. Alles Leben im Universum basiert auf Kohlenstoffverbindungen. Mehr noch. Alles Leben im Universum ist aus Aminosäuren gemacht. Sogar was darüber hinausgeht, Zellbildung, Strukturen innerhalb von Zellen, Fortpflanzung, Speicherung von Erbinformationen, weist hinreichende Ähnlichkeiten auf, um als Verwandt bezeichnet zu werden. Das Leben im Universum ist eins. Letztlich war dies ein glücklicher Umstand. Wäre es anders gewesen, hätten Menschen niemals andere Planeten zu ihrer Heimat machen können. Jede Lebensform wäre für immer eingesperrt gewesen auf dem Planeten, auf dem sie entstanden ist, für alle Zeiten an dessen Schicksal gekettet. So aber war es möglich, fremde Welten zu erschließen, zu Terraformen, ihre Flora und Fauna genetisch zu adaptieren und zu einem Teil des menschlichen Lebensraumes zu machen. Aber wie war das zu erklären? Die Gesetze der Evolution, soweit man sie kannte, galten überall, auf jedem Planeten, in jeder Galaxis. Doch sie reichten nicht aus, die offenbare Verwandtschaft allen Lebens zu erklären. Es war undenkbar, dass alle Formen des Lebens sich unabhängig voneinander so ähnlich entwickelt haben konnten. Hier mussten andere, umfassendere Gesetze am Werk sein. Man kam eine Antwort auf die Spur, als man organische Moleküle in den Schweifen und Kernen von Kometen entdeckte, jenen Vagabunden des Alls, die jahrtausendelang durch die dunklen, kalten Abgründe zwischen den Sternen ziehen und oft nicht wiederkehren, weil sie auf ihrem Weg in das schwere Feld einer anderen Sonne geraten und daraufhin ihre Richtung ändern. Es war nicht vorstellbar, dass sich organische Moleküle dieser Komplexität in Kometenköpfen hätten bilden können. Nicht nur, dass die für chemische Reaktionen erforderlichen Temperaturen nicht erreicht wurden. Es war auch nicht ersichtlich, woher ein für die evolutionäre Entwicklung von Biomolekülen notwendiger Selektionsdruck hätte rühren können. Anders gesagt, wenn sich in Kometen hätte Leben bilden können, wäre es ein auf Kometen beheimatetes Leben geworden, das sich mit Planeten nicht abgegeben hätte. Die Herkunft der Biomoleküle in Kometen erklärte sich erst, als man feststellte, dass belebte Planeten einen feinen, aber ständigen Strom organischer Substanzen abgeben. Durch eine Vielzahl planetarer Prozesse, Vulkanausbrüche, Orkane, Meteoriteneinschläge, gelangen derartige Substanzen bis in die äußersten Schichten der Atmosphäre, wo sie von dem vom Zentralgestirn ausgehenden Sonnenwind erfasst und ins All hinaus getrieben werden. Durchquert nun ein Komet diese Wolke des Lebens, nimmt er die organischen Moleküle auf und speichert sie in seinem eisigen Kern. Tiefgekühlt überstehen sie die unermesslich lange Reise, bis der Komet einst wieder in die Nähe einer Sonne gelangt. Vielleicht ist es eine fremde Sonne, vielleicht besitzt sie Planeten und vielleicht ist einer davon für die Entwicklung von Leben geeignet. Bei der Annäherung des Kometen an die Sonne beginnt der Kometenkopf zu dampfen, der typische durch den Lichtdruck stets von der Sonne wegweisende Schweif bildet sich und mit etwas Glück durchquert ihn eben dieser für Leben geeignete, aber noch sterile Planet. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einige der organischen Moleküle, die der Komet mit sich trägt, auf die Oberfläche des Planeten gelangen. Das Faszinierende ist, dass bereits ein einziges Molekül ausreicht, um eine fruchtbare Welt mit Leben zu infizieren. Alles weitere ist Sache der normalen Evolution. Durch Variation und Selektion bilden sich Einzeller, Mehrzeller, schließlich eine an die Verhältnisse auf dem Planeten angepasste, im ganzen Universum einzigartige Vielfalt von Arten, die so nur hier entstehen konnte. Auf diese Weise verbreitet sich das Leben im All. Nur so lässt sich die Beobachtung erklären, dass es wesentlich mehr belebte Planeten gibt, als es selbst nach den optimistischsten Annahmen für die statistischen Grundlagen molekularer Evolution geben dürfte. Das Universum birst geradezu vor Leben. Es gleicht mehr einem Dschungel als einer Wüste. Die Sterne scheinen danach zu hungern, Leben bestrahlen zu dürfen. Doch wie hat alles angefangen? Auch wenn es von Kometen und Magnetstürmen durch das All getragen wird und sich über unauslotbare Abgründe hinweg von Stern zu Stern fortpflanzt, muss das Leben ursprünglich doch auf einem Planeten entstanden sein. Tatsächlich zeigt eine nüchterne Rechnung, der man das bekannte Alter des Universums und die einigermaßen abschätzbare Zahl von potenziell lebensfreundlichen Planeten zugrunde legt, dass die Wahrscheinlichkeit für die spontane Entstehung von Leben knapp eins beträgt. Mit anderen Worten, nach allem, was wir wissen, kann es nur so sein, dass alles Leben im Universum sich ursprünglich auf einem einzigen Planeten entwickelt und von dort aus nach und nach über das All ausgebreitet hat. Und hier betreten wir das Reich der Legenden. Jede Kultur, sei sie menschlich oder nicht menschlich, kennt eine Sage, in der von einem und nur einem Ursprung allen Lebens die Rede ist. Solange diese Kultur nur ihren eigenen Planeten bewohnt, vermutet sie diesen Ursprung an einem sagenhaften Ort auf eben dieser Welt. Doch wird dieser Ort niemals gefunden. Und so wandelt sich der Mythos, sobald die Schwelle zum Weltraum überschritten wird. Irgendwo im Universum, sagt die Legende fortan, auf irgendeinem der zahllosen Planeten, auf denen die Schöpfung experimentiert hat, muss vor unvorstellbar langer Zeit alles seinen Anfang genommen haben, muss das Leben ursprünglich entstanden sein. Niemand hat diesen Planeten je gefunden. Aber die Überlieferungen aller Völker werden nicht müde, davon zu erzählen. Von dem Ort, an dem einst die Dunkelheit endete und das Leben begann. Es ist ein sagenhafter Ort. Unvorstellbare Schätze, heißt es, warten dort auf den Entdecker. Manche sagen, wollen wissen, dass auf dieser Welt die Unsterblichkeit zu finden sei. Eine Legende schließlich, die älteste von allen, behauptet, auf diesem Planeten sei es möglich, Gott zu begegnen. In diesen Stunden schien Afterland Quests physische Präsenz auf fast unheimliche Weise zuzunehmen. Er lag in seinem Sessel. Eine massige Gestalt ohnehin, aber in der Dunkelheit, die er dann bevorzugte. Wie ein Gebirge von Mann wirkend, wie ungeheures Urgestein mit grimmiger Entschlossenheit erduldend, was sie ihm zufügen musste. Die Bewegung, mit der er den Vortrag unterbrochen hatte, war unerwartet gekommen. Verlina spürte, dass er sie erwartungsvoll ansah, auch wenn sie seine Augen in ihren Höhlen nicht ausmachen konnte. Seine Hand bebte. Sie lag im fahlen Lichtkegel der winzigen Kommunikatorlampe, den Finger auf der Unterbrechertaste, und sah aus, als gehöre sie nicht zu ihm. »Verstehst du?«, fragte er. Im Klang seiner Stimme war etwas, das sie an ein gequältes Tier denken ließ. In der unerwarteten Stille, sogar das unterschwellige, allgegenwärtige Flüstern der Schiffsmaschinen war leiser als sonst, weil sie seit Tagen antriebslos im Raum schwebten, schienen ihre Ohren empfänglich für die kleinsten Nuancen geworden zu sein. Sie sah den Schweiß auf seinem Schädel schimmern wie einen frischen Anstrich. Anstatt zu antworten, griff sie nach seiner anderen Hand und fühlte den Puls. Der wütende, kraftvolle Schlag vom Anfang war einem gehetzten, jagenden Trommeln gewichen. Sie drosselte die lautlos arbeitende Apparatur, die sorgfältig dosierte Medikamente in Quests Körperpumpte. Quest drückte eine andere Taste. setzte die Aufzeichnung zurück. Er liebte es, sich in diesen qualvollen Stunden mit Vorträgen abzulenken, aber dieser schien eine besondere Bedeutung für ihn zu haben. Die Überlieferungen aller Völker werden nicht müde davon zu erzählen, von dem Ort, an dem einst die Dunkelheit endete und das Leben begann. Die Stimme des Sprechers ließ einen vergessen, dass man sich in einem abgeschlossenen Raum befand. Die Dunkelheit ringsum schien bei diesen Worten die Dunkelheit des Weltraums zu sein. Es ist ein sagenhafter Ort. Unvorstellbare Schätze, heißt es, warten dort auf den Entdecker. Manche sagen wollen wissen, dass auf dieser Welt die Unsterblichkeit zu finden sei. Wieder unerwartet, ein Schlag der Kommandoglocke. Quests Hand zuckte zurück in den Lichtkegel, unterbrach den Vortrag erneut. Verstehst du nun? fragte er noch einmal, drängender, mit einem Anflug von Heiserkeit. Velina starrte in das pulsierende Rot des Rufsignals. Ich glaube nicht, erwiderte sie zögernd. Vielleicht weigere ich mich zu glauben, dass es so sein könnte, wie ich ahne. Afterland Quest stieß ein heiseres Lachen aus. Ja, doch genau so ist es. Die Kommandoglocke wurde ein zweites Mal geschlagen. Ein sonorer, metallischer Ton. Du bist … Sie hielt inne. Als Heilerin durfte sie so etwas nicht sagen. Wahnsinnig? Velina holte Atem, so tief, als bekäme sie nie wieder Gelegenheit dazu. Vielleicht gibt es Grenzen, die ein Mensch nicht überschreiten sollte. Nun tauchten seine Augen aus der Dunkelheit auf. Eine grausige Kälte schimmerte darin. Wenn man nichts zu verlieren hat, sagte er, und es klang wie eine gewalttätige Beschwörung. Kann man alles tun. Ein drittes Mal schlug die Kommandoglocke und nun hieb seine Hand, als führe sie ein Eigenleben auf die Antworttaste. Quest! Die Stimme aus dem Lautsprecher klang lärmend geschäftigt. Hi, du hier, erhabener Kommandant! Wir haben soeben das Signal erhalten. Im Hintergrund metallische Maschinengeräusche, das Sirren hochfahrender Triebwerke, eine Karkophonie verschiedener akustischer Signale. Gut, erwiderte Quest. Endlich. Dann gehen wir vor wie geplant. Ich bestätige, Kommandant. Der Einsatzbefehl ist erteilt. Korrekt. Einsatzbefehl ist erteilt. Quest ließ die Taste los und sah Velina an. Es beginnt, sagte er. Der Tempel allen Wissens Die Luft wurde dünner, je höher sie kamen, und der schneidende Wind, der durch das Tal zog, hatte die beiden Sucher verstummen lassen. Balen führte ihre Jibnets an den Zügeln, erkannte den Weg, aber auch er hatte nur noch Augen für den Pfad. Gerade hatten sie den Schrein des fünften Gründers passiert. Die Strecke bis zum nächsten Schrein nannte man in der Bruderschaft das Tal der Bewährung. Wenn es Suchern, die mit ihren Fragen zum Paschkanarium kamen, nicht wahrhaft ernst war, kam hier meist der Punkt, an dem sie umkehrten. Der Schrein und der Jibnet-Pfad waren die einzigen Landmarken menschlichen Ursprungs weit und breit. Nichts wuchs hier oben in den Bergen des Nordmassivs, abgesehen von dem mageren, blaugrünen Gras, das nicht einmal Jibnets satt machte. Die Berge rechts und links des unerbittlich ansteigenden Talbodens ragten empor, als müssten sie den Himmel stützen, schienen einen erschlagen zu wollen mit ihrer schieren Wucht. Tatsächlich fühlte man sich hier dem Himmel näher als der Erde. Dunkelblau spannte sich das Gewölbe über ihn, ein majestätischer Dom, der den Wanderer Ehrfurcht lehrte. Nicht ganz dunkelblau. Bailen kniff die Augen zusammen. Hier und da tauchten die orange-roten Schlieren am Himmel auf, die das Nahen des Winters ankündigten. Sie durften keine Zeit verlieren. Noch ein paar Tage und ab dem Schrein des dritten Gründers würde Schnee fallen. Dann würde der Weg zum Paschkanarium wieder unpassierbar sein, bis zum Frühjahr. Bailen, rief einer der beiden Männer. Rast! Bailen blieb stehen und drehte sich zu den beiden um, vor Anstrengung keuchend. Die Jibnets glotzten ihn mit geblähten Nüstern an. Auch sie spürten den Winter nahen. Schon wieder, rief er zurück. Wir haben doch erst nur einen Moment, erwiderte der Mann. Er keuchte ebenfalls, obwohl er nicht selber gehen musste. Die dünne Luft machte beiden zu schaffen. Ich muss mich erleichtern. Dagegen war schwer etwas zu sagen, auch wenn es dem Novizen merkwürdig vorkam. Sie hatten wenig gegessen auf dieser Reise. Es wollte ihm nicht ganz einleuchten, wo das alles herkam, von dem sich in einem Fort einer der beiden erleichtern musste. Er veranlasste, die Reittiere sich hinzulegen, sodass der Mann absteigen konnte. Mit schiefem Grinsen löste der Fremde die kleine Schaufel von ihrer Halterung am Geschirr des Jibnets und stapfte los, auf der Suche nach einem geeigneten Platz hinter einem der zahllosen Felsbrocken. Bailen sah ihm zu, wie er ein kleines Loch in den harten Boden grub und blickte weg, als er Anstalten machte, die pelzende Überhose herabzulassen. Er warf dem anderen einen Blick zu. Der schien davon nichts zu bemerken. Die Hände fest um den Sattelknopf gekrallt, hockte er auf dem Rücken seines Jibnets und verrenkte sich beinahe den Hals bei der Betrachtung der Bergrücken, zwischen denen sie dahin pilgerten. Bailen fühlte Unbehagen, ihn dabei zu beobachten. Es war kein Staunen in diesem Blick, keine Ehrfurcht. Der Mann betrachtete die monumentalen Berge, als überlege er, wie man eine Brücke von einem zum anderen bauen könne. Bailen war nun schon einige Jahre Novize und hatte, wie es eine der Pflichten eines Novizen war, schon oft Sucher den Pfad von der Ebene hinauf zum Tempel geführt. Manche Sucher hatten es sich anders überlegt und waren wieder umgekehrt. Andere waren im Paschkanarium geblieben, um gleichfalls ein Noviziat anzutreten. Manche hatten Antworten auf ihre Fragen gefunden und waren glücklich heimgekehrt. Andere hatten den Weg umsonst auf sich genommen. Das konnte man nie vorher wissen. Aber diese beiden Männer waren irgendwie anders. Sie hatten die samtbraune Haut der Zentralwäldler, ihre für eine Welt wie Paschkan untaugliche Kleidung, ihre reichlich geziert wirkenden Umgangsformen. Aber woher sie tatsächlich stammten, war ihnen nicht zu entlocken gewesen. Es war Bailen auch nicht ganz klar, wie sie nach Paschkan gelangt waren. Ein Landeboot habe sie abgesetzt, hatten die Leute am Raumhafen erzählt, das sofort wieder gestartet sei. Mehr wusste man nicht. Und da waren sie dann gestanden und hatten einen Führer zum Paschkanarium gebucht. Seine Frage, ob sie von Gier kämen, hatten sie verneint, aber weiter nichts dazu gesagt. Der eine, der sich unentwegt die Berge ansah, hieß Davil oder so ähnlich. Er war etwas untersetzt, hatte dunkle Haare und schien derjenige der beiden zu sein, der das Sagen hatte. Der andere hatte sich mit dem Namen Kuton vorgestellt, aber Davil nannte ihn Tennant, wenn sie miteinander sprachen. Tennant war groß und mager und unruhig. Man hatte das Gefühl, dass ihm die Pilgerfahrt ein schlechtes Gewissen bereitete. Bailen hatte sogar überlegt, ob Tennant möglicherweise ein Anhänger des Philosophen Vtar war, dessen Lehre jegliches Wissen als Quelle allen Unglücks verurteilte. Doch dann war ihm eingefallen, dass die Anhänger Vtars in der dritten Generation nach dessen Ableben sogar das Lesen und Schreiben aufgegeben hatten und nicht mehr imstande gewesen waren, Vtars Lehre weiterzugeben, so dass die Bewegung ausgestorben war. Das Paschkanarium war vermutlich der einzige Ort im Universum, an dem man Vtars Lehren noch kannte. Wie weit ist es noch? wollte Davil unvermittelt wissen. Bailen schrak beinahe zusammen. Wir haben den Schrein des fünften Gründers passiert, erklärte er. Den fünften? Der Mann drehte sich mit gerunzelter Stirn im Sattel um und musterte den Weg, den sie gekommen waren. Diese grandiose, fadendünne Linie durch die Einsamkeit. Wir haben doch schon jede Menge Schreine passiert, mindestens zehn oder noch mehr? Sie werden in umgekehrter Reihenfolge gezählt. Wir werden noch vier Schreine passieren, ehe wir das Paschkanarium erreichen. Der andere, Tenant, war fertig mit seinem Geschäft. Aus den Augenwinkeln sah Bailen ihn die Hose hochziehen und das Loch wieder sorgfältig zuschaufeln. Einmal hatte er zu sehen geglaubt, wie Tenant einen kleinen Gegenstand in das Loch gelegt hatte, nachdem er seine Notdurft verrichtet hatte. Möglicherweise hatte er sich das aber auch nur eingebildet. So genau wollte er überhaupt nicht hinschauen. Noch vier Schreine, he? Davil nickte nachdenklich, betrachtete wieder die Felswände. Und wie lange wird das dauern? Eine der Regeln der Bruderschaft besagte, dass der Weg zum Tempel dazu diente, die Entschlossenheit des Suchers zu prüfen und dass man ihm deswegen keine Vorstellung von dessen zeitlicher Dauer geben durfte. Das kann ich nicht sagen, erklärte Bailen deshalb. Aber wir müssen uns beeilen, um anzukommen, ehe es zu schneien beginnt. Davil nickte Tenant zu, der müde herangestapft kam. Schon die wenigen Schritte bergauf hatten ihn völlig erschöpft. Hast du gehört? Der Junge sagt, dass es möglicherweise schneit. Tenant war zu sehr außer Atem, um darauf zu antworten. Er blieb neben seinem Jibnet stehen, stützte sich auf den Sattel. und rang nach Luft. Es müsste doch möglich sein, zum Paschkanarium zu fliegen, oder? fragte Davil, Bailen eindringlich ins Auge fassend. Wie er es sagte, klang es, als wisse er genau, dass das nicht ging und wolle nur hören, was der Novize darauf sagen würde. Nein, erklärte Bailen ruhig. Jeder Sucher fragte das, und meistens in dieser Gegend, im Tal der Bewährung. Der Schild zerstört alles, was sich dem Tempel über die Berge nähert. Der Schild, so, so. Das ist also keine Legende? Nein. Interessant, meinte Davil und sah seinen Begleiter an. Oder was meinst du? Tenant nickte nur. Sein Gesicht war aschfahl. Ich habe mal, fuhr Davil nachdenklich fort, so eine Geschichte gehört. Irgendwas mit einem Krieger, der einen Ordensbruder verfolgt. Er hat ihn gerade eingeholt und will ihn umbringen, da geht der Schild herunter und sein Schwert verglüht daran. Oder so ähnlich. Kennst du die? Ich dachte, das ist eine Legende. Die Legende vom Speerwerfer, ja. Bailen musste lächeln. Das war eine seltsam populäre Geschichte, die viele Sucher kannten, obwohl sie, wenn sie sich jemals tatsächlich zugetragen haben sollte, aus einer der ersten dunklen Epochen stammen und damit tausende von Jahren alt sein musste. Ob das je so geschehen ist, weiß man nicht. Aber den Schild gibt es wirklich. Und ein Schwert würde daran tatsächlich verglühen? Genau wie ein Flugschiff oder eine nukleare Bombe. Nichts kann ihn durchdringen. Und wer hat diesen Schild errichtet? Wollte Davil wissen. Die Gründer der Bruderschaft? Die in diesen Schreinen Sein Finger huschte eine imaginäre Linie auf und ab, die ihren bisherigen Weg durch das Massiv darstellen sollte. Beigesetzt sind? Ja. Die Geräte dafür haben sie allerdings von den Eloah erhalten. Das ist dieses sagenhafte, nichtmenschliche Volk, das die Paschkan-Bruderschaft initiiert hat, nicht wahr? Die Bruderschaft der Bewahrer, korrigierte Balin, der allmählich ungeduldig wurde. Wollte Tennant ewig so stehen bleiben? Da sagte er ihnen, dass sie sich beeilen mussten. Und sie taten, als sei das völlig ohne Belang. Die Eloah gehörten zu den ersten Wesen mit Bewusstsein im Universum überhaupt, vor unsagbar langer Zeit. Sie haben uns Menschen in unserer Frühzeit beschützt und gefördert. Ehe sie gingen, haben sie die Gründer ermutigt, die Bruderschaft der Bewahrer zu gründen, um das Wissen der Menschheit zu sammeln in den hellen Zeiten und zu bewahren durch dunkle Zeiten. Denn Wissen ist ein kostbares, verderbliches Gut. Wird es nicht bewahrt, geht es verloren, und mangelndes Wissen ist die größte Ursache von Leid. Er nickte bekräftigend. Das ist es, was wir glauben. Davil nickte. Natürlich hatte er das gewusst. Das stand in jedem Buch über Paschkan und die Bruderschaft. Du sagst, die Eloah gingen. Weiß man, wohin sie gingen? Nein. Aber es gibt Informationen im Paschkanarium über die Eloah, oder? Und über andere nichtmenschliche Völker? Bailen hob die Augenbrauen. Ich hoffe, ihr seid nicht deswegen gekommen. Diese Informationen gibt es, aber sie lagern im Allerheiligsten und sind nur unseren Hohepriestern zugänglich. Warum das denn? Er schien nicht beeindruckt. Endlich machte sich auch Tennant wieder daran, sein Jibnet zu besteigen. Es gibt doch über nichtmenschliche Praktisch nur Gerüchte. So gut wie niemand hat jemals Kontakt mit einem nichtmenschlichen Volk gehabt. Da wären solche Informationen doch sehr nützlich, oder? Bailen zuckte mit den Schultern. Das sind die Regeln. Allgemein zugänglich ist nur das Wissen der Menschheit. Er schnalzte mit den Zügeln und die zottigen Leiber der Jibnats erhoben sich schwankend. Ich denke, dass es einen Grund für diese Regeln gibt, auch wenn ich ihn noch nicht kenne. Davil trat seinem Jibnet unerwartet in die Seite, worauf es erschrocken ein paar Schritte vorwärts machte und unmittelbar neben Bailen zum Stehen kam, sodass er auf den Novizen herabsehen konnte. Es heißt immer, die Paschkan-Brüder erachten Neugier als die größte Tugend, meinte der Mann von einer fremden Welt. Da sollte dich die Frage, was es in eurem Allerheiligsten zu erfahren gibt, doch bis aufs Blut quälen, oder? Er lächelte ein schmales, schlaues Lächeln. Und weißt du was? Ich wette, genau so ist es. Bailen antwortete darauf nicht, sondern zerrte an den Zügeln und setzte den Weg fort, so rasch es ging. Aber er hatte allerhand nachzudenken in den Stunden, die kamen. Die Zeit verging, wie sie immer vergangen war. Sie folgten dem Pfad, Schritt um Schritt, Tag um Tag. Wenn es abends so dunkel war, dass man nichts mehr erkennen konnte, schlugen sie das Nachtlager auf, um morgens, sobald es hell wurde, wieder weiterzuziehen. Das Holz, das sie während des ersten, wärmeren Teils der Pilgerfahrt gesammelt hatten, war bereits aufgebraucht, weil sie zu früh angefangen hatten, abends Lagerfeuer zu entzünden. So schlüpften sie nur im Schein einer Lampe, die den beiden Suchern gehörte, in ihre Schlafsäcke, Bailen in seinen schlichten Felsack, die beiden Fremdwäldler in kompliziert aussehende Schlafsäcke aus einem seidig glänzenden Material und schliefen wie die Toten. Die Jibnets grasten indes im Dunkeln den mageren Wuchs ringsum ab, soweit es ihre Anleitung erlaubte. Und morgens standen sie schon wieder da, aus geblähten Nüstern schnaubend, als könnten sie es nicht erwarten, weiter zu trotten. Wenn man nicht gewusst hätte, dass sie nur wenig Schlaf brauchten, hätte man meinen können, sie schliefen überhaupt nicht. Als sie den Schrein des zweiten Gründers passierten, hing Tennant nur noch bleich und leidend im Sattel. Derval dagegen musste in einem Fort seine Notdorf verrichten, nach jeder Biegung des Tals beinahe. Die jäh aufragenden Klippen schienen ihn mehr denn je zu faszinieren. Endlich kam der Schrein des ersten Gründers in Sicht. Bailen konnte nicht verhindern, dass sich ein breites Grinsen in seinem Gesicht ausbreitete. Zum Glück wandte er den beiden Suchern den Rücken zu, sodass sie es nicht bemerkten. Unmittelbar nach dem Schrein war der höchste Punkt des Pilgerpfades überschritten, und an diesem Punkt bekamen die Reisenden das Paschkanarium auch zum ersten Mal zu Gesicht. Und das, fand Bailen, war immer der Höhepunkt des Weges und aller Mühen wert. Schritte. Knirschen. Das Schaben der Jibnet-Hufe auf dem Geröll. Keuchen. Pfeifende Atemgeräusche. Und dann, ohne Vorwarnung, Bailen trat beiseite, die Jibnets mit den Zügeln bremsend und beobachtete die Gesichter der beiden Männer. Wie sie sich ruckartig in den Sätteln aufrichteten, wie ihre Kiefer herabsanken, ihre Augen hervorquollen, wie ihre Lungen das Atmen vergaßen. Jeder Mensch in dieser Galaxis wusste, was das Paschkanarium war. Und wusste, dass es groß war. Aber niemand hatte auch nur annähernd eine Vorstellung davon, wie groß. Der bloße Anblick traf jeden wie ein Schlag mit dem Hammer. Das Paschkanarium war ein Tempel, errichtet über einem Tempel, der wiederum über einem Tempel erbaut worden war. Und immer so weiter, Dutzende von Schichten, errichtet in Tausenden von Jahren, jede größer als das gesamte bisherige Bauwerk, es umschließend wie eine kreisrunde Burg mit konkav gewölbtem Dach. Allein das Dach des äußersten Tempels, das zu überqueren zu Fuß Stunden gedauert hätte, war ein Wunder für sich. Doch unter dieser Hülle lag der nächste Tempel, genauso gebaut, nur kleiner. Und der Raum zwischen diesem und dem umschließenden Tempel war ausgefüllt mit Archiven, in denen das Wissen der Menschheit lagerte. Das war es, was die Mitglieder der Bruderschaft taten. Überall in der Galaxis Daten, Informationen, Wissen sammeln, um es zu archivieren und für kommende Generationen zu erhalten. Wer immer ernsthafte Forschung betrieb, war eingeladen, zu kommen und zu bleiben, solange er wollte. Das Paschkanarium war die größte Bibliothek des Universums, der Hort allen Wissens, das Gedächtnis der Menschheit. Was hier nicht zu finden war, war unbekannt. Und eines Tages würden die Brüder daran gehen und die nächste Schicht des Tempels errichten, die nächste Schale, die wieder Platz bieten würde für das Wissen weiterer Jahrtausende. Doch all das sah man nicht, wenn man den Pass überquerte. Was man sah, waren Mauern, die zum Himmel zu reichen schienen. Was man sah, waren unfassbar hohe Tore, so groß, dass man zwischen ihren Portalen eine Stadt hätte errichten können. Was man sah, war, wie die schroffen Formationen mächtiger Bergzüge jäh an den Wänden eines Bauwerks endeten, das sie überragte und wie Attrappen aussehen ließ. Wolken regneten ab an den Zinnen dieser himmelstürmenden Mauern, die ein Dach trugen, das bis zum Horizont zu reichen schien. Was man sah, war ein Bauwerk von solchen Ausmaßen, dass man sich fragte, wie die Kruste des Planeten es tragen konnte, ohne einzubrechen und alles in Asche und Lava versinken zu lassen. Die beiden Männer verharrten fassungslos, und während in Davils Gesicht allmählich ein Leuchten entstand, schien Tennant, der ohnehin seit einigen Tagen krank und blass aussah, noch mehr in sich zusammenzusinken, geradezu zu verschrumpeln wie eine vertrocknete Gariqui. Das ist unmöglich, ächzte er schließlich. Das klappt nie und nimmer. Tennant, zischte sein Gefährte, reiß dich zusammen. Schau dir das doch an, jammerte Tennant und streckte anklagend die Hand aus. Wie soll denn das? Davil packte ihn grob am Kragen und schüttelte ihn. Tennant Kuton, du wirst sofort schweigen. Worauf der hagere Mann tatsächlich schwieg. Bailen runzelte die Stirn und wandte seinen Blick wieder dem erhabenen Anblick des Paschkanariums, des Tempels allen Wissens zu. Merkwürdig. Ein Dialog wie diesen hatte er noch nie gehört in dieser Situation. Er hätte ein umfangreiches Kompendium schreiben können über alle Ausdrücke des Staunens, der Ergriffenheit, der Fassungslosigkeit, die in den verschiedenen Dialekten des Reiches gebräuchlich waren. Aber diese beiden Männer benahmen sich anders als alle Sucher, die er jemals geführt hatte. Doch was konnten andererseits zwei Männer im Schilde führen, die nichts bei sich trugen als das, was sie in den Satteltaschen ihrer Jibnets hatten und von denen einer zudem ernsthaft krank zu werden schien? Das Paschkanarium hatte die Überfälle der Bilderstürmer, Angriffe aus dem Weltraum und die Verfolgungen der dunklen Jahrhunderte überstanden. Es würde auch diese beiden seltsamen Männer kommen und gehen sehen. Er fasste die Zügel wieder fester und setzte den Weg fort, der von nun an nur noch abwärts führte. In wenigen Stunden würden sie am Ziel sein. Der Pfad hinab ins Tal war dazu angetan, einen Sucher Ehrfurcht zu lehren. Die Mauern schienen nicht näher zu kommen, sondern nur größer zu werden, bis sie schließlich dunkelgrau und schrundig vor einem in den Himmel ragten wie das Ende der Welt. Wenn man dann an ihnen in die Höhe sah und jeder Neuankömmling tat das unweigerlich und die Wolken in die richtige Richtung zogen, wurde der Eindruck, jeden Moment von der umstürzenden Wand erschlagen zu werden, übermächtig. Doch an diesem Punkt war es immer noch eine Stunde Wegs bis zu der Pforte, die Einlass ins Innere des Paschkanariums gewährte. Irgendwann begannen auch die Felder und Gärten, von denen sich die Brüder ernährten. Winterhartes Getreide wuchs hier und bergfestes Gemüse. Auf umzäunten Wiesen grasten wollige Jypnets, fette Scharnacken und allerlei Geflügel, dem die Flügel zu stutzen, man sich hier oben in der Einsamkeit nicht die Mühe zu machen brauchte. Es war eine große Landwirtschaft, die die Bruderschaft hier unterhielt, unterhalten musste, doch vor der Kulisse des Paschkanariums wirkte alles wie Spielzeug. Dieses Portal, meinte Davil, als sie die befestigten Wege erreichten, eine Brücke über ein kleines Rinnsaal, das an den Rändern bereits zuzufrieren begann. Wird es jemals geöffnet? Sie bewegten sich direkt darauf zu. Bailens Blick wanderte an den Pfeilern und Kanten empor und er versuchte, sich vorzustellen, was die gewaltigen Torflügel anrichten würden, würde man sie jemals aufstoßen. Das Portal ist für die Eloah gedacht, falls sie je wiederkommen, sagte er. Ah, machte Davil und er klang zum ersten Mal beeindruckt. Die sind aber nicht so groß, oder? Es heißt, sie werden in ihren Schwingenbarken kommen. Die Portale und die Arkadengänge im Inneren sind so gebaut, dass eine Schwingenbarke bis ins Allerheiligste fliegen kann. So eine Art Raumschiff? Vermutlich. Ihr Weg führte an einem Jibnet-Gehege vorbei und die Tiere auf der Weide trotteten heran, als wollten sie ihre von Reitern geplagten Artgenossen begrüßen. Der Atem aus ihren beweglichen Nüstern verwehte als weißer Dunst im Wind. Davil nickte langsam, betrachtete die unglaublichen Mauern, die schwarzen Steine, die der Zeit zu trotzen schienen. Und? fragte er. Werden sie wiederkommen, die Eloah? Bailen zuckte mit den Schultern. Wer kann das schon wissen? Die Pforte der Sucher war geradezu lächerlich klein und schmal, eher eine Schießscharte als eine richtige Tür, so niedrig, dass auch normal gebaute Menschen den Kopf einziehen mussten und so eng, als wolle die Bruderschaft wohlbeleibten Leuten den Zutritt verwehren. Davil und Tennant stiegen ab und starrten, einigermaßen verblüfft, den massiv ummauerten Zugang an, während Bailen die beiden Jibnets in ein nahegelegenes Gatter führte. Die stählerne Tür schwang beiseite und von drinnen dröhnte der unverkennbare Bass Bruder Greyletts. Nur herein und nennt euer Begehr. Während er den Jibnets das Futter hinschüttete, das sie nach getaner Arbeit erwarteten, beobachtete Bailen die beiden Männer aus den Augenwinkeln. Seltsam. Einen Augenblick hätte man meinen können, sie würden jetzt noch umdrehen. Aber dann machte Davil den Anfang und trat zögernd durch die Öffnung, die mehr dem Zugang einer Höhle glich als der Tür zum Tempel allen Wissens. Tennant kam ihm nach und stieß sich prompt den Kopf am Türsturz. Bailen beeilte sich ihnen zu folgen, denn das interessierte ihn mittlerweile brennend, was sie als Begehr nennen würden. Die Pfortenkammer war ein einschüchternder, ungemütlicher Ort. Es roch nach Gruft, nach kaltem, feuchtem Fels und nach dem Ozon elektrischer Entladungen. Aus den Ecken richteten sich automatisch fokussierende Waffen auf die Neuankömmlinge, folgten mit verhaltenem Surren jeder ihrer Bewegungen. Bruder Graylet, ein großer Mann, der das Amt des Pfortenwächters bekleidete, seit Bailen sein Noviziat angetreten hatte und der eine, angesichts der kargen Ordenskost, erstaunliche Körperfülle aufwies, stand hinter einem breiten, gemauerten, jahrhundertealten Tisch. Ein irisierend leuchtendes Detektorfeld in der Mitte des Raumes stellte unmissverständlich klar, welche Prozedur man über sich ergehen lassen musste, um durch das zweite Stahltor in der gegenüberliegenden Felswand gelassen zu werden. Der Pfortenwächter maß die beiden Besucher mit einem Blick, in dem sich grundsätzliches Wohlwollen mit ebenso grundsätzlichem Misstrauen mischte. Seid Willkommensucher, sprach er die traditionelle Formel aus. Zeigt mir, was ihr mit euch führt und sagt mir, was ihr zu Wissen wünscht. Davil schien dieses Ritual nicht sonderlich zu überraschen. Im Gegensatz zu seinem Begleiter, dessen Blick immer wieder zu den dunklen Läufen der Waffen wanderte und der sich ziemlich unwohl unter ihnen zu fühlen schien. Aber er tat es Davil nach, der seine Umhängetasche auf den Tisch hob und ihren Inhalt darauf ausbreitete. Bitte, meinte Graylet mit einer einladenden Handbewegung zum Detektorfeld hin. Davil zögerte einen Herzschlag lang, trat dann aber entschlossen in den schimmernden Lichtzylinder. Nichts geschah, keine Verfärbungen des Feldes, kein Alarmsignal. Das bedeutete, dass er keinerlei versteckte Waffen bei sich trug, keine Bomben, keine technischen Geräte, keine Gifte oder dergleichen. Der Detektor war in dieser Hinsicht nahezu unfehlbar. Natürlich musste sich die Bruderschaft gegen Attentäter absichern. Immer wieder versuchten Abgesandte irgendwelcher dubioser Kulte im Paschcanarium Dokumente, die ihre Lehre als gottlos, verräterisch oder sonst wie verdammenswert erachtete aufzuspüren und zu vernichten. Das war geradezu die klassische Art der Bedrohung in Zeiten der Dunkelheit. Aber wenn man den Überlieferungen glauben wollte und Baylen sah keinen Grund das nicht zu tun, dann war der gleichen noch nie irgendjemandem geglückt. Graylet nahm eines der Geräte aus Davils Tasche und hielt es vor einen Analysator. Das ist ein Funkgerät, nicht wahr? Er drehte es in den Händen, bewunderte die moderne Machart. Das wird Ihnen hier nichts nützen. Der Schild lässt keine Funksignale durch. Es ist ein Kombinationsgerät, erklärte Davil und trat aus dem Detektorfeld, um Tenant Platz zu machen. Ich will damit Bildaufzeichnungen machen. Soll ich es Ihnen zeigen? Ein Kombinationsgerät? Bruder Graylet wiegte anerkennt den Kopf. Erstaunlich! Er drückte einen zierlichen Knopf und eine hektische Folge holographischer Bilder, Reproduktionen aus Büchern, Sternatlanten, naturkundlichen Darstellungen, entstand in etwa zwei Handbreit Abstand vor der Schmalseite des Geräts. Wirklich erstaunlich! Sie entschuldigen, meinte Davil, nahm ihm das Gerät aus der Hand und schaltete die Wiedergabe ab. Offensichtlich hatte er es nicht so gern, wenn man mit seinen Sachen herumspielte. Graylet hob die wildwuchernden Augenbrauen. Ihr habt mir noch nicht gesagt, was ihr zu wissen begehrt, erinnerte er die Besucher und bedeutete Tennant mit einem Blick, das Detektorfeld wieder zu verlassen. Davil holte tief Luft und musste unwillkürlich husten. »Wir sind«, erklärte er, während er sich mit der flachen Hand auf die Brust klopfte, »an den ältesten Aufzeichnungen interessiert. Wir interessieren uns für die Ursprünge der Menschheit.« Bruder Graylet tauschte einen raschen Blick mit Baylen, der vordergründig eine Aufforderung war, das Detektorfeld zu betreten. Aber der Novize konnte darin ein mühsam unterdrücktes Lächeln erkennen. Die Ursprünge der Menschheit wie originell. Jeder, der das Paschkanarium betreten wollte, gleich ob er dem Orden angehörte oder nicht, musste ein Detektorfeld passieren. Das war unumstößliche Regel. Genauso unumstößlich wie die Regel, jeden Sucher mit seinem Anliegen ernst zu nehmen. Aber die Ursprünge der Menschheit waren nun einmal mit Abstand das beliebteste Thema. Baylen musste grinsen, während das Detektorfeld um ihn und in ihm zu flüstern schien. Bruder Ilatu hatte ein komisches Talent, konnte einen zum Brüllen vor Lachen bringen, einfach indem er sich hinstellte mit harmlosem Gesicht und großen Augen und sagte »Guten Tag, ich suche die erste Erde.« Bruder Greylet musste in diesem Augenblick bestimmt ebenfalls an Ilatus Witze denken, aber er beherrschte sich mustergültig, führte die Gepäckkontrolle zu Ende und nickte mit einigermaßen ernsthaftem Gesichtsausdruck dazu. Die Ursprünge der Menschheit, ein großes Thema. Bailen platzte fast, er musste sich wegdrehen. Das war von Bruder Ilatu, genau so ging es bei ihm auch immer weiter. »Ja«, erwiderte Davil, während er seine Habseligkeiten wieder in seine Tasche stupfte. »Ich weiß.« Tennant sagte nichts. Er hatte genauso ein Kombinationsgerät wie Davil auch. »Im Paschkanarium«, erklärte der Pfortenwächter, »sollen sich Suchende nur in Begleitung eines Angehörigen unseres Ordens bewegen. Es ist ein großer und komplizierter Bau, in dem man sich ohne weiteres unrettbar verlaufen kann. Bruder Stem wird euch in den innersten Ring führen, der die ältesten Dokumente über die Menschheit enthält und dort zu den Bereichen, die euch interessieren. Der Novize, der euch bisher begleitet hat, ist weiterhin für euer leibliches Wohl zuständig, er wird für Unterkunft und so weiter sorgen. Bailen, du kannst jetzt das Detektorfeld verlassen. Oder glaubst du, ersetzt die Dusche? Davil und Tennant sahen einander verwundert an, als die beiden Ordensleute über diesen dürftigen Witz in schallendes Gelächter ausbrachen. Bruder Stamm war ein mageres altes Männchen, dem die Ordenskluft um die Knochen schlackerte, vor allem, weil er sich auf eine fahrige, abgehackt wirkende Weise bewegte. Der innerste Ring, ah ja, verstehe, sprudelte er los und nickte heftig mit dem Kopf dabei. Dann hole ich uns mal einen Wagen, nicht wahr? Das ist weit, zu weit zum Laufen, besser, wir nehmen einen Wagen, sprach's und verschwand um die Ecke wie eine Flinkratte. Der Pfortenwächter runzelte die Stirn. Ich hatte ihm gesagt, dass sie einen Wagen braucht. Naja. Sie standen in dem breiten Gang, der hinter der Pfortenkammer parallel zur Außenmauer verlief. Es roch schon so, wie es überall im Paschcanarium roch, nach Staub, nach Leder, nach Jahrtausenden von Wissen. Jedenfalls fuhr Bruder Greylet fort und bedachte die beiden Sucher mit seinem wohlwollendsten Blick. Wünsche ich euch, dass ihr finden mögt, wonach ihr sucht. Danke, sagte Tennant und hüstelte. Ich bin sicher, dass wir das werden, setzte Darwell mit einem Nicken hinzu. Bailen meinte, den Schatten eines spöttischen Lächelns über sein dunkles Gesicht huschen zu sehen, so, als sei diese Bemerkung doppeldeutig gemeint gewesen. Aber wie hätte das sein können? Ein Surren wurde hörbar. Aus der Tiefe des Gangs kam Bruders Dem mit einem viersitzigen, elektrisch angetriebenen Wagen angebraust, rumpelte über die ausgetretenen Bodenplatten. Ein kleines, spiegelndes Metallteil an der Lenkung blitzte immer wieder auf, wenn er an einer der trüben, gelben Wandlampen vorbeifuhr. So machte er und brachte das Gefährt vor ihnen zum Stehen. Alles eingestiegen und los geht's. Ist viel bequemer so, oder? Auf auf, worauf wartet ihr? Während sie einstiegen und Davil unaufgefordert neben dem Fahrerplatz nahm, klopfte der Pfortenwächter Bruder Stem auf die Schulter und meinte, zügle dich ein bisschen, Bruder. Vielleicht wollen auch unsere Gäste ab und zu etwas erzählen, hm? Bruder Stem nickte mit Liedern ließ es dann jedoch. Und los ging die Fahrt, kaum das Bailen saß, rumpelnd den Gang entlang und bei der nächsten Kreuzung im rechten Winkel ab, geradewegs auf das Zentrum zu. Türen, Treppen und schmale, dunkle Quergänge schossen vorbei. Kein Mensch war zu sehen. So groß die Bruderschaft auch war, sie verlor sich in dem endlosen Bau des Tempels. Und hielt Bruderstam das Schweigen schließlich nicht mehr aus. Was gibt es Neues draußen im Reich? Der Pantab wohl auf? Davil musterte den schmalen alten amüsiert von der Seite, wie er da so saß, die Lenkung umklammernd, sagte aber nichts. Es war Tennant, der in die Konversation einstieg. Dem Pantab gehe es gut, ja. Trotz Krieg? Es ist doch noch Krieg, oder? Ja, sicher. Wir merken hier ja nichts davon. Es ist weit weg, aber man hat die beiden Schlachtschiffe abgezogen, die Paschkan bewacht haben. Jetzt ist nur noch das Wachfor übrig. Das kann man nicht woanders hinbringen, jedenfalls nicht so leicht. Er machte eine weit ausholende, wegwerfende Geste, mit der er Davil beinahe ohrfeigte. Was soll's, sage ich, wir haben den Schild, der schützt uns besser als da bloß? Ich weiß nicht, warf Davil ein. Der Schild reicht ja nicht überall bis zum Boden. Wenn die Bomben groß genug sind oder ungünstig fallen. Ach, das hatten wir doch alles schon. Der Überfall der Bilderstürmer. Bailen, wann war das? Um 12.000? 12.000, bestätigte Bailen, nach der Zeitrechnung des zweiten Direktoriums. Genau, 12.000. Damals haben sie uns eine Bombe in den Zugang zum Tal geworfen. Der lag damals woanders im Süden, aber der Schild war auch etwa 30 Armlängen hoch geöffnet. Wieder eine eruptive Geste, diesmal in die Höhe. Und was geschieht? Die erste Bombe bringt die Felswände rechts und links zum Einsturz und schließt damit den Schild komplett ab. Wir mussten bloß warten, bis der Spuk vorbei war und Davil versonnen. Und genau so wird dieser Spuk vorbeigehen, prophezeite Bruder Stem. Man muss sich das bloß mal vorstellen, aus einer anderen Galaxis nicht zu fassen. Stimmt doch, oder? Die kommen aus einer anderen Galaxis? Sind auch Menschen, aber eben, sie nennen es wohl das Kaiserreich, sagte Tennant. Niemand weiß, warum sie uns angreifen. Was weiß das Paschkanarium eigentlich über das Kaiserreich, fragte Davil und sah die beiden Ordensleute mit hintersinnigem Lächeln an. Ich meine, bevor das alles losging, wusste ich nicht einmal, dass es in anderen Galaxien Menschen gibt. Bruder Stem lachte meckernd und bog wieder scharf in die Kurve. Tja, ja, die Ursprünge der Menschheit, ein großes Thema. Balen musste unwillkürlich auch lachen, was ihre beiden Gäste wieder Im nächsten Augenblick endete der Gang, spuckte sie aus in die Portalhalle, wo die beiden Sucher die Gesichter hoch und die Augen aufrissen und alles vergaßen, worüber gerade gesprochen worden war. Jedem ging ging das so. Das Paschkanarium mochte von außen überwältigend wirken, von innen betrachtet sprengte es jedes Vorstellungsvermögen. Hinter dem Portal lag natürlich eine Halle, eine große Schneise quer durch den ganzen Ring, die bis zum nächsten Portal im nächst inneren Ringwall führte. Groß? Es war ein Anblick, der einem den Atemrauben musste. Auf dem Weg bis zur Hallendecke schien die Seekraft zu erlahmen. Die Portalhalle war so unfassbar groß, dass sich darin ein eigener Wetterkreislauf entwickelt hatte. Im heißen, feuchten Sommer sammelte sich Luftfeuchtigkeit an, und sobald es Winter wurde, bildeten sich Wolken oben zwischen den titanischen Stützstreben, die von unten wie Haagespinst aussahen. Noch sah man nichts, aber in ein paar Wochen würde es regnen in den Portalhallen. Und dazu diese Akustik. Es legte sich wie ein Druck auf die Ohren. Im ersten Moment, wenn man in die Halle kam, war jeder Widerhall verschwunden, sodass man das Gefühl hatte, sich im Freien zu befinden. Doch dann, ganz unmerklich, kamen die ersten Echos zurück, rollten mit so langer Verzögerung heran, von so Unglaublich, hauchte Davil. Man hat mir davon erzählt, aber es zu sehen, ist wirklich, wie soll ich sagen? Bruder Stem hielt mit vollem Tempo geradewegs auf die Pforte zu, die man nach dem Ausbau des äußersten Rings so erweitert hatte, dass Fahrzeuge sie passieren konnten. Weiter innen werden die Hallen kleiner, verkündete er. Aber auch die kleinen sind noch ganz schön groß, das kann ich euch sagen. Auf halber Strecke legten sie eine Rast ein, setzten sich in einen leeren Versammlungsraum und verzehrten den Proviant, den Bruder Stem in einem Korb mitgebracht hatte. Riecht seltsam hier, meinte Davil und musterte die kahlen Wände, als wäre seit Jahren niemand hier gewesen. Bruder Stem nickte so heftig wie er kaute. Ist bestimmt so, brabbelte er mit vollem Mund. Er achtete darauf, dass die Beleuchtung abgeschaltet und die Tür wieder geschlossen wurde, ehe sie weiterfuhren. Schließlich erreichten sie den innersten Ring. Nach den Dimensionen, an die man sich in den äußeren Ringen gewöhnt hatte, kam einem hier alles sehr übersichtlich vor. Die Portalhalle war immer noch groß, gewiss, aber höchstens dreimal so groß wie der Thronsaal des Pantab. dahin konnte man nun bei denen, die parallel zum Ringwall verliefen, eine Krümmung erkennen. Zugleich jedoch war einem alles seltsam fremd, atmete ein Alter, das einen frösteln ließ. Türen trugen Aufschriften in alten, vergessenen Sprachen, in noch nie gesehenen Schriftzeichen. Man fasste an Wände aus massivem Sinit, jenem Gestein, das die Dichte als Metapher nahmen, wenn sie die Ewigkeit besingen wollten und hatte nachher Felsstaub an den Fingern. Ich weiß nicht, hörte Baelen Tennant murmeln. Davil legte seinen Begleiter darauf in die Hand aufs Knie, sagte aber nichts. Auch Baelen wurde jedes Mal, wenn er in die inneren Ringe kam, von einer eigenartigen Erregung erfasst. Von außen bis hierher zu fahren war, als mache man eine Zeitreise. Und der innerste Ring war zu glauben, dass ich im Innersten, im Allerheiligsten, der Anfang aller Zeit finden musste. Wäre es nach Baelen gegangen, hätten die Sucher, die nach den Ursprüngen der Menschheit fahndeten, in hellen Scharen kommen können. Er würde nicht müde werden, sie hierher zu begleiten. Sogar Bruder Stem wurde ein wenig ruhiger, zumindest für seine Verhältnisse. Er fuhr sie mit dem Elektrowagen eng für Fahrzeuge wurden und ließ sie aussteigen. Also wie gesagt, Baelen wird sich um euch kümmern, meinte er dann mit den Unterarmen auf die Lenkung gestützt und müde wirkend. Er kann euch sagen, wo welches Archiv zu finden ist und so weiter und die Zimmer und Waschräume. Nicht wahr, Baelen? Er zwinkerte wild mit den Augen. Alles klar, nickte Baelen. Vergiss nicht, euch bei der Küche anzumelden, erinnerte der Alte ihn und grinste die beiden Zentralwäldler an. Sonst kriegt ihr nichts zu essen und die nächsten Sucher finden dann eure Skelette in den Bibliotheken. Unter wieherndem Gelächter brauste er mit seinem surrenden Karren davon. Da standen sie nun mit ihren paar Habseligkeiten. Die Stille und die Vorstellung, wie viel gemauertes Gestein auf ihnen lastete, konnten einen schier erdrücken. Darville räusperte sich und deutete mit einer Handbewegung in die Richtung, in die Bruder Stem davongefahren war. Sagte der Pfortenwächter nicht, dass er ich meine ich kenne mich hier gut aus, beilte sich Bailen zu versichern. Wirklich. Und wenn ihr eine Übersetzung benötigt, weiß ich auch, welcher Bruder welche der alten Sprachen beherrscht. So. Der stämmige Mann schien nicht restlos überzeugt. Er nagte ein wenig an seiner Unterlippe, musterte Bailen und sah wieder den Gang entlang. Er macht auf deine Kosten frei, oder wie sehe ich das? Bailen zögerte. Wie sollte er das erklären? Es war offizielle Regel, dass Sucher im Paschkanarium von einem Ordensbruder betreut wurden. Also hatte der Pfortenwächter das so formulieren müssen. Sollte er, der Novize ihnen nun sagen, dass man Sucher, die sich für Themen wie den Ursprung der Menschheit interessierten, nicht für vollnahm, dass sich diese Geringschätzung schon in der Auswahl Bruder Stamps gezeigt hatte, der schließlich auch beschäftigt werden musste, aber nicht imstande gewesen wäre, jemanden zu betreuen, der etwa über die Geschichte der Direktorien forschte oder sich für Landbaumethoden oder Sumpfplaneten interessierte. Er weiß, dass ich gern hier im innersten Ring bin, meinte er schließlich lahm, und dass ich euch hier so gut assistieren kann wie ein Vollbruder. Darwell nickte. Zumindest schien er sich damit abgefunden zu haben. Er musterte Bailen mit einem raschen Seitenblick. Naja, ich denke, wir werden zurechtkommen. War das nun anerkennend gemeint oder tadelnd? Schwer zu sagen. Bailen schulterte seine Tasche. Ich nehme an, ihr wollt zunächst ruhen nach der langen Reise. Die Unterkünfte befinden sich Nein, unterbrach ihn Darwell. Wir wollen so schnell wie möglich mit der Arbeit beginnen. Gut, meinte Bailen verblüfft. Wie ihr meint. Tennant nestelte ein zusammengefaltetes Papier aus seiner Brusttasche und reichte es Darwell. Der faltete es auf und hielt es Bailen hin, wobei er mit dem Finger auf eine Stelle zeigte. Da wollen wir als erstes Bailen nahm das Blatt in die Hand. Die Zeichnung darauf war eine grobe, eine sehr grobe Skizze des Innersten Rings und seiner wichtigsten Archive. Die Stelle, auf die Darwell gezeigt hatte, war eine Bibliothek, die sowohl der Portalhalle als auch dem Allerheiligsten unmittelbar benachbart lag. Das Quolonuoti Archiv stellte Bailen fest. Wieso ausgerechnet das? Darwell bläckte die Zähne zu einem freudlosen Lächeln. Wir wollen natürlich anders vorgehen als alle, die vor uns da waren, denn die sind ja zu keinem Ergebnis gelangt. Aber das Quolonuoti Archiv enthält nur alte Gesänge, Lieder, Gedichte, Kochrezepte. Wir wissen, was es enthält. Woher? Bailen hob das Papier in die Höhe. Und woher habt ihr diesen Plan? Von jemandem, der schon einmal hier war, erklärte Davil. Wir führen seine Arbeit fort. Aber das ist nicht erlaubt. Bailen drehte das Blatt mit der Skizze unschlüssig in den Händen. Irgendwie wollte ihm das alles überhaupt nicht gefallen. Die Bruderschaft will nicht, dass der Bauplan des Tempels bekannt wird. Schon gut, meinte Davil und zupfte ihm das Papier wieder aus den Fingern. Du wirst das ja wohl kaum als Bauplan bezeichnen. Was ist? Kannst du uns jetzt dorthin führen oder nicht? Es ging zu Davils Verblüffung ein paar Treppen hinauf. Nicht weit verglichen mit der Anzahl der Geschosse, die auch der innerste Ring aufzuweisen hatte, aber immerhin. Das hatte auf Davils Skizze nicht gestanden. Tatsächlich fanden sich in den weiter innen liegenden Ringen zu ebener Erde fast ausschließlich Funktionsräume. Das hatte vor allem damit zu tun, dass das Paschkanarium in seinen früheren Ausbaustufen noch von gelegentlichen Hochwassern bedroht gewesen war. Inzwischen hatte der Bau die meisten Flüsse und Bäche ringsum überwuchert und es hätte wohl hundert Jahre ununterbrochen und in Strömen regnen müssen, um auch nur die erste Ebene unter Wasser zu setzen. Davil zeigte sich beeindruckt, als Baelin ihm diese Zusammenhänge erklärte. Ich habe mich immer gefragt, warum die Bruderschaft das Archiv nicht unterirdisch angelegt hat, meinte er. Oh, meinte Baelin, was für eine Vorstellung. Der Tempel steht auf massivem Sinit, der größten geschlossenen Felsplatte auf Paschkan. Das wäre ziemlich in Arbeit ausgeartet, nickte Davil. Und wir haben ja den Schild. Genau, meinte der untersetzte Sucher mit seltsamem Lächeln. Der Schild. Weite Gänge, schmale Gänge, Wandelhallen, Treppenschächte, Rampen, weite Aufgänge. Die innere Struktur des Paschkanariums kam einem, wenn man das erste Mal versuchte, sich allein darin zurechtzufinden, wie der Albtraum eines Architekten vor. Nach einiger Zeit, vorausgesetzt man war bis dahin nicht verloren gegangen, fielen einem bestimmte Muster auf, die sich zu wiederholen schienen. Und schließlich, ausgerechnet im Laufe des Studiums der alten Sprachen, begriff man, die innere Architektur des Paschkanariums bildete die Zeichen des Utak nach, jenes uralten Alphabets, in dem die Gründer geschrieben hatten. Jede Ebene in jedem Ring verkörperte einen Spruch. Kannte man diesen Spruch, fand man sich zurecht. Sobald man alle Sprüche beherrschte, konnte man sich im gesamten Paschkanarium bewegen und hinfort darüber nachdenken, was die zum Teil sehr dunkelsinnigen Sätze bedeuten mochten. Sie betraten eine Utak-Weisheit, die übersetzt in etwa »Wer eine Wahl hat, hat auch eine Verantwortung« lautete, »bei der Spitze des personenbestimmenden Landtatzeichens«. Das Quolonuoti-Archiv befand sich in der bauchigen Wölbung des letzten Nifots. Wenn man das wusste, war es leicht. Kein Wunder, dass die Bruderschaft dieses Geheimnis sorgfältig hütete. »Bitte sehr«, verkündete Bailen, öffnete den Türflügel und schaltete das Licht ein. »Das Archiv des Fürsten Quolonuoti.« Die Köpfe der beiden Männer kippten nach hinten. Ihre Münder klappten auf, ihre Blicke wanderten die Regale empor, die die Wände des Raumes komplett bedeckten, der so breit wie tief war und so hoch wie breit. Vier Galerien, durch schmale Treppen untereinander verbunden, liefen ringsum und erlaubten den Zugriff auf die Folianten, die gebundenen und gehefteten Bücher, die Handschriften, Drucke, Dokumente aus Papier, Folie, Glas und Metall. Hier und da hingen Gemälde an den Wänden, kostbare Kunstwerke, die schöne Frauen in verführerischen Posen darstellten. Der Fürst war den Annehmlichkeiten des Lebens sehr zugetan gewesen. Bailen ging voraus, legte die Hand auf ein hölzernes Möbel. Das ist der Katalog. Die Archivräume in den inneren Ringen waren alle ähnlich aufgebaut, abgesehen vom Grundriss. Und hier sind Arbeitstische, Lesepulte, Lesegeräte für Metallgravuren und so weiter. Kolossal, murmelte Tennant. Er schien nicht zugehört zu haben. Wie verzückt wanderte er die unterste Regalreihe entlang, strich mit ausgestreckten Fingern über Buchrücken, las murmelnd die Aufschriften. Er beherrscht Utak, erkannte Bailen verblüfft. Wieso erstaunte ihn das so? Irgendwie hatte er dem blassen, schmalen, fast krank aussehenden Mann nichts zugetraut. Darwil schien es zu sein, der bestimmte, wo es langging. Angenommen, trat er murmelnd an seine Seite. Angenommen, einem von uns würde etwas passieren. Könnten wir dann Hilfe rufen? Etwas passieren? Bailen riss die Augen auf. Krank werden zum Beispiel, erläuterte Darwil mit mühsam gezügelter Ungeduld. Einer von uns könnte einen Anfall bekommen. Einfach umkippen. Bailen sah zu Tennant hinüber, der vor einem der Lesepulte im hinteren Teil des Raumes stehen geblieben war, auf dem, wer weiß wie lange schon, ein Buch aufgeschlagen lag. Er hatte sein Kombigerät herausgezogen und begonnen, eine Art Tagebucheintrag zu sprechen. Im innersten Ring des Paschkanariums, hörte Bailen ihn sagen, den Archivraum erreicht, den wir gesucht haben. Er sah wirklich aus wie ein Gespenst. Es gibt ein Intercom-System, erklärte der Novize beunruhigt. Dort neben der Tür. Damit können wir Alarm. In diesem Augenblick drangen fremde, krachende Geräusche aus Tennants Kombigerät. Bailen hielt inne, starrte den dünnen Mann erschrocken an. Dann hörte er zu seiner maßlosen Verwunderung Wortfetzen heraus. Er spricht mit jemandem, rief er aus. Er sah Davil an, den Arm ausgestreckt, auf Tennant zeigend. Er … Ich dachte, das ist für Aufzeichnungen von … Mit wem spricht er? Der stämmige Mann legte ihm die Hand auf die Schulter. Und diese Hand wurde plötzlich erdrückend schwer, sodass Bailen sich auf den nächsten Stuhl setzen musste. Er schaute hoch in Davils dunkles Gesicht, las Wohlwollen in diesen Augen, aber auch unerbittliche Entschlossenheit. Mein Junge, sagte der Mann, es ist besser, du bleibst jetzt ganz still hier sitzen. Ich kann dich gut leiden. Ich möchte nicht, dass dir etwas passiert. Der Planet hing in der Schwärze des Alls, wie eine kostbare Blase aus hauchdünnem, farbigem Glas, leuchtend, grün und blau und braun, von weißen Schlieren überhaucht. Ein gewaltiger Anblick aus dem Cockpit eines kleinen, antriebslos dahintreibenden Raumjägers. Aber der Mann an den Steuerkontrollen sah nicht mehr nach draußen. So etwas konnte man nur begrenzte Zeit anschauen. Er beobachtete die Instrumente und rührte sich ansonsten nicht. Er wartete. Und er wusste, dass er noch lange Zeit würde warten müssen, länger als jemals zuvor in seinem Leben. Er war nicht der Einzige. Ein ganzer Schwarm Jäger trieb aus der Richtung der Sonne kommend auf den Planeten zu. Tod. Schweigend. Kaltes Metall. Doch während er darauf wartete, dass die ereignislose Zeit vorüberging, lagen die anderen Piloten alle in einem chemisch induzierten Tiefschlaf. Sie würden schlafen, bis ihnen eine automatische Injektionsmanschette auf einen Funkimpuls hin einen entsprechenden Antagonisten spritzte. Und er war es, der diesen Impuls würde auslösen müssen. Wenn es so weit war. Auf den Instrumenten war der Planet beinahe dunkel. Geringe Emissionen auf den Funkfrequenzen. Nahezu stille auf den höherdimensionalen Frequenzen. Die Welt war dünn besiedelt und ihre Bewohner legten nicht viel Wert auf Technik. Doch einen hellen Punkt gab es. Außerhalb des Planeten ihn in geringer Höhe umkreisend. Dieser Punkt war der Grund, warum die Jets sich mit ausgeschalteten Triebwerken und minimaler Energieleistung näherten. Dieser Punkt war die Ursache seines schier unerträglichen Wartens. Sie würden, wenn alles nach Plan verlief, nach diesem Plan, der sich so schlicht und raffiniert angehört hatte im Besprechungsraum und von dem er jetzt erst erlebte, was er ihm Übermenschliches abverlangte, niemals durch die Sichtscheiben ihrer Cockpits sehen, wofür dieser Punkt maximaler Energieemission stand. Ein Wachvor, ein kleines Wachvor, der geringen strategischen Bedeutung des Planeten entsprechend, aber immer noch so stark bewaffnet, dass es mit einer einzigen Salve seiner Geschütze den gesamten sich nähernden Schwarm von Jägern in eine Wolke ionisierter Moleküle hätte verwandeln können. Doch wenn alles nach Plan verlief, nach diesem Plan, der an Wahnwitz grenzte, würde das Wachvor niemals von der Existenz dieser Jets erfahren. Der Mann schloss die Augen. Vielleicht konnte er ein wenig dösen, und wenn nicht, war es dennoch besser, die Uhr nicht zu sehen, die so quälend langsam die Stunden zählte. Tage. Es waren noch Tage, die er würde warten müssen. Tage, die er sich nicht richtig würde bewegen können, nicht waschen, nicht kratzen. Tage, in denen er Konzentratnahrung essen und für alle Körperausscheidungen die Einrichtungen des Raumanzugs beanspruchen musste. Tage des Gestanks. Tage abgrundtiefer Langeweile. Die Ablenkungen, Musik, Lektüre waren längst ausgeschöpft. Auf ihn warteten Tage, die seine bebenden Nerven bis an den Rand der Belastungsfähigkeit spannen würden. Aber sie würden auf diese Weise den Ortungsring unbemerkt passieren. Einfach, indem sie nichts taten. Der Mann konzentrierte sich auf die Beobachtung seiner Atemzüge. Das hatte er geübt, ehe sie aus dem Mutterschiff ausgeschleust worden waren, dass auf der anderen Seite der Sonne wartete. Jemand hatte es als heißen Tipp gehandelt, als die einzige Chance, die Zeit durchzustehen. Es war verdammt hart, nichts zu tun. Jagdschwarmführer Hidu beobachtete die Kontinente, wie sie über das Beobachtbare rund wanderten und von der schmalen Dämmerungszone aufgesogen wurden. Angenehme stundenlang fiel er in einen Zustand zwischen Wachen und Schlafen und glaubte, Gesichter in den Wolken, den Seen und Bergen zu erkennen, die ihrerseits ihn beobachteten, ihm zuerst freundlich zulächelten, um im Lauf der Zeit immer grimmiger dreinzublicken, bis er hochschreckte. Wieder ein Rundblick. Kontrolle der passiven Ortung. Die Formation war unverändert, von minimalen Verschiebungen abgesehen. Er drehte den Kopf nach rechts, nach links, bis die Verspannungen im Nacken spürbar wurden. Er hätte wer weiß was dafür gegeben, jetzt aufstehen und losrennen zu können. Nie wieder würde er so etwas wie das hier auf sich nehmen. Nie wieder. Und wenn er zurück war, würde er jeden Tag rennen, das ganze Schiff entlang, vom Bug zum Heck und zurück. Er malte sich aus, welche Route er nehmen würde. Start hinter der Fernortung ganz vorn. Dann durch die Labors, am besten den Gang zwischen dem astronomischen und dem planetologischen Labor entlang. Die Quartiere umrunden, entweder die Rampe zum Sektor der Niederen hinunter oder auf der Promenade. Die Lagerräume entlang. Den Beibotschächten ausweichen, dazu würde er die Treppe eins höher nehmen müssen, die auf den Gang hinter den Waffensystemen führte. Doch solange keine Alarmbereitschaft herrschte, war das unproblematisch. Und dann endlich der Maschinenraum mit seinen endlosen Laufstegen. Hach, wie das dröhnen würde. Tschapp, tschapp, tschapp über die Metallroste. Nur nicht den Kopf anstoßen im Bereich der Energiestation. Auf die Zustandsanzeigen achten im Triebwerksbereich. Den Abstrahlring umrunden und... Das Signal Zuerst begriff er nicht. Hat er zu lange gewartet, um glauben zu können, dass es wirklich geschah. Da war nur ein gelbes Rechteck, das in regelmäßigen Abständen hell aufleuchtete. Ein seltsames, blinkendes Licht. Dann, endlich, änderte sich die Interpretation. Er begriff, dass die Zeit der Qual vorüber war und er musste an sich halten, um nicht in Tränen auszubrechen. Sein Herz hämmerte plötzlich wild, als er die Taste unter dem Lichtsignal drückte. Wir befinden uns im innersten Ring des Paschkanariums, brach eine verzerrte Stimme überlaut aus den Lautsprechern. Wir haben den Archivraum erreicht, den wir gesucht haben, direkt neben der Portalhalle, in der sich der Zugang zum Zentrum befindet. Die Frage ist im Augenblick, ob die Relais wie geplant funktionieren. Das wäre am besten, durch eine Rückmeldung zu beweisen. Hidu räusperte sich und griff nach dem Mikrofon. Die Relais funktionieren. Ich kann sie hören. Dann sind die geforderten Bedingungen geschaffen, kam die Antwort mit einem Herzschlag Verzögerung. Hidu fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Er schwitzte, seine Haut fühlte sich klebrig an und schmutzig. Er musste zu sich kommen, vollkommen wach werden. Die Ortung sah gut aus. Das Wachvorlag im Planetenschatten. Zeit zu handeln. Ich aktiviere den Jägerschwarm, erklärte er und drückte die Taste, die das vorbereitete Aufwecksignal an die anderen Jäger abstrahlte. Er startete die Aktivierungssequenz, die seine eigene Maschine nach und nach aus einem scheintoten Metallklumpen in ein voll einsatzbereites Fluggerät verwandeln würde. Ich melde mich nach Rücksprache mit dem Kommandanten. Ende. Schalter drehen, Knöpfe drücken, routinierte, tausendfach geübte Bewegungen. Mit jeder davon fand er weiter zurück in die Wirklichkeit. Die Richtantenne veränderte ihren Vektor, peilte den winzigen Satelliten an, der unsichtbar über der Corona der Sonne kreiste und die Funkverbindungen zum Mutterschiff weiterleiten würde, das auf der anderen Seite wartete. Ein Tastendruck strahlte das Rufsignal ab, überlichtschnell, zeitlos. Keine Antwort. Idu starrte den Planeten an, der er drückend, groß, schräg über ihm zu hängen schien. Sie waren schon verdammt nah herangekommen. Innerhalb der nächsten Stunden hätte er die anderen ohnehin wecken müssen. Sie mussten entweder losschlagen oder abbrechen. Und der Mann, der das zu entscheiden hatte, reagierte nicht. Idu gab das Rufsignal noch einmal, kontrollierte dabei die Borduhr, die nach Gierzeit ging, wie alle Uhren der Flotte. Nein, es war nicht Nacht, ausgeschlossen, dass der Kommandant schlief. Er sah sich um. Die anderen Jäger glitzerten winzig und silbrig in der Ferne. Der Verband war etwas auseinandergedriftet in den letzten Tagen, aber das machte nichts. Und es wäre auch nicht zu verhindern gewesen. Was war mit dem Kommandanten? Ausgeschlossen, ohne sein Wort zu handeln. Aber in dem Augenblick, in dem sie ihre Triebwerke zündeten, musste entschieden sein, in welche Richtung es gehen sollte. Idu presste die Taste ein drittes Mal. Und da, endlich, krachte es aus dem Lautsprecher. Quest! Der Tonfall dieser Stimme jagte Idu einen Schauer über den Rücken. Der Kommandant klang, als habe er diesen Augenblick in tagelanger, äußerster Anspannung herbeigesehnt. Idu hier, erhabener Kommandant, sagte der Führer des Schwarms. Wir haben soeben das Signal erhalten. Er musste schreien, um das Geräusch des hochlaufenden Energiereaktors zu übertönen. Gut, kam es zurück. Endlich! Dann gehen Sie vor wie geplant. Ich bestätige, Kommandant. Der Einsatzbefehl ist erteilt. Korrekt. Einsatzbefehl ist erteilt. Die Verbindung wurde so jäh unterbrochen, wie sie aufgebaut worden war. Idu verharrte einen Augenblick. Seine Wahrnehmung schien sich zu verändern in diesem winzigen Moment. Oder war es der Stall ringsum, der plötzlich stählerner wurde, der endlose Raum außerhalb des Jägers, der noch endloser, das dröhnende Maschine, das noch dröhnender wurde. Er kannte dieses Gefühl, diesen Zustand. Es ließ ihn ganz da sein, alles andere vergessen. Der Einsatz begann genau jetzt, in diesem Augenblick. »Hidu hier«, sprach er in das Mikrofon des Normalfunks, der die anderen Jäger und über die Relais die Bodengruppe erreichte. »Wir haben Einsatzbefehl.« Baylin saß gehorsam auf seinem Stuhl und fragte sich, worauf die beiden Männer warteten. Abgesehen davon, dass er sich fragte, was zum Buchfraß hier eigentlich vor sich ging. Darwell saß auf einem anderen Stuhl, nur ein paar Schritte entfernt. Es war schwer zu erkennen, ob er ihn beobachtete oder Tennant, der die erste Galerie erklommen hatte und in den Büchern dort schmökerte, als sei überhaupt nichts und als hätten sie alle Zeit der Welt. Das Kombigerät lag eingeschaltet auf dem Tisch. Darwells dunkle, massige Hand gleich daneben. »Man kann nichts stehlen aus dem Paschkanarium«, sagte Baylin in die Stille hinein. Tennant raschelte weiter in den Büchern. Darwell schien ihn nicht gehört zu haben. Er saß weiter regungslos, in sich zusammen gesackt da. »Jedes Dokument ist markiert«, fuhr Baylin fort. »Das Detektorfeld entdeckt es unweigerlich.« Er hörte Tennant leise lachen. Darwell drehte ihm seufzend das Gesicht zu. »Warum erzählst du uns das?«, fragte er. Baylin erwiderte den Blick, schluckte schwer. »Ihr habt doch etwas vor.« »Was denn?« »Keine Ahnung.« Sein Bein fing an zu zucken, ohne dass er etwas dagegen hätte machen können. »Das will ich ja gerade herausfinden.« Tennant lachte wieder. Es klang nervös. Das Blättern in den Büchern, erkannte Baylin, war reine Nervosität. Darwell schüttelte den Kopf. »Lass es!« »Nein!« Baylin sah die beiden an. Tennant, der an der Brüstung stand, die Hände so fest um den stählernen Handlauf geklammert, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Darwell, der ihn lauernd beobachtete und offenbar zu atmen aufgehört hatte. Er hatte eine kleine Narbe an der Schläfe, die mitten durch sein Clanzeichen lief und es seltsam verzerrte, und jetzt gerade schien diese Narbe weiß zu leuchten. »Nein, ich lasse es nicht. Ich weiß zwar nicht, was ihr vorhabt, aber vielleicht kann ich euch davon abhalten.« »Das kannst du nicht. Glaub mir. Ihr wisst nicht alles über das Paschkanarium. Ihr ahnt nicht einmal, auf wie viele Arten man euch überwachen, durchleuchten, untersuchen kann. Und ihr wisst nicht, welche Strafen auf euch warten.« Baylin stieß die angehaltene Luft mit einem schmerzvollen Stoß aus. Es musste gesagt werden. »Ich kann euch gut leiden. Ich will nicht, dass man euch tötet.« Eine Pause trat ein, in der die beiden einen überraschten Blick tauschten. Tennens Gestalt straffte sich, was allerdings an seiner grundsätzlich schiefen Körperhaltung nichts änderte. Er murmelte etwas wie, »Das ist ja reizend« und warnte sich wieder den Buchrücken zu. Darville griff nach dem Kombigerät, schob es ein wenig umher und meinte dann, »Ich mache mir eher Sorgen um dich, Baylin. Du bist noch Novize. Du begleitest zwei Sucher und diese beiden Sucher verstoßen gegen die Gesetze Paschkans. Was werden sie mit dir machen?« Baylin zögerte. Das wusste er tatsächlich selber nicht. »Aber wenn es dich so brennend interessiert?« Darville studierte die Anzeige des Kombigerätes. »Du wirst das nicht wissen als Novize, aber der Hohe Rat eurer Bruderschaft hat vor etlichen zehn Tagen einen Brief erhalten. Vom Pantab persönlich. Der Brief enthielt die Aufforderung, der Regierung von Gera bestimmte Dokumente zur Verfügung zu stellen, die sich im Paschkanarium befinden. Dokumente, denen die Regierung entscheidende Bedeutung im Krieg gegen die Invasoren zumisst. Doch der Rat«, sagte Darville grimmig und knallte das Gerät zurück auf die Tischplatte, »weigerte sich.« »Paschkan ist exterritorial«, erwiderte Baylin und runzelte die Stirn. »Die Bruderschaft genießt seit jeher einen Sonderstatus. Niemand, nicht einmal der Pantab, hat ihr zu befehlen.« Er konnte kaum glauben, was er hörte. »Abgesehen davon hat noch nie ein Dokument den Tempel wieder verlassen. Das wäre, ich weiß nicht, ohne Beispiel.« »Das mag sein«, meinte Darville unbeeindruckt, »aber einmal ist immer das erste Mal.« Das konnte doch alles nicht wahr sein. Der Novize merkte plötzlich, dass er schon seit einer ganzen Weile angefangen hatte, den Kopf zu schütteln, ganz leicht, mit winzigen, fast unsichtbaren Bewegungen, als hätte ihn eine Nervenkrankheit befallen. »Aber was?« Sein Blick irrte die hohen Regale empor, tausende von Buchrücken, Faltschachteln und Schriftrollen entlang. »Hier gibt es doch nur... Was weiß ich, Kochrezepte, Liebesgedichte, Trinklieder, Briefe von fürstlichen Verwaltern. Welche Dokumente hier könnten wichtig sein für einen Krieg?« »Oh, Kochrezepte und Trinklieder können außerordentlich wichtig sein in einem Krieg«, lächelte der korpulente Mann, der auf seinem Stuhl hockte wie ein Sack nass gewordenen Kuhjamehls. »Aber du hast recht. Es ist nicht dieses Archiv, das uns interessiert. Wir sind hier nur, weil es dem Zentrum des Paschkanariums unmittelbar benachbart ist. Was der Pantab benötigt, sind alle verfügbaren Informationen über die nicht-menschlichen Rassen.« Das Begreifen des ungeheuerlichen Plans, in den er ohne sein Wissen verstrickt war, sprang Baelin an wie ein Tier, nahm ihm den Atem, brachte beinahe sein Herz zum Stillstand. »Das… das Allerheiligste? Ihr wollt ins Allerheiligste eindringen?« Davil nickte langsam. »Um genau zu sein, wir werden es mitnehmen.« Sie hielten sich nicht damit auf, eine saubere Formation herzustellen. Für das, was sie vorhatten, waren Formationen ohne Belang. Viel entscheidender war, dass das Wachvor in wenigen Augenblicken wieder hinter dem Rund des Planeten auftauchen würde und bis dahin mussten sie aus dem Orbit verschwunden sein. Die Triebwerke zündeten. Wie ein Gewitter blau-weißer Blitze zuckte es vor dem dunklen Hintergrund der Sterne. Die Jäger, klobige, massive, stählerne Kolosse, warfen sich herum wie leichtes Spielzeug und tauchten hinab in die Lufthülle in weiten, eleganten Flugbahnen voller Kraft und Behändigkeit. Für wenige Augenblicke glühte die Atmosphäre entlang dieser Bahnen auf, dann verglomm die verräterische Spur und die dunklen Maschinen stürzten fast senkrecht hinab auf die südlichen Steppen Paschkans. Niemand lebte hier, abgesehen von Millionen kleiner Wühler, von denen die, die sich gerade an der Oberfläche befanden, innehielten und mit mummelnden Backen hinaufsahen in den Himmel, aus dem ein vielstimmiger, röhrender Schrei herabbrüllte und immer lauter und lauter wurde. Die vorsichtigeren Wühler machten, dass sie wieder in ihre Bauten kamen. Jene, deren Neugier überwog, sahen, wie dunkle Punkte am Firmament sichtbar wurden, herabstürzend, schneller als fallende Steine, rasch größer und lauter werdend. Mit gnadenloser Wucht schienen sie sich in den Boden bohren zu wollen. Doch im letzten Moment geschah etwas, etwas grell Blitzendes und die übermächtigen Gebilde schossen mit Weltuntergangsdonner über die paschkanischen Wühler hinweg, wirbelten sie in hohem Bogen durch die Luft und ließen sie für Tage taub werden. Die Jäger schossen nordwärts, auf das große Massiv zu. Nach und nach ordneten sie sich dabei zu einer Kette. Sie flogen so dicht über dem Boden, dass sie ihn mit ihrer bloßen Lautstärke umpflügten. Das Steppengras presste sich flach nieder wie eine riesige Schleifspur und wenn sie Wasserläufe, Seen oder Meeresbuchten überflogen, zerstob das Wasser hinter ihnen zu Wolken feinen Nebels. Steine platzten in der Druckwelle. Wie man auf die bloße Idee kommen konnte! Bailen wusste nicht, was er sagen sollte. Er fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, sah umher, musste sich vergewissern, dass er nicht träumte. Das Allerheiligste rauben zu wollen, das war nicht nur vermessen, das war schon lächerlich. Diese beiden Männer? Er musste unwillkürlich grinsen. Aber er hatte Recht gehabt mit seinem Gefühl, die ganze Zeit. Er hatte die ganze Zeit geahnt, dass die beiden keine normalen Sucher waren. Ein galaktischer Krieg ist ein Phantom, sagte Davil in die gespannte Stelle hinein. Was redete er da bloß? Man hört nichts davon, man sieht nichts davon. Es wird nur darüber geredet. In dem Moment, in dem man etwas davon am eigenen Leib spürt, ist es bereits zu spät. Natürlich würden sie scheitern. Alle waren sie gescheitert. Es hatte Kriege um das Paschkanarium gegeben, planetare Kriege, ausgetragen mit nuklearen Waffen, mit Giftgas, mit riesigen Belagerungsheeren. Das war lange her, aber in den umliegenden Tälern konnte man noch Spuren davon finden. Glasig verschmolzene Felshänge, giftige Quellen, vergessene Schädelstätten. In späteren Zeitaltern waren gewaltige Raumschiffe über dem Tempel erschienen, um am Schild der Eloah zu scheitern, der armdicke Energiestrahlen ebenso leicht abwies wie geschleuderte Felsbrocken. Die Chronik des Ordens verzeichnete unzählige solcher Vorfälle. Aber das waren Geschichten, die einem die älteren Ordensbrüder abends beim warmen Wein erzählten, um sich an den ungläubig staunenden Gesichtern der Novizen zu weiden. Er hätte sich nie träumen lassen, einmal selbst in eine solche Geschichte verwickelt zu werden. Wie es aussah, würde er es sein, der sich in Zukunft an ungläubig staunenden Gesichtern weiden konnte. Davil griff wieder nach dem Kombigerät, verfolgte die Anzeige darauf. Die Invasion ist auch so ein Phantom, meinte er nachdenklich. Viele Leute denken, man macht Witze, wenn man davon spricht. Dein rätseliger, künftiger Ordensbruder zum Beispiel. Andererseits kann man ihm das kaum zum Vorwurf machen, wenn sogar euer hoher Rat so denkt. Baelin betrachtete die beiden Männer. Und spürte einen Stich bei dem Gedanken mitzuerleben, wie sie ihr Leben verwirkten. Der Tempel war exterritoriales Gebiet, immer gewesen. Hier galten einzig die Gesetze der Bruderschaft. Und diese Gesetze sahen die Todesstrafe bereits für den Versuch vor, das Allerheiligste unerlaubt zu betreten. Aber die Invasion ist kein Witz, versicherte der füllige Mann mit der dunklen Haut der Zentralwäldler, der in naher Zukunft vor dem Ordensgericht stehen würde, vor dem auch er, Baelin, würde aussagen müssen. Alles andere als das. Vermutlich ist es nicht einmal übertrieben, in ihr eine ernsthafte Gefahr für unsere gesamte Zivilisation zu sehen. Ernsthaft genug jedenfalls, um das zu tun, was wir tun werden. Tennant kam die Treppe herunter. Seine Schritte scharrten klappernd auf dem Metall. Was machst du da eigentlich? fragte er. Dich vor dem Jungen rechtfertigen? Ich vertreibe mir nur die Zeit, erwiderte Darville, der die Anzeige des Kombigeräts die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen hatte. Aber ich glaube, es geht gleich los. Ihr werdet es nicht schaffen, erklärte Baelin. Vielleicht gab es noch einen Ausweg, noch eine Rettung für die beiden. Bis jetzt hatten sie immerhin nur davon geredet, gegen die Gesetze zu verstoßen, aber sie hatten noch nichts getan. Wenn er sie davon überzeugen konnte, aufzugeben. Darville erhob sich schwerfällig und zog sich die Kleider zurecht, die ihn zu kneifen schienen. Ich wundere mich, dass du nicht fragst, wie wir es überhaupt anstellen wollen, sagte er. Ich meine, das Allerheiligste forttragen, das kann man wohl kaum mit unseren zwei kleinen Umhängetaschen. Baelin spürte, wie sich seine Gedanken plötzlich verhaspelten. Was hatte er übersehen? In diesem Augenblick, erklärte der Mann in beiläufigem Ton, ist ein Schwarm Raumjäger hierher unterwegs. Sobald sie den Schild passiert haben, werden sie sich an unseren Peilsignalen orientieren. Natürlich ist auch ihre Ladekapazität beschränkt, doch für unsere Zwecke wird es genügen. Den Schild passieren, hörte sich Baelin erwidern. Seine eigene Stimme klang ihm grässlich, kieksend in den Ohren und etwas an der Art, wie Davil das sagte, ließ ihm ein vages Unbehagen kalt die Wirbelsäule hinaufkriechen. Niemand kann den Schild passieren. Wir haben ihn doch auch passiert. Aber wir sind zu Fuß gekommen. Davil lächelte kaum merklich. Dann erklärte er ihm, was sie getan hatten und was sie vorhatten. Als Baelin Begriff schrie er unwillkürlich auf. Die Jäger näherten sich dem Nordmassiv. Aus einem schmalen Strich am Horizont waren eindrucksvolle Berge erwachsen, die rasend schnell heranrückten. Das Kartenmaterial von Paschkan hatte sich als exakt erwiesen, wäre allerdings auch entbehrlich gewesen. Die Stadt mit dem Raumhafen war schon aus weiter Ferne auszumachen. Die Kette der Jäger schlug einen weiten Ausweichkurs ein. Natürlich würden sich die Menschen dort trotzdem wundern über den Lärm, der scheinbar aus dem Nichts kommend den Himmel erfüllte. Aber erstens lebten nach den langen Jahren des Friedens nur noch wenige, die das eigentümliche Geräusch tiefliegender Raumjäger auf Anhieb identifizieren konnten. Und zweitens würden die Maschinen, bis der Schall die Stadt erreichte, diese bereits passiert haben. Es war nicht damit zu rechnen, dass man dort Maßnahmen ergreifen würde und wenn, dann nicht schnell genug, um ihnen gefährlich zu werden. Ich orte das Eingangsrelais, gab Hidu an seine Piloten durch, als ein farbiger Punkt auf seinen Schirmen aufleuchtete. Genau an jener Stelle des symbolisch nachgezeichneten Terrains, an der er es erwartet hatte. Achtet auf strenge Kettenformation. Tiefer gehen und das Programm der automatischen Steuerung aktivieren. Jetzt! Er musste selber schlucken, als er seine eigenen Befehle befolgte. Die Felswände schienen nach ihm zu greifen. Alles in ihm wollte die Maschine hochziehen, fort von diesen zerklüfteten Hängen und gähnenden Schluchten. Stattdessen drückte er sie hinab, hinein in eine Umgebung, für die sie nicht entworfen worden war. Doch das Schlimmste war, den Steuerhebel loslassen zu müssen. Obwohl er sich sagte, dass Davil ein erfahrener Pilot war, der wusste, worauf es ankam. Obwohl er wusste, dass kein menschliches Wesen imstande gewesen wäre, die Manöver zu fliegen, die in den nächsten langen Augenblicken geflogen werden mussten. Trotz alledem hielt er den Atem an. Und er konnte die Hand nicht weiter als eine Spanne von dem Hebel wegnehmen, griffbereit, auch wenn jedes manuelle Eingreifen ihn unweigerlich an den Felsen zerschellen lassen würde. So senkten sich die Kolosse aus dem All herab auf den Pilgerpfad, donnerten zwischen enger werdenden Bergschroffen dahin eine Kette stählerner Albträume, alle nacheinander die exakt gleichen Flugbewegungen vollführend, so dicht über dem Boden, dass sie ihn zu Streifen schienen. Ein Treck von Suchern, auf ihren Gymnets zurück zur Stadt unterwegs, erstarrte angesichts des unfassbaren Anblicks zur Bewegungslosigkeit, bis die Stoßfronten über sie hinwegfegten und sie bewusstlos zusammensanken. Du hast dich möglicherweise gewundert, erklärte Davil in diesem Augenblick einem fassungslosen Novizen der Bruderschaft von Paschkan, dass wir auf der Reise hierher beide so große Probleme mit unserer Verdauung hatten. Wir hatten keine Probleme mit unserer Verdauung. Das war nur ein Vorwand, um ungestört kleine, batteriebetriebene Funkstationen, sogenannte Relais, an den richtigen Stellen im Boden vergraben zu können. Sie jagten durch gähnende, steinerne Mäuler. Die Steuerhebel zuckten hin und her wie wahnsinnig. Felsen rasten heran und stürzten im letzten Moment aus dem Blickfeld. Mehr als einmal mussten die Jäger zur Seite kippen, um schmale Schluchten zu passieren. Sie streiften einen verkrüppelten Baum, alle an derselben Stelle, die danach nur noch Holzmehl war. Mehrere Piloten gaben später zu, die Augen zugemacht, zu den alten Göttern gebetet und mit dem Leben vorsichtshalber abgeschlossen zu haben. Es existiert eine ganze Kette solcher Relais von hier bis zum Eingang des Pilgerpfads. Über diese Relais können wir mit den Jägern Kontakt aufnehmen. Trotz des Schilds. Und die einzelnen Relais sind so platziert, dass die Jäger anhand der Peilsignale, die in diesem Augenblick von den Relais ausgestrahlt werden, von der automatischen Steuerung durch die Schluchten des Felsmassivs geleitet werden, bis hin zu der Stelle, an der wir das Tal des Tempels betreten haben. An dieser Stelle ist der Schild ein Stück weit offen. Die Öffnung ist verdammt klein, aber für einen Raumjäger gerade groß genug. Darville lächelte. So passieren wir den Schirm. Wir unterfliegen ihn. Wäre in diesem Augenblick jemand vor dem Schrein des ersten Gründers gestanden. Er wäre getötet worden. Die Maschinen flogen nur noch hüfthoch und die Druckwelle ihrer Manövriertragflächen pflügte rechts und links die spärliche Grasnarbe um. Es war Zufall, dass der Schrein nicht getroffen wurde. Kurz vor der Schirmöffnung gingen die Jäger noch einmal tiefer, setzten beinahe auf, immer noch mit beinahe Schallgeschwindigkeit. Niemand hatte jemals solche Manöver geflogen. Man hatte für die Programmierung dieses Kurses sämtliche Sicherheitsschaltungen der Automatik außer Kraft setzen müssen. Aber die Jäger passierten den Schild des Paschkanariums. Hidu holte tief Luft, als das Tonsignal der Automatik ihn aufforderte, die Steuerung wieder zu übernehmen. Die Maschinen bremsten mit voller Kraft ab. Der letzte Befehl des Programms. Vor ihnen erhob sich das unglaublichste Bauwerk der Galaxis. Als einer der Piloten einen triumphierenden Schrei ausstieß, konnte Hidu nicht anders, als es ihm gleich zu tun. Das Intercom-System war uralt und klobig, für die Ewigkeit gebaut. Bailen stand mit dem Rücken davor, als könne er etwas retten, wenn er den beiden Männern den Zugang dazu verwehrte. Und wenn ich mich weigere? Darwell stemmte den ausgestreckten Arm gegen den Türstock. Es ist nur zu eurem Besten, erklärte er geduldig. Die Jäger haben Partikelkanonen an Bord, Granaten, Strahler, Plasma-Katapulte, alles, was du willst. Sie werden die Portale einfach aufschießen, und ihr werdet hundert Jahre brauchen, um sie wieder zu reparieren. Gier-Jahre, wohlgemerkt. Sie werden denken, ich mache mit euch gemeinsame Sache. In dieser Angelegenheit solltest du das auch. Aber ich kann selber mit ihnen sprechen, wenn dir das lieber ist. Bailen starrte den Mann an und spürte sein Herzschlagen. Im Blick dieser Augen war nichts Feindseliges. Davil tat einfach, was er für unumgänglich hielt. Und er würde ihm nichts tun, außer er wäre ebenfalls unumgänglich. Ja, brachte er hervor, das ist mir lieber. Also. Bailen drehte sich um und betrachtete den Tastenblock. Er beruhte auf dem komplizierten, siebenzifferigen U-Takt-Zahlensystem, und wenn man die Nummer des hohen Sekretärs darin umrechnete, dann schwierig. Das Gefühl von völliger Hilflosigkeit, von schwarzer Leere in seinem Kopf erleichterte die Sache nicht gerade. Er musste sich konzentrieren. Musste einfach. Er hielt das massive Gehäuse umfasst, und gerade als er die erste Taste drücken wollte, spürte er das kalte Metall in seiner Hand vibrieren. Dann hörte er ein fernes, krachendes Grollen wie von einem schweren Gewitter. Nur, dass kein Gewitter dieser Welt im Inneren des Paschkanariums hörbar gewesen wäre. Tja, meinte Davil gleichmütig. Ich fürchte, das war das erste Portal. Du solltest dich wirklich beeilen. Die letzte kriegerische Auseinandersetzung um das Paschkanarium lag über tausend Jahre zurück. Und damals wie heute hatte sich die Bruderschaft hauptsächlich auf den Schild der Eloah verlassen. Man hatte oft gehungert und ausgeharrt, aber selber ernsthaft zu kämpfen war nicht Sache der Brüder. So gab es entlang der Zinnen des Tempels nur einige wenige schwache Energiewerfer, die auf einer veralteten Technologie beruhten und ihrerseits völlig ungeschützt waren. Als sie aktiviert wurden, orteten die wie ein Insekten Schwarm umherflitzenden Jäger sie sofort und zerstörten sie ausnahmslos noch ehe eine von ihnen das zum Feuern notwendige Ladungspotenzial erreicht hatte. Dann versammelten sich die Angreifer im Schwebeflug vor dem Außenportal. Was sie wollten, konnte niemand missverstehen. Doch der Gedanke, den Eindringlingen jenen Weg zu öffnen, der den Schwingenbarken der Erhabenen vorbehalten war, widerstrebte den Hohepriestern mehr, als vielleicht vernünftig gewesen wäre. Jagdschwarmführer Hidu übernahm die Arbeit höchst persönlich. Nachdem er sich durch einen Blick auf die Uhr vergewissert hatte, dass sie eine angemessene Zeit gewartet hatten, fuhr er das auch für militärtechnische Laien unübersehbare Stirngeschütz aus, lud eine der kleineren Granaten und feuerte sie, als sich noch immer nichts regte, mitten auf das himmelhohe Portal ab. Die Flügel des Portals mochten Wind und Wetter und der Zeit selbst widerstanden haben. Gegen die Gewalt einer für den Sternenkrieg gedachten Waffe hatten sie keine Chance. Der Glutball der Explosion brannte ein Loch aus dem Metall, das allein ausgereicht hätte, um alle Jäger in Formation hindurch fliegen zu lassen, doch der Teil der Druckwelle, der in die Halle dahinter schlug und ringsum beträchtliche Verwüstungen anrichtete, wurde vom hinteren Ende reflektiert und blies einen Herzschlag später die Reste des Portals in Pfeifen. Er verstand wieso. Angesichts der gigantischen Größe des Bauwerks versagte jedes Gefühl für die wirklichen Proportionen und man hatte den Eindruck, die Trümmerstücke in Zeitlupe durch die Luftwirbeln zu sehen. Er befahl vorzurücken und eine neue Schussposition einzunehmen und rasch bitte. Die Schonfrist war vorüber. Sie hatten keine Zeit mehr zu verlieren. Während sich die Jäger vorwärts bewegten, in die gähnende dunkle Höhle hinein, schob er den Regler des Geschützes um eins zurück. Noch kleinere Granaten hatte er allerdings nicht mehr. Doch dann begriff ganz offensichtlich jemand jenseits dieser schwarzen gebirgshohen Wände, worauf das alles hinauslaufen würde. Noch ehe sie die nächste Schussposition erreicht hatten, öffnete sich das zweite Portal. Sie waren aus dem Archiv hinab in die Halle gegangen und sahen zu, wie sich die Portale öffneten. Der Lärm war unglaublich. Das Dröhnen von Hunderten von Motoren, die seit Jahrtausenden darauf gewartet hatten, die stählernen Flügel aufzuziehen, hallte von den turmhohen Wänden wieder und prasselte auf sie nieder, schien ihnen die Zähne im Kiefer zerbröseln zu wollen. Als das erste fahle Licht durch die Torspalten fiel, gesellte sich das sirrende Fauchen der Raumschiffsmotoren dazu und trieb ihnen die Tränen in die Augen. Und doch, fand Baelin, hatte es etwas Erhabenes. Wenn man sich dem anbrandenden Gebrüll ergab, schien es sich in Gesang zu verwandeln, in einen Chor himmlischer Mächte, vor denen die Menschen nichts waren. Wenn die Eloah zurückkehren, ist das Ende der Zeiten nahe. Er hatte niemals nicht in seinen kühnsten Träumen erwartet, jemals zu sehen, wie sich die Portale öffnen. Die Jäger wurden sichtbar. Wie dicke Insekten, die sich in einen langen, unheimlichen Tunnel gewagt hatten, schwirrten sie umher. Draußen, ganz weit vorne in dem hohen, hellen Rechteck, schwebten zwei von ihnen, die wohl den Rückweg sichern sollten. Und dann wahrhaftig begann sich auch das innerste Portal zu öffnen, der Zugang zum Allerheiligsten, zum Zentrum des Tempels, seinem ältesten Teil. Balen hielt den Atem an, stand mit offenem Mund da und staunte. Riesenhafte Flügel aus schimmerndem Grau schoben sich hervor, verrieten ihre Pflicht, das Geheimnis des Ordens zu bewahren, entblößten das Mysterium vor den Eindringlingen, die mit Feuer und Schwert gekommen waren. Die Gründer selbst hatten diese Tore geschmiedet und versiegelt. Erst wenn das Ende der Zeiten nahe war, sollten sie wieder geöffnet werden. Doch nun geschah es. Hier, jetzt. Einfach so. Ich werde das Allerheiligste sehen, begriff Balen unvermittelt. Es traf ihn wie ein Stromschlag. Dabei war es offenkundig, doch er hatte die ganze Zeit nicht daran gedacht. Er würde sehen, was er nie zu sehen erwartet hatte. Mehr noch, wenn Davil und Tennant hineingingen, konnte er mit ihnen gehen, ohne weiteres. Er, der Novize, konnte das Allerheiligste betreten. Und verdammt nochmal, das würde er auch tun. Wie hatte Davil im Tal der Bewährung zu ihm gesagt? Die Frage, was es in eurem Allerheiligsten zu erfahren gibt, sollte dich doch bis aufs Blut quälen, oder? Ja, genau so war es. Der Mann von einer anderen Welt hatte ihn durchschaut. Das innerste Portal gab zunächst nur namenlose Schwärze preis. Eine Dunkelheit, die einem vor den Augen flimmerte, wenn man versuchte, sie mit Blicken zu durchdringen. Die Jäger surrten unruhig vor den quälend langsam auffahrenden Torflügeln hin und her und leuchteten mit Scheinwerfern durch den Spalt dünne Lichtfinger, die vom Boden aus geradezu jämmerlich aussahen. Wir brauchen Licht, kommandierte Davil in sein Kombigerät. Die Jäger hatten entsprechende Gerätschaften an Bord, aber als hätte der Tempel selbst ihn gehört und beschlossen, keinen passiven Widerstand zu leisten, ging hinter den halb geöffneten Flügeln Licht an. Sie mussten die Köpfe wegdrehen, so plötzlich und übergangslos flammte eine Helligkeit auf, die in dem Halbdunkel des Einflugtunnels fast überirdisch wirkte. In Ordnung, meinte Davil mit mit das genügt. Meckerndes Lachen kam aus dem Lautsprecher, einer der Jetpiloten. Die Augen brauchten eine Weile, bis sie sich an die Helligkeit gewöhnt hatten. Doch dann bot sich ein atemberaubender Anblick. Das Innerste des Paschkanariums war ein einziger mächtiger Dom, von dessen schwindelnd hoher Decke das Licht wie Gottes Segen herabflutete. Die Mitte des Raumes bildete ein großer, runder, freier Platz, offenbar der für die sagenhaften Schwingenbarken der Eloah vorgesehene Landeplatz. Darumherum erhob sich eine Art Amphitheater. Kreisrunde Stufen, die zuerst sanft zur Außenwand hin und dann immer steiler anstiegen und auf denen zahllose gläserne Vitrinen angeordnet waren, die wiederum zahllose geheimnisvolle Gegenstände beherbergten. Das also war das Allerheiligste der Bruderschaft der Bewahrer. Jetzt müssten wir zwei Jahre Zeit haben, murmelte Ternand Kuton. Der Blick des Wissenschaftlers hatte etwas verzweifelt Hungriges. Wir haben allenfalls zwei Gier, meinte Darwill und hob das Funkgerät wieder an die Lippen. Hidu, zwei Jäger sollen im Tunnel patrouillieren, die beiden Maschinen draußen sichern weiter. Die anderen landen auf dem runden Platz und beginnen mit dem Einladen. So begann der Raubzug. Niemand kümmerte sich mehr um den Novizen. Balen wanderte zwischen den gelandeten Raumschiffen umher und beobachtete unschlüssig das Treiben der Männer, die ihnen entstiegen waren. Es roch intensiv nach Ozon. Wenn man in die Nähe der Triebwerke kamen, die leise knackten und noch merklich Hitze abstrahlten, biss es einen in der Nase. Solche Raumschiffe hatte er noch nie gesehen. Gedrungene, hässliche Metallkolosse mit Stummelflügeln, aus denen die kurzstumpfigen, gläsernen Antennen von Strahlwaffen ragten und schwarze, löchrige Rohre, vermutlich Plasma-Katapulte. Die Landebote und Interstellar-Gleiter, die man sonst auf dem Raumhafen bei der Stadt zu Gesicht bekam, waren dagegen elegante, ästhetisch gestaltete Gebilde. Männer, die allesamt aussahen, als hätten sie sich seit Tagen weder gewaschen noch rasiert, öffneten Klappen und Luken, hinter denen leere Laderäume sichtbar wurden. Tennant starkste langbeinig die Ränge entlang, ging ab und zu in die Knie, um eine Inschrift zu studieren und gab den Piloten Zeichen, wenn ein Gegenstand abtransportiert werden sollte. Abgesehen von der ungepflegten Erscheinung der Männer ging alles erschreckend nüchtern vor sich, beinahe geschäftsmäßig, ganz und gar nicht so, wie man sich einen Überfall kulturloser Piraten vorstellte. Bailen beobachtete Darville, der gerade einem der Piloten, offenbar dem Anführer, einem Mann mit teigigem Gesicht und Augen, die tief und erschöpft in ihren Höhlen lagen, die Hand schüttelte und ihm zum erfolgreichen Eindringen in den Tempel gratulierte. Es war knapp, erklärte der Pilot. Ich hatte Angst, man könnte unser Kommen bemerken und anfangen, den Schild zu senken. Zwei Handspannen hätten schon gereicht und wir hätten ihn beim Durchflug gestreift. Diese Angst hätte ich ihn nehmen können, hörte Bailen Darville antworten. Der Schild wird von Hunderten einzelner Projektoren erstellt und das Steuergerät dafür ist in der dritten dunklen Epoche verloren gegangen. Seither muss jeder Projektor einzeln eingestellt werden. Bailen musste daran denken, wie unwissend sich Darville auf dem Weg zum Tempel gegeben hatte. Als sie über die Legende vom Speerwerfer gesprochen hatten, hatte Darville überrascht getan, dass es den Schild wirklich gab. Doch später, als sie mit Bruder Stem zum innersten Ring gefahren waren, hatte er gewusst, dass der Schild nicht überall bis zum Boden reichte. Bailen hatte von Anfang an das Gefühl gehabt, dass etwas nicht in Ordnung war. Hätte er besser aufgepasst, wäre die Beobachtung einer solchen Unstimmigkeit beinahe ein Beweis gewesen, zumindest mehr als ein ungutes Gefühl. Würde man einst seinen Namen nennen wie einen Fluch, ihm Mitschuld geben daran, dass der Tempel entweit worden war? Denn entweit war er. Es war ernüchternd hier zu stehen. Das Licht hatte nicht nur das Dunkel vertrieben, sondern auch das Mysterium. Das Portal zum Allerheiligsten hatte sich geöffnet und nichts weiter freigegeben als ein weiteres Museum. Keine Gegenstände, rief Tennant quer über das geschäftige Treiben einem Mann zu, der sich anschickte, eine der Vitrinen zu öffnen. Dafür ist kein Platz, nur Speichereinheiten. Hey, hörte Bailen eine keuchende Stimme hinter sich. Du stehst im Weg, Junge. Er fuhr herum. Zwei Männer, nach Schweiß stinkend, schleppten einen javousischen Metalltafelspeicher heran, und er stand genau vor der Ladeluke. Er sprang beiseite und sah zu, wie sie das für die Ewigkeit gebaute, massive Gerät ins Innere des Raumschiffs wuchteten. Was ist das eigentlich für ein Teil? japste einer der beiden. Der andere, der Bailen vorhin angeblufft hatte, wischte sich den Schweiß von der Stirn. Keine Ahnung, dem Gewicht nach müssen Steintafeln drin sein. Das Geschwätz von Barbaren war das die Möglichkeit. Wozu stahlen sie denn diese unersetzlichen Schätze, wenn sie nicht einmal wussten, was sie da stahlen und was sie damit anfangen wollten? Das ist ein javousischer Metallplattenspeicher der dritten Kategorie mischte sich Bailen ein. Er enthält vermutlich eine Billion mal mehr Informationen als der Speicher eures Raumschiffs, aber ihr werdet rein gar nichts damit anfangen können, wenn ihr nicht auch das entsprechende Lesegerät mitnehmt. Der Mann glotzte Bailen irritiert an, den Mund halb geöffnet, was ihn wie ein Kretin aussehen ließ. Das musste unserem Tenant sagen, meinte er dann. als sei Tenant kein Name, sondern eine Art Titel. Das sage ich ihm auch, stieß er hervor und marschierte los. Tenant, der Tenant? Er ärgerte sich, während er eine der Treppen hochstapfte, deren Stufen nicht für Menschen gemacht schienen. Da gehörte er der Bruderschaft der Bewahrer an, jedenfalls so gut wie, wollte ein Hüter des Wissens aller Zeiten werden und dabei gab es so viel, dass er noch nicht einmal über die heutige Welt wusste. Balan empfing ihn Tenant, oder der Tenant, was immer das war, den Blick unverwandt auf eine in Utak gravierte Metalltafel gerichtet, deren Übersetzung ihm offenbar Probleme bereitete. Du entschuldigst, dass ich wenig Zeit habe, aber wir sind gerade dabei, das älteste Archiv der Menschheit auszurauben. Könnt ihr denn überhaupt etwas damit anfangen, versetzte Balan aggressiver, als er es beabsichtigt hatte. Mit dem ältesten Archiv der Menschheit? Der hagere Mann sah erstaunt hoch. Wie? Na, das denke ich doch, sonst wäre das alles ja ziemlich sinnlos, oder? Was ist das? fragte Balan und zeigte mit ausgestrecktem Finger auf den matt-grau schimmernden Quader, vor dem der Tenant hockte. Ein metall-kristallografischer Datenspeicher nehme ich an. Immerhin. Es ist ein jawo-usischer Metallplattenspeicher der dritten Kategorie. Besitzt ihr ein Lesegerät dafür? Ein Lesegerät? Balan hob die Arm und ließ sie in einer entsagungsvollen Geste wieder fallen. Ohne das richtige Lesegerät erklärte, er könnte ihr die Speicher genauso gut hier lassen. Es ist mir klar, dass dir das am liebsten wäre. Aber die Technik der metallkristallografischen Speicherung ist uns durchaus bekannt, aber nicht die jawo-usische. Zugegeben, aber da physikalische Prinzipien überall im Universum gleichermaßen gelten. Ihr führt einen Krieg, oder? Deswegen seid ihr gekommen. Aber bis ihr das alles auf eigene Faust entschlüsselt habt, wird der Krieg längst vorbei sein. Der Mann sah ihn nachdenklich an, schwieg eine Weile und nickte dann. Na gut, komm. Sie stiegen hinab zum Landeplatz, wo Davil das Einladen überwachte. Der lächelte milde, nachdem der Tenant ihm den Sachverhalt dargelegt hatte und meinte zu Baylen, Und? Wie sieht dein Vorschlag aus? Du hast doch einen Vorschlag, nehme ich an. Ihr nehmt mich mit, erwiderte Baylen und spürte, wie sein Herz zu pochen anfing, als wolle es derartiger Kühnheit widersprechen. Mich und noch ein paar Ordensbrüder, wir helfen euch bei der Entschlüsselung der alten Daten und dafür erhalten wir alles, was ihr von hier abtransportiert, vollständig wieder zurück. Hm, machte Darwell. Er winkte den erschöpften Mann heran, dem er vorhin gratuliert hatte. Wie du, wie viele zusätzliche Passagiere können wir notfalls mitnehmen? Keine, erwiderte der Pilot, das ist nicht vorgesehen und nach den Sicherheitsbestimmungen dürfen, er bemerkte Darwells säuerlichen Gesichtsausdruck und sagte, drei. Es kam dann doch alles ganz anders. Balen setzte sich über den nächsten Intercom-Anschluss mit dem Hohen Rat in Verbindung, aber noch ehe er erklären konnte, was er vorhatte, wurde er mit wüsten Beschimpfungen übergossen, des Verrats bezichtigt und in wenig verklausulierten Formulierungen mit dem Tod bedroht. Dann unterbrach Mann die Verbindung. Ich schätze, einen Schrein wird man mir nicht gerade errichten, meinte der Novize mutlos, nachdem die Schimpfkanonade aus dem Lautsprecher verstummt war. Darwell blickte grimmig drein. Jetzt können wir dich natürlich auf keinen Fall hier lassen, erklärte er. Vielleicht überlegen sie es sich noch einmal, wenn du die Heiligtümer in einiger Zeit wieder zurückbringst. Man kann natürlich verstehen, dass sie nicht gerade in der besten Stimmung sind. Der in den Jägern zur Verfügung stehende Platz reduzierte sich stärker als erwartet, da sie noch die Lesegeräte einpacken mussten, die Bailen ihnen zeigte. Die Javousischen waren klein, schmale, stabförmige Geräte mit einem Längsschlitz, die der Tenant für kultischen Schmuck gehalten hatte. Aber die Kristallabtaster der U-Tag-Epoche etwa nahmen ordentlich Raum weg. Im Zuge dessen erfuhr Bailen, dass die Jäger im Inneren unterschiedlich ausgestattet waren. Zwei von ihnen hatten einen zweiten von einer Kiste voller Dokumentfolien beansprucht wurde. Schließlich ließ es sich nicht anders einrichten, als dass Bailen und Davil sich den zweiten Sitz im Jet des Schwarmführers Hidu teilen mussten. Hast du Platz? fragte Davil, während sich das Ausstiegslug herabsenkte. Nein, ächzte Bailen. Aber atmen kannst du noch, oder? Ja, bestens. Ringsum machten sich die anderen Jäger ebenfalls startklar. Das hohe Sirren der anlaufenden Antriebsmotoren, das einem Biss auf die Knochen ging, erfüllte den Dom. Weit hinten im Einflugtunnel sah Bailen einige Ordensbrüder stehen, von denen viele wütend die Fäuste zu schütteln schienen. Zweifellos würde sein Name von heute an ein Schimpfwort sein. Es war etwas gespenstisch, als der Jet abhob, weil man es nur sah, aber fast nichts davon spürte. Andruckneutralisation, rief Davil ihm schmunzeln zu. Wenn dir schlecht wird, musst du einfach die Augen zumachen. Aber davon wollte Bailen nichts wissen. Er war noch nie mit einem Raumschiff geflogen und würde sich keinen Moment davon entgehen lassen. Berauschend, wie sie vorwärts glitten, aus der lichten Tempelmitte in den langen, düsteren Portal-Tunnel. Plötzlich fiel ihm etwas ein. Wie kommen wir eigentlich wieder hinaus, rief er. Bestimmt ist der Schild am Talausgang inzwischen herabgesenkt worden. Dazu war genug Zeit, mehr als genug. Davil musterte ihn mit einem Blick, als käme ihm dieser Gedanke zum ersten Mal. Wie meinst du das? Na, ihr könnt den Schild nicht abschalten. Ihr wisst nicht, wo die Projektoren sind. Außerdem sind sie unzerstörbar. Der Schild ist geschlossen. Wie sollen wir hinauskommen? Heißt das, vergewisserte sich Davil ungläubig. Du weißt es nicht? Weißt es nicht? Nun war die Reihe an Bailern verblüfft zu sein. Was soll ich wissen? Warum lachte Davil jetzt, so laut, dass sein Bauch regelrecht wabbelte? Erinnerst du dich an die Legende vom Speerwerfer? fragte er, als er sich wieder beruhigt hatte. Ja, natürlich, die Verfolgungen im ersten dunklen Zeitalter. Nein, was passiert in der Geschichte? Sie glitten den Tunnel entlang, bedächtig, wie es Bailen schien. Der helle Ausgang kam näher. Ein Krieger des dunklen Fürsten verfolgt drei Bewahrer. Zwei von ihnen streckt er mit dem Schwert nieder und wirft einen Speer nach dem dritten, verfehlt ihn jedoch weit. Es kam ihm dämlich vor, jetzt alte Legenden zu zitieren. Was sollte das? Der Bewahrer flüchtet auf den Tempel zu, doch der Krieger holt ihn ein, noch ehe er die Stelle erreicht hat, an der der Speer niedergeschlagen ist und will ihn ebenfalls niederstrecken, als der Schild herabsinkt. Sein Schwert verglüht, der Bruder ist gerettet. Und weiter? Bailen zuckte mit den Schultern, soweit konnte er sich gerade noch bewegen, neben dem penetrant grinsenden Davil. Nichts weiter, der Bewahrer will seine toten Brüder rächen, greift nach dem Speer am Boden und stößt ihn dem Krieger durch die... Er verstummte. So hatte er das noch nie betrachtet. Das helle Licht des Tages flutete herein, als sie ins Freie kam. Davil lachte laut auf. Ich finde das derartige Geheimniskrämer und lasst zu, dass so eine Geschichte überall in der Galaxis den kleinen Kindern zum Einschlafen erzählt wird. Das heißt, begriff Bailin mit heißen Ohren, von außen ist der Schild unzerstörbar, aber von innen stellt er keinerlei Hindernis dar, vervollständigte Davil den Satz. Nicht mal unlogisch für einen vollkommenen Schutzschild. Damit stiegen die Jäger hinauf, in den makellosen Himmel über Paschkan. In der namenlosen Zone Sie stand am Heilmitteltisch, rührte in einem kleinen Tiegel etwas Paste schwarzweich und beobachtete im Spiegel, wie Tennant Kuton sich auszog. Er bemerkte es nicht. Sorgfältig nicht 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 selbst. Aber so konnte das Leben sein. Ungerecht. Sie stellte den Tiegel auf das bereitstehende Tablett, legte ein Messer mit scharfer, kurzer Klinge dazu und wandte sich um. Nackt bis auf Socken und Schamhose sah er noch magerer aus als sonst. Sein ohnehin schmales Gesicht mit den weichen Zügen wirkte eingefallen, die Haut grau, glanzlos und trocken. Muss das wirklich sein? fragte er. Elina lächelte. Nein, muss es nicht. Aber sie wollen ihre Verdauungsbeschwerden loswerden, oder? Kuton warf einen skeptischen Blick auf das Tablett mit dem Messer. Und ihr seid sicher, dass das hilft? Ein Heiler ist sich seiner Sache niemals sicher, erwiderte Wilina. Aber mein Lehrer, Tennant Rabiris Judah, hat wahre Wunder damit vollbracht. Tennant Kuton seufzte. Also gut. Er kletterte auf die Liege, drehte sich auf den Bauch und nahm ein, was er offenbar als eine entspannte Haltung ansah. Es tut sicher weh. Ein bisschen. Wilina stellte sich das Tablett zurecht und fuhr dann mit den Fingern über seinen Rücken auf der Suche nach den richtigen Punkten. An einigen Stellen musste sie eine Tastelektrode zu Hilfe nehmen, da manche Punkte nur über die charakteristische Veränderung des elektrischen Hautwiderstands aufzuspüren waren. Sobald sie einen Punkt identifiziert hatte, trug sie eine winzige Menge der Paste schwarz auf und strich sie mit einem Spatel flach, sodass sie haftete. Wie geht es eigentlich ihrem Schützling, fragte sie dann, um ihn abzulenken und griff nach dem Messer. Kuton tat ihr den Gefallen, kurz verwirrt zu sein. Sie setzte rasch den ersten Schnitt in die Haut, den zweiten gleich daneben, durch die Paste hindurch, die sie sofort in die schwach blutende Wunde rieb. Der Historiker vergrub das Gesicht in seinen Armen. Offenbar wollte er sich den Schmerz nun doch nicht anmerken lassen. Mein Schützling, kam seine Stimme dumpf und gepresst, ihr meint Bailen. Den Jungen von Paschkan, ja. Wilina dachte daran, wie sie den unerwarteten Gast hier gehabt hatte zur Untersuchung, eingeschüchtert von all der fremden Technik und dem Umstand, an Bord eines riesigen Raumschiffs zu sein. Große Galaxis, der junge Mann war ein Virenarsenal auf zwei Beinen gewesen, eine wandelnde biologische Attacke. Nur mit Mühe und großen Dosen von Staub gelb hatte sie ihm eine Quarantäne ersparen können. Dem geht es gut. Hat sich gut eingelebt. Der Tenant zog zischend die Luft ein, als Wilina den nächsten Schnitt setzte. Er ist uns eine große Hilfe, wirklich. Ohne ihn hätten wir nicht einen Bruchteil dessen entziffert, was wir bis jetzt geschafft haben. Und ist etwas Brauchbares dabei? Ja, sicher. Wir haben doch dem Kommandanten schon drei große Berichte geschickt. Seine Stimme erstarb. Wilina hörte eine andere Art von Schmerz darin. So was zeigt er mir nicht, erklärte sie sanft in die Stille hinein, die plötzlich herrschte. Kuton schwieg eine ganze Weile, schien den nächsten Schnitt überhaupt nicht zu bemerken, obwohl er an der rechten Flanke saß, die weitaus schmerz empfindlicher war als der Rücken. Sie rieb die Paste ausgiebig ein, wartete. Es war so verdammt kalt, murmelte Kuton schließlich. Er klang als schliefe er halb. Die Nächte, versteht ihr? Ich hätte gern so einen Fellsack gehabt, wie der Junge einen hatte. Mir war so kalt, ich konnte nicht einschlafen vor Kälte. Wilina nickte langsam, obwohl er das nicht sehen konnte und spürte, wie sich ein Lächeln auf ihr Gesicht schlich. Das war es wieder. dieses geheimnisvolle Phänomen, auf das ihr Lehrer so viel Wert gelegt hatte. Irgendwann im Lauf der Behandlung, hatte er immer betont, steigt in dem Kranken eine Erinnerung hoch, die bis dahin wie eine Ladung in seinem Energiesystem gefangen war und so das Ungleichgewicht bewirkt hat, das ihn erkranken ließ. Die Erinnerung kommt und mit ihr scheint die Ladung zu entweichen. Das ist der Punkt der Heilung setzt ein. Sie wartete noch eine Weile, aber es kam nichts mehr. Geben Sie mir bitte noch Ihren linken Arm, bat sie ihn. Er tat wie geheißen und verfolgte die Prozedur des Auffindens, Einstreichens und Einschneidens mit zusammengebissenen Zähnen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was das bewirken soll. Mir kommt das vor wie Zauberei. Die Paste erklärte Willena, während sie die Schnitte rieb, entzündet sich in der kleinen Wunde und gibt dadurch eine Zeitlang Signale in das Energiesystem des Körpers ab, die es wieder stabilisieren. Aber dieses Energiesystem, das ist doch alles unbewiesen. Kein Mensch weiß, um was für eine Energie es sich dabei handeln soll. Heilung ist oft ein Mysterium, wie das Leben selbst, meinte Willena. Tennant, Sie sind Historiker. Sie sollten doch wissen, dass jede menschliche Kultur, die wir kennen, irgendwann in ihrer Geschichte ein solches Konzept entwickelt hat. Also muss es etwas geben, was Menschen unabhängig von anderen immer ist und wie immer es funktioniert, die Heilung ist mir Beweis genug. Kuton überlegte eine Weile. Ein Mysterium, meinte er schließlich. Ja, ihr habt recht, so vieles im Leben ist einfach ein Mysterium. Während er sich wieder ankleidete und wie Lina den Tiegel und das Messer in den Reiniger räumte, räusperte er sich plötzlich und sagte, Edle wie Lina, darf ich euch etwas fragen? Sie sah auf. Er stand stocksteif da, die Überjacke in der Hand. Ja, natürlich. Etwas erholte Tiefluft. Persönliches? Die Heilerin zögerte. Tennant Kuton schlüpfte mit einer heftigen Bewegung in die Überjacke. Was ist es, das euch an den Kommandanten bindet? stieß er hervor. Was ist es, jemand, sagen wir jemand wie ich? Ihm gingen die Worte aus. Sie sah, wie sich seine Hände öffneten und widerschlossen, als müssten sie Gummiballons pumpen. Der Blick seiner Augen schoss umher, wagte ihr Gesicht höchstens zu streifen, schien vielmehr interessiert zu sein an den anatomischen Übersichtstafeln, die an der Wand hingen und an dem Heilmittelschrank im Eck. Selbst an ihrer Antwort schien er nicht interessiert zu sein, denn schließlich, nach heftigem Ringen fuhr er fort, wenn es mir mein Stand erlauben würde, zu konkurrieren, wenn es mir mein Stand nur erlauben würde, in den Wettstreit zu treten, ich würde kutern. Sie legte ihm die Hand auf die Brust, was ihn sofort zum Schweigen brachte. Ich weiß das alles. Er sah sie an, mit großen, fast kindlichen Augen. In seinem Gesicht zuckte es. Ihr wisst. Velina nahm die Hand behutsam wieder zurück und fragte sich zum tausendsten Mal, ob es richtig war, was sie tat und wie sie sich entschieden hatte. Manche Dinge kutern, sagte sie leise und hoffte, dass er den Schmerz in ihrer Stimme nicht hören konnte. Sind einfach wie sie sind und alles fragen kann nichts daran ändern. Sie wissen das doch auch. Er schluckte, sah blinzelnd zu Boden, trat einen Schritt zurück. Bitte entschuldigt mein Benehmen, edle Velina, murmelte er. Es war ungehörig und aufdringlich. Ich bitte um Vergebung. Velina wusste nicht, was sie darauf sagen sollte und sah nur stumm zu, wie er sich mit gesenktem Blick umdrehte und ging. Das gewaltige Raumschiff trug den Namen Megatau, benannt nach jenem legendären Forscher, der seinerzeit den dritten Spiralarm praktisch im Alleingang erforscht und in einer Vollständigkeit kartografiert hatte, dass seine Karten bis zum heutigen Tag Verwendung fanden. Die Megatau war einer von zwei großen Fernerkundern der Reichsflotte, zwar weniger stark bewaffnet als ihr Schwesterschiff, die Reliefkart, dafür aber mit einer hochkarätigeren wissenschaftlichen Abteilung ausgestattet. Auf dem Gebiet der Planetenerkundung gab es buchstäblich keine Untersuchung, die man an Bord der Megatau nicht genauso gut durchführen konnte, wie in den Instituten der Zentralwelten. Nicht einmal den Vergleich mit den Universitäten von Gier brauchte man zu scheuen. Dafür gebaut, in jahrelanger Autarkie unabhängig von Versorgungspunkten und Basisstationen operieren zu können, war das Raumschiff eine fliegende Stadt, deren Bewohner sich in nie endender Arbeit selbst versorgten. Eine Besatzung von annähernd 1200 Männern und Frauen lebte im Wesentlichen auf vier Hauptdecks verteilt, wenn man das kleine oberste Deck, das die Kommandozentrale und die Wohnräume der Edlen umfasste und nur Mitgliedern des Führungsstabs zugänglich war außer Betracht ließ. Ein für Flottenschiffe ungewöhnlich großer Teil der Besatzung, nämlich fast ein Drittel waren niedere, hauptsächlich damit beschäftigt in den bionischen Zuchttanks auf der untersten Ebene, die für die Versorgung der Mannschaft erforderlichen Nahrungsmittel zu erzeugen. Und die umgesetzten Mengen waren enorm. In den beiden Speisesälen wurden an die 5000 Mahlzeiten pro Tag ausgegeben und 10.000 Glasgetränke. 350 Brote verließen jeden Tag die Öfen der Bäckerei. Allein der tägliche Wasserumlauf für Trinken und Waschen stellte eine Menge von 10.000 Kleinfass dar. Durchschnittlich 40 Gebinde Müll waren jeden Tag zu sortieren und zu verwerten, was natürlich auch den Niederen Oblag, ebenso wie die Reinigung aller Räume. Lediglich die oberste Ebene und Bereiche wie die Gefechtszentrale, das Waffenlager und so weiter wurden von Freien gereinigt und gewartet. Insgesamt drei Heiler kümmerten sich um die Gesundheit der Besatzung. Die Genesungsbereiche waren mit 25 Betten und den modernsten Geräten ausgestattet, die Vorräte an Medikamenten so großzügig berechnet, dass selbst eine monatelange Epidemie nicht den Abbruch einer Mission erfordert hätte. Es gab eine Schneiderei und ein Gefängnis, einen Laden der Süßigkeiten und kleine Dinge des täglichen Bedarfs feilbot und zwei Scherenmeister, die jeden Tag 50 Köpfe schoren. Neben den Unterhaltungsmöglichkeiten, die man von jeder Kabine aus über das Kommunikationsnetz abrufen konnte, war eine kleine Bibliothek mit richtigen Büchern verfügbar, traf sich etwa eine Laiengruppe, die in den Raumjäger Hangars Tänze der Girei die Tradition einstudierte und fanden sich Interessenten jeder der beliebteren Sportarten in geeigneten Räumen zusammen. Die Megatau folgte mit geringer Fahrt einem beliebigen Kurs durch den interstellaren Raum, während die wissenschaftliche Untersuchung der Artefakte von Paschkan Für die meisten Besatzungsmitglieder machte das keinen Unterschied. Solange sie nicht selbst an Einsätzen beteiligt waren, bekamen die meisten kaum mit, was außerhalb des Schiffes geschah. Der erste Verweser Davil betrat die Zentrale. Alles war ruhig, die Funktionen mit Ruhebesatzung versehen. Er trat an die Kommunikationsduade. Zweiter Kommunikator Ogur, der edle Ogur, ein untersetzter junger Mann mit grausem Haar, harmlosem Gesicht und einer etwas üppig bunt ausgefallenen Clan-Tätowierung an der Schläfe, blickte großäugig zu ihm hoch. Ja, Verweser? Bericht, wurde die Funkstille eingehalten? Ja, Verweser, keine Verstöße. Was konntet ihr an Nachrichten auffangen? Ogur konsultierte seine Notizen. Um 27 Gier wurde der Überfall auf Paschkan bekannt gegeben. Die Rede ist von Piraten und es heißt, der Überfall sei erfolglos abgebrochen worden. Davil gestattete sich ein schmallippiges Lächeln. Die Bruderschaft will natürlich den Mythos aufrechterhalten. Und weiter? Gier hat einen Aufruf an die gesamte Flotte ausgestrahlt, sich an der Fahndung nach den Piraten zu beteiligen. Ogur schaute löste öfter solche Impulse in ihm aus. Er brachte es auch nicht über sich ihn mit edler Ogur anzureden. Nicht ihn. Wie gesagt, das ist Politik, Kommunikator. Politik. Davil wandte sich ab und trat an das große Sichtfenster. Die Zentrale war ein Aufbau, der sich über den langgestreckten Rumpf des Schiffes erhob und einen fulminanten Überblick bot, die Aussicht auf eine Landschaft aus Stahl. So weit entfernt von der nächsten Sonne war es eine dunkle, nur von der schwach glimmenden Außenbeleuchtung diverser Luken, Schächte und Schleusen erhellte Landschaft, über der sich Myriaden von Sternen erhoben und nicht zu bewegen schienen. Gibt es etwas Neues von der Invasion, fragte er, den Blick nach draußen gerichtet. Nein, nichts Neues. Verstehe. Danke. Die Hyperfunkverbindungen in das Invasionsgebiet waren alle abgebrochen. Das verlieh dem Krieg etwas Irreales. Selbst wenn dort Sonnen explodieren sollten, man würde es erst in vielen Jahren bemerken. Verweser, wenn ich eine Bitte äußern dürfte. Ja? Ich würde meinen Dienst gern schon um 32 Gier abgeben. Wegen des Konzerts, Sie wissen ja. Da Will riss sich vom Anblick der Sternennacht los und sah den zweiten Kommunikator an. Nein, weiß ich nicht. Was für ein Konzert? Das Dreiflötenkonzert heute Abend. Im Salon. Da Will betrachtete das Relief an der Rückwand der Zentrale, eine Nachbildung eines der berühmten Wandbilder im Palast von Gier und die drei Türen, die darin eingelassen waren. Die rechte führte direkt in die Gemärcher des Kommandanten, die linke in den Besprechungsraum des Führungsstabs und die mittlere in den Wohntrakt der Edlen. Die linke Tür war die einzige, die er ohne explizite Aufforderung durchschreiten durfte. Als erster Verweser war er Stellvertreter des Kommandanten, in der funktionalen Hierarchie des Schiffes der zweite Mann. Aber er war dennoch nur ein Freier. Deshalb blieb ihm der Titel Zweiter Kommandant verwehrt. Deshalb hatte er seine Kabine unten im Mannschaftsdeck, obwohl im Bereich der Edlen noch großzügige Wohnräume leer standen. Sie nahmen Befehle von ihm entgegen, aber sie dachten nicht daran, ihn als ebenbürtig anzuerkennen. Es kam ihnen nicht einmal in den Sinn. Immerhin hatte er seine Kabine ganz für sich allein. Das hatte sonst niemand. Wissenschaftler hatten Einzelkabinen, aber in denen arbeiteten sie auch, was im Prinzip darauf hinaus lief, dass sie in ihren Büros schliefen. Der Rest der Mannschaft musste sich jeweils zu viert oder zu sechst eine Kabine teilen. Die Niederen hatten zwei Schlafseele mit je zweihundert Betten. Es ging ihm also gut. Kein Grund zur Klage. Verweser riss Ogur ihn aus seinen Gedanken. Darwell holte Tiefluft. Natürlich, Kommunikator, sagte er, das ist kein Problem. Neben ihm gab es nur noch einen weiteren Gemeinen im Führungsstab, den Leiter des wissenschaftlichen Stabes Tennant Couton. Das war schon beinahe selbstverständlich, da edle, höchst selten Neigung zu wissenschaftlicher Arbeit zeigten, von Befähigung ganz zu schweigen. Seine Darwells Berufung dagegen war damals so etwas wie eine Sensation gewesen, wenngleich sich die offiziellen Medien allenfalls skeptisch, in der Mehrzahl aber überhaupt nicht dazu geäußert hatten. Gleichzeitig markierte dieser Posten sowohl Höhepunkt als auch Endpunkt seiner Karriere. Stellvertreter des Kommandanten der Megatau, des edlen Eftelen Quest, dritter Landmeister von Toyokan und Erbe eines Tischplatzes an der Tafel des Pantab, Patriarch des Schwemmhölzner Clans, Held von Akoto Abur, Held von Viriaga, Großer Held der Schlacht vom Rand und einziger Überlebender der Invasion auf Toyokan. Der Mann war eine lebende Legende, listenreich, verschlagen, von brachialer Intelligenz. Von ihm zum Stellvertreter berufen zu werden, war schon mehr als ein Freier jemals hätte erhoffen können. Ich war davon ausgegangen, dass Sie das Konzert arrangiert hätten, sagte Ugo, Sie sind doch der Kenner von uns. Ich bevorzuge die klassischen Aufnahmen, erklärte Davil beherrscht. Von dem Konzert höre ich gerade das erste Mal. Da würde sich bestimmt dieser sogenannte Meister Leviti produzieren, der nichts weiter war als ein plumper Clown, der auf ein paar Instrumenten mehr schlecht als recht dilettierte, einer jener Unterhalter, auf die die Flotte des Pantab offenbar nicht verzichten konnte. Ganz zu schweigen davon, dass ich keine Einladung erhalten habe. Die einzige Hoffnung war, dass der Pantab ihn für seinen Beitrag an der Eroberung des Paschkanariums edelte. Natürlich konnte dies frühestens nach dem Ende dieser Mission geschehen, wo immer sie noch hinführen mochte. Aber es war eine Hoffnung. Oh, meinte Ugo erschrocken, das hätte ich fast vergessen. Er zog einen Brief hervor und reichte ihn Davil. Das soll ich ihnen geben, vom Kommandanten. Vielleicht ist das die Einladung. Hoffentlich nicht, dachte Davil. Er nickte dankend, schlitzte den Umschlag mit dem Fingernagel auf und las. Ich glaube, meinte er, während er den Brief ein zweites Mal durchlas, das Konzert heute Abend wird doch nicht stattfinden. Das Leben an Bord eines Raumschiffs hatte Baylen sich ganz anders vorgestellt. Er hatte Bilder von runden Sichtluken vor Augen gehabt, durch die man Sterne vorbeiziehen sah und Planeten, die näher kamen, von Landungen, von auffahrenden Außenschotten und ausklappenden Rampen, die man hinabschritt, auf die Oberfläche ferner Welten. Tatsächlich war man im Bauch eines riesigen stählernen Bauwerks eingeschlossen, zwängte sich durch enge, nüchterne Gänge voller Kabelstränge, Schaltkästen und Rohre, hockte in beklemmend kleinen Räumen und wusste nicht, ob die Gesichter der Menschen um einen herum so krank und blass aussahen von der Platzangst oder einfach von dem kalten, seltsam, unnatürlichen Licht der allgegenwärtigen Leuchtelemente. Wenn man den Weltraum sehen wollte, musste man in einen Aussichtsraum gehen und dort sah man nur Schwerze und Myriaden unbeweglicher kleiner Lichtpunkte. Bisweilen kam es ihm vor, als wäre er immer noch im Paschcanarium, in den engen Archivgängen des Neunten Rings. Der einzige spürbare Unterschied, das, was es körperlich erfahrbar machte, in einem Raumschiff zu sein, war das unablässige, feine, Zittern des Bodens, der Wände, der Tischplatten. Es war ein unmerkliches Vibrieren, weit entfernt, weil sie, wie ihm jemand erklärt hatte, im Augenblick nur geringe Fahrt machten. Wenn der Kahn Vollschub gibt, dann glaubst du, dir werden die Haare aus der Kopfhaut geschüttelt. Aber es war immer da. Manchmal, wenn er im Bett lag und nachdachte, legte er ein Ohr an die kalte Stahlwand und lauschte. Dann hörte es sich an, als stürze in abgründigen Tiefen ein mächtiger Wasserfall durch ein viel zu enges Rohr. Es war ein kraftvolles Geräusch, ein Klang von lauernder Kraft. Tagsüber vergaß er, darauf zu achten. Dazu war keine Zeit. Die Wissenschaftler arbeiteten wie die Besessenen, und er war der Ansprechpartner für alles, was mit den antiken Datenspeichern zu tun hatte. Er kam kaum aus dem Staunen heraus darüber, was diese Männer und Frauen alles konnten und wussten, und darüber, was sie alles nicht wussten. Einfachste Dinge oft, die selbst dem einfältigsten Novizen der Bruderschaft geläufig gewesen wären. Sogar ihre Kenntnisse des Utak waren lückenhaft, hatte er feststellen müssen. Er verbrachte oft halbe Tage und länger damit, Übersetzungen zu überprüfen, die jemand anders erstellt hatte. Die Fehler, die er fand, hätten ihm im Tempel Schläge eingetragen. Oft waren es nicht einmal die üblichen Fehler der Subjektanzeige in den Vergangenheitsformen oder der relativen Aussagen zu Ordnung. Für diese Schwierigkeiten war das Utak ja so berüchtigt, dass oft geargwöhnt worden war, es könne niemals wirklich eine gesprochene Sprache gewesen sein. Nein, es waren simple Fehler, falsche Wörter, falsch übersetzte Endungen, übersehene Modifikatoren, lauter Dinge, die den Sinn eines Textes fatal entstellen konnten. Allmählich gewöhnte er sich auch daran, in den engen Räumen der wissenschaftlichen Abteilung zu sitzen und an einem zerkratzten Tisch zu arbeiten, während viel zu viele Leute um ihn herum redeten, Papier aus Schubfächern zogen oder in Schubfächer einordneten, auf Tastaturen hämmerten oder monotone Kommentare in automatische Schreibgeräte murmelten. Er gewöhnte sich an die schlechte Luft, das schwache Licht und den miefigen Körpergeruch, den die meisten Wissenschaftler ausdünsteten. Die Übersicht, wie lange diese Arbeit nun schon ging, war ihm irgendwann verloren gegangen. Zwanzig Tage? Dreißig? Als er nachfragte, wussten es die Historiker auch nicht. Und immer noch war ihm nicht klar, worauf das alles hinauslief, was das alles sollte, was man sich von den alten Dokumenten versprach. Wir schreiben jeden Abend einen Bericht an den Kommandanten, erklärte ihm Tenant Kuton auf seine Frage. Und jeden Morgen erhalten wir eine Antwort, Anweisungen, wie es weitergehen soll. Was ihn interessiert, was ihm unklar ist. Diesen Anweisungen folgen wir. So ist das. Aber wozu? Wollte Baylen wissen. Was soll das bringen, zu wissen, auf welchen Planeten irgendwelche nichtmenschlichen Rassen vor Tausenden oder Millionen von Jahren gelebt haben? Der Tenant hob indigniert die Augenbrauen. Das ist doch äußerst interessant, oder etwa nicht? Also wussten die Leute auch nicht, wozu sie das alles taten. Sie taten es eben, weil der Kommandant es wollte, zum Beispiel, oder weil sie nichts anderes mit sich anzufangen wussten. Er kam mit einer Niederen ins Gespräch, die sein Quartier säuberte. Eine Frau von Tigar, deren Haut die charakteristische Fleckfärbung aufwies, die die meisten Tigarner auszeichnete, sodass sie aussah wie ein wandelndes Schmuckstück. Ihre Nummer war 1004, eine Verkürzung, da man an Bord von Raumschiffen von der Registriernummer eines Niederen nur so viele Stellen verwendete, wie nötig waren, um ihn eindeutig zu bezeichnen. Auf Paschkan lebten keine Niederen, und Baylen fand es befremdlich, einen Menschen mit einer Nummer anzureden. 1004 erzählte ihm, dass es auf ihrer Heimatwelt in den letzten Jahren wieder zu Menschenjagden gekommen sei. Es hieß, dass gewisse Kreise auf den Zentralwelten neuerdings Geschmack an Geldbörsen, Kissen und Hemdkragen aus Tigarnerhaut entwickelt hätten und enorme Preise dafür zahlten. Und dass die Sicherheitskräfte sich auffallend desinteressiert zeigten, die Wilderer zu stellen. Baylen war entsetzt, doch als er den Wissenschaftlern davon erzählte, meinten die nur, es schicke sich nicht, mit Niederen zu verkehren. Es sei besser, er würde sich an die gesellschaftlichen Normen halten. Für mich gilt das nicht, erwiderte Baylen darauf, ich bin Mitglied des Ordens der Bewahrer. Ja, sicher, erwiderte einer der Tennens und tätschelte ihm die Schulter. Aber wer weiß, ob du das auch noch bist, wenn du zurück gehst. Diese Bemerkung löste einen akuten Anfall von Heimweh aus. Er lag abends wach und dachte an seine Eltern, seine Schwestern, seinen Clan und wie stolz sie alle gewesen waren, als er ins Noviziat aufgenommen worden war. Nachts wälzte er sich, träumte von den Schluchten des Nordmassivs, dem Blaugrün der Täler und dem Weiß der Berggipfel. Tagsüber konnte er sich kaum auf die Texte konzentrieren, weil er Sehnsucht hatte nach dem Himmel von Paschkan und wie er sich auf dem Kuppeldach des Tempels spiegelte, wenn es geregnet hatte. An einem dieser Tage kam Tennant Kuton herein, ein Brief in der Hand. Heute Abend findet die Konferenz statt, erklärte er ihm. Der Kommandant will, dass du dabei bist. Davil überwachte die Vorbereitungen für die Besprechung persönlich. Da außer dem Führungsstab noch einige Wissenschaftler und der Junge von Paschkan teilnehmen würden, waren zusätzliche Stühle notwendig. Er ließ einen der Freien, die den Bereich der edlen versorgten Stühle aus dem Salon heranschaffen. Projektor war vorzubereiten. Die Notwache musste ausgesucht und eingewiesen werden, da der gesamte Führungsstab im Besprechungszimmer sitzen würde. Davil beorderte die Besatzung des Beibots in die Zentrale und ließ sie einweisen. Die Männer freuten sich sichtlich ob dieser Ehre. Man konnte nur hoffen, dass sie sich beherrschen würden, es bei der Beobachtung des Kurses zu belassen und nicht plötzlich mit der Megatau loszurasen. Während der ganzen Vorbereitungen wurden ihm ständig Zettel mit neuen Anweisungen gebracht, die die Sitzordnung betrafen, die Auswahl der bereitzulegenden Unterlagen, die Art der Aufzeichnung der Sitzung kodiert, nicht kodiert, mit Bild oder ohne und so weiter. Der Handschrift nach hatte wie Lina die Zettel geschrieben. Lediglich die Signatur stammte von Quest selbst. Der Kommandant machte sich ausgesprochen rar in letzter Zeit. Und die erste Heilerin wurde mehr und mehr zu seiner wahren Stellvertreterin. Doch dagegen konnte er nicht anrennen. Davil arbeitete die Listen ab, steckte die ärgerlichen Blicke ein, wenn er Filme und Bücher wieder fortschaffen ließ, die er kurz zuvor eilig hatte herbeischaffen lassen, beruhigte aufgebrachte Lagerverwalter, Mannschafts- Obmänner und Verpfleger auffangen und abfedern musste. Und das, obwohl er allmählich selber ungehalten war. Die Notwache verließ die Zentrale wieder, hielt sich in der Nähe bereit. Die erste Besatzung übernahm die Instrumente, stellte unlustig den Standardzustand fest und wartete dann. Um 33 Gier kam wieder ein Bote mit einem Briefchen. Die Konferenz musste Davil verkünden, werde nun endgültig um 35 Gier beginnen. Verhaltenes Einatmen, steinerne Blicke, Finger, die unnötig an Armaturen herumspielten und die Sterne draußen bewegten sich nicht. Zum geeignetsten Zeitpunkt rief der erste Verweser die Notwache wieder in die Zentrale. Diesmal übernahmen die Männer die Funktionen mit deutlich gedämpfter Stimmung. Um Schlag 35 saß jeder an seinem Platz um den Konferenztisch und nach einem letzten prüfenden Blick in die Zentrale schloss Davil die Tür und setzte sich. Die beiden einzigen freien Plätze waren die des Kommandanten und der Heilerin. Niemand sagte ein Wort. Die Stille wurde immer drückender. Es war, als hätten alle aufgehört zu atmen. Die zweite Tür, die, durch die der Kommandant kommen würde, blieb verschlossen. Es konnte einem vorkommen, als beginne das blasse Weiß ihres Anstrichs allmählich zu glimmen und zu leuchten. Die Wissenschaftler waren die Ersten, die die Nerven verloren. Kuton begann sinnlos in seinen Unterlagen zu rascheln. Zwei andere Tenants, die Leiter der astronomischen und der biologischen Abteilung, schienen Atemnot zu bekommen. Der Junge von Paschkan, der mager und verloren zwischen all den Raumfahrern saß, sah sich um und schien nicht so recht zu wissen, wie ihm geschah. Möchte jemand etwas zu trinken, brach Ogur schließlich das Schweigen. Natürlich Ogur. Der zweite Raumüberwacher, der edle Iostera, hob wortlos die Karaffe aus der Mitte der bereitstehenden Gläser hoch. Es war unverkennbar Freil darin, der tiefviolett leuchtenden Farbe nach von der edelsten Sorte. Es wäre unschicklich gewesen, davon vor dem Kommandanten zu trinken. Montag, der erste Pilot, ein Hühne von einem Mann, in dessen Gesicht zahlreiche Narben von seiner Leidenschaft für die Kampfspiele der Edlen zeugten, sah angelegentlich auf die Uhr. Es ist bald eher 36 als 35 Gier, Wollen Sie nicht einmal gehen und feststellen, wo unser Kommandant abgeblieben ist? Er lächelte herablassend. Ich lade Sie ein. Davil behielt die Arme verschränkt. Wenn der Kommandant vorhätte, nicht zu erscheinen, würde er uns das wissen lassen, gab er zurück. Dem grimmigen Blick montags hielt er stand. Er wusste, dass der erste Pilot ihn nicht leiden konnte. Jemanden, der demonstrierte wie Montag, musste ein Emporkömmling wie Davil zutiefst verunsichern. Nach diesem Wortwechsel herrschte wieder Schweigen. Doch die Stimmung hatte sich verändert, war schärfer, spannungsgeladener. Wenn jetzt jemand Gas hereinleiten würde, dachte Davil, es würde sich von selbst entzünden. Vielleicht musste er tatsächlich etwas tun. Montag hatte ihn eingeladen und die Einladung nicht zurückgezogen, also konnte er den Bereich der Edlen betreten. Nachsehen, weshalb Quest nicht erschien. Irgendetwas ging doch vor, das konnte man mit Händen greifen. Er sah auf die Uhr, Mitte zwischen den Gears. Würde man das als Zeichen der Schwäche auslegen? Vielleicht nicht, wenn er etwas dazu sagte, etwa, dass sie schließlich nicht ewig warten konnten. Gerade in dem Augenblick, als Davil sich vorbeugte, um aufzustehen, fuhr die Tür mit einem Schlag auf. Alle Köpfe drehten sich ruckartig, alle Augen starrten in das dunkle Gefiert, aus dem zuerst Velina, die erste Heilerin trat, und dann Eftelan Eftelan der Kommandant. Für Balen war es das erste Mal, dass er den Kommandanten sah, und er konnte es kaum glauben. Eftelan Quest war ein Koloss, ein müder, wuchtiger Fleischberg, der sich unter den atemlosen Blicken des Führungsstabes langsam in seinen Sessel sinken ließ und fast keinen Platz darin hatte. Er sah alt aus, älter als er angeblich war, und verbraucht. Sein Gesicht war aufgedunsen, verwüstet von verbotenen Drogen, wie Gerüchte in der Mannschaft wissen wollten. Diese Gerüchte beharrten allerdings auch darauf, dass dieser riesige, hässliche, furchteinflößende Mann eine Liebschaft mit der ersten Heilerin habe, was dem jungen Novizen schlechterdings unvorstellbar war. Nicht diese Frau, Velina, eine Edle des Salzner-Clans, die da ruhig neben ihm saß, anmutig und schlank, von prachtvollem Haar eingehüllt wie von einer Lichtflut. Sie war nicht mehr ganz jung. In der schimmernden Haut ihres Gesichts kündeten erste Fältchen am Mund und Augen davon, dass sie viel erlebt und erlitten haben mochte. Dennoch war sie eine betörend schöne Frau. Warum um alles im Universum hätte sie sich zu jemandem wie Quest hingezogen fühlen sollen? Er zuckte zusammen, als ihn der Blick des Kommandanten traf. Stahlgrau, durchdringend und erschreckend. Man hätte ohne weiteres geglaubt, dass diese schlauen Augen, die unter schweren, knittrigen Liedern hervorsahen, imstande waren, Gedanken zu lesen. Balen schrumpfte unwillkürlich in sich zusammen, sah zur Seite, die Gesichter der anderen, die Unterlagen und Geräte auf dem Tisch, die fleischige Pranke Quests, die schwer auf der Tischplatte lag. Auch die anderen schienen sich unwohl zu fühlen. Immerhin. Niemand sagte etwas, bis der Kommandant endlich das Wort ergriff. Wir sind hier versammelt, begann Quest ohne Begrüßung, ohne Entschuldigung oder wenigstens Erklärung seiner Verspätung mit frostiger, befehlsgewohnter Stimme, weil die Untersuchungen der Artefakte von Paschkan erste Ergebnisse erbracht haben. Zum ersten Mal in der Geschichte des Reiches wissen wir damit etwas über eine nichtmenschliche Rasse. Etwas, das mehr ist als ein Gerücht, er nickte dem Leiter der wissenschaftlichen Abteilung zu. Denn und wenn sie so freundlich wären, den Anwesenden ihre Erkenntnisse zu erläutern. Tenant Kuton, der direkt neben Bailen saß, erhob sich hastig, stieß dabei um ein Haar seinen Stuhl um, griff nach Stuhllehne und Unterlagen zugleich und ließ letztere fallen, worauf diese sich breitflächig über über Konferenztisch verteilten. Einer der Edlen begann spöttisch zu lachen, brach nach einem Blick auf den Kommandanten aber abrupt wieder ab. Der Wissenschaftler raffte mit gemurmelten Verwünschungen und Entschuldigungen die Papiere und Folien wieder an sich, nestelte das erste Blatt seines Vortrags hervor und stand endlich, krumm und schief und so nervös, als ginge es um seinen Kopf. Wir hatten, begann er mit gepresster Stimme, erwartet vor allem etwas über die Eloah zu finden, die ja bekanntlich eine besondere Rolle in der Geschichte der Bruderschaft von Paschkan spielen. Dem war erstaunlicherweise nicht so. Tatsächlich finden sich in den geborgenen Unterlagen überhaupt keine Hinweise auf dieses Volk. Woran das liegt, wissen wir nicht. Möglicherweise, obwohl ich das eigentlich nicht glaube, haben wir die entsprechenden Datenspeicher nicht gefunden, als wir den innersten Tempelbereich untersuchten. Möglicherweise wurden aber auch tatsächlich keine solchen Informationen archiviert. Erzählen Sie, was Sie gefunden haben, unterbrach ihn Quest Barsch. Ja, ach so, natürlich. Kutons Blick schien zwischen dem Kommandanten und der ersten Heilerin hin und her zu zucken. Wir haben Aufzeichnungen gefunden über einen Kontakt zwischen Menschen und ja, anderen Wesen. Wir können nicht genau sagen, wann dieser Kontakt stattgefunden hat, nur dass es mit Sicherheit länger als 10.000 Jahre her sein muss. Tenant Leti, wenn ich um das Bild bitten… Der Leiter der biologischen Abteilung, ein etwas dicklicher Mann mit schneeweißem gewähltem Haar, drückte eine Taste am Projektor. Der Raum dunkelte schlagartig ab und über der Mitte des Tisches entstand das dreidimensionale Bild Kreatur, das sich langsam drehte, sodass alle es von allen Seiten betrachten konnten. Die erste Assoziation war ein Insekt. Und dieser Eindruck hatte Baelin festgestellt, schwand nie mehr ganz, selbst wenn man sich tagelang mit den Daten über diese Wesen beschäftigt hatte, und klar war, dass sie mit den Insekten, die man aus der menschlichen Biosphäre kannte, absolut nichts gemeinsam hatten. Ein glatter, grauschimmernder Schädel, eine flachgedrückte Kugel ohne besondere Merkmale, von der drei dünne Fühler in eine Richtung abstanden, die man unwillkürlich als vorne einschätzte. Unterhalb dieses Schädels wölbten sich vier dicke, ringartige Wülste, auf denen sich in Dreiergruppen angeordnet einige helle, knopfartige Strukturen abzeichneten, sowie Reihen dunkler Striche, die man bei näherem Hinsehen als Öffnungen erkannte. Sinnesorgane? Vermutlich. Was aber die dünnen, fadenartigen Gebilde darstellten, die sich vom Schädelansatz in Richtung Körper zogen und an manchen Stellen wie Haare, an anderen wie glitzernde Speichelfäden aussahen, wusste niemand zu sagen. In den Aufzeichnungen von Paschkan, ließ sich Tennant Kuton vernehmen, werden diese Wesen Jorsen genannt, ein Wort, das einem utakischen Dialekt entlehnt ist und so viel bedeutet wie die Alten Mächtigen. Das soll wohl ausdrücken, dass sie den Menschen in vieler Hinsicht überlegen sind. Es wird gesagt, dass die Jorsen über eine Technik von solcher Vollkommenheit gebieten, dass sie wie Zauberei erscheint und dass ihr Wissen und ihre Weisheit sie fast den Göttern gleichstellt. Es Es heißt Es heißt ferner, dass sie die Morgenröte des Universums bevölkerten. Als auf der ersten Erde die Menschen den aufrechten Gang erlernten, waren die Jorsen schon ein altes Volk, müde nach einer Existenz, die ja Millionen umspannen muss, aber immer noch unfassbar mächtig. Bailen sah Quest bedächtig nicken. Es schien ihm zu gefallen, was er hörte. Worum ging es bei diesem Kontakt, wollte der Kommandant wissen. Der Tenant kam nun trotz der Dunkelheit wieder ins Stottern. Nun, in dem Bericht, der euch vorliegt, edler Quest, haben wir die Umstände beschrieben, unter denen der Kontakt stattfand. Ein Erkundungsraumschiff hatte einen bewohnbaren Planeten entdeckt, wurde dann aber von unerklärlichen Kräften daran gehindert, ihn zu betreten. Im Verlauf dessen kam es zu einer Art Kommunikation mit bis dahin fremden Wesen, eben den Jorsen, die erklärten, auf dem Planeten lebe eine intelligente, sehr junge Spezies unter ihrem Schutz. Während der Vorbereitungen für diese Besprechung haben wir, wie gesagt, wir arbeiten mit allen Kräften und ohne Unterlass. Jedenfalls, wir wissen, warum die Jorsen diesen Planeten unter ihren Schutz stellen. Die Augen des Kommandanten leuchteten in der Dunkelheit auf. Heraus damit! Offengestanden, edler Kommandant, bin ich mir nicht sicher, Kuton schien sich regelrecht verschlucken zu wollen. Also, ich bedauere sehr den Umstand, dass es zeitlich nicht möglich war, euch vorab davon in Kenntnis, aber wie gesagt, es war erst vorhin, kurz bevor wir herauf... Tenant Kuton, orgelte das mächtige Organ Quests, wir sind hier, um restlos alles darzulegen, was wir wissen. Nichts soll zurückgehalten werden. Es ist unnötig, dass Sie mir irgendetwas vor den anderen Mitgliedern des Führungsstabs mitteilen. Ich erlaube ihn, mich zu überraschen, aber reden Sie. Also, die Jorsen. Seine Stimme senkte sich zu einem Flüstern. Und bitte so, dass wir es auch hören. Der Kopf des Jorsen drehte sich unentwegt weiter, ein fahles, grausiges Antlitz aus einer versunkenen Epoche. Kuton sah hinab auf seine Blätter, sortierte sie raschelnd und sinnlos um, holte Luft, die Jorsen, erklärte er dann, betrieben ein Unternehmen, das sie als den großen Rückzug bezeichneten. Sie organisierten und unterstützten den Rückzug aller nichtmenschlichen Völker aus dieser Galaxis. Ein Augenblick lang herrschte verblüfftes Schweigen. Niemand schien glauben zu können, was er gerade gehört hatte. Einen Rückzug? fragte schließlich jemand. Rückzug wovor? Kuton sah ausgesprochen unglücklich aus. Vor dem Angriff des Kaiserreichs. Belina sah, wie sich die Hand des Kommandanten um die Lehne seines Sitzes krallte und hoffte, dass nur die Erregung, die bei diesen Worten die gesamte Runde befiel, der Grund dafür war. Verstehe ich sie richtig, Tennant? Die Jorsen wussten von diesem Kaiserreich und sie wussten schon vor zehntausend Jahren, dass es uns eines Tages angreifen würde? Immer wenn Kuton in Richtung Quests blickte, hatte Belina den Eindruck, dass er in Wirklichkeit sie ansah. Aufgrund der vorliegenden Daten erklärte der Leiter des wissenschaftlichen Stabes, muss ich zu diesem Schluss kommen. Ja. Das ist doch völliger Unsinn, warf der erste Pilot Montag ein. Niemand macht Pläne über zehntausend Jahre hinweg, nicht einmal dieser Sternkaiser, wer immer das sein mag. Mich würde interessieren, wie sie zu diesem Schluss kommen, Kuton. Sie haben es gesagt, die Jorsen gebrauchten das Wort Kaiserreich in der damals gebräuchlichen Verkehrssprache. Damals wusste niemand, was sie überhaupt meinten. Ein offensichtliches Missverständnis winkte Montag ab. Was kann ein unbekanntes nicht menschliches Volk schon von den politischen Strukturen der Menschen wissen? Mit Verlaub, wandte der Tennant sich in Richtung des Kommandanten und wieder wurde Velina den Eindruck nicht los, dass er sie anstarrte. Die Jorsen wussten sogar mehr über das Kaiserreich als wir heute wissen. Das Kaiserreich, sagen sie, um fast mehrere Galaxien, Millionen besiedelter Planeten, Billiarden von Menschen, ein unvorstellbar großes Imperium. Dass es uns eines Tages angreifen würde, war einfach eine Hochrechnung seiner Ausdehnungsweise. Und wenn auch nur annähernd stimmt, was wir erfahren haben, dann haben wir nicht den Hauch einer Chance dagegen anzukommen. Defetismus hielt der erste Pilot ihm erregt entgegen. Als Gemeinem steht es ihnen nicht zu solcher Einschätzungen, und das ist jetzt doch wohl unerheblich. Wests Stimme konnte wie ein Hieb mit einer Peitsche klingen. Abgesehen davon teilt der Pantab diese Einschätzung. Unsere Situation, meine Herren, und damit meine ich die Situation des Reiches, ist absolut verzweifelt. Die Angreifer haben sich in der westlichen Randzone festgesetzt und sich seither nicht gerührt. Aber wenn sie ihren Angriff fortsetzen sollten und dass sie das tun werden, steht außer Zweifel. Dann haben wir buchstäblich nichts, das wir ihnen entgegensetzen können. Montag starrte seinen Kommandanten fassungslos an. Eine Flotte von über zehntausend schwer bewaffneten Schlachtschiffen nennt ihr nichts? Vor Toyokan hatten wir zwölf Schiffe, vier Bastionen, acht schwere Exekutoren. Die Angreifer kamen mit zwölftausend Schiffen. Wir hielten sie für Kampfjäger, für harmlos, aber der Kampf dauerte nicht einmal ein halbes Gier. Sie fegten die Exekutoren aus dem All, als wären sie nichts. Von den Bastionen blieb kein Stück übrig, das größer gewesen wäre als dieser Tisch. Vilina griff nach Quests Hand, konnte das Blut in seinen Adern Der Rückzug, er knetete seine Papiere in einer Weise, die ihnen bestimmt nicht gut tat. Also sie bewegten sie einfach fort, aus dieser Galaxis. In eine andere nehme ich an. Die Jorsen siedelten ganze Völker um? Ja. Das heißt, sie müssen über eine große Anzahl von Raumschiffen verfügen. Sie spürte die Hoffnung der Männer wieder erwachen. Kuton schüttelte den Kopf. Nein, die Jorsen benutzen keine Raumschiffe mehr. Sie haben irgendeine andere Art entwickelt, sich fortzubewegen. Und sie sind imstande, ganze Sonnensysteme zu versetzen. So haben sie die Völker umgesiedelt. Sie versetzten ihre Sonnensysteme aus dieser Galaxis fort. Veline hatte das irreale Gefühl, das Ausbrechen einer akuten Lähmung in ihrem Gesicht und ihrem Kehlkopf zu erleben. Was Kuton da sagte, war derart unvorstellbar, dass der bloße Versuch, es zu begreifen, zu geistigen Störungen zu führen schien. Aber die Heimatwelt der Jorsen ist noch da? Warf Quest ein. In ihrem Bericht steht, dass sie Koordinaten gefunden haben von einem Stern und dass dieser Stern noch beobachtbar ist. Ja, nickte Kuton, das ist richtig. Quest griff nach dem Steuermodul der Sternkarte, hob es hoch, überlegte es sich dann anders und ließ es über den Tisch schlittern, ungeschickt, sodass es fast am Ende heruntergefallen wäre. Der erste Navigator Felmohriefing ist gerade noch auf. Zeigen Sie uns den Weg dorthin, Tenant, forderte Quest. Kuton nahm das Steuermodul an sich, drückte ein paar Tasten. Das Bild des Jorsen verschwand und machte einem vertrauten Anblick Platz. Die Karte des Reichs. Gier als leuchtender Stern im Mittelpunkt, die Provinzen, Legate und Clan-Domänen in zarten Farben voneinander unterschieden, hunderte und aberhunderte heller Sterne mit den Namen der bewohnten Welten. Der bisherige Kurs der Megatau war als rote, bizarr verkneulte Linie eingezeichnet, die zuletzt Paschkan berührt hatte und seither durch unbesiedelte Regionen verlief. Die Heimatwelt der Jorsen liegt etwas oberhalb der galaktischen Achse, erläuterte Kuton umständlich, und in der Nähe des Zentrums. Um sie hier zu zeigen, muss ich den Ausschnitt anders wählen. Er drehte an den Rändelschrauben, die den Maßstab der Karte beeinflussten. Das stolze Reich des Pantab schrumpfte zu einem lächerlichen, buntschäckigen Fleck am Rande eines unerforschten Sternenmeers. Hier. Einer der Punkte im Gewimmel begann zu blinken. Auf diesen Punkt zu begann sich die rote Kurslinie, kaum handspannengroß noch, zu verlängern. Erbarmungslos, immer weiter und weiter. Jemand atmete hörbar ein. Bei allen Ahnen, hörte Velina Montag flüstern, durch die namenlose Zone. Obwohl sie gewusst hatte, dass Quest den Planeten der Jorsen anfliegen wollte, fühlte sie sich ganz elend angesichts der gewaltigen Dimensionen dieses Fluges. Gewiss, die Megatau war ein Fernerkunder und gebaut für solche Strecken, aber sie war noch niemals so weit geflogen. Ist das der Plan des Pantab? fragte der zweite Kommunikator Ogur. Die Jorsen, um Hilfe gegen das Kaiserreich zu bitten? Darauf können wir nicht hoffen, sagte Kuton mit leiser, düsterer Stimme. Die Jorsen halten den Krieg für eine innere Angelegenheit der Menschen. Sie sagen, das Kaiserreich bestehe seit ungefähr 200.000 Jahren und sie glauben, dass es erst untergehen wird, nachdem es alle von Menschen besiedelten Welten erobert hat. Bis dahin können gut weitere 100.000 Jahre vergehen. Sie haben nicht vor, in diese Entwicklung einzugreifen. Aftalan Quest richtete sich auf. Sofort wandten sich alle Blicke wieder ihm zu. Der Plan des Pantab, sagte der Kommandant, dem auf einmal das Sprechen schwer zu fallen schien. Er weiß natürlich nichts von den Jorsen und ihren Fähigkeiten. Und dass der Pantab niemals um Hilfe bitten würde, muss ich ihn wohl kaum erklären. Aber wir werden in der Tat die Heimatwelt der Jorsen anfliegen und versuchen, Kontakt mit diesen Wesen aufzunehmen. Er blickte in die Runde, mit einem jener Blicke, unter denen man zusammenfuhr. Als Versuche er, Freund und Feind auszumachen. Da ich nun den geheimen Befehl des Pantab offenbaren werde, muss ich alle Anwesenden, die nicht dem Führungsstab angehören, bitten, den Raum zu verlassen. Über das, was bisher besprochen wurde, haben sie selbstverständlich äußerstes Stillschweigen zu bewahren. Die Wissenschaftler bis auf Kuton, wie auch der Junge von der Paschkorn-Bruderschaft, standen gehorsam auf, sammelten ihre Sachen ein, grüßten ehrerbietig und gingen. Quest wartete, bis die Tür hinter ihnen versiegelt war. Auf seiner Stirn sah Velina wieder Schweißtropfen schimmern. Das Reich ist bedroht, fuhr der Kommandant schließlich fort. Die Lage ist so verzweifelt, dass es gerechtfertigt ist, verzweifelte Maßnahmen zu ergreifen. Eine dieser Maßnahmen sind wir. Wir haben den Auftrag, eine alte, nichtmenschliche Rasse aufzuspüren und Kontakt mit ihr aufzunehmen. Nicht, um sie um Hilfe zu bitten, wie gesagt, sondern um Informationen. Alles starrte auf seine Lippen, die dick und fleischig innegehalten hatten. Nur Velina sah das feine Zittern darauf. Nicht jetzt, dachte sie, nicht jetzt. Informationen, wagte Montag es schließlich, die gespannte Stille zu brechen. Über das Kaiserreich? Der Mund des Kommandanten schloss sich. Er schluckte gewaltig und brachte schließlich wieder ein Wort hervor. Nein. Und mit einem zweiten Kraftakt – geschichtliche Informationen. Montag setzte zu einer Erwiderung an, überlegte es sich dann anders. Ein unsicherer Blick glitt zu Davil, ein zweiter zu Kuton hinüber. Velina überlegte, wie sie die Sitzung in diesem Stadium abbrechen konnte, ohne Verdacht zu erregen. Nein, es war nicht zu machen. Aber Quest würde keine zwei Worte mehr herausbringen und dann… Die rechte Pranke des Patriarchen ohne Clan donnerte auf die Tischplatte herab. Unser Auftrag lautet, brönte Quest, den Planeten des Ursprungs zu finden. Einen Herzschlag lang erstarrte alles. Die Bewegungen, die Gedanken, die Zeit. Dann weiteten sich die Augen und die ersten Kinnladen sanken haltlos abwärts. Noch nie zuvor hatte die Heilerin die Mitglieder des Führungsstabes so verdutzt gesehen. Man warf sich hilflose Blicke zu, wusste nicht, was zu sagen, wagte nicht, sich zu rühren, bis zu aller Erleichterung endlich Ogur in gewohnter Unbedarftheit fragte. Vergebt mir, Kommandant, ich habe gerade verstanden, ihr hättet Planet des Ursprungs gesagt. Ganz recht, grollte Quest mit Gewitterstimme. Und auch für die anderen wiederhole ich es gerne noch einmal. Wir, die Besatzung der Megatau, werden den Planeten des Ursprungs finden. Den legendären Quell allen Lebens im Universum. Den Punkt des Anfangs. Amdürer. Den ersten Samen. Tempstead. Den Beginn der Zeit. Wir werden uns auf die Suche nach Hiden machen, wie die Urväter von Lantis den Planeten nennen, den tausende Verrückter, Spinner und Träumer vor uns erfolglos gesucht haben. Wir werden ihn suchen, weil der Pantab es von uns verlangt. Und wir werden ihn finden. Oder bei dem Versuch sterben. Ist sich der Pantab sicher, dass es diesen Planeten überhaupt gibt? fragte Iostera einzuwenden. Wo ich aufgewachsen bin, ist das ein Märchen für Kinder. Ich meine, genauso gut könnte er uns auf die Suche nach dem Windmann schicken oder nach dem Vogel der Tränen. Bei uns zu Hause gibt es Dutzende von Gruselgeschichten, wie jemand den Planeten des Ursprungs sucht und am Ende dabei umkommt. pflichtete ihm der erste Maschinenführer Grenne bei. Der Pantab, erklärte Quest langsam, glaubt, dass es diesen Planeten tatsächlich gibt. Ich glaube es auch. Und wir sind nicht hier versammelt, um zu diskutieren, ob, sondern nur, wie wir dem Befehl des Pantab folgen werden. Trotzdem, Tennant Kuton, was sagt die Wissenschaft dazu? Wilina schlug den Blick nieder, als der Wissenschaftler wieder sie ansah, statt des Kommandanten. Nach allem, was wir wissen, muss es in der Tat einen Planeten gegeben haben, auf dem alles Leben im Universum seinen Anfang genommen hat, hörte sie ihn sagen. Allerdings kann dieser Planet irgendwo sein. Und vermutlich ist er heute längst ein toter, unbedeutender Felsbrocken, der um eine erloschene Sonne kreist. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass auf diesem Planeten irgendetwas Besonderes zu finden wäre. Und, wie gesagt, wir wissen nicht, wo er ist. Er kann in irgendeiner weit entfernten Galaxie sein, weit außerhalb unseres Aktionsradius. Aber wir wissen, dass es Rassen gibt, die unendlich viel älter sind als wir Menschen. Ist es nicht logisch anzunehmen, dass die Ursprungswelten dieser Rassen ein gutes Stück näher am Planeten des Ursprungs gelegen haben müssen? Kuton hüstelte. Ich bezweifle, dass man das so einfach schlussfolgern kann. Wir wissen nur wenig über die Inkubation von Stern zu Stern. Und für die transgalaktische Inkubation existiert noch nicht einmal eine Theorie. Aber die alten Rassen sind nicht dümmer als wir. Sie werden zu den gleichen Schlussfolgerungen gelangt sein. Vielleicht haben sie den Planeten des Ursprungs gefunden, als er noch als solcher zu erkennen war. Das ist nicht auszuschließen, aber … Was verspricht sich der Pantab davon? Meldete sich Davil zu Wort. Das Gesicht des Verwesers war eine starre Maske. Was glaubt er auf dem Planeten des Ursprungs zu finden? Quest musterte seinen Stellvertreter abschätzig. Es werden sie erfahren, wenn wir dort sind. Einen endlosen Augenblick lang schien niemand mehr zu atmen. Virlina hatte das Gefühl, sich ansammelnde elektrische Energie im Raum zu spüren, als säßen sie in einem Kondensator. Dann, so schwerfällig wie ein alter Mann, erhob sich Davil, richtete sich zu voller Größe auf und alles zuckte zusammen, als sein Stuhl im Zurückschieben ein winziges, quietschendes Geräusch machte. Erhabener Kommandant, sagte Davil mit bebender Stimme. In aller Form ersuche ich euch hiermit, mir diesen Befehl des Pantabs zu zeigen. Setzen Sie sich wieder, Davil, erwiderte Quest ungehalten. Nach den Statuten habe ich als euer Stellvertreter das Recht, in Zweifelsfällen Einblick in die geltenden Befehle zu verlangen. Und hiermit verlange ich es. Sein Blick loderte. Er blieb stehen und wich dem Blick Quests nicht aus. Unter den Edlen brach ein empörtes Raunen aus. Unerhört schüttelte Montag den Kopf und verschränkte die Arme. Man sollte ihn, aber dann schwieg er doch und behielt für sich, was man den stellvertretenden Kommandanten sollte. Heißt das, Sie bezweifeln, dass ich den Befehl des Pantab korrekt wiedergebe? Fragte Quest. Davil biss sich auf die Lippen. Aber er wich nicht. Um es gerade herauszusagen, ehrwürdiger Kommandant, erscheint mir dieser Befehl in der gegebenen Situation so absurd und unangemessen, dass ich... Ein Gemeiner, platzte Montag heraus. Sie wagen es als Gemeiner, derart die Autorität des Kommandanten anzugreifen? Dass ich mich mit eigenen Augen vom Wortlaut und dem möglicherweise vorhandenen Interpretationsspielraum überzeugen will, beendete Davil eisern seine Stellungnahme. Das ist alles. Das ist schon zu viel, Davil, röhrte Montag. Er schien sich nur mühsam, davon zurückhalten zu können, mit den Fäusten auf den Verweser loszugehen. Reißt euch zusammen! Nur ein Satz Quests, aber er ließ den ersten Piloten zurückzucken wie von einem elektrischen Schlag. Der Kommandant sah sich mit umschatteten, tränenden Augen um. Wer führt Protokoll? Tamiliak, der erste Kommunikator, ein kleiner, grauer Mann mit einer so blassen Sirta, dass man ihn auf den ersten Blick für einen Clanlosen halten konnte und auf den zweiten auch noch. Hob die Hand. Gut. Tamiliak nehmt den Einwand des ersten Verwesers in das Logbuch auf. Nehmt ferner auf, dass ich mich auf das dritte Kommandantenstatut berufe, das es mir erlaubt, beim Vorliegen besonderer Umstände alle sonstigen Statuten außer Kraft zu setzen. Ich verweigere dem ersten Verweser Davil die verlangte Einsicht in den Wortlaut der Befehle des Pantab. Er fasste seinen bleichen, immer noch stehenden Stellvertreter ins Auge. Wie immer diese Expedition verläuft, Davil, in spätestens zwei Jahren müssen wir wieder eine Basis anlaufen und dann steht es ihnen frei, diesen Fall vor dem Flottengericht klären zu lassen. Damit wuchtete sich Quest empor, gewaltig, schnaufend, einer Naturgewalt ähnlicher als einem Menschen. Treffen sie alle Vorbereitungen für den Flug in die namenlose Zone. Unser nächstes Ziel ist der Heimatplanet der Jorsen. Die Sitzung ist beendet. Ich danke ihnen. Dann ging er und Velina folgte ihm wie ein leuchtender Schatten. Klarschiff für Fernerkundung Lange war dieser Befehl nicht mehr durch die Decks und Gänge der Megatau geheilt, weitergetragen von Mund zu Mund, von Obtmännern verkündet, von Staffelmännern raunend wiederholt wie ein Gebet, während sie die hundertfach geübten Arbeiten verrichteten. Lautsprecher schallten den Befehl in Hangars und Maschinenräume, an Wandbretter wurde er geschrieben, in Tastaturen getippt, um auf Bildschirmen zu erscheinen. Mit einem Mal schien alles in Bewegung zu sein, beschleunigte jeder den Schritt, verkürzten sich Pausen und wurden Handgriffe rascher ausgeführt. Es war wie ein Erwachen aus langem, verschlafenem Warten. Klarschiff für Fernerkundung. Das erste Signal war das Licht. Fernerkundung, das hieß, permanent in der ersten Alarmstufe zu sein. Das sonst weiße Licht war nun von einem grünen Schimmer durchsetzt. Jede einzelne Leuchtfläche an Bord, jede Lampe in jedem einzelnen Raum, in Gängen, Küchen, Schlafstätten und Aborten. Überall war mit einem Mal dieses grünliche Licht, das Gesichter käsig aussehen ließ und das Essen unappetitlich. Und denjenigen unter den Raumfahrern, die schon lange dabei waren und viel erlebt hatten, jagte allein schon dieses unverkennbare Licht das Adrenalin durch die Adern, ließ sie aufspringen und rennen und hellwach sein. Und zu tun gab es mehr als genug. Die Anweisungen für alle Arbeiten, die ausgeführt sein mussten, ehe das Schiff in unerforschte Regionen aufbrach, hätten zusammengenommen 37 dicke Bücher gefüllt. Piloten brachten ihre Jets auf Vordermann, Waffenmänner prüften die Funktionsbereitschaft ihrer Geschütze, Köche zählten ihre Vorräte noch einmal nach und Deckmeister ließen ihre Leute jede Ecke und jeden Winkel putzen, bis nirgendwo mehr ein Staubkorn lag, geschweige denn eine Schraubelose war. Klar Schiff für Fernerkundung. Schon oft war dieser Befehl für die Megatau gegeben worden, unter anderem Kommandanten in friedvolleren Zeiten. Stets war es der Auftakt gewesen für eine aufregende Zeit voller Entdeckungen. Für manchen war es zur Reise ohne Wiederkehr geworden. Die Liste derer, die auf namenlosen Planeten bestattet lagen oder in Sonnen, die nur eine Katalognummer trugen, war lang. Jeder, ausnahmslos jeder wusste, dort draußen lauerte Gefahr, folgte der Tod auf den kleinsten Fehler. Keine Entdeckung war zu haben ohne Blutzoll. Zur Standardprozedur hatte es immer gehört, vor dem Aufbruch ins Unbekannte noch einmal einen Stützpunkt anzufliegen. Eine Basis im Grenzland, wo man die Maschinen noch einmal mit Geräten, wie sie nur eine Werft hatte, durchleuchten und die Mannschaft noch einmal den Boden eines von Menschen besiedelten Planeten unter den Füßen spüren lassen konnte, ehe es für lange Jahre hieß, über bebende, knarrende Metallplanken zu rennen und beim Dröhnen der Aggregate in engen Kojen Schlaf zu suchen. Doch das war, wie gesagt, in friedvolleren Zeiten gewesen. Diese Zeiten waren vorbei. Kommandant Quest hatte strengstens verboten, einen Stützpunkt anzufliegen oder auch nur Kontakt mit einem aufzunehmen, da Gefahr bestand, dass die Invasoren das Nachrichtensystem der Flotte unterwandert hatten und auf diese Weise von ihrer Mission hätten erfahren können. Kein Funkspruch daher, keine Nachricht, keine Post. Dieser Befehl beunruhigte die Mannschaft mehr als alles andere. Wohin es ging, was sie suchten, das alles wussten sie nicht, wie gewöhnlich. Aber keinen Abschied nehmen zu können, das verhieß Unheil. Quest ballte die Hand zur Faust. Langsam, als wolle er genau beobachten, wie sich die Finger dabei bewegten, hielt sie einen Moment geschlossen und öffnete sie dann wieder. Jetzt geht es wieder. Eigenartig. Bei der Besprechung, ich wollte den Kartenprojektor selbst bedienen, aber ich konnte es nicht. Ich hätte nicht eine einzige Taste drücken können. Ja, sagte Vellina. Ich habe es gemerkt. Die Gemächer des Kommandanten waren, wie es seinem Stand gebührte, die größten im ganzen oberen Deck. Beinahe so groß wie die Gemächer der übrigen Edlen zusammengenommen. Licht aus goldgefassten Lampen verbreitete eine warme, behagliche Stimmung, unbeeinflusst von der Alarmstufe, die an Bord herrschte. Üppige Brokatvorhänge aus Quests toyokanischer Heimat zierten die Wände, bestickt mit den Siegeln seines Clans. Um einen großen, runden, mit aufwendigen Intarsien viriagischer Künstler veredelten Tisch, auf dem Bücher lagen, Berichte, Speicherfolien und ein akustischer Kommunikator, standen fünf niedrige Liegediwane, doch Quest hatte sich auf den Boden gesetzt und saß da, schwer atmend, den Rücken gegen den Sockel einer Steinskulptur gelehnt, deren Anblick wie Lina zuwider war. Auf Akuto Abur mochte man das für Kunst halten, aber ihrer Ansicht nach brachte jeder Vulkanausbruch Schöneres hervor. Es tat ihr weh, Quest so elend dasitzen zu sehen. Er sah sie an, und nun, da er sich nicht mehr beherrschen musste, konnte sie die Angst in seinen Augen erkennen. Wie lange noch? fragte er heiser. Wie lange kann ich das noch durchstehen? Sie zögerte. Ich würde dir gern etwas versprechen, noch ein Jahr oder ein halbes, oder irgendetwas, aber ich weiß es nicht. Du gehörst in ein Heilhaus. Ein Heilhaus! Als ob ihr das heilen könntet. Ins Sterbehaus gehöre ich, das meinst du doch, oder? Ihr habt ja nicht einmal einen Namen dafür. Ist das dein Ernst? Willst du wirklich, dass ich mich ergebe, einfach abwarte, bis ich völlig zerfalle? Ich wollte damit nur sagen, dass es Krankheiten gibt, die deiner ähneln. Aber man hat keine Erfahrungen damit, wie sie unter Belastung verlaufen. Eine solche Expedition, ein solches Vorhaben wäre schon für einen Gesunden eine ungeheure Anstrengung. Für dich ist es Selbstmord. Seine Augen wurden zu schmalen Schlitzen. Aber du hilfst mir dabei. Ohne dich könnte ich es nicht. Ohne dich wäre ich längst gescheitert, überführt, entlarvt. Die Lina öffnete ihre Tasche, holte eine Spritze heraus. Ich werde später bestreiten, je Zweifel daran gehabt zu haben, dass der Befehl zu dieser Expedition wirklich vom Pantab stammt. Man wird dich für naiv halten. Man wird deine Krankheit nach mir benennen, erwiderte die Heilerin ungerührt und zog die Spritze mit wenig Flüssigkeit auf. Willst du hier liegen bleiben oder sollen wir es im Bett machen? Muss das wirklich sein? Manchmal denke ich, du quälst mich einfach, weil es dir Spaß macht. Nein, ich bleibe hier. Ich will den Boden unter mir spüren. Er zog den Überwurf ein Stück hoch, sodass sein Rücken entblößt wurde und ließ sich auf die Seite sinken. Belina trug Keimabweiser auf, tastete unter seiner schwammig gewordenen Haut nach der richtigen Stelle zwischen den Lendenwirbeln. Der Kommandant stöhnte auf, als sie die Spritze tief hineinstach und begann, Liquor anzusaugen. Der Heiler muss Schmerz zufügen, um Qualen zu vermeiden. Murmelte sie das Credo ihres Lehrers. Manchmal bezweifelte sie, dass das stimmte. Die Spritze füllte sich langsam mit klarer, wasserheller Flüssigkeit. Mein Kopf! ächzte Quest, als sie die Spritze herauszog und Wundverschluss auf die Einstichstelle gab. Er drehte sich auf den Rücken, hielt die Augen geschlossen, legte den Arm darüber. Sie deckte ihn zu. Du musst mindestens zehn Gier so liegen bleiben, ermahnte sie, auf dem Rücken. Ich bleib liegen wie ein Toter, versprach er dumpf. Es ist ohnehin besser, ich übe das schon mal. Davil stand ganz vorn in der Kommandozentrale, zwischen den großen Sichtscheiben. Von hier aus konnte man das halbe Schiff sehen und das halbe Universum. Er betrachtete die Sterne, die sich kalt und klar um das Schiff drehten, und wusste, dass es in Wirklichkeit die Megatau war, die sich drehte, sich ausrichtete auf ihren neuen Kurs ins Zentrum der Galaxis. Er glaubte, den stählernen Leib unter sich ächzen und knarren zu hören, glaubte, die Belastungen in den Traversen zu spüren und die Scherkräfte auf den Bolzen, aber das war natürlich Einbildung. Eine romantische Illusion. Niemand sonst hatte Zeit hinaus zu sehen in das weite, leere All rings um das Schiff. Die Megatau schwebte im Leerraum, weit ab jener Sonne, fern jeder Leitstrahl gesicherten Route und damit nach technischen Maßstäben unauffindbar. Aber ihre Koordinaten lagen innerhalb des Reiches. Was immer ihr zustoßen mochte, und es gab eine erschreckende Zahl von Dingen, die einem Raumschiff zustoßen konnten, Kollisionen mit Dunkelmeteoriten oder Kometenkernen, Überfälle durch Piraten, Maschinenschäden, Havarien jedweder Art. Bis jetzt hätte es nur einer Aufhebung ihrer Funkstille bedurft, um in kürzester Zeit Hilfe zu erhalten. Das würde sich ändern, sobald sie die Grenze hinter sich ließen und außerhalb der Reichweite der Fernüberwachung flogen. Und das würde sehr bald der Fall sein. Dann würden sie auf sich allein gestellt sein. »Klarschiff bei den Maschinen«, erklärte endlich der erste Maschinenführer Gränne, Edler von Husleiten. Der Kurs des Schiffes würde direkt durch den Syriakis-Nebel führen. Der Bug zielte auf jene Zone der Verdünnung, die man auf den Randwelten der Itonia das Maul nannte. Tatsächlich konnte man, wenn man an kalten Winterabenden in den Himmel von Itonia blickte und die Verwerfungen in dem Firmament beherrschenden, rosa Farben glühenden Nebel betrachtete, glauben, ein unheimliches Maul zu sehen, das sich anschickte, den Planeten zu verschlingen. Durch das Maul, ausgerechnet. Ihn schauderte, als er daran dachte, ohne dass er hätte sagen können, weshalb. »Klarschiff bei der Navigation«, meldete der edle Fell Mori, der erste Navigator. Denn sie würden nichts mitbekommen davon, weder vom Syriakis-Nebel noch von den itonischen Sonnen. Sie würden beschleunigen, um mit exakt der richtigen Geschwindigkeit den berechneten Eintauchpunkt anzufliegen, exakt im richtigen Augenblick den Hyperkonverter zünden und dadurch in jener unbegreiflichen Dimension verschwinden, in der alle Grenzen des Normalraums aufgehoben waren. Sie würden später an einem Punkt wieder auftauchen, der auf einer gedachten Linie von ihrem augenblicklichen Standort aus mitten durch das Maul lag. Aber zu glauben, dass diese Linie ihrem Kurs entsprach, war, wie jeder Raumfahrer wusste, eine Illusion. »Klarschiff bei der Raumüberwachung«, bestätigte der erste Raumüberwacher Hunoth, edler und Patriarch von Suoko Leinen. Davil drehte sich um, sah in das ausdruckslose Gesicht Montags. Falls es dem Edlen etwas ausmachte, das nicht der Kommandant selbst den Befehl zum Aufbruch gab, ließ er es sich nicht anmerken. Und er, Davil, würde sich nicht anmerken lassen, dass er darüber nachdachte. »Euer Schiff erster Pilot«, sagte er nur. Montag nickte, griff nach der Steuerung. Ein Ruck war zu spüren, als die Triebwerke auf Vollschub schalteten, ein Zittern, das den mächtigen stählernen Leib der Megatau durchlief, wie ein Aufbäumen. Der Widerschein der Triebwerksstrahlen, das bisschen davon, das sich auf Querstreben, Antennen und anderen Aufbauten im unmittelbaren Gesichtsfeld spiegelte, loderte wie Feuer. Ansonsten war nicht zu erkennen, dass das Schiff sich bewegte. Es würde noch mehrere Gier dauern, ehe bei den Sternen in Flugrichtung die ersten Farbverschiebungen messbar wurden. Der einzige optische Beweis hoher Eigengeschwindigkeit. »Warum muss man sterben?« In Quests Stimme bebte eine mühsam unterdrückte Wut. Welchen Sinn hat das? Geboren werden, aufwachsen. Alles ist mühsam, eine Qual. Man lernt und lernt, übt, trainiert, versucht zu verstehen, sich zurechtzufinden. Die ganze Jugend geht daran, allein sich selber zu verstehen, ein wenig zumindest. Die guten Jahre gehen daran, sich unter den anderen zu behaupten. Und wenn man etwas gelernt hat, etwas kann, ein bisschen angefangen hat, etwas vom Leben zu verstehen, endet es schon wieder. Und alles, was man gelernt, erlebt, erfahren, verstanden hat, vergeht, ohne eine Spur. Sag mir, was ergibt das für einen Sinn? Wozu das alles? Jeder muss einmal sterben. Jeder Mensch, jedes Lebewesen. Es ist ein universelles Grundprinzip, dass alles, was entsteht, auch wieder vergehen muss. Sogar Planeten, Sonnen, Galaxien. Alles. Aber wozu? Quest drehte sich herum, griff nach ihrer Hand. Ich akzeptiere das nicht, verstehst du? Es mag ein universelles Grundprinzip sein oder auch nicht, aber deswegen muss ich es nicht gut finden. Und ich finde es nicht gut, ganz und gar nicht. Velina lag neben ihm und betrachtete das glimmende Lichtspiel an der Decke, das den Schlafraum erhellte. Das Wummern der Triebwerke, die die Megatau seit Tagen durch die unbeschreibbare Dimension des Überlichtfluges jagten, war hier oben kaum zu hören. In den unteren Decks dröhnte es, dass die Leute sich schreiend verständigen mussten. Quest hatte Volllast angeordnet. So schnell wie möglich. Er hatte es eilig. Und die Maschinen waren ihm egal. Die Lebenden müssen wieder Platz machen für die Ungeborenen, sagte sie. Die Alten müssen sterben, damit eine neue Generation entstehen kann. Nur so kann es Evolution geben. Entwicklung. Quest gab ein abfälliges Schnauben von sich. Und wieso muss das so sein? Wieso muss eine neue Generation entstehen? Du sagst, damit es Entwicklung gibt. Aber was ist mit der Entwicklung des Einzelnen? Nimm einen Künstler wie Resuma Leke. Er hat Jahrzehnte gearbeitet an seinem Gesang, hat Lieder von unfassbarer Schönheit geschaffen. Aber so wenige. Wie viele Jahre waren es denn, in denen man ihn erleben konnte? Fünf? Sechs? Und dann? Rascher Verfall, ein früher Tod. Und tausende von Versen, deren Melodien mit ihm dahingegangen sind. Wo ist da die Entwicklung? Ich sehe nur Verschwendung, vergeudete Mühsal. Ein Universum, dem das einzelne Lebewesen abgrundtief gleichgültig ist. Willina schwieg. Sie hatte ihm gerne widersprochen, aber was immer ihr einfiel, klang angelernt und einstudiert. Im Grunde wollte Quest keine Antworten von ihr. Es genügte ihm, dass sie da war und seine Hand hielt. Das war alles, was je zwischen ihnen vorgefallen war. Die Gerüchte Küche des Schiffs machte daraus eine heimliche Affäre, vermutete wilde Ausschweifungen und exzessiven Gebrauch jener Drogen, die nur den vornehmsten Kreisen der Edlen zugänglich waren. Sie kannte die Gerüchte. Und manchmal wünschte sie sich, es wäre wenigstens ein wenig Wahres daran gewesen. Alten Bildern nachzuurteilen, musste Quest in seinen guten Zeiten, vor dem Überfall auf Toyokan, ein stattlicher Mann gewesen sein. Es tut mir leid, dass ich Davil so heruntermachen musste, sagte Quest leiser, versöhnlicher. Ich wollte, er hätte das nicht getan, Einsicht zu verlangen. Keiner von den anderen hätte den Mut dazu gehabt, glaubst du nicht auch? Keiner. Deshalb ist Davil so ein guter Verweser. Es ist eine Schande, dass man ihn nicht zum Kommandanten machen kann. Du könntest beim Pantab ein gutes Wort für ihn einlegen. Vielleicht edelt er ihn. Ein Wort einlegen? Du weißt genau, was der Pantab dann tun würde. Wahrscheinlich würde er seine Linie bis ins siebte Glied bannen, ihn selbst niedern und mich vom Hof jagen. Ganz bestimmt aber würde er Davil nicht edeln. Du kennst den Pantab besser. Ich habe ihn nur ein einziges Mal getroffen. Bei meiner Einführung am Hof, kurz nach meiner Frau Reife. Der Pantab nimmt keine Ratschläge an, keine Empfehlungen. Nichts, was auch nur entfernt danach aussieht, als wolle ihm jemand sagen, was er zu tun hat. Wenn man öfter am Hof verkehrt, lernt man schnell, seine Ideen für sich zu behalten und im Gespräch bei den Tatsachen zu bleiben. Keine schlechte Übung übrigens. Bei Drohung der Ungnade? Na, vielen Dank. Auf diese Weise ist dafür gesorgt, dass sich alle Mühe geben. Wieder senkte sich Schweigen herab. Ein hellerer Ton mischte sich in das weit entfernte Donnern, ein klagendes, pfeifendes Geräusch. Jemand hatte ihr einmal erklärt, wie das Gerät hieß, das dieses Geräusch machte. Aber sie vergaß es immer wieder. Irgendwas mit Meta-Quanten. Es war jedenfalls der Ton, der die Rückkehr in den Normalraum verhieß. In einigen Gier allerdings erst. Was, wenn doch herauskommt, dass du mich gedeckt hast? Fragte Quest plötzlich. Sie werden rasend sein vor Wut, weil sie mir nichts mehr anhaben können. Aber du, du kannst in Ungnade fallen. Geniedert werden sogar. Auf jeden Fall entzieht man dir die Schiffserlaubnis, womöglich sogar die Erlaubnis zu heilen. Die Schiffserlaubnis werden sie mir nehmen, aber nicht die Heilerlaubnis. Wilina überdachte ihre Vorbereitungen noch einmal. Quests Sorge wirkte ansteckend. Nein, wie sollen sie darauf kommen? Ich habe in meinem wissenschaftlichen Bericht festgehalten, dass du mir den Befehl des Pantab gezeigt hast und dass es darin heißt, dass der Pantab von deiner Krankheit weiß, dass du ihm aber versprochen hast, dein Möglichstes zu tun, diese Expedition zum Ziel zu führen. In meinem Tagebuch habe ich über mein Erlebnis geschrieben, zum ersten Mal im Leben einen Kommandantenbefehl zu sehen. Wer immer meine Unterlagen überprüft, wird zu dem Schluss kommen, dass du mich getäuscht hast. Quest atmete schwer. Ja, sagte er schließlich. Ein weiterer Atemzug, rasselnd, begleitet von einem ungut klingenden Pfeifen. Da ist es wieder. Das Gefühl, dass Millionen Insekten über mich hinweg krabbeln. Schau mich an. Wilina setzte sich auf, sah ihm ins Gesicht, suchte nach Asymmetrien darin, nach sich schief verziehenden Muskelpartien und war erleichtert, nichts zu finden. Siehst du mich klar? Oder verschwommen? Verschleiert? Er blinzelte. Etwas verschwommen. Unscharf. Es konnte ein weiterer Schub sein. Dieselbe Krankheit, die sein Gewebe aufgedunsen und schwammig hatte werden lassen, zerstörte nach und nach die Nervenbahnen zwischen seinem Gehirn und seinem Körper auf eine Weise, gegen die alle Heilmittel wirkungslos waren. Noch waren es Missempfindungen, Schwierigkeiten beim Sprechen, Essen und Greifen und eine Veränderung der Schweißsekretion. Irgendwann aber würde er überhaupt nicht mehr schlucken, dann nicht mehr sprechen und schließlich nicht mehr atmen können. Und dann würde er sterben. Auch wenn Quests Krankheit in ihren Einzelheiten einzigartig war, konnte man das voraussagen. Dazu ähnelte sie weitgehend genug jener Krankheit, die man Funukas Fluch nannte. Vielleicht war es tatsächlich nur eine Variante. Vielleicht aber auch nicht. Quest hatte sich diese Krankheit mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Überfall der Invasoren auf Toyokan zugezogen, was bedeuten konnte, dass es sich um Krankheitserreger aus einer anderen Galaxis handelte. Wenn sie das beweisen konnte, würde man Quests Krankheit einmal wie Linas Fluch nennen. Sie griff nach dem Injektor, zog drei Einheiten Sud klar auf und spritzte sie in seine Halsvene. Dann beobachtete sie sein Gesicht, das hektische Flattern seiner Halsschlagader, das Zucken der Augäpfel unter den geschlossenen Lidern. Es wird besser, flüsterte er. Gut. Sie betrachtete ihn unverwandt weiter, dachte über die Untersuchung seiner Rückenmarksflüssigkeit nach, das eigenartige Bild, das die Zellen darin boten. Den Planeten des Ursprungs, ist das nicht reichlich vermessen? Für einen todkranken Mann? Quest hustete. Es ist völliger Wahnsinn. Der Pulsschlag an seinem Hals änderte sich, wurde langsamer und kräftiger. Es ging ihm tatsächlich besser. Die Phasen der Regeneration, die sich durch den fein aufeinander abgestimmten Einsatz von Sud klar und Sud blau immer wieder erreichen ließen, waren das rätselhafteste an Quests Krankheit. Vielleicht morgen schon würde der Kommandant wieder in der Zentrale stehen, als sei nichts. Ein Ding der Unmöglichkeit hätte er tatsächlich an Funukas Fluch gelitten. So viele haben den Planeten des Ursprungs schon gesucht, sagte Wilina. Und niemand hat ihn je gefunden. Waren die alle dümmer als du? Oder konnten sie ihn nicht finden, weil er nur eine Sage ist? Ich habe alle Berichte gelesen, die es gibt. Keiner von ihnen hatte Zugriff auf das Archiv von Paschkan. Keiner von ihnen ist auch nur auf die Idee gekommen, Kontakt zu den alten Rassen aufzunehmen. Fast alle hatten eine bestimmte Lieblingslegende, der sie gefolgt sind, und die meisten haben sich unglaublich dämlich dabei angestellt. Doch, meinte Quest und hustete wieder, ich glaube tatsächlich, dass die alle dümmer waren als ich. Aber du glaubst, dass es den Planeten des Ursprungs tatsächlich gibt? Dass er nicht nur eine Sage ist? Es muss einen Planeten geben, auf dem alles Leben begonnen hat. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Du kannst Kuton fragen, wenn du mir nicht glaubst. Wilina verzog unangenehm berührt das Gesicht. Schon gut. Ich glaube dir. Was allerdings sein kann, räumte Quest ein, ist, dass dieser Planet nichts von dem ist, was die Legenden behaupten, dass er nur eine tote, kalte Steinkugel im All ist, verlassen und vergessen, einen erloschenen Stern umkreisend. Und wie willst du dann feststellen, dass es einst der Planet des Ursprungs war? Quest holte tief Luft, atmete mit einem langgezogenen, dünnen Seufzer wieder aus. Wenn er nichts von dem ist, was die Legenden behaupten, sagte er langsam. Dann muss ich nicht wissen, dass er es ist. Unter seinen Sohlen bebte der Boden. Unter seiner Haut bebten die Nerven. Davil, erster Verweser der Megatau, stand ganz vorn im Ausguck der Kommandozentrale, sah hinaus in das gestaltlose Nichts des Hyperraums und wartete auf den ersten Zwischenfall. Auf das erste Aggregat, das ausfiel. Auf den ersten Toten. Es war Unsinn. Und er wusste es. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas geschah, war außerhalb des Reichsgebietes nicht größer als sonst. Es war eine absolut irrationale Furcht, die ihn jedes Mal während der ersten Etappen einer Fernerkundung befiel. An Schlaf war nicht zu denken. Er würde hier stehen, hellwach, das Schiff unter seinen Füßen spürend, sich einbildend, jede Strebe und jeden Energieleiter zu fühlen, bis es irgendwann nachließ. Nach der neunten Etappe vielleicht oder nach der zwanzigsten. Insgesamt dreißig Etappen würden sie brauchen. Dies war die siebte. Das Schiff war in Hochform. Dass die Aggregate auf Volllast arbeiteten, war zwar außergewöhnlich, aber kein Problem. Es war eine Erleichterung, sich im Anblick des Hyperraums zu verlieren, sich in der Betrachtung seiner schlierenden Muster zu vergessen. Wie grauer Schaum sah aus, was man zu sehen glaubte. Eine körnige, turbulente, köchelnde Masse weißer Bläschen vor schwarzem Hintergrund, unsagbar weit entfernt. Manche Wissenschaftler sagten, dass man sich nur ein Bilde etwas zu sehen. Andere behaupteten, jedes dieser unendlich vielen Bläschen in unendlicher Entfernung sei ein eigenes Universum, eines davon das, aus dem sie kamen. Aber wie konnte es sein, dass man jemals wieder dahin zurückfand? Man wusste so wenig über dieses Kontinuum. Im Grunde nichts. Kein Messgerät lieferte Werte, kein Funkgerät empfing etwas außer der Störstrahlung des eigenen Schiffes. Alles, was man wusste, war, wie man es anstellen musste, sich durch den Hyperraum an weit entfernte Orte zu bewegen. Wie man Eintauchpunkte ausmachte, wie man sie anzufliegen hatte, welche Maschinen erforderlich waren, den Sprung auszulösen. Doch schon die einfache Frage, wozu eigentlich die Triebwerke im Hyperraumflug arbeiten mussten, war nicht zu beantworten. Es ging nicht ohne. Aber warum? Was bewirkten sie in einem Kontinuum, in dem es keine Bewegung gab? Niemand hatte je eine Antwort darauf gefunden. Verweser? Davil drehte sich um. Der zweite Pilot, der edle Blake, hatte die Steuerung inne. Blake war als Pilot so schlecht wie munter gut war, aber für die anspruchslosen Hyperraum-Etappen reichte es. Ja? fragte der stellvertretende Kommandant. Wieder Eintritt in weniger als einem Gier. Haben Sie besondere Anweisungen für die Orientierungsphase? Da war sie wieder. Die Angst. Die Angst, dass etwas geschehen könnte, was noch nie geschehen war. Davil schüttelte den Kopf. Nein. Orientieren so kurz wie möglich und sofort in die nächste Etappe. Wir haben es eilig. Blake nickte nur. Er runzelte die dichten Augenbrauen, deren Farbe ins Dunkel Oliv schimmerte, und sah dabei aus, als könne er sich nur mühsam erinnern, wozu all die Schaltelemente an der Dyadenkonsole da waren. Ein erbärmlicher Gesichtsausdruck, von dem sich Davil schaudernd abwandte. Wilina erwachte mit einem Schrei, saß dann schweißnass im Bett und versuchte, sich zu erinnern. Nichts. Fallen und Schmerz und schreckliche Dunkelheit. Das war alles, was geblieben war. Und ein wie rasend schlagendes Herz, das sich kaum beruhigen wollte. Was nun? Sie hatte das Gefühl, unbedingt etwas tun zu müssen. Jetzt. Sofort. Sie tastete nach dem Schalter für das Licht. Drehte es heller. Das Gesicht ihres Vaters sah von dem großen Sandbild herab, die Augen noch kritischer als sonst. Oder bildete sie sich das nur ein? Sie hielt die Hand auf die Brust gepresst, fühlte das Schlagen ihres panischen Herzens und hätte gern gewusst, warum. Ob sie einen der anderen Heiler herbitten sollte, ihr den Puls zu fühlen? Sie zog den Kommunikator heran, legte ihn wieder beiseite. Das war übertrieben. Sie konnte es erst einmal mit ein paar Schluck Trank Schwarz versuchen, gleich, wenn sie wieder Luft bekam. Da erst nahm sie die Stimmen wahr, draußen im Gang, das Getrappel von Schritten, die Unruhe, die um sie herum herrschte. Und die Triebwerke waren nicht mehr zu hören, was bedeutete, dass sie entweder ausgeschaltet waren oder wenigstens auf Mindestfahrt reduziert. Es musste etwas geschehen sein. Etwas Unvorhergesehenes. Sie warf die Decke beiseite, sprang aus dem Bett und eilte zur Tür, wie sie war. Dann hielt sie inne. Nein, so konnte sie nicht hinaus, nur im Nachtschleier. Wenn Alarm gewesen wäre, vielleicht schon, aber so. Sie zog ein Langhemd aus dem Schrank, schlüpfte hinein, kontrollierte den Anblick, den sie bot im Spiegel. Das war den Männern schon eher zuzumuten. Bis auf Montag vielleicht, dem man diverse Mätressen auf den unteren Decks nachsagte, waren sie seit Jahren mit keiner Frau mehr zusammen gewesen und entsprechend empfindlich. Als sie die Tür öffnete und hinaus lugte, lag der Mittelgang leer und verlassen. Von vorn aus der Zentrale waren Stimmen zu hören. Sie zögerte. Auf einmal kam sie sich auch mit dem Langhemd unvollständig bekleidet vor. Vielleicht zog sie besser noch eine der unförmigen Schlupfhosen drüber, die sie normalerweise nur in ihrer Kabine trug. Endlich erreichte sie die Zentrale. Mit Ausnahmequests waren alle Mitglieder des Führungsstabes versammelt. Sie standen um die Kommunikationsduade herum und starrten auf einen Bildschirm, auf dem zwei helle Linien zuckten. Was ist los? wollte Willina wissen und raffte unwillkürlich ihr Hemd über der Brust zusammen. Der zweite Kommunikator Ogur wandte sich ihr zu. Wir empfangen Funksignale, sagte er. Menschlichen Ursprungs, wie es scheint. Das Wrack Quest stand in der Zentrale wie ein Berg. Peitschengleich schleuderte er Kommandos heraus, forderte Berichte, verlangte Auskünfte. Köpfe duckten sich, Finger huschten über Tasten und Schalter, Blicke wurden gesenkt. Wir glauben, dass wir den Code identifiziert haben, erhabener Kommandant, erklärte Darwill und reichte Quest einen Ausdruck der Analyse. Unseren Aufzeichnungen zufolge handelt es sich um einen alten, republikanischen Schlüssel und es scheint ein Notruf zu sein. Ein republikanischer Code? Quest nahm das Blatt in Augenschein. Das heißt, das zugehörige Schiff wäre mindestens 360 Jahre alt, existiert wahrscheinlich längst nicht mehr. Das ist möglich, Erhabener. Aber genau so ist es möglich, dass es noch existiert. Was schlagen Sie vor? Eine kurze Etappe in Richtung auf das Signal, leicht schräg dazu, um über eine zweite Peilrichtung die genaue Position des Senders zu bestimmen. Dann Annäherung und Kontaktaufnahme. Ihnen ist klar, wie lange uns das aufhalten wird, schnappte Quest. Darwill nickte. Ein Raumschiff über eine solche Distanz mit Hyperraum-Etappen anzufliegen, war ungefähr, als wolle man einer Zwergmücke aus tausend Schritt Entfernung den linken Flügel abschießen. Es entspräche den Vorschriften, erwiderte er nur. Den Vorschriften, ja. Aber sind die Vorschriften auch auf 360 oder mehr Jahre alte Raumschiffe der alten Republik anzuwenden? Was wollen wir dort finden? Schrott, weiter nichts. Meines Wissens, beharrte Darwill, verfügten viele Schiffe dieser Zeit über Kühlschlafkammern. Die Besatzung könnte noch am Leben sein. Quest gab ein grollendes Geräusch von sich, warf ihm unter den schweren Augenlidern hervor einen forschenden Blick zu. Sagen Sie mir eins, Darwill. Kommt Ihnen das nicht verdammt seltsam vor? Wir kommen aus dem Hyperraum, irgendwo in dieser riesigen Galaxis, und was empfangen wir? Ein Notruf. Ein ganz normales, einfach lichtschnell dahin kriechendes Funksignal. Den Notruf eines Raumschiffes, das vor fast 400 Jahren havariert ist. Kommen Sie, Darwill. Das ist doch kein Zufall mehr. Das ist eine Falle. Irgendetwas stinkt an der Sache. So viel Zufall gibt es überhaupt nicht. Es war mit einem Mal sehr still in der Zentrale. Darwill sah sich um, sah alle Augen auf sich gerichtet. Er suchte den Blick Tenant Kutons, aber der Leiter der Wissenschaftler starrte betreten zu Boden. Verzeiht mir, ehrwürdiger Kommandant, begann Darwill und spürte seinen Unterkiefer und seine Zunge schwer werden, als hätten die beiden beschlossen zu meutern. Aber wir glauben, ich glaube, dass wir diesen Einwand bereits entkräftet haben. Ich hatte einen ähnlichen Verdacht und habe, ähm, einige der Wissenschaftler diesbezüglich befragt. Was sie sagen ist, dass tatsächlich nicht so viel Zufall im Spiel ist, wie es scheint. Er fühlte den Blick des Kommandanten auf sich ruhen. Eine ganze Weile geschah nichts. Dann fragte Quest überraschend ruhig, kann man das auf eine Weise erklären, dass ich es auch verstehe? Die Argumentation geht dahin, beeilte sich Darwill zu erläutern, dass es sich zwar um einfach lichtschnelle Funksignale handelt, sie aber offensichtlich seit über 360 Jahren ausgestrahlt werden. Das heißt, der Bereich, in dem sie zu empfangen sind, ist mittlerweile größer als eine mittlere Clanschaft. Der Kommandant nickte missmutig. Ich verstehe. Sein Blick wanderte zu den Sichtscheiben, hinaus in die Schwärze des Alls. Die meisten Händler entrichteten einer Clanschaft lieber Wegezoll, als das Gebiet zu umfliegen. Was Kuton ihnen vorgerechnet hatte, war, dass das Ziel nicht so klein gewesen war, wie man zuerst zu denken geneigt war. Wenn das republikanische Schiff damals auch nur annähernd auf ihrem heutigen Kurs geflogen war, dann hatte tatsächlich nur eine Chance von zwölf zu eins bestanden, den Notruf zu verpassen. Also gut, erklärte Quest schließlich, nun wieder mit einer Stimme, die durch die Luft schnitt wie Klingenstahl. Wir orten das havarierte Schiff und bringen es auf. Verweser Darwil, Sie kommandieren die Annäherung. Verständigen Sie mich, ehe wir längsseits gehen. Er zögerte, schien noch etwas sagen zu wollen, aber es wollte ihm nicht recht über die Lippen gehen. Schließlich ließ er es, verzog unwirsch das Gesicht und meinte lediglich, und wenn sich etwas Ungewöhnliches ergeben sollte, verständigen Sie mich natürlich auch. Damit ging er. Als sich die Tür zum Oberdeck hinter ihm schloss, war es, als verändere sich der Luftdruck in der Zentrale. Alles atmete auf, verstohlen natürlich. Erster Pilot übernahm Darwil das Kommando immer noch erleichtert, dass er mit seinen Widerworten diesmal glimpflich davongekommen war. Verweser, nickte Montag mit kaltem Blick. Wir fliegen die erste Etappe wie besprochen, ordnete Darwil an. Euer Schiff, erster Pilot. Die Annäherung dauerte fast zwei Tage. Der erste Sprung und die anschließende Peilung bestimmten die Position des Senders. Die nachfolgenden Sprünge waren kürzer, zum Schluss kaum mehr wahrnehmbar, abgesehen von den normalen medizinischen Effekten, aber für jeden Sprung musste ein Eintauchpunkt gefunden, der richtige Anflugkurs berechnet und beschleunigt werden. Eine zermürbende Prozedur, zermürbend für Mannschaft und Material. In den unteren Decks wurde viel geflucht, wenn die Maschinen aufholten, und jeder sich innerlich anspannte für eine Etappe von nicht einmal einer Sekunde Dauer. Und nach jedem Sprung die spannende Frage, waren die Notrufe noch zu empfangen, oder hatte das Raumschiff irgendwann aufgehört zu senden. Restdistanz 3000 Spannen, verkündete der edle Iostera schließlich. Allgemeines Aufatmen. Das waren nur noch ein paar gierdirekten Fluges. Wir können bereits die Signatur des Reaktors anmessen. Es existiert also tatsächlich noch, stellte Kuton fest und studierte die Signatur, blendete verschiedene Aufzeichnungen aus der Datenbank darüber und nickte bedächtig dazu. Und? Wollte Davil wissen. Er hatte den Historiker in die Zentrale beordert, als sich abzuzeichnen begann, dass das havarierte Raumschiff die lange Zeit tatsächlich überstanden zu haben schien. Vermutlich ist es eine RIG, sagte der Tenant. Das war ein relativ kleiner Schiffstyp, wie ihn damals auch wohlhabende Privatleute besaßen. Ungefähr so groß wie eines unserer Beibote, mit zehn bis zwölf Kopfbesatzung. Und Kühlschlafkammern? Im Allgemeinen ja. Der erste Maschinenführer Gränne beugte sich über die Schirme der Raumüberwachungsdyade. Der Amplitude nach ist der Reaktor voll funktionsfähig. Die Systeme des Schiffs könnten also noch in Betrieb sein. Bloß die Überlagerungen im Hyperspektrum fehlen. Alles klar, warf Montag ein. Das heißt, es hat ihn den Hyperkonverter zerblasen. Sieht so aus, nickte Gränne. Tenant Kuton wiegte unschlüssig den Kopf. Ich weiß nicht. Ich habe meine Zweifel, dass noch jemand an Bord lebt. 400 Jahre ist eine lange Zeit für die damalige Technik. Das werden wir uns einfach ansehen, entschied Davil. Nach dem mühevollen Annäherungsmanöver gab es dazu ohnehin keine Alternative. Er tastete eine Sprechverbindung zu den Mannschaften. Räumen Sie den Ohr, den Oberen Hangar und halten Sie sich bereit, ein havariertes Raumschiff an Bord zu holen. Alle Mann in Raumanzüge, sicherheitsverleint. Katapulte mit Fangleinen und Magnethaken aufbauen. Volle Messausrüstung, Überprüfung auf Strahlung, Gifte und Verkeimung. Alle Sicherheitsmaßnahmen der höchsten Alarmstufe einhalten. Er hielt inne. Nun fühlte er doch eine innere Anspannung, als seien Sie dabei, das leibhaftige Unheil an Bord zu holen. Und Rückmeldung bei Vollzug der Vorbereitungen, fügte er hinzu. Er wandte sich an Montag. Erster Pilot, wann werden wir das Ziel erreicht haben? In viereinhalb Gierverweser. Danke. Erster Kommunikator, verständigen Sie den Kommandanten. Sie verfolgten die Annäherung von der Zentrale aus. Die Scheinwerfer rissen das havarierte Schiff aus der Dunkelheit des Alls, die auflodernden Partikelstrahlen der immer wieder feuernden Steuertriebwerke zauberten unheimliche, zitternde Schatten darauf. Das Tor des oberen Hangars war geöffnet, klaffte wie ein schwarzer Schlund auf der dunklen Oberseite der Megatau und Männer in Raumanzügen, klein wie Kinderpuppen, hielten die Fangkatapulte bereit, um das Wrack schließlich einzuholen. Es ist tatsächlich eine Rigg, stellte Kuton zufrieden fest. Elegantes Schiff, meinte der erste Navigator Felmori anerkennend. Was Sie wohl hier draußen gewollt haben? Mit etwas Glück können wir Sie das bald selber fragen, sagte Davil. Die Rigg drehte sich langsam um ihre Längsachse und sie glich eher einem schlanken, stählernen Tier als einer Maschine. An einer Stelle war ihr Leib aufgerissen, enthüllte die Beleuchtung, zerfetztes Metall und verbogene Streben. Der Position nach musste es tatsächlich der Hyperkonverter gewesen sein, der da explodiert war. Damit war dem Schiff der Weg in den Hyperraum versperrt gewesen und es hatte auch keine überlichtschnellen Funksprüche mehr senden können. Der Albtraum eines jeden Raumfahrers hatte diese Leute ereilt. Eine Biosonde wurde abgefeuert. Auf einem silbrig glimmenden Triebwerkstrahl glitt sie auf das Wrack zu, entfaltete unterwegs elegant ihre Federarme und landete geschmeidig auf der Hülle. Im Licht der Scheinwerfer sah man sie umherwuseln. Kurz darauf kam die Meldung aus dem Hangar, dass keine Kontamination vorlag. Danke, erwiderte Davil. Fangleinen frei, holen Sie es an Bord. Als er die Sprechverbindung unterbrach, ließ ihn ein Geräusch in seinem Rücken den Kopf wenden. Er sah, dass Quest die Zentrale betreten hatte. Er stand im Hintergrund, halb im Schatten, ohne ein Wort und ohne eine Regung und beobachtete das Geschehen mit dunkler Miene. Die Fangleinen zuckten aus dem dunklen Viereck des Hangars, nur für Momente aufblitzend wie lange Spinnweben. Die Rigg setzte sich in Bewegung, lautlos und kam näher. Ein großes Tier, das ein kleines fraß. So sah es aus, als der schimmernde Körper des Schiffs in die gähnende Öffnung sank. Die Stelle, an der der Hyperkonverter explodiert war, sah im Licht der Scheinwerfer aus wie eine klaffende Wunde. Die Männer in den Raumanzügen brachten sich in Sicherheit, als die Gravitation im Hangar abgeschaltet wurde für die Landung und der Moment, als die Masse des fremden Wracks die Megatau berührte und in ihrer Bewegung gestoppt wurde, war im ganzen Schiff zu spüren wie ein Beben. Dann fuhren die Flügel des Hangartors wieder zu, langsam und unaufhaltsam, ein sich schließendes Maul. Unbekanntes Wrack hat aufgesetzt, ist verteut und gesichert, kam kurz darauf die Vollzugsmeldung aus dem Hangar. Hangartore sind geschlossen, Bordschwerkraft ist wieder aktiv, Belüftung des Hangars läuft. Danke, sagte der erste Verweser. Sind irgendwelche Veränderungen in dem Schiff anzumessen? Energieverbrauch, Aktivierung von Geräten oder dergleichen? Nein, der Energiefluss ist unverändert. Wir … Moment, ich sehe da gerade etwas. Die Stimme verschwand. Im Hintergrund wurde getuschelt. Erster Verweser, die Sensoren der Verteuung melden geringfügige Schwerpunktverlagerungen. Was heißt das? Hörbares Zögern. Es könnte bedeuten, dass im Inneren des Schiffes jemand umhergeht. Davil sah alarmiert hoch, begegnete dem Blick Kutons, der ebenfalls aufgehorcht hatte. Also doch. Es lebte noch jemand an Bord der uralten Rigg. Davil wandte sich um, um den Kommandanten vom Stand der Dinge zu unterrichten und seine Befehle einzuholen. Aber der Platz, an dem Quest gerade eben noch gestanden hatte, war leer. Er war unbemerkt wieder gegangen. Höchste Alarmstufe im Hangar-Bereich beibehalten, ordnete der erste Verweser an. Abschirmung, Notausstoßung vorbereiten. Falls der Energieverbrauch auf Kampfwerte ansteigen sollte, werfen Sie das Ding sofort raus, auch ohne meinen ausdrücklichen Befehl. Das würde sie die Hangartore kosten, aber sie durften kein Risiko eingehen. Tenant Kuton und ich kommen zu Ihnen hinunter. Ich habe gehört und folge Verweser. Davil sah Montag an. Erster Pilot, ihr habt das Kommando. Der Edle nickte nur hochmütig, ohne den Befehl in der üblichen Form zu bestätigen, aber Davil hatte jetzt weder die Lust noch die Zeit, sich damit aufzuhalten. Der Hangar war leer bis auf das Wrack, das auf den rasch untergebauten Abstützungen ruhte, verteut und verkabelt wie ein großer, matt-schimmernder Fisch aus schwarzem Stahl, der sich in einem Netz verfangen hatte. Über den Wänden lag das irisierende Schimmern der Abschirmungen, die die Megatau vor einer Explosion oder einem plötzlichen Energiewaffenangriff schützen sollten. Eine RIG ist nicht bewaffnet, erklärte Tenant Kuton. Sie standen im Kontrollraum und betrachteten den Hangar durch eine Scheibe aus einseitig durchsichtigem Glas. Es handelte sich um einen Raumschiff-Typ, den jeder Bürger erwerben und benutzen durfte. Bürger waren damals ungefähr das, was heute Freie sind. Nicht bewaffnet. So. Dann sag mir doch mal, wofür du das dort halten würdest. Davil deutete auf ein tiefschwarzes, offenbar beweglich angebrachtes Rohr an der Vorderseite, das mit seinen Kühlrippen und Magnetrillen bedenklich an einen Plasmawerfer erinnerte. Au, sagte der Tenant und verzog das Gesicht. Wir könnten das vorsichtshalber zerstören, schlug der Hangarverweser vor, ein untersetzter Mann, der seine rostbraunen Haare zu einem Knoten zusammengesteckt hatte in der Art der Leute von Windwelt. Ich habe Schützen bereitstehen, warten Sie noch, meinte Davil und überlegte. Immerhin bewegte sich das Ding nicht und der Energiepegel entsprach in etwa dem Verbrauch der Lebenserhaltungssysteme und der Gravitationsprojektoren. Was ist mit dem Funkgerät? Sendet immer noch, sagte der Hangarverweser, unverändert. Seltsam, oder? Ich meine, wenn da drin jemand am Leben ist, warum schalten sie es nicht ab? Kuton wiegte das Haupt. Dafür kann es alle möglichen Gründe geben. Vielleicht sind sie noch zu desorientiert, um daran zu denken. 400 Jahre im Kälteschlaf. Stell dir das mal vor. Die müssen sich fühlen, wie durch den Fleischwolf gedreht. Oder es ist ein automatisch arbeitendes Notsystem und sie können es nicht abschalten. Oder sonst irgendwas. Davil starrte die Rigg an. Abgesehen von der geborstenen Stelle am Rücken sah das kleine Schiff kraftvoll und elegant aus, wie geschaffen dafür, von Stern zu Stern durch den Leerraum zu schnellen. Er hatte nicht gewusst, dass die Alte Republik so beeindruckende Raumschiffe gebaut hatte. Sie müssen sich fragen, was mit ihnen geschehen ist, überlegte er halblaut. Oder? Der Annäherungsmelder hat Alarm gegeben und eine Aufweckprozedur der Kühlkammern eingeleitet, stelle ich mir vor. Sie sind zu sich gekommen und haben versucht herauszufinden, was los ist. Und dann haben sie uns gesehen. Ein riesiges Schiff, dessen Typ ihnen völlig unbekannt sein muss. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt, gestand Kuton. Sie wissen nicht einmal, ob sie es mit Menschen zu tun haben. Er betrachtete den Hangar rings um das Schiff. Die Architektur war definitiv anders als vor 400 Jahren. Die Hälfte der Geräte, die man von dem Wrack aus sehen konnte, waren erst nach dessen Unfall entwickelt worden. Vielleicht sollten wir einen Roboter reinschicken mit einem großen Plakat, auf das wir einen Willkommensgruß schreiben. Davil nickte. Ja, sowas in der Art. Der Kommunikator gab ein Signal von sich. Es war Velina mit einer Nachricht für den ersten Verweser. Der Kommandant möchte gerne wissen, wie der Stand der Dinge ist, was das geborgene Wrack anbelangt. Und er will wissen, wann wir unseren Flug endlich fortsetzen. Davil gab ihr eine knappe Zusammenfassung. »Solange die Ausstiegsschleuse geschlossen ist und wir nicht wissen, was an Bord tatsächlich los ist, will ich die Möglichkeit haben, das Ding jederzeit zurück in den Raum zu blasen«, fügte er dann hinzu. Aber in der Beschleunigungsphase könnte eine Notausstoßung die Kommandozentrale beschädigen. Und während eines Sprungs ginge es überhaupt nicht. Unnötig, ihr das überhaupt zu sagen. Also gebt uns noch etwas Zeit. Der Kommandant ist sehr ungeduldig, sagte Velina, und so wie sie es sagte, mit dieser sanften Heilerstimme, klang es auf verwirrende Weise überzeugend und unglaubwürdig zugleich. Was immer sie vorhaben, tun sie es schnell, Verweser. Ja, edle Velina, nickte Davil. Sie sagte nichts mehr, schaltete nur ab. Der Hangar- Verweser räusperte sich. Ich habe einen Roboter mit Werkzeug bestücken lassen. Plasmabrenner, Magnethaken, Kuramantbohrer und so weiter. Wir könnten ihn hineinschicken und die Schleuse aufbrechen lassen. Davil rieb sich den Hals mit der flachen Hand, während er nachdachte. Nein, wir sind ihre Retter, nicht wahr? Keine Piraten. Aber es wäre der sicherste Weg, die Schleuse aufzubekommen, wandte Kuton ein. Meinst du? Genauso gut könnten wir damit eine bewaffnete Verteidigung provozieren. Stell dir nur vor, sie fragen sich gerade, bei wem sie gelandet sind und was wir mit ihnen vorhaben. Nein, lasst uns einfach hineingehen, sodass sie uns sehen können. Wenn sie die Schleuse dann immer noch nicht aufmachen, schicken wir den Roboter. Kuton schluckte. Einfach hineingehen? Schicken sie einen Biosensor in den Hangar, befahl Davil dem Hangar Verweser. Die Quarantäne bleibt bestehen, der Sensor soll unablässig auf Erreger und Gifte prüfen, sobald sich die Schleuse öffnet. Die Schützen sollen in Position gehen. Sind die Heiler benachrichtigt? Heiler Oberon ist da, zusammen mit seinem Assistenten. Heiler Karstaro ist benachrichtigt. Gut, kommt Tenant. Sie betraten den Hangar durch die Schleuse. Ausgleich erforderlich gewesen wäre, sondern weil nur hier die Einrichtungen bestanden, eine Feldlücke in der Abschirmung zu erzeugen. Davil wurde ein wenig mulmig, als er ziemlich genau in die beiden Triebwerke der Rigg blickte. Schon ein kurzer Schubstoß hätte sie in einem Augenblick zu Asche zerblasen. Zu weniger als Asche. Keines ihrer Atome wäre heil geblieben. Aber nichts rührte sich. Wenn man genau hinblickte, sah man, dass der innere Ausstoßring des Triebwerks angelaufen war. Ein sicheres Zeichen, dass es schon lange Zeit nicht mehr benutzt worden war. Wahrscheinlich würde es ohne weiteres überhaupt nicht mehr anspringen, nicht ohne, dass vorher jemand die Ausstoßringe wieder auf Hochglanz poliert hatte. Eine einigermaßen beruhigende Überlegung. Dennoch machte Davil, dass er aus dem unmittelbaren Strahlbereich der Triebwerke herauskam. Aus der Nähe und aus dieser tiefen Perspektive sah die Rigg aus wie ein dunkles Untier, das die Fangleinen und Magnettrossen mühsam gebändigt hielten. Von hier unten sah man auch, was man vom Kontrollraum aus nicht gesehen hatte. Dass hinter den kleinen Sichtluken Licht brannte. Und eines dieser Lichter verdunkelte sich für einen Moment, als wäre jemand vor die Luke getreten und hätte hinausgeblickt. Hast du das gesehen? Raunte Kuton ihm nervös zu. Darwell nickte. Ja, sie sind wach. Er behielt den Plasmawerfer im Blick. Der zumindest rührte sich nicht. Die Hülle schimmerte matt. Ein Schimmer, der, wie man aus der Nähe sah, davon herrührte, dass die Oberfläche von Myriaden winziger, mit hoher Geschwindigkeit auftreffender Partikel zerkratzt worden war. Natürlich, sie waren vierhundert Jahre lang ohne energetische Abschirmung dem Leerraum ausgesetzt gewesen. Und da hatte sich gezeigt, dass der Leerraum in Wirklichkeit alles andere als leer war. Und jetzt? fragte Kuton, als sie unterhalb der Ausstiegsluke standen und abwartend zu dem Schiff hoch sahen. Jetzt warten wir ein halbes Gier, sagte Davil ruhig und hob die Hand zu einem Gruß an einen möglichen Beobachter aus dem Innern der Rigg. Wenn die Schleuse dann immer noch zu ist und wir immer noch leben, dann gehen wir wieder und schicken den Roboter mit dem Kuramant Bohrer. Kuton zog den Kopf zwischen die Schultern. Ich kann's kaum erwarten. Sie hatten sich umsonst Sorgen gemacht. Sie hatten noch nicht einmal angefangen ungeduldig zu werden, da ertönten über ihnen vom Ausstieg als Versuche jemand einen lange unbenutzt gebliebenen Mechanismus wieder in Betrieb zu nehmen. Aha, sagte Davil. Eine Weile war es still. Bis auf ein merkwürdiges Schaben und Scharren, dann folgten wieder einige Schläge, lauter diesmal, sodass sie durch den ganzen Hangar halten. Endlich hörte man einen Motors um und aus einer Öffnung unterhalb des Schotts schob sich langsam eine Rampe herab, ein schmaler Metallsteg mit dunkelgrüner offenbar angerauter Lauffläche. Die Rampe war auf ganz erstaunliche Weise beweglich und einen Moment kam sie Davil vor wie die Zunge eines riesigen Tieres, bis sie schließlich genau vor ihnen auf dem Boden aufsetzte und das summende Geräusch erstarb. Stille. Davil und Kuton sahen einander an. Hinter dem Ausstieg begann etwas zu quietschen. Aber nichts rührte sich. Das äußere Schott der Schleuse war von einem klobigen, eckigen Wulst umgeben, der auf den ersten Blick aussah wie ein primitives Schmiedeteil. Doch nun huschten seltsame Leuchtanzeigen darüber, die aus dem Innern des Metalls hervorzuwachsen und wieder darin zu verschwinden schienen. Ein eigenartiger, faszinierender Effekt, wie sie ihn noch nie gesehen hatten. Vielleicht, überlegte Kuton halblaut, können sie sich aus eigener Kraft gar nicht befreien. Womöglich warten sie darauf, dass wir ihnen zu Hilfe kommen. Davil dachte an Quests Ungeduld, den Flug wie geplant fortzusetzen. Wir warten noch. Das sollen sie uns zu verstehen geben. Und wie, mit Klopfzeichen? Zum Beispiel. Ein pfeifendes Geräusch wie von schlagartig entweichendem Überdruck ließ sie hochblicken. Innerhalb des Wulstes war eine helle Linie aufgetaucht. Die Linie wurde zu einem schmalen Streifen, der sich langsam und ruckweise verbreiterte. Dahinter wartete, schattenhaft und undeutlich zu sehen, eine menschliche Gestalt. Na also, murmelte Davil befriedigt. Kuton warf einen Blick auf seinen Kommunikator, der ihm die Daten des Biosensors übertrug. Seinem Gesichtsausdruck nach war nichts daran besorgniserregend. Keine uralten Seuchen, die aus dem Spalt hervorströmten, keine fremden Lebensformen, keine unerklärlichen Emanationen. Der Mann, der nach und nach hinter dem Außenschott zum Vorschein kam, war hager und trug schwarze Kleidung, fast wie jene, die den Lehrern des Infanten vorbehalten war. Doch auf den zweiten Blick sah man, dass die Einzelheiten nicht stimmten, dass es einfach schwarze Kleidung war. Seine Haare hatten ebenfalls einen dunklen Farbton und waren schlecht geschnitten. Aus seinem schmalen, wechselnden Gesicht blickten schwarze Augen wachsam umher. Er betrachtete die beiden Männer, die vor dem unteren Ende der Rampe standen und trat dann mit einer geschmeidigen Bewegung über den Rand der Einfassung. Überraschend geschmeidig für jemanden, der gerade aus einem mehrere Jahrhunderte dauernden Kälteschlaf erwacht sein musste. Er kam langsam die Rampe herab, blieb aber dann auf halber Höhe stehen, als traue er sich nicht näher. Davil hob noch einmal die Hand zum Gruß. Willkommen an Bord der Megatau. Ich bin der stellvertretende Kommandant Davil und mein Begleiter ist der Leiter des wissenschaftlichen Stabes Tennant Kuton. Er senkte die Hand wieder. Wie ist ihr Name? Der Mann bewegte die Lippen, leckte sich mit der Zunge darüber, schluckte wie jemand, der sehr lange Zeit kein Wort gesprochen hatte und sich erst wieder in Erinnerung rufen musste, wie das Sprechen überhaupt ging. Smith brachte er schließlich hervor. Mein Name ist Smith. Seine Stimme klang dünn, wie Draht, den jemand über die Kante einer Glasplatte zog. Die Art und Weise, wie er die Worte artikulierte, wirkte fremdartig, rau und gestelzt. Hatte man früher so gesprochen? Davil warf Kuton einen raschen Blick zu. Der Historiker schien nicht verwundert. Willkommen an Bord Smith, wiederholte der erste Verweser und machte eine Handbewegung, von der er hoffte, dass der Mann sie als einladend interpretieren würde. Wir haben ihren Notruf aufgefangen und sie schließlich im Raum treibend gefunden. Was ist geschehen? Wir hatten eine Havarie. Unser Hyperkonverter ist detoniert. Warum? Ich weiß es nicht. Der düstere Mann, der sich Smith nannte, blickte sich um, musterte die Wände des Hangars, die Tankeinrichtungen, Abschirmprojektoren, Sensoren und Fangleinenwerfer. Welches Jahr, schreiben wir? Das Jahr 34 der Regentschaft des 191. Pantab, sagte Davil. Nach der Zeitrechnung der Republik, fügte Kuton hinzu, wäre dies, das Jahr 18.000 und 12. Smith stand reglos. Man hätte den Eindruck haben können, dass er nichts davon gehört hatte, aber vielleicht war er auch mit Berechnungen beschäftigt. 397 Jahre, sagte er schließlich. Es ist 397 Jahre her. Das entsprach den Berechnungen und Schätzungen, die sie angestellt hatten. Davils Blick musterte noch einmal das Schiff, ein Sendboote aus einer fernen Vergangenheit. Darf ich fragen, wie viele Besatzungsmitglieder überlebt haben? Smith sah ihn an, aus Augen, die leer zu sein schienen. Es war ein Blick, der Davil bis auf den Grund seiner Seele erschreckte, ohne dass er hätte sagen können, warum. Warum? Niemand sonst, sagte Smith. Ich bin der Einzige, alle anderen sind tot. Zwei Bewaffnete begleiteten sie, die Gewehre im Anschlag, als lauerten überall Feinde. In den Räumen und Gängen der Rigg hing ein eigenartiger Geruch, ranzig, an manchen Stellen beinahe beißend, ein Geruch nach Urin, nach Schweiß, nach Ozon und Metall und nach Gewürzen fremder Welten. Heiler Uboron, ein großer, muskulöser Mann mit schaufelartigen Händen, war der Einzige, der nicht die Nase rümpfte. Eine der Kälteschlafkammern stand offen, weiße Schwaden abdampfender Kälte verströmend. Smith blieb zurück, als sie den Raum betraten. Die Kammern waren in zwei Reihen angeordnet, sechs auf jeder Seite eines schmalen Gangs mit einem Boden aus Gitterrost. Die ersten beiden Kammern waren leer, niemals in Betrieb gewesen, die gläsernen Türen klar und durchsichtig. Die Abdeckungen der übrigen Kammern waren von der Kälte von innen beschlagen, aber nicht so sehr, dass man nicht das makabre Grinsen der vertrockneten, mumifizierten Schädel dahinter gesehen hätte. In gesagt, ich denke, die erste Heilerin sollte das übernehmen. Darwell musterte den Hühnen nachdenklich. Ob der Heiler ahnte, welchen Stich ihm das versetzte? Ganz bestimmt ahnte er das. Na gut, sagte er, benachrichtigen Sie sie. Oberon nickte erleichtert. Ich habe gehört erster Verweser und ich folge. Ja, ja. Darwell ließ ihn stehen und ging quer durch den Hangar hinüber zu dem Mann in Schwarz. Noch immer war die Abschirmung eingeschaltet und wirbelte ölig schillernde Muster um seine Schuhe, wo immer er auftrat. Der Mann, der sich Smith nannte, wandte den Kopf und sah ihm abwartend entgegen, ohne sich zu rühren. Schönes Schiff, sagte Darwell, als er ihn erreicht hatte. Ja, sagte der Mann. Und Sie sind der Kommandant gewesen? Kommandant und Eigentümer, ja. Und ich bin es noch. Er sagte es in neutralem Ton, ohne jeden Tadel und ohne Aggression. Er stellte es einfach fest. Seine Sprechweise klang zunehmend weniger fremd, weniger antiquiert. Er schien sehr schnell zu lernen. Darwell nickte. Ich nehme an, Sie können das belegen. Sicher, sobald ich wieder an Bord darf. Smith sah zu den beiden Bewaffneten hinüber, die die Rampe bewachten. Man hatte bereits Tragen mit Leichensäcken darauf bereitgestellt. Sobald der Heiler die Toten geborgen und untersucht hatte, würde man sie für eine Raumbestattung vorbereiten, wie es seit jeher vorgeschrieben war. Wir werden das klären, sobald die Untersuchungen Wann wird das sein? Das weiß ich noch nicht. Wohin ist dieses Schiff unterwegs? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Smith blickte ihn ausdruckslos an. Schien zu überlegen. Ich verstehe, nickte er schließlich. Da will er später Heiler Oberon, der seinen Kommunikator hob und ihm ein Zeichen gab. Velina wusste Bescheid. Er winkte den beiden Bewaffneten herzukommen. Ich lasse sie zu unserer ersten Heilerin bringen, sagte er zu Smith. Sie wird sie eingehend untersuchen. Anschließend wird man ihnen ein Quartier zuweisen. Ich bin gesund, sagte Smith. Ich fühle mich wohl. Sie haben einen Kälteschlaf überstanden, den neun andere Menschen nicht überlebt haben. Es dürfte angebracht sein, dass sie sich untersuchen lassen. Er deutete auf die beiden Wachleute, die in angemessener Entfernung stehen geblieben waren und sehr beeindruckend aussahen mit ihren Körperpanzern, ihren Helmen mit den eingebauten Kommunikatoren und Visieren und vor allem ihren Strahlwaffen, die einsatzbereit in Unterarmspangen hingen. Diese Männer werden sie zur ersten Heilerin begleiten. Smith lächelte flüchtig. Ein spöttisches Lächeln. Zweifellos werden sie das. Aber erfolgte den beiden ohne weiteren Widerstand. Davil sah ihm nach, bis er durch die Schleuse verschwunden war. Dann kehrte er in den Kontrollraum zurück, um von dort aus dem Kommandanten Bericht zu erstatten. Doch die Rettung eines Überlebenden aus Raumnot schien Quest völlig gleichgültig zu sein. Lassen sie den Flug fortsetzen, befahl er, und hören sie auf, Zeit und Energie auf dieses Wrack zu verschwenden. Ich höre, erhabener Kommandant. Allerdings bitte ich zu bedenken, dass es unsere Pflicht ist, festzustellen, ob wir es mit einem Verbrechen, das interessiert mich nicht, unterbrach ihn Quest hart. Wir befinden uns auf einer geheimen Mission für den Pantab. Dahinter muss alles andere zurückstehen. Die Toten haben Jahrhunderte in ihren Kühlkammern gelegen, da kommt es auf zwei Jahre mehr Ich höre, erhabener Kommandant, murmelte Davil ergeben, und Folge. Wieder gelten die Signalglocken durch die Maschinendecks, flammten die Lampen auf, die den Beginn einer neuen Sprungetappe ankündigten. Die Maschinen fuhren hoch, dröhnend und donnernd. Vom Bug bis zum Heck durchbebte die Gewalt der Triebwerke das Schiff und schleuderte es vorwärts, schneller, als man einen Stein hätte schleudern können, auf den Eintauchpunkt zu, jenen unsichtbaren Schnittpunkt unverstandener Koordinaten, an dem das Schlupfloch ins Unbegreifliche wartete. Die Megatau setzte ihren Kurs fort, und die meisten hofften, dass es nun keine Unterbrechung mehr bis zu ihrem Ziel geben würde. Smith hieß er also, der Mann aus der Vergangenheit, aus der Zeit der Alten Republik. Wilina horchte auf das Geräusch der Atmung in seinen Lungen, aber sie konnte nichts feststellen, was nicht so gewesen wäre, wie es sein musste. Falls ihm der lange Kälteschlaf geschadet hatte, hätte man es an den Lungen merken müssen. Lungen und Gehirn waren die verletzlichsten Organe bei einem Kälteschlaf und sein Gehirn war offenkundig intakt. Mager sah er aus, wie er da saß, mit nacktem Oberkörper, geduldig wartend, beinahe dürr, als hätte er 400 Jahre lang gefastet, was in gewisser Weise natürlich stimmte für jemand, der sich im Kälteschlaf befand. Smith, ein eigenartiger Name, und er war der Kommandant des kleinen Schiffes gewesen. Oberon hatte das gesagt. Seltsam, dass der Kommandant ohne einen Kratzer überlebt hatte und alle anderen tot waren, oder? Belina rief sich zur Ordnung. Das waren keine Gedanken, die hierher gehörten. Andere Leute würden sich dieser Tatsache widmen, erfahrene Leute. Sie nahm den Hörstab von seinem Rücken und studierte seine Körperhaltung. Einwandfrei, abgesehen von einem etwas beeinträchtigten Muskeltonus, was ich zweifellos von selber geben würde. Seine Haut war seltsam. Zuerst hatte sie sich rau angefühlt, doch dann hatte sie genauer hingesehen und festgestellt, dass sie zahllose kleine Narben aufwies, als habe er Schnittverletzungen davongetragen, die später fast, aber nicht ganz verheilt waren, und das immer und immer wieder mehrfach übereinander und an jeder Stelle seines Körpers. Was ist mit eurer Haut geschehen? fragte sie und fuhr tastend die Stelle zwischen seinen Schulterblättern entlang. Hier war es besonders deutlich zu sehen und zu spüren. Das blutige Ritual eines unbekannten Geheimbundes? Sind das Narben? Er räusperte sich. Zum größten Teil, ja. Woher stammen sie? Smith stieß einen laut aus, der wie ein unfrohes Lachen klang. Von überall her. Er drehte sich um und sah ihr direkt in die Augen. Sagen wir einfach, das Leben hat mich gezeichnet. Das Leben? Irgendetwas im Ausdruck dieser Augen irritierte sie. Das Leben, ja. Das Leben verletzt einen. Es lauert auf jeden, um ihn zu verletzen. Habt ihr euch das noch nie überlegt? Nun, wenn, dann habe ich das nicht wortwörtlich verstanden. Wie kam sie dazu, so mit ihm zu reden? Bilder tauchten in ihr auf, vergraben geglaubte Erinnerungen, der Tod ihres Vaters, der düstere Landsitz, der Salzner, ihr totgeborenes Kind und wie Jugoweno sich abwandte und die Tür hinter ihm zufiel. Man erlebt vieles, das Narben in der Seele zurücklässt. Aber die sieht man nicht. Manchmal sind es Narben in der Seele, manchmal sind es Narben im Fleisch. Man kann es sich nicht aussuchen. Er drehte sich wieder nach vorn und Velina hatte den Eindruck, dass er nicht weiter darüber sprechen wollte. Was ergibt eure Untersuchung? Bin ich gesund oder bin ich es nicht? Velina holte Luft, verscheuchte die Schmerzen ihrer eigenen Narben. Ja, sagte sie, ja, ihr seid gesund, ihr habt den Kälteschlaf bemerkenswert gut überstanden. Er schien leise in sich hinein zu lachen. Findet ihr? Nun ja, ich habe euch ja gleich gesagt, dass ich gesund bin. Das klang reichlich eingebildet, fand Velina. Ihr werdet verstehen, dass ich mir diesbezüglich stets mein eigenes Urteil bilden muss. Sicher. Kann ich mich jetzt wieder anziehen? Ja. Sie sah ihm dabei zu, die Arme verschränkt, den Hörstab noch in der Hand, gegen den Heilmitteltisch gelehnt. Er bot einen bemerkenswerten Anblick, fand sie, einfach nur, wie er da stand, sein Hemd überstreifte und zuknöpfte. In seinen Bewegungen lag eine eigenartige Gelassenheit, wie Velina sie bisher selten gesehen hatte, und wenn dann nur bei wesentlich älteren Menschen. Smith machte den Eindruck eines Mannes, der sich von nichts und niemandem hetzen ließ. Was geschieht nun mit mir, wollte er wissen. Afterland Quest, der Kommandant, will euch sprechen. Er wird entscheiden, was zu geschehen hat. Quest erwartete sie im Besprechungsraum, die fleischige Prank auf den großen, spiegelnden Tisch gestützt, die Augen kaum zu erkennen in seinem aufgedunsenen Gesicht. Velina musterte den Kommandanten aufmerksam. Die Schwellungen kamen von dem Sudblau, von dem sie ihm gerade viel geben musste, zu viel eigentlich. Aber davon abgesehen, schien schien sein Zustand stabil. Setzt euch, begrüßte er den Überlebenden aus dem geborgenen Wrack. Smith setzte sich, und Velina tat es ihm gleich. Euer Name ist Smith? Ja, erhabener Kommandant, kam die Antwort. Dafür, dass er der Republik entstammte, hatte er die Grundregeln des Zeremoniells rasch begriffen. Woher stammt ihr? Smith hob die Augenbrauen. Ich fürchte, der Name der Welt, von der ich stamme, wird euch nicht viel sagen. Im Grunde interessiert es mich auch nicht, unterbrach Quest ihn. Also lassen wir das. Was mich beschäftigt, ist die Frage, was mit euch geschehen soll. Wir befinden uns auf einer Mission, die keine Unterbrechung duldet. Ihr werdet uns also begleiten. Ich habe es nicht eilig, sagte Smith und es klang als meine er das ganz genauso. Darf ich fragen, welches Ziel besagte Mission hat? Das dürfen Sie fragen, aber Sie werden keine Antwort darauf erhalten. Ich verstehe. Quest tippte mit den Fingern auf die Tischplatte. Eine andere Frage ist die eures Standes. Das Zeremoniell des Hofes hat keine Regelung vorgesehen für den Fall, dass jemand aus dunkler Vergangenheit auftaucht. Natürlich nicht. Wir sind also gezwungen herauszufinden, welche Regelung eurem Fall angemessen ist. Velina sah Smith von der Seite an. Der wiederum wirkte, als interessiere ihn das nicht im Geringsten. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass der Pantab euch nicht an den Hof eingeladen hat und ihr demnach lediglich ein Freier wird. Auf der anderen Seite aber seid ihr Kommandant eines Raumschiffs, eine Verantwortung, die nur einem Edlen zusteht. Das spricht dafür, dass es angebracht ist, euch den Stand eines Edlen zuzubilligen, bis der Pantab darüber entscheiden kann. Smith nickte mit ausdruckslosem Gesicht. Das klingt logisch. Ich muss euch aber warnen, sagte Quest eindringlich. Falls ihr nicht wirklich und nachweisbar der Kommandant des Schiffes gewesen seid, solltet ihr es jetzt und hier zugeben. Die Strafen, die das Zeremoniell für die Anmaßung eines Standes vorsieht, sind äußerst drakonisch. Ich war der Kommandant und ich bin es noch, sagte Smith ruhig. Wohin wart ihr unterwegs, als euer Hyperkonverter detoniert ist? Zurück in die Gierregion. Und woher kamt ihr? Von einer Prospektion. Ich habe mit seltenen Mineralien gehandelt, mit überschweren Metallen, biosphatischen Kristallen und dergleichen. Wart er erfolgreich? Nein. Quest nickte nachdenklich. Nun, dann sei es so. Ihr erhaltet eines der freien Quartiere im Oberdeck. Ihr dürft euch im ganzen Schiff bewegen. Lediglich der Zugang zur Kommandozentrale bedarf der Einladung eines Mitglieds des Führungsstabes und euer eigenes Schiff bleibt versiegelt, solange wir unterwegs sind. Kann ich einige persönliche Gegenstände daraus haben? fragt er Smith. Wenn ihr im Stande seid, sie eindeutig zu beschreiben und vorbehaltlich einer Untersuchung dieser Gegenstände. Ihr dürft euer Schiff nicht betreten. Es sind harmlose Dinge und ich kann sie genau beschreiben. Ich werde euch jemanden schicken, der sich darum kümmert, sagte Quest und nickte Velina zu. Das Gespräch war beendet. Der edle Iostera begegnete dem Gast beim Morgenmahl im Speiseraum des Oberdecks, wie er einigermaßen ratlos vor dem Buffet stand und die Inhalte der verschiedenen Teller, Körbe und Anreichplatten studierte. Edler Smith begrüßte er ihn und deutete die zeremonielle Verbeugung der ersten Begegnung an. Ob sie gänzlich angebracht war, angesichts der Tatsache, dass der andere seinen Stand nur vorläufig innehatte, darüber war er sich nicht ganz schlüssig. Gestattet, dass ich mich vorstelle. Iostera, vom Zwirrenweber-Clan, darf ich mir erlauben, euch einige Gepflogenheiten zu erläutern? Zu Iosteras Verblüffung erwiderte der Mann, Republik stammte, die Verbeugung der ersten Begrüßung fast gänzlich korrekt. Ich danke euch, edler Iostera. Ich glaube, ich habe keine einzige dieser Speisen je zuvor gegessen. Jemand musste ihm schon allerhand erklärt haben, allerdings nicht die wirklich lebensnotwendigen Dinge. Also erklärte er sie ihm. Es war noch früh und sie waren allein im Speiseraum. Das erleichterte die Sache und vermied die Gefahr eines Gesichtsverlusts. Er zeigte ihm den Unterschrank, in dem die Teller warm und das Besteck feucht gehalten wurden, zeigte ihm den Stapel des Tabletts hinter dem bestickten Staubvorhang und erläuterte ihm die Gerichte. Diese roten Schoten sind gesalzene Bruasi, eingelegt in Sternkümmelsud. Eine Delikatesse, aber mehr als eine oder zwei sind nicht bekömmlich. Hier blaue Perwormfrüchte, aromatischer als die grünen hier, finde ich zumindest. Das ist Geschmackssache. Am besten ihr probiert beides. Hier gekochter Rotnock, eine gute Grundlage für den Tag, heute mit Giffy gewürzt, das wechselt jeden Tag. Als Getränk dazu bietet sich Fiar an, in dieser Karaffe oder schlichtes Wasser. In dieser Dose müssten noch Zemmet- Kekse sein, die man die Tür fuhr auf. Justera unterbrach sich und wandte sich um. Montag. Es war stets ein beunruhigender Anblick, dem ersten Piloten irgendwo anders als in der Zentrale zu begegnen, da das bedeutete, dass das Schiff von Bleg gesteuert wurde. Ah, ließ der erste Pilot sich vernehmen und betrachtete Smith von oben bis unten. Der Bürger. Smith erwiderte den Blick ausdruckslos. Ich grüße euch. Montag zog ein Tablett hervor, nahm einen Teller und begann Rottnock darauf zu häufen. Sagt, wie ist das, in einer ganz neuen Welt aufzuwachen? Hat man da nicht enorme Probleme, sich zu orientieren? Justera stockte der Atem angesichts von Montags Benehmen, keinen Gruß zu entbieten, sich nicht einmal vorzustellen, es war unerhört. Nun, sagt es Smith mit einem dünnen Lächeln, so neu ist diese Welt auch wieder nicht. Er nahm sich ebenfalls ein Tablett, bewundernswert gelassen, als sei alles in Ordnung. Wie meint ihr das? fragte Montag. Es ändern sich nur die Äußerlichkeiten. Die Menschen bleiben dieselben. Immer gibt es Menschen, die einem helfen wollen und andere, die nur daran denken, wie sie einen unterdrücken können. Zumeist, weil sie voller Angst sind. Elegant. Iostera schmunzelte in sich hinein. Das war eine Spitze, die selbst Montag verstanden hatte, seinem verdutzten Gesichtsausdruck nachzuurteilen. Seine Schaufelbewegungen erstarben, ganz offensichtlich wusste er nicht, was er darauf sagen konnte. Aha, machte er und sah Smith zu, wie dieser sich seelenruhig eine Bruasi nahm. Interessant. Ähm, mein Name ist übrigens Montag. Ich bin der erste Pilot. Smith erwiderte der Gast ebenfalls ohne Gruß und Verbeugung sozusagen nebenbei. Ich bin der Kommandant des havarierten Schiffes. Kommandant. Montag warf Iostera einen hilflos wirkenden Blick zu. Der zweite Raum Überwacher behielt seine unbewegte Mine bei. Sollte der Rotbrauer sehen, wie er sich da herauswand. In diesem Moment, wie um ihm zu Hilfe zu kommen, begann das ferne, klagende Pfeifen des Meta-Quanten-Injektors. Montag blickte auf die Uhr, wollte überrascht erscheinen, wirkte aber nur erleichtert. Die Rückkehrsequenz hat begonnen, erklärte er wichtig-tuerisch. Ich denke, ich sollte besser in die Zentrale gehen. Er stellte sein Tablett achtlos beiseite. Entschuldigt mich, ihr Edlen. Sie sahen ihm nach auf seiner Flucht. Als sich die Tür wieder hinter ihm geschlossen hatte, kam einer der Anreicher und räumte Montags Tablett schweigend fort. Smith deutete auf eine Schale mit gekochten Kreischvogeleiern. Das müsste zu Broasi passen, denkt ihr nicht? Ja, beeilte sich Iostera zu antworten. Doch, ich denke, ihr habt recht. Eine gute Wahl. Sie würden in wenigen Tagen die Hälfte der Hälfte hinter sich gebracht haben. Davil saß in seinem Sessel, dem Sitz des stellvertretenden Kommandanten, rieb sich gedankenverlorendes Kinn und verfolgte die gelassene, ruhige Routine in der Zentrale. In seinen Gliedern spürte er bleierne Müdigkeit. Ein gutes Zeichen. Vielleicht war die Sache mit dem Wrack die bewusste, erste Komplikation gewesen, auf die sein Körper so angespannt gewartet hatte und vielleicht war es damit ausgestanden. Heute Abend würde er versuchen zu schlafen. Die Männer an den Duaden hatten wenig zu tun. Die Kontrollen leuchteten in Blau und Grün, das konnte er von seinem Platz aus sehen. Kaum Gespräche, jeder hing seinen Gedanken nach. Sogar der zweite Pilot Bleck wirkte, als wisse er genau, was er tue. Was ausnahmsweise sogar stimmen mochte, denn Montag war heute Morgen überraschend aufgetaucht, hatte Bleck die ganze Rückkehrsequenz hindurch assistiert und ihm dann geholfen, den Kurs zum nächsten Eintauchpunkt zu bestimmen. Eigenartig, denn man sagte dem ersten Piloten nach, er betrachte allenfalls einen bevorstehenden Absturz als akzeptablen Grund, ihn aus seiner Freischicht zu holen. Davil hatte sich seine Verwunderung nicht anmerken lassen, aber von dem ersten Navigator Felmuri war eine entsprechende Bemerkung gekommen, als Montag die Zentrale wieder verlassen hatte. Inzwischen merkte man, dass sie sich dem Zentrum der Galaxis näherten. Die Sonnen standen dichter, der Blick hinaus war wie der Blick in eine von Geschmeide überquellende Schatztruhe, und es gab geradezu verschwenderisch viele verfuegbare Eintauchpunkte. Das sanfte Summen der sich öffnenden Tür stellte so etwas wie eine Abwechslung dar. Es war Tenant Kuton, der sich, wie immer leicht windschief und von den Edlen kaum beachtet, dem Platz des stellvertretenden Kommandanten näherte. Tenant, was gibt es? Der Tenant beugte sich zu ihm herab. Der Kommandant hat mich angerufen. Der Mann, den wir geborgen haben, möchte einige Sachen aus seinem Schiff haben, aber Quest will nicht, dass er es betritt. Ich soll mir die Sachen beschreiben lassen und sie dann holen. Darwell nickte. Und was willst du von mir? Die Schlüssel zur Versiegelung. Achso, der erste Verweser langte in die Tasche und holte die silbern glänzenden Stifte heraus. Hier. Danke. Der Historiker richtete sich wieder auf, nickte ihm kurz zu und ging dann auf die mittlere der Türen zu, die Tür ins Oberdeck zu seiner Verabredung mit dem Mann aus Vergangenheit. Wie gut es tat, wieder einmal hier zu sein. Kuton sog sehnsüchtig den Duft nach Perlenholz und Osirand ein, genoss es, wie jeder seiner Schritte geräuschlos in dichtem, samtenem Teppich versank, konnte sich kaum satt sehen an dem bestickten Wandtuch und den schimmernden Schmuck stehlen. Das war seine Welt, seine eigentliche Bestimmung, so hätte er leben können, wenn nicht sein Vater, die Gulen des Leerraums sollten ihn holen, den Pantab beleidigt hätte. Nur nicht darüber nachdenken. Er wollte nicht mit Tränen in den Augen in den Gemächern des Schiffbrüchigen ankommen. Kuton wusste genau, wo welcher der Edlen wohnte. Man hatte Smith, wie nicht anders zu erwarten gewesen war, die erste Kabine im Bereich des Zweiten Kreises gegeben. Die Kabine, die nach dem Reglement dem Leiter des wissenschaftlichen Stabes zugestanden hätte, wenn dieser ein Edler gewesen wäre. Seine Kabine also. Kuton atmete langsam ein und wieder aus, bis er sicher war, sich in der Gewalt zu haben, ehe er anklopfte. Smith öffnete ihm, er erklärte, weswegen er gekommen war und wurde hereingebeten. Es sind nur ein paar wertlose Gegenstände, aber ich hänge nun mal an ihnen, sagte Smith und deutete auf einen der Stühle am Tisch. Bitte, setzen Sie sich. Nicht darüber nachdenken, dass dies sein Tisch, seine Stühle hätten sein können. Kuton zog einen Notizblock hervor. Weiße Lehnstühle mit gläsernen Fouquetten. Mindestens hundert Jahre alt, ein Vermögen wert. Smith setzte sich ihm gegenüber, ohne die mindeste Ehrfurcht angesichts der kostbaren Ausstattung seines Raumes an den Tag zu legen, beugte sich vor, die Unterarme auf der Tischplatte die Hände gefaltet. Wissen Sie, wo sich in einer Rigg die Kabine des Kommandanten befindet? Unmittelbar hinter der Steuerkanzel nehme ich an, sagte Kuton, wie bei praktisch jedem Schiff. Nicht bei einer Rigg. Durch ihre Form braucht sie einen zusätzlichen Abschirmprojektor und der befindet sich hinter der Kanzel. Die Kabine des Kommandanten liegt daher unter der Steuerkanzel. Kuton nickte überrascht. Ich muss gestehen, dass ich mich mit alten Raumschiffstypen nicht so eingehend beschäftigt habe. Es gibt eine Wendeltreppe, die von der Kanzel hinabführt. Kuton notierte das. Smith begann, die Gegenstände aufzuführen, die er haben wollte. Es waren alles ausgesprochen banale Dinge, eine bestimmte Haarbürste, eine Dose mit Duftcreme, ein Werkzeugset in einem ledernen Rolletui, ein ganz bestimmtes Kurzhemd, natürlich ebenfalls schwarz, ein paar weitere Kleidungsstücke, ein in Straba gebundenes Notizbuch mit dem zugehörigen Schreibstift. Und bitte versuchen Sie nicht, das Schloss des Umschlags zu öffnen. Was passiert sonst? fragte Kuton und erwartete zu hören, dass sich dann das ganze Buch in Rauch auflösen würde oder dergleichen. Es würde kaputt gehen, antwortete Smith einfach. Und Sie könnten ohnehin nicht lesen, was darin steht. Warum nicht? Weil ich in einer ausgestorbenen Sprache schreibe. Es handelt sich um ein Tagebuch. Er lächelte ein wenig. Es wird wirklich Zeit, dass ich es weiterführe. Das war ja mal eigenartig. Eine ausgestorbene Sprache für Tagebucheintragungen zu verwenden. Kutons wissenschaftliches Interesse war geweckt. Darf ich fragen, um welche Sprache es sich handelt? Ich bin Historiker, müsst ihr wissen. Ich habe sie auf einem unbedeutenden Planeten gelernt, auf dem Menschen lebten, die glaubten, die einzigen intelligenten Lebewesen im Universum zu sein. Smith schüttelte den Kopf. Ich glaube nicht, dass sie etwas mit dem Namen dieser Sprache anfangen könnten, selbst wenn ich ihn noch wüsste. Kuton fragte sich, wie man den Namen einer Sprache vergessen konnte, die man gut genug beherrschte, um seine persönlichsten Gedanken und Gefühle darin ausdrücken zu können, wie es ja wohl Sinn und Zweck eines Tagebuchs war. Aber er verzichtete darauf, deswegen weiter in ihn zu dringen. Wahrscheinlich hatte Smith einfach keine Lust, es ihm zu sagen. Er würde auf jeden Fall versuchen, einen Blick in dieses Notizbuch zu werfen. Er hob die Liste hoch. Ist das alles, was ich euch bringen soll? Im Augenblick ja. Ein Moment peinlichen Schweigens trat ein. Kuton begriff, dass es Zeit war zu gehen, von diesem herrlichen Stuhl aufzustehen und hinauszugehen, zurück und hinab in die nüchterne Profanität des Mittelschiffs. Darf ich, sagte Kuton langsam, und ein Teil des Mutes, den er dafür aufbringen musste, rührte von dem Verlangen her, noch ein wenig länger in diesem Raum sitzen zu dürfen. Eine Bitte äußern? Smith nickte, einigermaßen verwundert, zumindest kam ihm das so vor. Ja? Ob ihr mir vielleicht einige Fragen beantworten würdet, die Zeit der Republik betreffend? Gern, sagte Smith sofort. Wenn sie mir erzählen, was seither geschehen ist, was ich verpasst habe, wenn sie mir helfen, 400 Jahre Geschichte aufzuholen, beantworte ich ihnen jede Frage, die sie beschäftigt. Wirklich? Kuton war verblüfft. Aus irgendeinem Grund hatte er erwartet, der hagere Mann würde seine Bitte rund heraus ablehnen. Herzlich gern. Wann passt es euch? Smith breitete die Hände aus. Wann immer es ihnen passt, von mir aus sofort, ich habe Zeit. Kuton sah zu der Lampe hinauf, die weiches, weißes Licht spendete, sah die Quervorhänge mit Spitzenbesatz an, den Schubfachkasten aus Perlenholz an der gegenüberliegenden Wand, dann wieder den Tisch, an dem sie saßen. Ich auch, sagte er. Ich glaube, man kann sich aus der Küche etwas zu trinken bringen lassen, meinte Smith. Möchten Sie etwas? Ja, sehr gern. Kuton hatte selten jemand getroffen, der sich wirklich für Geschichte interessierte. An Bord der Megatown niemanden. So saßen sie bei heißem Fiar und einer Schale Zemmet Gebäck, sprachen über den Untergang der Republik, die Intronisation des 183. Pantab und die Wiederherstellung des Reiches nach zweitausendjährigem Interregnum. Und Kuton vergaß ganz, dass er seinerseits hatte Fragen stellen wollen. So gut tat es zu reden und dabei einen so aufmerksamen und wissbegierigen Zuhörer zu haben. Velina hatte, wie es ihre Aufgabe als Heilerin war, ein Auge auf den Mann gehabt, den sie aus seinem alten Raumschiff geborgen hatten. Sie war ihm selten begegnet in den Tagen, seit sie ihn untersucht hatte, eines Mittags einmal im Speiseraum und da hatte er sie höflich gegrüßt und nichts weiter, aber sie hatte Leute befragt, die ihn gesehen hatten, wie er durch das Mittelschiff gewandert war, um sich Maschinen und Einrichtungen anzusehen. Er beharrte darauf, weiterhin seine schlichte schwarze Kleidung zu tragen und wäre sie nicht ausgerechnet schwarz gewesen wie die den Lehrern des Infanten vorbehaltene Tracht, er hätte unter den Edlen ausgesehen wie ein Bauer. Die Megatau donnerte weiter durch die namenlose Zone. Durch Maß eine tagelange Sprung Etappe nach der anderen und endlich war die Hälfte der kalkulierten Strecke geschafft. An dem Abend fragte Quest, während sie seine Werte kontrollierte und ihm Sud blau spritzte, ob sie glaube, dass Smith etwas vorhabe, das der Expedition schaden könne. Sie verneinte. Es kam ihr im Gegenteil so vor, als habe Smith überhaupt nichts vor, als warte er einfach geduldig ab, was geschehen würde. Als sie in ihre Räume zurückkehrte, befiel sie eine seltsame Unruhe. Da an Schlaf nicht zu denken war, schlüpfte sie in ein Ruhekleid und versuchte ein wenig zu lesen. Doch sie konnte sich nicht konzentrieren, bildete sich ein, das Sandbild ihres Vaters beobachte sie. Die Unruhe wich nicht, sie zog an ihr und zerrte, als hätte sie etwas vergessen, etwas übersehen, etwas Wichtiges, aber es wollte ihr nicht einfallen was, nur, dass sie noch einmal gehen musste und nachsehen. Also ging sie hinüber in den Heilraum, blätterte die Aufzeichnungen des Tages durch, kontrollierte die Medikamente. Die Flasche mit dem Trank Schwarz sah verlockend aus. Sie hob den Verschluss, roch daran. Aber es war keine Lösung, sich zu betäuben. Hier war alles in Ordnung. Sie sah sich noch einmal um, überprüfte die Notrufschaltung, die auf ihre Gemächer umgestellt war, löschte zögernd das Licht. Die Unruhe war immer noch da. Sie trat hinaus in den Mittelgang, der in nächtlichem Halbdunkel lag wie das ganze Oberdeck. Es war ein wenig kühler als während der Tagphase und die Klimaanlage erzeugte einen sanften Luftstrom, der wie eine von einem Meer heranziehende Brise roch. Es gab keinen Grund, nicht den allerherrlichsten Schlaf zu finden, den ein Mensch haben konnte. Etwas zog ihre Schritte zum Speiseraum. Ein Geräusch vielleicht oder ein Duft oder eine Eingebung. Die Türflügel mit den handgeschnitzten Zierrahmen glitten fast geräuschlos zur Seite. Ein Hauch von Gewürzen und Gesottenem wehte sie an. Die erloschenen Glutkristalle hingen von der Decke wie seltsame mineralische Abszesse. Im Speiseraum war es dunkel, bis auf das diffuse Licht, das von den halbrunden Vitrinen ausging und die mit zartgelbem Flockentuch bespannten Wände grau aussehen ließ. Die Anrichtetische waren leer, bis auf das übliche Arrangement von Früchten und Gebäck für den Fall, das einer der edlen von nächtlichem Appetitheim gesucht wurde, und die Abdeckung der Bar stand offen. Jetzt erst bemerkte sie Smith, der schweigend an einem der vier Tische saß, einen mit sanfter Flamme glimmenden Jaller da vor sich, und irgendwie war sie nicht wirklich überrascht. Was tut ihr denn hier? Er sah sie ruhig an. Dasselbe könnte ich euch auch fragen. Sie bedeckte den Ausschnitt ihres Kleides mit der rechten Hand. Mit einem Ruhekleid war sie nicht unbedingt passend gekleidet für diese Situation. Ich konnte nicht schlafen, sagte sie, und fragte sich im selben Moment, wie sie dazu kam, über so etwas zu sprechen. Ich auch nicht. Leidet ihr daran öfter, an Schlaflosigkeit, meine ich? Etwas wie ein Lächeln schlich sich auf sein Gesicht. Ich leide nicht an Schlaflosigkeit. Ich konnte nur einfach nicht schlafen. Also geht es euch gut. Alles ist nahezu vollkommen. Nahezu? Er nickte. Nahezu. Sie wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte, und er sagte weiter nichts dazu, sodass es zu einer Pause kam, die beinahe peinlich lang war. Sie stand nur da, sah auf ihn hinab und auf seinen Jalada, der in zarten, gelben und grünen Farbtönen brannte. Den Ablagerungen auf dem Trinkrohr nach zu urteilen, hatte Smith so gut wie nichts davon getrunken, sondern ihm die letzten Stunden beim Verbrennen zugesehen. Darf ich euch um etwas bitten? fragte er schließlich. Warum? Er deutete auf die Vitrinen entlang der Wände. Das sind alles Kunstwerke, nicht wahr? Hättet ihr die Liebenswürdigkeit, sie mir zu erklären? Wilina zögerte. Sie kannte die Stücke, die alle aus dem Besitz des Kommandanten stammten, aber sie verstand nicht viel von Kunst. Andererseits, was konnte es schaden, ihm das zu erzählen, was sie darüber wusste? sie deutete auf die Vitrine unmittelbar neben dem Tisch. Das hier kommt von Fuosh, einem Planeten der Urga-Gruppe, eine primitive Welt, die Menschen dort sind wieder auf die Stufe von Jägern und Sammlern zurückgefallen, dreckig, abergläubisch, von Krankheiten und wilden Tieren geplagt und bereit, jedes Fluggerät für den Himmelswagen von Göttern zu halten. Die Weltschiffer-Gilde macht dort ihre Geschäfte. Nun, auf Fuosh gibt es ein Raubtier, das man Schuman nennt. Es gelingt den Fuoshi selten, einen zu erlegen, doch wenn, dann reißen sie ihm das Horn heraus und machen so etwas daraus. In der Vitrine stand ein spitz zulaufendes Horn, länger als ein Unterarm und am breiten Ende dicker als sein Oberschenkel, von metallisch-grauer Farbe und über und über mit Rillen und eingekratzten Schriftzeichen bedeckt. Auf dem Kopf eines entsprechend gebauten Tieres musste es in der Tat eine verheerende Waffe sein. Das da ist die Schrift der Fuoshi? vergewisserte sich Smith und ging ganz dicht an das Vitrinen Glas heran, um die Inschriften in Augenschein zu nehmen. Ja, es sollen Zaubersprüche, Bannflüche und der gleichen sein. Beeindruckend, sagte Smith, aber was ist daran Kunst? Ich weiß es nicht. Offen gestanden verstehe ich nicht sehr viel von den Künsten. Ich bin Heilerin. Er deutete auf das Horn. Aber ihr wisst, was es in euch auslöst, welches Gefühl dieser Anblick in euch wachruft. Willina betrachtete das Schumannhorn blinzelnd, versuchte in sich hinein zu horchen. Ich spüre die Angst der Menschen, die es gemacht haben, sagte sie schließlich. Sie fühlen sich von dem Schumann bedroht und sie ritzen ihre Beschwörungen in seine gefährlichste Waffe, um ihn zu bannen. Ihre ganze Hoffnung steckt in diesen Inschriften. Und ihr selber? Was fühlt ihr? Sie zögerte. Wenn es Worte dafür gab, dann waren sie ihr im Augenblick entfallen. Ehrfurcht versuchte sie es zu fassen. Vielleicht auch Grauen. Ja, es ist ein Grauen. Sie sah ihn an und sagte Jetzt ihr. Was seht ihr darin? Smith richtete seinen Blick auf die Vitrine, schien ganz zu versinken im Anblick des kolossalen grauen Horns. Ich sehe ein blutrünstiges, gefährliches Tier. Ein Tier, das keine Skrupel kennt. Es tut, was es tun muss. Es folgt in allem seinen Instinkten. Es tötet. Es frisst. Es paart sich, wenn die Zeit dafür ist. Seine letzten Worte schienen in der Luft hängen zu bleiben. Nicht zu wissen, wohin sie sollten. Velina spürte, wie ihr heiß wurde. Unwohl beinahe, als breche genau in diesem Augenblick Blitzfieber bei ihr aus. Das war vielleicht keine so gute Idee gewesen. Sie schritt schritt weiter zur nächsten Vitrine, in der auf einem gläsernen Ständer die vermutlich größte Kostbarkeit aus Quests Sammlung lag. Kaum so groß wie ein Handteller sah es auf den ersten Blick aus wie ein Stück samtenen Pelzes. Doch wenn man genau hinsah, wenn man genau hinsah, entdeckte man changierende Muster in zarten Farben, auf vielfältige Weise ineinander verwoben. Das ist ein Haarteppich, erklärte sie und versuchte nicht so zu klingen, als sei ihr das eben peinlich gewesen. Ein wahrhaftes Kunstwerk, wenn es so etwas wie Kunst gibt. Ich habe den Namen des Künstlers vergessen, aber er lebt auf Gier selbst, verkehrt bei Hofe und ist jedenfalls sagenhaft bedeutend. Ein bisschen klein für einen Teppich, oder? meinte Smith und betrachtete das erlesene Stück stirnrunzelnd. Ist das wirklich aus Haar gemacht? Aus Frauenhaar, ja. Es gibt nur ganz wenige davon. Der Künstler sagt, dass es ein ganzes Leben lang dauern würde, einen Teppich von gewöhnlichen Abmessungen herzustellen. Schon an diesem kleinen Teil hat er fast ein Jahr gearbeitet. Smith wandte seinen Blick von der Vitrine ab und sah sie an. Einen wahrhaft wunderbaren Haarteppich könnte man aus eurem Haar knüpfen, edle Velina, sagte er langsam. Falls man nichts anderes zu tun wüsste. Sie schluckte. Das war ja. Sie wandte sich ab, ging zur nächsten Vitrine, schauderte beim Anblick der vielen Vitrinen, die noch kamen. Eine holographische Skulptur, sagte sie tonlos. Eine hervorragende Kopie des Originals, das in der großen Galerie von Toyokan stand und beim Beginn der Invasion zerstört wurde. Der Titel lautet »Die Umschlingung«. Und dieser Titel beschrieb genau, was zu sehen war. Zwei verschieden gemusterte Bänder, die einander auf die fantastischste Weise umwandten und umschlangen, mit Übergängen und Perspektiven, wie sie nur in holographischen Skulpturen möglich waren. »Umschlingung«, wiederholte der Mann aus einem versunkenen Zeitalter und trat dabei dicht an sie heran, dichter als schicklich war, und sie hörte ihr Herz schlagen, als sie seinen Atem in ihrem Nacken spürte. Sie holte Atem, wandte den Kopf zur Seite, sah ihn Auge in Auge aus nächster Nähe. »Ich habe das Gefühl, ihr seid darauf aus, dass ich euch die Umarmung gewähre.« Smith lächelte. In seinen Augen loderte es, als würde er im nächsten Augenblick zum Schumann. Die Energie, die von ihm ausstrahlte, war überwältigend. »Ich habe nicht vor«, sagte er, »es bei einer Umarmung zu belassen.« Belina fühlte eine heiße Woge in sich aufsteigen. Sie spürte Dämme in sich bersten, fühlte sich der anbrandenden animalischen Kraft wehrlos ausgeliefert. »Dann kommt«, sagte sie. Sie wunderte sich, wie rau ihre Stimme klang. Als sie aus jenem köstlichen Dämmerzustand erwachte, in dem sie vergessen hatte, wie sie hieß und wo sie war, und dass so etwas wie Zeit existierte, kam ihr als erstes zu Bewusstsein, dass sie unbekleidet war. Dann, dass sie nicht allein war. Sie tastete umher und zog ein Laken über sich, ehe sie sich umdrehte. Smith lag da, nackt, den Kopf gegen die Polster gelehnt, ein Glas halbvoll mit Wasser auf dem Bauch balancierend. Die Augen hatte er geschlossen, aber nicht so, als schliefe er, sondern als horche er in sich hinein. Wilina betrachtete ihn und fragte sich, was um alles in der Welt es gewesen war, dass sie dazu bewogen hatte, ihm die Umarmung zu gewähren. Und so rasch noch dazu. Dabei war er nicht einmal ein Edler, kein Richtiger jedenfalls. Nicht, dass sie es bereute, nein. Das waren nur Gedanken, die an der Oberfläche ihres Geistes dahin plapperten und sich mit Fragen der Schicklichkeit und der Standesehre beschäftigten. Aber darunter war sie von einer geradezu archaischen Zufriedenheit erfüllt, einer animalischen Sattheit, wie sie sie nicht mehr gekannt hatte, seit, seit, sie konnte sich nicht erinnern, sich jemals so gut gefühlt zu haben. Was hast du mit mir gemacht? fragte sie leise, als er die Augen aufschlug und sie ansah. Sein Lächeln schien mit wehmütigem Schmerz unterlegt. Was hast du erwartet von einem Mann, der 400 Jahre lang keiner Frau beigelegen hat? Sie musste unwillkürlich lachen, obwohl sie den Witz nicht besonders originell fand. Vielleicht, weil er ihn trotzdem machte. Nichts anderes, sagte sie, und breitete das Laken noch etwas ordentlicher über sich. Er sah ihr zu, ohne sich im Mindesten bemüßigt zu fühlen, seinerseits seine Blöße zu bedecken. Dann schaute er hoch zu dem Sandbild über dem Bett. Wer ist das? Mein Vater. Du hast ein Bild von deinem Vater über dem Bett hängen? Es ist ein Sandbild, ich bitte dich. Das wertvollste Kunstwerk, das ich besitze. Er betrachtete es noch einmal und wirkte dabei ausgesprochen unbeeindruckt. Bist du eigentlich verheiratet? Oder wie immer man das heutzutage nennt? Man nennt es noch so. Sie betrachtete sein Gesicht, das immer noch traurig wirkte, und fragte sich, ob er wohl eine Familie zurückgelassen hatte in seiner Zeit. Die Antwort ist nein. Ich bin zur Reichsflotte gegangen, um der Verheiratung mit einem wohlhabenden, angesehenen, widerlichen Präpatriarchen zu entfliehen. Ich verstehe. Verlina drehte sich herum, zog ein Kissen unter sich, auf das sie die verschränkten Hände stützen konnte, und darauf ihr Kinn. Wie ist das? fragte sie neugierig. Aufzuwachen und vierhundert Jahre verschlafen zu haben. Festzustellen, dass man nun mit einer ganz neuen Welt zurechtkommen muss. Smith betrachtete sein Glas, fuhr mit dem Finger an dessen Rand entlang. Leider ist diese Welt nicht so neu, wie du denkst. Ihr habt die Republik abgeschafft und seid einfach zurückgekehrt zu den Edelständen, den Clanschaften, dem ganzen alten Unfug. Mit anderen Worten, wir sind wieder da, wo wir vor zweieinhalbtausend Jahren schon einmal waren. Ja, du Republikaner. Bloß haben wir die Republik nicht abgeschafft. Sie ist in sich zusammengebrochen, weil sie korrupt war bis auf die Knochen. Was weißt du über die Republik? Nicht viel. Nenn mir den Namen eines Präsidenten, nur eines einzigen. Sie zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Komm, es muss an die 250 Präsidenten gegeben haben. Wenigstens einen davon wirst du doch kennen, wenn du so genau weißt, dass die Republik in sich zusammengebrochen ist. Ich bin Heilerin. Was mich interessiert, sind Krankheiten und Heilmittel. Wenn du etwas über Geschichte wissen willst, musst du Kuton fragen. Das habe ich gemacht. Und es war überaus enttäuschend. Wieso das denn? Smith stellte sein Glas beiseite. Der vorletzte Präsident, ehe ich zu meinem Flug gestartet bin, hieß Lini Pata. Er stammte von Kuswa und war Baumeister von Beruf, bevor man ihn zum Präsidenten wählte. Er ging nach Gier und regierte 18 Jahre lang. Als ein neuer Präsident gewählt wurde, kehrte er nach Kuswa zurück und arbeitete wieder als Baumeister. Genau wie vorher. Man konnte sich vom ehemaligen Präsidenten sein Haus bauen lassen. Und die Leute von Kuswa taten das, ohne dass sich irgendjemand etwas dabei gedacht hat. Es war normal. Er seufzte. Das ist die edelste Form der Regierung, die Menschen erreichen können. Das habt ihr weggeworfen, um ein verkommenes, archaisches System wiederzuerrichten. Und diese Untat, glaubt mir, wird sich rächen. Unweigerlich. Den Pantab wieder einzusetzen, war ein fataler Wendepunkt. Der Abstieg hat begonnen, und er ist nicht mehr aufzuhalten. Es fröstelte sie richtiggehend, ihn so reden zu hören. Übertreibst du nicht? Ich meine, abgesehen von der Bedrohung durch die Invasion geht es dem Reich doch gut. Das kommt dir so vor, weil du nicht weißt, wie es früher gewesen ist. Und weil du nicht weißt, wie die gemeinen Stände leben. Ich habe viel Kontakt mit Gemeinen. Ich arbeite oft in den anderen Heilstationen. Ja, sicher. Und der erste Pilot hat auch viel Kontakt mit Gemeinen, wie man so hört. Wilina wollte etwas erwidern, als ihr Kuton einfiel und dessen verzweifelte Liebe zu ihr. Zum ersten Mal fragte sie sich, wieso die Standesregeln den edlen Männern zugestanden, sich Maitressen unter den Freien zu suchen, während den edlen Frauen entsprechendes untersagt war. Es ist ein unausrottbares Streben in uns, sagte Smith, uns von anderen Menschen abzugrenzen und als besser zu definieren. Für diesen Traum werden wir bereitwillig blind und gefühllos. So oft wir auch scheitern, wir geben nicht auf. Immer wieder und wieder suchen wir das süße Gift einer privilegierten Klasse, selbst um den Preis des Untergangs. Denn ihr habt keine Chance gegen die Invasoren. Nicht einen Hauch. Glaube mir. Nicht, weil die Truppen des Sternenkaisers technisch überlegen sind, sondern weil die Kraft des Reiches erloschen ist. Den Freien ist das Schicksal des Reiches egal. Jeder von ihnen strebt nur danach, geedelt zu werden. Die Niederen hassen das Reich, weil sie ungerecht behandelt werden, weil die Gerichte sich nur daran orientieren, dass es immer genügend Niedere für alle notwendigen Arbeiten geben muss. Es ist das Reich des Pantab und seiner Edlen. Und das ist nicht genug. Der Schlag des Sternenkaisers trifft ein Reich, das wie eine tönerne Schale ist. Und er wird es in einem einzigen Streich zerstören. Sie streckte die Hand aus und presste ihm den ausgestreckten Zeigefinger auf die Brust. Aber du hast dich bereitwillig unter die Edlen einreihen lassen, als es darum ging. Oder? Natürlich, gab er ungerührt zu. Ich bin ja nicht dumm. Als Iostera um vier Gier morgens aufbrach, um die zweite Nachtwache abzulösen und die Morgenschicht zu übernehmen, steckte er die Maximen des Ukowa ein, denn die Megatau war immer noch in der Sprungphase und würde den ganzen Tag darin bleiben. Er würde vor seinen Instrumenten sitzen, die nichts anzeigen würden, während die Triebwerke unentwegt arbeiteten und jeder Blick hinaus einem das irritierende Gefühl vermittelte, sich nicht von der Stelle zu bewegen. Es war die ideale Gelegenheit, philosophische Studien fortzusetzen. Als er den stillen, dunklen Mittelgang entlang ging und gerade die zwei Zierstufen genommen hatte, die den Bereich des zweiten Kreises von dem des ersten trennten, öffnete sich zu seiner Überraschung weiter vorn eine Tür und der Mann aus dem Wrack, Smith, kam heraus. Er trug nur Hose und Kurzhemd, das Langhemd hatte er über dem Arm hängen und die Schuhe hielt er in der Hand. Er wirkte verschlafen, bemerkte den zweiten Raumüberwacher erst gar nicht, sondern schrag fast zusammen, als er näher kam. »Ah«, murmelte er, »edler Iostera, ihr seid es. Seid gegrüßt.« »Ich grüße euch ebenfalls«, erwiderte Iostera. Aus der Nähe sah er, dass das Haar seines Gegenübers durcheinander war und sein Gesicht geschwollen wirkte. Einen Augenblick standen sie einander im dämmerigen Schein der Nachtbeleuchtung gegenüber, in dem selbst die goldenen Wandstehlen nur silbergrau schimmerten, und keiner wusste so recht, was er sagen sollte. Schließlich erklärte Iostera halblaut, »Ir verzeiht, aber ich muss die Morgenschicht antreten.« Smith nickte schlaftrunken. »Die Morgenschicht, verstehe.« Er nickte noch einmal, dann steuerte er auf die Tür seiner eigenen Kabine zu und verschwand dahinter. Iostera vergewisserte sich im Weitergehen, dass Smith nicht noch einmal auftauchte und dass der Schiffbrüchige in der Tat aus der Kabine der edlen Wilina gekommen war. Das Buch mit den Maximen des Ukur wog plötzlich schwer in seiner Hand. Es war zweifellos angebracht, über diese Begegnung stillschweigend zu bewahren. An den folgenden Tagen verbrachte Wilina mehr Zeit als gewöhnlich in der Heilstation auf dem Mitteldeck, half den anderen, Verletzungen zu verbinden und Unwohlsein zu untersuchen, reichte Tränke, füllte Pulver ab, gab Spritzen. Einmal kam eine ältere Niedere, die zwei Mördermaler auf der Stirn hatte und mit verkniffenem Gesicht wartete, bis sie an der Reihe war, um dann ein Heilmittel zu erbitten für einen anderen Niederen, der mit Fieber im Bett läge und nicht heraufkommen könne. »Ich kann dir nicht einfach einen fiebersenkenden Trank mitgeben,« erklärte Wilina, während ihr zu Bewusstsein kam, »dass sie noch nie im Unterdeck gewesen war. Er könnte eine Krankheit haben, die nur durch Fieber überwunden werden kann.« »Aber er kann nicht heraufkommen,« wiederholte die Frau. »Sie roch, als schliefe sie seit Wochen in ihren Kleidern, und ihre Hände waren rau und rissig.« Wilina griff nach dem Notizbrett. »Sag mir seine Bettnummer.« Heiler Uboron wird zu ihm kommen und ihn untersuchen. Uboron, der gerade damit beschäftigt war, Staubgrün aus dem Vorratsbehälter in kleinere Gläser umzufüllen, warf ihr einen äußerst unbegeisterten Seitenblick zu, den die erste Heilerin selbstverständlich ignorierte. Er würde tun, was sie ihm sagte. Und während sie all dies tat, während sie untersuchte, behandelte, Heilmittel richtete und Diagnosen mit den anderen Heilern besprach, war das köstliche Ersehnen der nächsten Nacht immer gegenwärtig, verzehrte sich ihr Körper nach der Berührung durch Smith, verlangte es sie nach seiner Umarmung wie einen Süchtigen nach seiner Droge. Bailen stapfte einigermaßen schlecht gelaunt die Gänge zu seiner Kabine entlang. Allmählich war es kaum noch auszuhalten mit dem Tenant, ihn Wände streichen zu lassen, als ob es nichts Wichtigeres zu tun gäbe. Derweil blieben die ganzen U-Tag-Übersetzungen liegen. Das Material über die Jorsen war noch nicht einmal zur Hälfte gesichtet, geschweige denn übersetzt, und die Tage bis zur Ankunft wurden immer weniger. Als Bailen die Tür der Kabine aufriss, fuhr 1004 erschrocken zusammen, die gerade dabei gewesen war, unter dem Bett von Slebak zu wischen, einem der drei Maschinenleute, mit denen Bailen sich die Kabine teilte. »Entschuldige«, sagte Bailen. »Schon in Ordnung«, keuchte die Niedere von Tiga die Hand auf der Brust. »Ich hätte sowieso die Tür offen lassen sollen. Es war nur, weil vorhin das Desinfektionsteam durchgekommen ist, und na ja.« Sie hob das Wischtuch auf, wusch es in ihrem Eimer, wrang es darüber aus und machte weiter. Bailen sah ihr unschlüssig zu, blickte an sich herab, auf die paar Spritzer Farbe, die Tennant Kuton so gestört hatten, dass er ihn zum Umziehen geschickt hatte, sah den Schrank an mit seinen Sachen, der am Kopfende des Bettes stand. »Macht es dir etwas aus, wenn ich mich rasch umziehe?« fragte er. 1004 sah mit großen Augen hoch. Sie hatte Augen, die in ihrem zartgefleckten Gesicht wie rundgeschliffene schwarze Edelsteine aussahen. »Wie bitte?« »Ich, ähm, sollte mich umziehen«, wiederholte Bailen und deutete mit einer Handbewegung, die ihm seltsam zappelig vorkam, ungefähr auf seinen Schrank. »Wegen dieser Farbflecken hier, die will der Tennant nicht sehen.« Sie streifte sich mit dem Handrücken eine Strähne aus dem Gesicht. »Ja, natürlich. Ziehen Sie sich um, das ist doch kein Problem.« Und sie wischte weiter, den Blick fest zu Boden gesenkt. Bailen zögerte, machte dann aber seinen Schrank auf und schlüpfte aus seinem Überanzug. Ein immer noch ungewohntes, unbequemes Kleidungsstück aus schwerem, störrischem Stoff, aber sie wollten nicht, dass er an Bord die Kutte seiner Bruderschaft trug. Er stopfte das Ding in den Wäschekasten und zog einen frischen Überanzug aus dem Schrank. Den letzten. »Das ist wirklich das erste Mal, dass mich jemand das fragt«, sagte 1004 plötzlich. »Bailen hielt inne, ein Bein im Hosenteil, das andere noch draußen. »Was?« fragt. »Ob es mir etwas ausmacht. Mir? Einer Niederin?« »Wirklich?« »Hatte er sich womöglich daneben benommen?« »Sie würden sich wundern, was Leute schon gemacht haben, während ich in ihrem Zimmer war und den Boden gewischt habe. Wirklich, als wäre man ein Möbelstück oder sowas.« »Tatsächlich?« »Was denn zum Beispiel?« »Das wollen Sie nicht wissen, glauben Sie mir. Manchmal war ich ganz froh, nur ein Möbelstück zu sein.« »Oh«, er wusste nicht, was er sagen sollte. Sie putzte weiter, wischte den Boden und er stand da, halb angezogen und sah ihr zu wie ein Idiot. Sie blickte hoch. »Ich kann auch rausgehen, wenn Sie wollen.« »Wie?« »Oh nein, nein, ich war nur in... Nein, das ist nicht nötig. Kein bisschen.« Er bohrte das andere Bein in den Überanzug, zog den Stoff hoch, schlüpfte in die Ärmel. Wie zum Beweis, wie wenig nötig es war. Ich war nur in Gedanken. Der Tenant ist ziemlich merkwürdig in letzter Zeit. Wir hätten jede Menge zu tun, aber er lässt die Arbeitsräume neu streichen und Wandbehänge aus Stoff anbringen, was absolut nicht gut aussieht. Und dann kocht er sich seit Neuestem immer dieses grässliche, dunkelrote Zeug. Fiar oder wie das heißt. Ein widerlicher Gestank. Das jeden Morgen. Er merkte, dass er plapperte, aber irgendwie konnte er sich gerade nicht stoppen. Aber Fiar ist ein ziemlich teures Getränk, meinte 1004. Das trinken normalerweise nur die Edlen. Keine Ahnung, wo er es her hat. Zu schmecken scheint es ihm jedenfalls nicht. Zumindest zieht er ein ziemliches Gesicht, wenn er es trinkt. Er knöpfte den Anzug zu. Dutzende unsinnig kleiner Knöpfe, wie es gerade Mode zu sein schien. Und zwar, seit wir dieses Wrack an Bord geholt haben. Seither ist er so seltsam. Was für ein Wrack? Fragte die Niedere. Bailen hielt inne, sah sie verblüfft an. Na, das Wrack, das 400 Jahre im All getrieben hat. 1004 schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Das Wrack? Das war vor, na, neun oder zehn Tagen. Man hat ein Funksignal aufgefangen und dann ein uraltes Raumschiff gefunden. Sie hatten Kühlkammern an Bord, aber es hat nur ein einziger überlebt. Davon weiß ich nichts. So etwas kriegt man im Unterdeck nicht mit. Ehrlich? Bailen wusste nicht, ob er das glauben sollte. Er hatte manchmal das Gefühl, die Tiganerin amüsiere sich über ihn. Jedenfalls, seither ist der Tenant schlecht gelaunt, seit das Wrack an Bord ist. 1004 wrang plätschernd ihren Lappen aus. Dann soll er besser nicht ins Unterdeck kommen. Ins Unterdeck? Der Tenant? Die Niedere begann emsig, das Zuluftgitter abzuwischen. Ich habe nichts gesagt, murmelte sie. Iostera verriet niemandem etwas, machte keine Andeutungen, ließ sich nichts anmerken. Delina und Smith begegneten einander formell, wenn sie sich außerhalb ihrer Kabine über den Weg liefen. Trotzdem sickerte über geheimnisvolle Kanäle, die niemand jemals restlos kennen würde, das Gerücht in die unteren Decks, die erste Heilerin und der geheimnisvolle Fremde hätten eine Affäre. Man trommelt es über die Wasserrohre, sagten die Raumfahrer der großen Schiffe dazu. Das Gerücht machte schnell die Runde. Einer sagte es dem anderen weiter. Hast du schon gehört? Und bald war es Thema und Tagesgespräch in den Kantinen, Maschinenräumen und Steuerstationen. Dass sonst nichts los war, die Megatau donnerte unentwegt durch den Hyperraum, unterbrochen von nur noch sehr kurzen Orientierungsetappen, da die Eintauchpunkte immer näher beisammen lagen, und niemand etwas Genaues wusste, trug zur Attraktivität dieser Art Gespräche bei. Die meisten Besatzungsmitglieder kamen zu der Ansicht, dass diese Affäre, so es sie denn geben sollte, der ersten Heilerin jedenfalls zu gönnen sei. Der Mann sieht zumindest einigermaßen gut aus, sagten die, die Iustere auf seinen schweigsamen Streifzügen durch die mittleren Decks begegnet waren. Besser sie hat was mit dem als mit dem Kommandanten. Auf eine solche Feststellung hin nickte für gewöhnlich jeder, der am Gespräch beteiligten. Die meisten hatten Eftelen Quest schon lange nicht mehr von Angesicht zu Angesicht gesehen, viele das letzte Mal bei der Ansprache vor dem Staat. Sie erinnerten sich an einen von dem ungezügelten Wohlleben reicher Patriarchen aufgedunsenen Mann, der vermutlich grauen Drogen frönte und so berühmt und verschlagen sein mochte, wie er wollte. Ein angemessener Partner für die schöne, edle Velina war er nicht. »Stimmt das?« fragte Quest tonlos. Velina verabreichte ihm die fällige Ration Sudblau wieder in einer jener endlosen, qualvollen Prozeduren, in der sie einander im Dunkeln gegenüber saßen und sie seinen Puls zerfasern fühlte, während die Maschine das Mittel in seine Adern pumpte. »Was?« fragte sie zurück. »Was stimmt?« »Dass du eine Affäre mit dem Republikaner hast.« Sie war froh, in diesem Augenblick ihre Finger nicht auf seinem Handgelenk zu haben. »Wer behauptet das?« »Jeder.« »Das ganze Schiff redet von nichts anderem.« »Lass sie reden.« Er stieß einen kehligen Laut aus, als schmerzt sie ihn etwas. »Ich muss das wissen.« Velina betrachtete seinen Schädel. Die winzigen Perlen schweißt darauf. Heute hatte Quest keinen Vortrag laufen lassen, nicht einmal Musik. »Bis jetzt hat das ganze Schiff geglaubt, wir beide, du und ich, hätten eine Affäre. Also, was soll's?« »Du weißt nicht, ob er wirklich ein Edler ist. Du könntest gegen die Standesregeln verstoßen. Du hast ihn selber anerkannt. Nach einer Regel, die seit 300 Jahren nicht mehr angewendet worden ist, seit der letzte Kommandant der Republik gestorben ist.« »Der vorletzte.« »Offensichtlich.« Quests Augen blitzten im Dunkel des Raumes auf, indem man nichts hörte von dem Schiff, seinen Maschinen und Bewohnern. Sie sah, wie er sie forschend musterte und begriff, dass er längst Bescheid wusste, dass er nur gefragt hatte, um herauszufinden, was Smith ihr bedeutete. »Ich brauche dich, Wilena«, erklärte er, so ruhig er konnte. Sein Atem ging schwer, aber das kam von der Behandlung und in seiner Stimme war eine Anspannung, die von der geheimnisvollen Vision her rührte, die ihn vorwärts trieb, und die es vielleicht war, die ihn in Wahrheit am Leben hielt. »Ich brauche dich. Das weißt du. Ohne dich kann ich es nicht schaffen. Ich muss wissen, ob ich auf dich zählen kann.« Sie presste die Lippen zusammen. So oft schon hatte sie sich gefragt, was es wirklich war, dass sie an den Kommandanten band. Die wissenschaftliche Arbeit allein war es nicht. Sie machte sich etwas vor, wenn sie sich einredete, sie sei an ihm nur als Objekt der Beobachtung und Untersuchung interessiert. Wäre er jünger gewesen und gesund, sie hätte mit ihm das Lager geteilt, ohne einen Augenblick zu zögern. Aber nein, nicht einmal das war es, was da dicht unter der Oberfläche lag, in dem Tumult ihrer Gedanken und Gefühle. Es war nicht so, dass sie an einem Wunsch festhielt, der niemals erfüllt werden würde. Es war auch nicht Mitleid mit einem kranken Mann, nein, es war etwas anderes. Aber sie wusste nicht was. »Kann ich auf dich zählen, Vellina?« fragte Quest noch einmal. »Sei nicht dumm,« sagte sie, beinahe ärgerlich, dass sie sich selbst so wenig verstand. »Ich werde dein Geheimnis wahren, was denkst du denn? Schon um meiner selbst willen.« Das war unfreundlich und klang vermutlich auch so. Doch Quest sah sie nur an. Lange. Und schien zufrieden zu sein. Kuton saß da und starrte die Wand an. Die weiße Wand. Die Wand, die sie frisch gestrichen hatten. Die sie schlecht gestrichen hatten. Man sah jeden Tropfen, jeden Rand, jeden Strich. Erbärmlich. Es war alles so erbärmlich. Genau wie der Wandbehang, den er wieder heruntergerissen hatte. Ein albernes Stück Flockenstoff, hellblau, weil das Magazin ihm keinen anderen hatte verkaufen wollen. Einen halben Monatslohn hatte er dafür hingeblättert. Und jetzt lag das Ding in der Ecke, hatte den Müllkorb verfehlt, hing zerfetzt an dessen Rand. Er hätte schreien können. Die andere Hälfte seines Monatslohns hatte er für Fiar ausgegeben. Er würde verschuldet zurückkommen, wenn er sich nicht endlich zwang, wieder Vernunft anzunehmen. Fiar zu kaufen, nur um ihn dann zu verhunzen mit einem schlichten Kochglas auf einer absolut unzureichenden Werbeplatte. Nur um so zu tun, als könne er hier unten im Mitteldeck, mitten in dieser elenden Mittelmäßigkeit und grauenhaften Zweckmäßigkeit, so leben wir ein Edler. Sie ließen ihn in Ruhe heute. Sie waren alle gegangen, hatten sich verzogen, alle Arten von Ausreden hatte er gehört. Vermutlich lachten sie irgendwo über ihn. Und das zu Recht. Zu mir taugte er ja doch nicht als dazu, das Gespött der Besatzung zu sein. Am besten ergab die Leitung der Forschung ab. Er würde alle Kraft zusammennehmen, noch einmal in die Zentrale gehen, einmal noch und dann nie, nie wieder und den Kommandanten bitten, ihn aus dem Führungsstab zu entlassen. Und dann würde er seinen Frieden finden können. Erst dann, wenn er niemals wieder in die Zentrale hinaufgehen musste. Wenn er niemals wieder ihr begegnen musste. Sie hatten versucht, die Gerüchte von ihm fernzuhalten. So offen lag also sein Herz, sein Sehnen. Ein offenes Buch war er für alle um ihn herum. Sie hatten versucht, ihn abzulenken, hatten Besprechungen so weit gedehnt, dass man das Essen aus der Kantine holen lassen musste, nur damit er nichts hörte von dem, was durch die Gänge der Megatau raunte. Und als er es gehört hatte, hatten sie abgewiegelt, das seien nur dumme Gerüchte, und schließlich hieße es schon ewige Zeiten wie Lina und Quest. Aber er wusste, dass es stimmte. Wie ein entsetzlicher Schmerz, der in seinen Gedärmen wühlte und ihn von innen heraus zerfressen wollte, war diese Gewissheit, dass es stimmte. Da war einer gekommen, ein Mann aus der Vergangenheit, aus einer Zeit, als es keine Edlen und keine Freien gegeben hatte, nur Bürger, und so einer kam und nahm einfach. Nahm einfach. Tat, was er wollte, und eine heißglühende Gewalt in ihm wollte etwas packen und zerreißen, wollte etwas an der Wand zerschmettern, die sie so erbärmlich gestrichen hatten, aber Tennant Kuton saß nur da und atmete keuchend, zwang sich zur Ruhe, wartete, bis das Schlimmste vorüber war. Er musste ruhig bleiben. Wenigstens das. Er musste sich zwingen, einsatzbereit zu bleiben für die Mission, für den Pantab, für das Reich. Er musste einfach. In seinen Pflichten war kein Platz für Gefühle wie diese. Als er auf den Tisch vor sich hinab sah, stellte er fest, dass er die Übersetzung, die Baelin für ihn angefertigt hatte, zu einem nur noch faustgroßen Ball zusammengeknüllt hatte. Vor dem Ende der letzten Sprungetappe wechselte das Sublicht von blassem Grün zu kräftigem Orange. Erhöhte Alarmbereitschaft. Keine Freiwachen. Niemand, der schlief. Alle Anlagen voll besetzt, Geschütze einsatzbereit und geladen. Quest hatte seinen Platz in der Zentrale eingenommen. Seine Augen folgten allen Bewegungen an den doppelt besetzten Dyaden. Die Luft schien zu knistern vor Anspannung. Man wusste, man würde in unmittelbarer Nähe des Yorsa-Systems ankommen, und die Kundschafter-Sonden lagen ausstoßbereit in ihren Rohren. Der Planet selber wird Yorsa genannt. Er ist der zweite von vier Planeten einer großen blau-weißen Sonne namens Loimok, fasste Tennant Kuton auf Geheiß des Kommandanten noch einmal zusammen, was man aus den Unterlagen von Paschkan erfahren hatte. Seine Stimme war ungewohnt kräftig, hatte beinahe Kommandoton, und sein Gesicht war auffallend bleich. Der erste Planet ist ein mondgroßer Felsklumpen, dessen Name nicht überliefert ist. Der dritte Planet, Tsai-Mok, ist ein Gasriese von 300-facher Standardgröße, ein Gasgigant, der beinahe eine Sonne hätte werden können. Eal-Mok, der vierte Planet, hat anderthalbfache Standardgröße und eine gefrorene Sauerstoffatmosphäre und befindet sich um den Faktor 13 außerhalb der Lebenszone. »Bisschen oft Mok, oder?« fragte Montag. »Was heißt das?« »Wir vermuten, dass es ein Reihenfolgenattribut ist,« sagte der Historiker. »Allerdings wissen wir nicht einmal, in welcher Sprache.« Durch die Sichtfenster war zu erkennen, dass plötzlich Bewegung in das sonst so reglose Milchgrau kam, eine schlierige Seitwärtsdrift, die dem Austauchen unmittelbar vorausging. »Achtung!« sagte Montaglaut, den Blick auf die Kontrollen des Hyperkonverters gerichtet. Die Härchen auf der Haut schienen sich aufzustellen vom Klang seiner Stimme. In Wirklichkeit einer der biologischen Effekte des Austauchens. Singularisierung! Das körnige Grau draußen wurde zu einem Gespinst langer, glitzernder Fäden, die sich umeinander wanden und sich zu einem immer enger werdenden Tunnel zusammenschnürten. »Horizontkontakt!« Die Fäden zerstoben. Man sah nur noch Blitze, die es in Wirklichkeit nicht gab, die nur quantenphysikalische Effekte auf der Netzhaut waren. Der Metaquanteninjektor trommelte nun in nervendem Staccato, während das bis jetzt gleichförmige Tosen der Triebwerke erstarb. »Austauchen!« Mit einem Schlag war Schwerze ringsum, sternerfüllte Leere, und Nebel und Sterne schälten sich aus dem Dunkel. Die Hinterseite der Augäpfel schien zu brennen, und manchen Besatzungsmitgliedern würde in den nächsten Augenblicken schlecht werden, ohne dass man hätte voraussagen können, wem oder gar warum. Es traf Frauen häufiger als Männer, Jüngere häufiger als Ältere, und aus irgendeinem Grund litten Edle so gut wie nie an Austauchübelkeit. »Alle Aggregate stabil!« meldete der erste Maschinenführer Gränne und rieb sich den derben Nacken. »Keine Schäden, keine Ausfälle, volle Einsatzbereitschaft!« »Vorgesehener Zielpunkt erreicht!« sagte der erste Navigator Felmori in der näselnden Sprechweise seiner Heimatwelt. Die Sternpeilung und die Magnet Feldmessung ergeben identische Werte, unter Berücksichtigung der galaktischen Drift müsste Yorsa in Normalflugreichweite liegen. »Raumüberwachung?« fragte Quest. Der edle Hunot, erster Raumüberwacher, nickte gemächlich. »Die Scanner haben das Yorsa-System beziehungsweise Loimok noch nicht ausgemacht. Da für die Bestimmung der Entfernungen zu den nahegelegenen Sternen ausreichend verschiedene Differenzialbilder nötig waren, würde das auch noch eine Weile dauern. »Werden wir angepeilt?« »Das ist schwer zu sagen. Wir messen natürlich zahlreiche stark strahlende Sender an. Bis jetzt scheinen alle natürlichen Ursprungs zu sein.« Hunot betätigte einige der Armaturen, betrachtete Frequenzbilder. »Ja, sieht alles natürlich aus.« »Da«, sagte der zweite Raumüberwacher, der edle Iostera plötzlich. »Das könnte Loimok sein.« Er schaltete das Kamerabild eines Himmelsausschnitts für alle sichtbar auf den großen Hauptschirm. Ein zitternder roter Kreis markierte einen hellen Lichtfleck. »Blau-weiße Sonne, Größenindex 1,2, Entfernung 46 Großspannen.« »Der Größenindex stimmt«, bestätigte Tenant Kuton. »Sonst irgendwelche Kandidaten«, wollte Quest wissen. Die beiden Raumüberwacher schüttelten einhellig die Köpfe. »Nein, das muss Loimok sein.« »Gut, schickt zwei Kundschafter-Sonden los.« Der Rückstoß, als die Sonden aus den Schächten geblasen wurden, war in der Zentrale nicht spürbar. Iostera klappte eine zusätzliche Konsole heraus, um die Kundschafter zu steuern. Die anderen Edlen stellten ihre Sitze zurück und atmeten aus. Das Austauchen war geschafft. Unmittelbare Gefahr drohte nicht. Nun begann erst einmal wieder ein langes Warten. Als Raumfahrer verbrachte man ziemlich viel Zeit seines Lebens mit Warten. Gerade als die letzte Austauchübelkeit versorgt war, tauchte Smith in der Heilstation auf. Wilina hielt unwillkürlich den Atem an. Das hatte er noch nie getan, sie bei ihrer Arbeit zu besuchen und in Anbetracht der kursierenden Gerüchte war dies der schlechteste Zeitpunkt, den er hätte wählen können. Seid gegrüßt, edler Smith, sagte sie betont formell, ehe Uberon sich um ihn kümmern konnte. Der hühnenhafte Heiler versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, aber sie konnte förmlich spüren, wie er lauschte. Habt ihr Austauchbeschwerden? Smith lächelte nachsichtig. Nein. Es klang als amüsiere ihn, die Vorstellung. Ich bin nur auf der Suche nach jemandem, der mir sagen kann, was vor sich geht. Was soll denn vor sich gehen? Wir sind ausgetaucht und nehmen keine neue Fahrt auf. Die Warnstufe ist auf orange angehoben worden. Falls sich nichts Gravierendes an den Standardroutinen geändert hat, heißt das, wir haben einen unerforschten Zielpunkt erreicht. Nun, dann wird es so sein, sagte Velina. Sie ärgerte sich, dass er versuchte, sie auszuhorchen. Er wusste natürlich, dass sie dem Führungsstab angehörte, aber sie hatte nicht angenommen, dass er versuchen würde, sie zu einem Geheimnisverrat zu verführen, nur weil sie das Lager mit ihm teilte. Wir sind nahe dem galaktischen Zentrum, nicht wahr? fragte er. Es sieht zumindest so aus, wenn ich in meiner Kabine aus dem Fenster blicke. Das galaktische Zentrum oder einer der großen Kugelhaufen? Velina sah vor sich auf den Tisch hinab. Ihre Hände spielten mit einem Wundmesser. Ich werde dazu nichts sagen, Edler Smith. Die Schweigeverpflichtung des Führungsstabes hat den Sinn, dass der Kommandant entscheiden kann, wann die Besatzung welche Einzelheiten über die Mission erfährt. Der Mann aus den Zeiten der Republik lächelte wieder. Ja, natürlich. Bitte verzeiht mir. Es war nicht meine Absicht, euch zu kompromittieren. Sie sah hoch in der Absicht, ihm böse zu sein. Aber als sie ihm in die Augen sah, war da etwas, das ihr durch und durch ging, die Wirbelsäule hinab wie ein elektrischer Schlag. Sie hielt den Atem an und konnte erst wieder ausatmen, als er gegangen war. Als die in der Beschreibung genannten Planeten gefunden waren und feststand, dass sie das richtige Sonnensystem gefunden hatten, steuerten die Kundschaftersonden den zweiten Planeten, Yorsa, an. Auf dem Hauptschirm in der Zentrale der Megatau erschien ein blasser, gelblich-weißer Fleck, der nur sehr langsam größer wurde. Vierkommazweifache Standardgröße, nickte der Tenant, als die Messwerte eingeblendet wurden. Das ist Yorsa. Der Planet hat einen Halo, verkündete Hunoth. Das war zumindest ungewöhnlich. Der Fleck wurde größer, runder, blieb aber verwaschen. Nach und nach erkannte man einen großen, in eine diffuse Wolke gehüllten Planeten mit einer dichten, gelb-weißen Atmosphäre ohne sichtbare, größere Lücken. Wäre er nicht zu klein dafür gewesen, man hätte ihn für einen Gasplaneten halten können. Der Halo umgab Yorsa wie ein bleicher Schimmer und ab und zu blitzte irgendwo darin etwas auf. Es scheint sich um Kristalle zu handeln, sagte Iostera. Was wir als Aufblitzen sehen, ist Sonnenlicht, das an einer ebenen Fläche reflektiert wird. Vielleicht Eis, überlegte Hunoth. Gibt es schon Daten über die Planetenoberfläche? fragte Kuton. Nein, erwiderte der zweite Raumüberwacher. Die Kundschafter sind noch zu weit entfernt. Irgendwelchen Funkverkehr? Nein, nichts. Nicht einmal Signaturen von Energieerzeugern. Angespanntes Schweigen verschluckte die Worte Iosteras. Keiner wagte, die wahrscheinlichste Erklärung dafür auszusprechen, dass sie zu spät gekommen waren. Dass die Jorsen entweder längst nicht mehr hier lebten oder dass sie ausgestorben waren. Der Planet wölbte sich ihnen größer und größer entgegen. In der Melange aus fahlem Weiß und bleichem Gelb wurden fadendünne Wirbel aus Schwarz, Braun und Dunkelgrau sichtbar. Als hätte ein Gigant die dicke Atmosphäre mit einem riesigen, leicht verunreinigten Löffel umgerührt. Winzige Wölkchen verteilten sich auf dem gewaltigen Rund wie hingetupft, der Rand der Atmosphäre Glom-Golden auf und die Hell-Dunkel-Grenze zog eine scharfe, leicht rissig wirkende Linie. Es sind tatsächlich Kristalle, meldete Hunoth und blendete ein vergrößertes Bild ein. Es zeigte eine Wolke Nadelspitzer tetragonaler Kristalle von bläulicher Farbe. Es wundert mich, dass sie einen Halo bilden, sagte Tennant Kuton, der vor lauter Staunen in jenen scheuen, behutsamen Ton zurückgefallen war, den man bei ihm gewohnt war. Stimmt, sagte Felmuri, sie dürften höchstens einen Ring bilden. Alle Partikel, deren Umlaufbahnen von der Hauptebene abweichen, müssten nach und nach mit anderen zusammenstoßen und im Lauf der Zeit verschwinden. Aber sie bilden einen Halo, konstatierte Kuton. Was heißt das? Vielleicht, dass er noch nicht so lange existiert. Quests tiefe Stimme ließ sich vernehmen. Edler Hunot, sagte er, vergrößert einen der Kristalle so weit als möglich. Sofort, erhabener Kommandant. Das Bild ruckte hin und her, bis einer der Kristalle im Zielkreuz lag. Dann wurde die Vergrößerung hochgeschaltet. Maßangaben blendeten sich ein. Der Kristall maß in seiner Längsachse an die hundert Mannslängen, in der Breite etwa vierzig. Und in seinem Schwerpunkt lag etwas Dunkles. Ein großer Schatten. Holt das näher heran, befahl Quest. Die Vergrößerung sprang, wurde körnig, stellte sich scharf. Das Blau des Kristalls füllte nun das ganze Bild. Der Schatten dahinter sah fremd aus und zugleich merkwürdig vertraut, als hätten sie ihn schon einmal gesehen. Können wir das klarer bekommen? Sofort! Die Finger des Patriarchen von Swokuleinen huschten über Tasten und Sensortafeln. Die Farben auf dem Schirm verschoben sich, ein Flimmern huschte die Bildkanten entlang, dann klärte sich das Blau, schälten sich die Konturen der Gestalt dahinter deutlich heraus. Oh nein, sagte jemand. Bei der Gnade des Pantab, murmelte ein anderer. In der Mitte des Kristalls eingeschlossen, seit unbekannten Zeiten den Planeten umkreisend, befand sich ein Jorse, starr und steif wie versteinert. Und er war unglaublich groß. Die Herrscher der Morgenröte Millionen dieser Kristalle umkreisten den Planeten, vielleicht auch Milliarden. Die Auswertungseinheiten waren noch dabei, sie zu zählen und ihre Bahnen zu errechnen. Und jeder Kristall bot das gleiche Bild. Ein Jorse schwebte so reglos in seinem Schwerpunkt, als wäre er eingegossen worden, in die transparente, blaue Substanz. Die Menschen in der Zentrale der Megatau verharrten schweigend und schauten, vergaßen ganz, dass sie selber noch weit von all dem entfernt waren. Dies also waren die Jorsen, die erste nichtmenschliche Intelligenz der Untertanen des Pantab jemals begegnet waren. Die Jorsen waren, abgesehen von ihrer erschütternden Fremdartigkeit, vor allem groß, geradezu riesig. Allein der Kopf eines Jorsen war länger als der Körper eines Menschen lang und der Kopf war zierlich im Vergleich zum Rest dieses Wesens. Ein Beinpaar und zwei Armpare gab es und die meisten derer, die sie zu Gesicht bekamen, hatten eines davon halb in die Höhe erhoben, ehe sie erstarrt waren. Weder Augen noch sonstige Sinnesorgane waren auszumachen. Zumindest keine, deren Form einem bekannt vorgekommen wäre oder deren Funktion man hätte erraten können. Ein flacher, grauer, halbkugeliger Schädel, getragen von vier dicken, nach unten hin schmaler werdenden Wülsten, Fühler, warzenartige Strukturen, Reihen gerader Schlitze, nichts, das einen ansah, weder klagend noch sonst irgendwie. Nichts, an dem man hätte erkennen können, ob diese Wesen tot waren oder noch lebten. Was hat das zu bedeuten, Tenant Kuton? fragte Quest schließlich. Der Wissenschaftler war offensichtlich ratlos. Ich weiß es nicht, erhabener Kommandant. Vielleicht hat sich eine Katastrophe ereignet, meinte der zweite Kommunikator Ogur. Eine Weltraumsiedlung, zerstört durch eine unbekannte, ich weiß nicht. Kuton schüttelte den Kopf. So sieht es nicht aus, absolut nicht. Eher wie ein Friedhof. Wir nehmen Kurs auf Yorza, befahl Quest und erhob sich aus seinem Sessel. Wenn er stand, überragte er alle anderen. Das vergaß man leicht, solange er saß. Erster Pilot Montag, wann werden wir das Ziel erreicht haben? Montag fuhr hoch. Ungefähr morgen gegen 22 Gier, erhabener Kommandant. Gut. Wir treffen uns morgen um 18-Gier hier. Tenant Kuton, gehen Sie die Dokumente von Paschkan noch einmal durch, vielleicht finden Sie einen Hinweis auf Sinn und Zweck dieses Kristall-Halos. Er nickte Kuton zu, dann Montag. Erster Pilot, euer Schiff. Damit ging er. Na gut, er setzte sie nicht unter Druck. Er wollte sie auch nicht zu etwas verleiten. Er fragte einfach und er fand sich auch damit ab, keine Antwort zu erhalten. Schau, sagte Velina in seinen Armen, mit den Fingern seine merkwürdig zugerichtete Haut abtastend, in einem beiläufigen, nicht bewussten Interesse. Ich kann dir nicht sagen, wo wir sind. Das sind die Regeln an Bord eines Sternenschiffs. Der Kommandant entscheidet. Er entscheidet auch, was der Führungsstab wissen darf. Letztlich ist er es ja, der dem Pantab verantwortlich ist. Verstehst du? Seine Finger strichen durch ihr Haar. Siehst du nicht, dass das unsinnige Regeln sind? Zu Zeiten der Republik wäre so etwas unvorstellbar gewesen. Die gesamte Mannschaft im Unklaren zu lassen, darüber, wohin die Reise geht und wo man sich befindet? Große Galaxis! Ein Kommandant, der das versucht hätte, hätte das letzte Mal in seinem Leben ein Schiff geführt. Nun, die Zeiten haben sich eben geändert. Aber das Universum hat sich nicht geändert. Die Gefahren der Raumfahrt haben sich nicht geändert. Angenommen, jemand von der Besatzung bemerkt eine Unregelmäßigkeit. Woher soll er wissen, ob er eine entscheidende Beobachtung gemacht hat oder ob es sich um eine unbedeutende Sache handelt? Wie soll er das auch nur annähernd einschätzen können, wenn er keine Ahnung hat, worum es geht? Selbst wenn alle alles melden würden, was sie nicht tun werden, weil sie umgehend einen Dämpfer verpasst bekämen. Aber selbst wenn alles, was sie sehen, den Kommandanten erreichte, er würde ertrinken in einer Flut unbedeutender Information. Seine Hand hielt in ihrer Bewegung inne. An Bord dieses Schiffes könnten zwölfhundert Gehirne denken, wenn man sie ließe. Aber so, wie ihr es handhabt, kann nur eines denken, weil nur eines alle Daten hat. Das des Kommandanten. Eine grandiose Verschwendung. Eine gefährliche Verschwendung. Wilina seufzte. Da lag sie, in den Armen eines Republikaners, seinen aufrührerischen Reden lauschend. Schon das hätte sie sich nie träumen lassen. Noch weniger, dass sie beinahe plausibel finden würde, was er sagte, obwohl es gegen alle Werte ging, zu denen sie erzogen worden war. Ich weiß nicht, sagte sie. Findest du das nicht etwas überzogen? Ich meine, die Standesregeln kommen ja irgendwoher. Sie werden irgendeinen Sinn haben. Wenn Menschen absichtlich in Unwissenheit gehalten werden, hat das immer den Sinn, die Privilegien derjenigen zu bewahren, die wissen. Noch etwas, das sich niemals ändert. Euer großartiger Kodex dient dazu, die Edlen als etwas Besonderes hinzustellen, innerhalb der Edlen den Kommandanten zu einem Halbgott zu machen und letztlich, da er ja dem Pantab Rechenschaft schuldet, dem Pantab zu einem Gott. Das ist alles. Für dieses amüsante Spiel riskiert ihr euer Leben. Er sagte es in einem Ton, als amüsiere es ihn tatsächlich. Aber du brauchst mir nichts zu sagen. Ich kriege auch selber heraus, was ich wissen will. Als sie sich am nächsten Tag um 18 Gier in der Zentrale versammelten, war Yorsa bereits durch die Sichtlupen als großer, schmutzig-weißer Himmelskörper zu erkennen. Die Megatau flog einen vorsichtigen Annäherungskurs, der sie in einen Orbit außerhalb des Halos bringen würde. Immer noch hatte sich kein fremdes Raumschiff gezeigt, hatte man keinerlei Funksignale aufgefangen, hatte kein anmessbarer Detektor das Fernerkundungsschiff erfasst. Nach allem, was ihnen die Geräte sagten, verlief ihre Annäherung unbemerkt. Falls es in diesem Sonnensystem noch jemanden geben sollte, der ihre Annäherung hätte bemerken können. Tennant Kuton hatte seinen jungen Schützling mitgebracht, die Novizen der Bruderschaft der Bewahrer. Bailen. Der Junge hielt eine Mappe mit Notizen umklammert und sah sich neugierig um, streckte den Hals, unauffällig, wie er wohl meinte, um den Planeten besser sehen zu können. Erster Verweser Darville, schnarrte Quest grimmig. Ist der Junge auf seine Geheimhaltungspflichten hingewiesen worden? Der Stellvertreter Quest nickte. Ja, er kennt den Umfang der Geheimhaltung, hat die Begründung verstanden und weiß, welche Strafen ergeben. Gut, also, Tenant Kuton, was haben Ihre Nachforschungen ergeben? Der Leiter der wissenschaftlichen Abteilung knetete wieder seine Hände. Nun, wir haben die ganze Nacht mehr oder weniger die bisherigen Unterlagen, das will ich nicht wissen. Ich will wissen, was sie haben. Natürlich, erhabener Kommandant, wir haben einen Hinweis auf den Halo gefunden, was zugleich bedeutet, dass er schon länger als 10.000 Jahre existiert. Balen ließ die Stelle vor. Der Junge klappte seine Mappe auf, straffte die Schultern und las. Die Umlaufbahnen aller Elemente des Halo sind in Orientierung, Höhe und Frequenz so aufeinander abgestimmt, dass sie verschiedene – hier kommt ein Wort, das wir nicht übersetzen konnten – repräsentieren. Die Jorsen, die im Halo leben, sind Gefangene, die nichts getan haben. Ein Moment herrschte verdutzte Stille. Gefangene, die nichts getan haben, wiederholte Quest. Mit anderen Worten, die Jorsen, die in den Kristallen leben? Balen nickte. Ja, an anderer Stelle ist ausdrücklich davon die Rede, dass sie die Kristalle unter bestimmten Bedingungen wieder verlassen. Was sind das für Bedingungen? Das konnten wir leider auch nicht übersetzen. Der junge Bewahrer duckte sich in einer um Nachsicht heischenden Geste. Es ist eine schwierige Textpassage, sehr schwierig. Quest blickte sich grübelnd um. Niemand sagte etwas. Das fahle Licht des nahenden Planeten spiegelte sich an der Decke der Zentrale. Velmori, sagte Quest. Ihr habt euch die Umlaufbahn der Kristalle näher angeschaut, nicht wahr? Der erste Navigator nickte. Ja, erhabender Kommandant, was wir als Halo wahrnehmen, sind in Wirklichkeit zahlreiche Höhenschalen um den Planeten, innerhalb derer sich die Körper in einheitlicher Richtung bewegen. Das Halo ist ein Gespinst hunderter verschiedener hoher Umlaufbahnen, wie ein Knäuelgarn ungefähr. Das ist der Grund dafür, dass es stabil mit anderen Worten, in diesem Punkt ist die Überlieferung korrekt. Felmuri kratzte sich nervös an der Nase und senkte die Hand hastig wieder, als ihm seine Unschicklichkeit bewusst wurde. Ja, sagte er, die Umlaufbahnen sind in der Tat aufeinander abgestimmt. Gefangene, die nichts getan haben, wiederholte Quest noch einmal und schüttelte den mächtigen Schädel. Das ist ein seltsamer Satz, oder? Was verzeiht, der Junge flüsterte fast. Ich habe nur zu übersetzen versucht, was geschrieben steht. Sicher. Der Kommandant war zu einem Entschluss gelangt. Man sah es daran, wie sich seine Haltung veränderte und man spürte es an der veränderten Energie, die plötzlich den Raum beherrschte. Da will, stellen sie ein Kommando zusammen, unter ihrer Leitung. Starten sie mit dem Beiboot, fliegen sie und versuchen sie ihn zu öffnen und den Jorsen darin zu bergen. Davils untersetzte, in Gegenwart des Kommandanten ewig gebeugte Gestalt straffte sich. Ich habe gehört, erhabener Kommandant, und ich folge. Als Bailen zurück in seinen Arbeitsraum kam, war ihm fast schlecht. Er warf die Mappe auf den Tisch, zog noch einmal den Originaltext hervor und das U-Tag-Wörterbuch, schlug dieselben Wörter noch einmal nach, die er die ganze Nacht über wieder und wieder nachgeschlagen hatte, deren Querverweise er studiert und deren Beispiele aus der bekannten Literatur er gelesen hatte. Es war sinnlos, er wusste es, und eigentlich hätte er sich endlich hinlegen und schlafen müssen, aber er konnte nicht schlafen, nicht mit dieser so wichtigen Übersetzung, von der er das Gefühl hatte, dass es die schlechteste Übersetzung war, die er jemals angefertigt hatte. Eine Handvoll Sätze und die Hälfte davon hatte er mehr oder weniger geraten. Hier, dieser Partikel, Not, es ergab überhaupt keinen Sinn, dass das da stand, was um alles in der Galaxis hieß das? Aber das hatte er natürlich nicht zugeben können. Der Tenant hatte ihm unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass der Kommandant sich nicht dafür interessierte, auf welchem Weg man zu Erkenntnissen gelangt war. Nur für die Erkenntnisse selbst. Und wehe, sie waren falsch. Dann würde einen der volle Zorn eines mächtigen, unduldsamen Mannes treffen. Da konnte er nicht hergehen und seine linguistischen Zweifel schildern. Erstens hätte Quest ihm genauso das Wort abgeschnitten wie dem Tenant, der so etwas ja auch immer wieder versuchte. Zweitens wäre womöglich der Verdacht aufgekommen, er hintertreibe die Mission. Und wenn man ihn von den weiteren Arbeiten ausschloss, konnte er seinen Traum eines Tages mit den geraubten Heiligtümern nach Paschkan zurückzukehren, begraben. Er stützte den Kopf in die Hände. Seine Stirn fühlte sich fiebrig an, und seine Augen brannten. Wann hatte er eigentlich das letzte Mal etwas gegessen? Genau, das war es. Er würde in die Kantine hinübergehen und sich etwas zu essen holen, ein belegtes Brot oder eine Schale Ruga. Kurz das Gehirn auslüften, ein paar Nährstoffe nachschieben und dann weiter. Not. Was hatte dieser Partikel in diesem Satz zu suchen? Das Beiboot verließ mit fünfzehn Mann Besatzung den unteren Hangar. Das Kommando hatte der erste Verweser Davil. Neben der Stammbesatzung waren außerdem an Bord Tenant Leti, dessen biologische Kenntnisse eventuell von Nutzen sein würden, sowie der beste Werkmacher an Bord, Zoom Prada, ein Freier, der die Mission der Megatau normalerweise in den Werkstätten vor den Maschinenräumen verbrachte und dem man nachsagte, Wunder vollbringen zu können. Manchmal zumindest. Er hatte einen Koffer voller Bohrer und Fräsen eingepackt und freute sich, einmal den freien Mit bloßem Auge sah man zuerst nichts, nur einen großen, hellen Planeten mit dichter Atmosphäre. Doch wenn man eine Weile hinausblickte, sah man es wie Zauberstaub funkeln und glitzern entlang der Planetenkrümmung. Und dann, wenn sich der Blick darauf eingestellt hatte, sah man die Wolke aus Kristallen, winzig und zahllos wie ein Schwarm gefräßiger Insekten, die im Begriff gewesen waren, über den Planeten herzufallen. Ein absurdes Bild. Davil wandte den Blick ab, studierte die Bildschirme und die mit Orta-Markierungen überlagerten Bilder darauf. Ein Problem war die Größe der Yorsen. Ein Yorse war fast so lang wie das ganze Beiboot. Das hieß, sie würden ihn nicht an Bord nehmen können, wenn sie ihn befreit hatten. Im Grunde wäre es besser gewesen, ein Annäherungs Manöver mit der Megatau zu erst zu öffnen. Aber das wollte Quest nicht riskieren. Also würde man den Kristall in eine Druckblase hüllen, ehe man versuchte, sich Zugang zu verschaffen. Man wusste nicht, woraus die Kristallhülle bestand oder was sich darin befand. Ob sich überhaupt etwas darin befand. Auf den Bildern sah es aus, als sei bis auf die Haut des Yorsen alles massiv, dieser sozusagen eingegossen in seiner Haltung. Falls es sich tatsächlich um ein Gefängnis handelte, so war es die perfideste Konstruktion, von der jemals jemand gehört hatte. Die Yorsen sind Sauerstoff Atmer, so viel wissen wir, erklärte Leti dazu, als sie die Einzelheiten des Plans durchgingen. Aber freilich, auf welche Weise Wesen zu atmen gelernt haben, die im Stande sind, ganze Sonnensysteme zu versetzen, darüber können wir hatte kein gutes Gefühl bei der Sache. Er musterte die Kristalle in der nächsten Umgebung. Sie sahen alle gleich aus, waren nur verschieden groß, ebenso wie die Yorsen darin. Aber zu groß waren sie alle. Schließlich wählte er mehr oder weniger willkürlich einen aus, deutete darauf und sagte zum Piloten des Beibots dieser. Bailen hatte sich gerade ein Brot und ein Glas Wasser von der Ausgabe geholt und sich damit an einen freien Tisch gesetzt, als ein ganz in schwarz gekleideter Mann auftauchte und sich ihm mit ungefähr der gleichen Ausstattung schräg gegenüber setzte. Sie wünschten sich gegenseitig Genuss, dann biss Bailen auch schon in sein Brot und kaute genüsslich. Mein Name ist Smith, sagte der Mann ihm gegenüber. Genau. Jetzt fiel es ihm wieder ein, was man sich erzählte. Von dem Mann aus dem Wrack, der 400 Jahre Kälteschlaf überlebt hatte und ganz in Schwarz herumlief. Bailen, erwiderte Bailen und entbot den üblichen Gruß, soweit er das mit dem Brot in der Hand konnte. Ihr seid der Mann aus der Vergangenheit, nicht wahr? Allerdings, nickte der Mann lächelnd. Muss seltsam sein, sich plötzlich in der Zukunft wieder zu finden. Nicht seltsamer als plötzlich aus dem Paschcanarium entführt zu werden. Bailen verschluckte sich, musste husten und sich von dem Fremden auf den Rücken klopfen lassen, um die Luftröhre wieder freizubekommen. Wie bitte? Japste er dann. Du arbeitest für Tenant Kuton, sagte Smith. Übersetzt Dokumente, die aus dem Heiligtum geraubt wurden. Bailen blieb der Mund offen stehen. Woher wisst ihr das? Entfuhr es ihm und er hätte sich im nächsten Moment ohrfeigen können für so viel Dämlichkeit. Man erfährt vieles, wenn man sich ein bisschen umhört. Smith lächelte. Es waren eine Menge Piloten beteiligt an der Aktion und Piloten können ihre Heldentaten nun einmal sehr schwer für sich behalten. Ach so. Ist das einer der Texte? fragte Smith und deutete auf das Blatt, das Bailen zusammengefaltet unter sein Tablett geschoben hatte. Darf ich mal sehen? Er streckte die Hand aus. Bailen wollte es ihm nicht geben, wollte ablehnen, aufstehen und gehen, aber dann schob er es ihm doch hinüber. Warum auch nicht? Es war schließlich in Utak, der alten Sprache der Wissenschaft. Was würde der gestrandete Kommandant eines verunglückten Raumschiffs damit schon anfangen können. Aber siehe da, der gestrandete Kommandant eines verunglückten Raumschiffs konnte eine Menge damit anfangen. Utak, meinte er und studierte die Zeilen stirnrunzelt. Und ziemlich haariges dazu. Ihr beherrscht Utak? entfuhr es Bailen. Einigermaßen. Ist ziemlich nützlich für einen Prospektor. Eine Menge alter Unterlagen sind in Utak verfasst worden, auch als es längst niemand mehr gesprochen hat. Bailen wusste nicht, was er sagen sollte. Also sagte er nichts, sondern biss ein großes Stück von seinem Brot ab, damit er zu kauen hatte. Smith schob ihm das Blatt hin und deutete auf eine Stelle. Auf genau die Stelle, auf die es ankam. Wie übersetzt du das? Bailen schluckte hinunter, spülte mit einem Schluck Wasser nach und nannte ihm die Übersetzung, die er auch Quest vorgelesen hatte. Gefangene, die nichts getan haben? Der Mann lachte spöttisch, ich bitte dich, was hätte in so einem Satz ein Not verloren? Ja, daran rätsele ich auch herum. So wie es dasteht, scheint es abstoßen oder bedrohen zu heißen. Aber das ergibt absolut keinen Sinn. Ich habe schon überlegt, ob es einfach ein Fehler des Schreibers ist. Es ist kein Fehler des Schreibers, sagte Smith. Es ist ein Fehler des Übersetzers. Ach ja? Starkes Stück. Balen hieb die Zähne in sein Brot und überlegte, ob er es wagen konnte, ihm einfach zu sagen, wohin er sich verziehen solle. Überleg mal, welche Hauptdeklinationen kennt das Utak? Zunächst natürlich die Narrative, aber dann hieße es Nulu, nicht Not. Genau, nickte Balen kauend. Außerdem gibt es in der Reihenfolge absteigender Häufigkeit des Vorkommens die Reflektive, die Demonstrative, die Induktive und und die Sakrale. Balen hatte plötzlich das Gefühl, dass ihm die Augen aus den Höhlen quollen. Er riss das Papier an sich. Bei der Rückkehr der Eloah. Not ist kein Partikel, sondern sakral dekliniert. Er las den Text noch einmal, las ihn wie im Fieber. Das ändert einiges, nicht wahr? schmunzelte Smith. Einiges, das ändert alles. Dann sind es keine Gefangenen und statt nichts tun heißt es. Ihm wurde plötzlich heiß und kalt vor Schreck. Er ließ das Brot auf das Tablett sinken, unfähig noch einen Bissen zu nehmen. Ich muss sofort in die Zentrale. Velina war an seiner Tür gewesen, dreimal mindestens, hatte geklopft, aber er war nicht da gewesen. Zumindest hatte er nicht dann hatte sie jemand erwähnen hören, dass er im Schiff gesehen worden sei, im Observatorium. Sie hatten sich seit ihrer letzten gemeinsamen Nacht nicht mehr gesehen, zu den Mahlzeiten nicht und auch sonst nirgends, aber Smith war im Speiseraum gewesen, das hatte der Anrichter ihr bestätigt. Er habe einen Notizblock dabei gehabt und während des Essens Berechnungen angestellt. Also führte er auf eigene Nicht zu fassen, war das überhaupt möglich? Sie hatte eine verschwommene Vorstellung davon, wie das gehen mochte, glaubte sich aber zu erinnern, dass man diese alten Verfahren nicht einmal mehr an den Raumakademien lehrte. Sie bezweifelte, dass zum Beispiel der erste Navigator Felmori imstande gewesen wäre, die Position der Megatau durch bloße Sternenbeobachtung und händische Berechnungen zu bestimmen. Dass Smith dennoch versuchte, beunruhigte sie nicht wenig, auch wenn sie nicht hätte sagen können, warum. Sie klopfte ein weiteres Mal bei ihm an, energischer diesmal, und als er wieder nicht öffnete, blickte sie nach rechts und links, sah niemanden, holte Tiefluft und zückte ihren Generalschlüssel, der jede Tür im Schiff öffnete mit Ausnahme der Gemächer des Kommandanten, für die Quest ihr einen eigenen Schlüssel gegeben hatte, verbotener Weise, genauso verboten wie den Generalschlüssel ohne Vorliegen eines dringenden Notfalls zu benutzen. Smith war tatsächlich nicht da. Seine Räume wirkten, obwohl sie genauso ausgestattet waren wie alle Kabinen des Oberdecks, seltsam kahl und unbelebt. Was daran liegen mochte, überlegte Velina, dass er die meisten Nächte in ihrem Bett verbrachte. Auf dem Tisch am Sichtfenster, dessen Blende offen stand und das die gleißende Sternenfülle des galaktischen Zentrums zeigte, lagen Papiere. Tatsächlich vollgekritzelt mit Formeln, die sie nicht verstand und Zahlen in ungewohnter Schreibweise. Das konnte alles mögliche sein. Sie starrte ratlos darauf, kämpfte mit dem Impuls, die Blätter ordentlich zusammenzuschieben. Es war nicht nötig, ihn merken zu lassen, dass sie hier gewesen war. Sie hob behutsam einige der Seiten hoch, doch auch darunter nichts als Formeln, Zahlen, Skizzen. Sie wollte schon aufgeben, alles wieder so hinlegen, wie sie es vorgefunden hatte, als sie es sah. Auf ein Blatt hatte er eine Liste mit vermuteten Positionen geschrieben. Kajasten Sektor, Furkat Region, Astari Haufen und so weiter. Nach und nach hatte er alle wieder verworfen, hatte die Namen durchgestrichen bis auf einen. Einen, den er überhaupt nicht hätte kennen dürfen. Jorza. Balen rannte den Gang entlang, an Leuten vorbei, die ihm schimpfend auswichen oder auch nicht, rannte und fluchte über seinen Fehler. Tausendmal verdammtes Utak. Wer war das noch gleich gewesen, der einmal den Verdacht geäußert hatte, dass Utak sei eine künstliche Sprache gewesen, mit Absicht so kompliziert und verwirrend und voller Fallstricke gestaltet, dass ihr Gebrauch nur den klügsten vorbehalten sein würde. Er hatte Recht. Unbedingt. Balen hatte versucht, die Zentrale oder den Tenant über den Kommunikator zu erreichen, aber er kam mit diesen Geräten immer noch nicht zurecht, hatte bloß irgendwelche Maschinisten erreicht oder Bordschützen. Also rannte er, was das Zeug hielt. Man blickte ihm nach, man schimpfte, man sprang zur Seite, und an der Treppe hoch zur Zentrale hielt man ihn auf. Der Arm des Wachmannes war mindestens so dick wie Balens Oberschenkel und gab so wenig nach wie ein Stahlträger. Den Keine Passage, grollte eine Stimme wie ein verrosteter Baggermotor. Ich muss in die Zentrale, rief Balen, sofort oder es geschieht ein Unglück. Im Augenblick keine Passage, wiederholte der verrostete Baggermotor. Aber Sie kennen mich doch, ich war erst vor kurzem in der Zentrale, vor einem Gier bin ich hier herunter gekommen, daran müssen Sie sich doch erinnern. Stählern glänzende Augen betrachteten Balen unbeeindruckt. Ich erinnere mich, du bist heruntergekommen, das heißt, der Kommandant hat dich fortgeschickt. Wenn er dich wieder braucht, wird er dich rufen lassen. Und das werde ich dann wissen. Balen musterte den Koloss, schätzte die Chancen ein, mit einem kühnen Sprung an ihm vorbeizukommen. Das konnte er vermutlich vergessen. Hören Sie, versuchte er es noch einmal, Tenant Kuton muss noch in der Zentrale sein, das ist mein Vorgesetzter. Ich muss ihm dringend etwas sehr, sehr Wichtiges sagen. Ist das alles? Der Wachmann zog einen Kommunikator hervor, der in seinen Pranken wie Spielzeug aussah, drehte kurz und gekonnt an den Rädchen und hielt ihm das Gerät hin. Bitte, Tenant Kuton. Tenant, rief Balen, hören Sie mich. Die Stimme des Tenant klang verwundert. Ja, Balen, was gibt es denn? Balen schluckte. Ich habe einen Fehler in der Übersetzung gemacht. Ich habe die Deklination verwechselt. Ein Wort, das ich für einen bedeutungsfreien Partikel gehalten habe, ist in Wirklichkeit ... Balen, lass uns das ein andermal diskutieren, ja? Nein, halt, warten Sie, schrie Balen. Stoppen Sie die Aktion des Beibots sofort, bitte. Man darf nicht versuchen, einen der Kristalle zu öffnen, hören Sie, Tennant, auf keinen Fall darf einer der Kristalle beschädigt werden, sonst sind wir alle tot. Wir sind bereit, die Druckhülle um den Kristall aufzubauen und dann hinüber zu gehen, erklärte der erste Verweser. Seine Stimme klang leicht gereizt und das lag sicher nicht nur an der Funkverbindung. Bis jetzt haben wir keinerlei energetische Aktivität festgestellt, weder aus dem Kristall selbst, noch aus dem Raum ringsum oder vom Planeten her. Quests Blick lastete auf Balen, als er antwortete. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir energetische Aktivitäten der Jorsen überhaupt feststellen können. Aber von irgendetwas müssen wir ausgehen, sonst wird es unmöglich, überhaupt etwas zu unternehmen. Gedulden Sie sich noch. Wir werden uns erst anhören, was der junge Paschkani zu sagen hat. Ich habe gehört, erhabener Kommandant, kam es zögernd aus den Lautsprechern, und ich folge. Eine erdrückende Stille trat ein, in der das lauteste Geräusch fand Balen, das heftige Schlagen seines Herzens war. Er merkte, dass er die ganze Zeit unruhig mit dem Ausdruck des Originaltextes gewedelt hatte, und dass das Blatt an der Stelle, wo er es hielt, schon ganz feucht war. Und nun richteten sich alle Augen auf ihn. Plötzlich kamen ihm seine Schlussfolgerungen vor wie blanker Unsinn. Es sind keine Gefangenen, erklärte er nervös. Sondern? Balen sah am Kommandanten vorbei, durch das Fenster hinaus, wo in der Ferne der Planet zu sehen war, eingehüllt in eine verhalten schimmernde Wolke. Die Jorsen in den Kristallen, sagte er, sind mehr oder weniger die Gesamtheit des jorsischen Volkes, alle Jorsen, die es gibt. Er konnte die Skepsis beinahe körperlich spüren. Was soll das für einen Sinn ergeben, fragte Quest? Ein ganzes Volk, das regungslos in einer Wolke von Kristallen lebt? Tenant Kuton war zusehends nervöser geworden. Das kann nicht sein, zeig mal her. Er nahm ihm den Text aus der Hand, überflog ihn der Tenant Utak zu schlecht beherrschte, um seine Übersetzung wirklich nachvollziehen zu können. Das Verweiswort bezieht sich auf die Beschreibung der molekularen Versorgungsmaschinen, beeilte sich Bailen zu erklären und deutete dabei auf den entsprechenden Partikel. Aus dem zweiten Text, ihr erinnert euch? Ja, nickte der Tenant auf seiner Unterlippe Kaunt, den Blick fest auf das Blatt gerichtet. Quest hakte nach. Was sind das für Maschinen? Molekular? Was heißt das? Bailen deutete auf den großen Bildschirm, auf dem das Antlitz des ersten Verwesers wieder dem Anblick des eingeschlossenen Jorsen gewichen war. Das, was wie ein Kristall aussieht, ist ein Zusammenschluss von Milliarden molekülgroßer Maschinen. Sie nehmen Energie aus dem Raum auf, wandeln sie um, versorgen den Jorsen mit allem, was er zum Leben braucht. Eine Art Lebenserhaltungssystem? Im Grunde die perfekte Maschine, sagte Tennant Kuton. Wenn wir den Beschreibungen glauben dürfen, können sich diese Maschinen innerhalb unvorstellbar kurzer Zeit neu anordnen, um neue Funktionen auszuführen. Würde man versuchen, das, was wir für einen Kristall halten, anzubohren, würde der Bohrer sofort in seine Atome zerlegt werden. Würden wir versuchen, Gewalt gegen einen dieser Kristalle anzuwenden, würde das zu unserer völligen Vernichtung führen. Man hörte, wie Davil sich in dem fernen Beiboot räusperte. Das soll alles in diesem Text stehen? Wie sicher ist denn das, wenn es zuerst heißt, wir haben es mit unschuldigen Gefangenen zu tun, und wegen eines einzigen Wortes bedeutet es nun das vollkommene Gegenteil? Die Beschreibung der molekularen Maschinen stand in einem anderen Text, rief Bailen aus, einer der ersten Texte, die wir übersetzt haben. Die Jorsen haben im Grunde nur noch zwei Arten von Maschinen, molekulare und stellare. Mit den stellaren Maschinen versetzen sie Sonnensysteme und so weiter. Und Utak verwendet ganz andere Begriffe als wir, fügte Tennant Kuton hinzu. Es war eine Sprache der Wissenschaft und ihre Struktur reflektiert die Weltsicht der damaligen Zeit. Es ist wirklich so kompliziert. Quest gab einen bedrohlich klingenden Knurrlaut von sich. Also gut, das habe ich verstanden. Ich kann es mir zwar nur schwer vorstellen, aber ich habe verstanden, dass das da draußen kreisen ihren Planeten in vollkommenen unzerstörbaren Maschinen. Um was zu tun? Zu welchem Zweck? Was soll das alles? Das war es, was ich zuerst falsch übersetzt hatte, erwiderte Bailen. Nichts. Sie tun nichts. Einer der Raumüberwacher, ein Mann mit silberbuschigem Haar und vornehmer Haltung, schüttelte verwundert den Kopf und sagte, ich hatte erwartet, dass die Begegnung mit einer fremden Rasse befremdlich sein würde. Aber das ist wirklich extrem. Das gibt es nicht, sagte Quest. Jedes Lebewesen tut etwas. Das ist geradezu die Definition des Lebens, dass man ständig etwas tut, weil man etwas tun muss. Man muss sich Nahrung beschaffen, muss sich reinigen, sich entleeren, nach einem sicheren Platz suchen, sich fortpflanzen Beilen, sagen von sich, dass sie die höchste Stufe der Existenz erreicht haben. Sie müssen nichts mehr tun, weil alle Probleme gelöst sind. Also tun sie nichts mehr. Sie ruhen. Sie ruhen? Ja, sie ruhen in fortwährender Ekstase. Das Geräusch kollektiven Einatmens erfüllte die Zentrale. Was? In Ekstase? schnappte einer der Kommunikatoren, ein untersetzter Mann mit einer viel zu bunten Sirta. Was heißt das in fortwährender Ekstase? Murmelte ein anderer. Alle starrten plötzlich den großen Bildschirm an und den Jorsen darauf. Neid erfüllt, so kam es Baelen vor. Nun ja, sagte er und spürte, wie er rot wurde. So steht es geschrieben, dass die Jorsen ihr Leben in fortwährender Ekstase verbringen. Ich nehme an, das heißt genau das, du meinst, vergewisserte sich der Pilot mit wedelnden Handbewegungen, so wie bei der Umarmung zwischen Mann und Frau? Dass sie das ständig haben? Montag, meinte jemand, wart die Form. Ich frage doch nur, verteidigte sich der erste Pilot, und ich meine, dann wäre verständlich, dass sie ungehalten werden, wenn man sie stört, oder? Bailen fühlte regelrechte Hitze in sich brennen. Er hatte noch nie eine Frau umarmt, aber erkannte natürlich gewisse Gefühle aus gewissen heimlichen Betätigungen. Ich kann nur sagen, was in den Texten geschrieben steht, erwiderte er lahm und hätte gewettet, dass ihm in diesem Moment seine Verfehlungen gegen die Regel der Keuschheit von der Stirn abzulesen waren. Ein Moment lang sagte niemand etwas, aber jeder blickte das Bild des Jorsen an, der in fortwährender Ekstase lebte. Einige atmeten so heftig, dass man es hörte. Unglaublich, hörte er Montag murmeln. Quests Gesichtsausdruck verdunkelte sich zusehends. Tenant wandte es sich an Kuton. Können Sie bestätigen, was der Junge sagt? Also ich bin schon etwas verblüfft, muss ich gestehen. Seine Kenntnisse des Utak sind wesentlich besser als meine. Ich müsste mich erst mit einem Übersetzerprogramm eine Weile hinsetzen. Der Tenant wandte sich, fuchtelte mit dem Blatt herum. Aber ich denke, er hat Recht. Er hat bis jetzt immer Recht gehabt, wenn es um Übersetzungen ging. Mit anderen Worten, es ist tatsächlich so, dass das gesamte Volk der Jorsen seinen Planeten umkreist, eingeschlossen in unzugängliche Wundermaschinen und in niemals endende Ekstase versunken? Ich ähm, also ja, Tenant Kuton nickte. Ich denke, das ist es, was hier geschrieben steht. Schön, Quest nickte grimmig. Schön für die Jorsen, wirklich beneidenswert. Er sah sich um. Und wie bitte sollen wir sie nun nach dem Planeten des Ursprungs fragen? Baeland zuckte zusammen. Wenn die Mission der Megatau schon an dieser Stelle scheiterte, was würde dann aus den Heiligtümern werden? Ich darf daran erinnern, fuhr Quest donnernd fort, dass wir hierher gekommen sind, um mit den Jorsen Kontakt aufzunehmen. Wir sind gekommen, um von ihnen zu erfahren, was sie über den Planeten des Ursprungs wissen. Seine Pranke hieb auf die Lehne seines Sitzes, dass es krachte. Ich erwarte Vorschläge, wie wir diesen Kontakt herstellen können. Tenant, gehen Sie mit Ihrem Stab alle Unterlagen noch einmal durch. Ich nehme doch stark an, dass die Jorsen, wenn sie mit ihren stellaren Maschinen Umgebung in Kontakt treten. Finden Sie es heraus. Ja, erhabener Kommandant, nickte der Tenant eifrig. Ich habe gehört und ich werde folgen. In diesem Augenblick hob Wilina die Hand, die bisher so unbeteiligt im Hintergrund gestanden hatte, dass Baylen sie erst jetzt bemerkte. Eine Frage, Baylen, wenn es gestattet ist, bat sie. Wie bist du auf die Idee gekommen, deine Übersetzung noch einmal zu überprüfen? Baylen blinzelte. Ich hatte ein ungutes Gefühl wegen des Partikels Not. Anfangs hielt ich es ja noch dafür. Du hast also noch einmal nachgeschlagen und bist darauf gekommen, dass der Absatz sakral dekliniert ist? So heißt es doch, oder? Ja, sakrale Deklination. Da ist Not der infinitive Verweis. Aber ganz so war es nicht. Ich war im Speiseraum, um etwas zu essen und dann setzte sich der Mann aus dem Raumschiff zu mir, das die Megatau geborgen hat. Smith, wir … Ein Moment, damit ich das richtig verstehe. Smith setzte sich im Speiseraum der mittleren Ebenen zu dir an den Tisch? Ja. Wunderte dich das nicht? Doch, mich wunderte auch, was er alles wusste und dass er U-Tag beherrschte. Baylen schilderte die Unterhaltung, die sie geführt hatten. Die Augenbrauen der ersten Heilerin hoben sich. Er warf einen Blick auf den Satz, an dem du die ganze Nacht gearbeitet hattest und sah sofort, dass deine Übersetzung falsch war? Ähm, war es klug, das zuzugeben? Baylen schluckte. Ja. Velina wandte sich dem Kommandanten zu. Ihr Gesicht war fast unnatürlich ausdruckslos. Quest nickte langsam. Ich glaube, wir müssen diesem Mann mit den hervorragenden Kenntnissen alter Sprachen einige Fragen stellen. Die Gelassenheit, mit der Smith den Besprechungsraum betrat, war bewundernswert. Offenbar hatten die bewaffneten Wachen vor der Tür nicht den mindesten Eindruck auf ihn gemacht. Er kam herein, betrachtete die Sitzordnung und so etwas wie ein spöttisches Lächeln huschte über sein Gesicht. Das sieht ja aus wie ein Verhör, sagte er. Quest hatte die mächtigen Arme vor sich übereinander gelegt und schien nicht gewillt auf den lockeren Ton des Schiffbrüchigen einzugehen. Setzt euch, sagte er. Wir haben euch einige Fragen zu stellen. Velina saß wie immer links neben dem Kommandanten und links von ihr saß Davil, gerade erst mit dem Beiboot zur Megatau zurückgekehrt. Zur Rechten des Kommandanten saßen der Tenant und der junge Paschkani. Die restlichen Stühle waren weggeräumt worden bis auf einen, auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches. Es war eindeutig ein Verhör. Wie ihr meint, erhabener Kommandant, nickte Smith, setzte sich und schlug die Beine gemütlich übereinander. Der junge Balen hier, begann Quest langsam, fast lauernd, hat uns erzählt, dass ihr ihm geholfen habt, einen Fehler in einer wichtigen Übersetzung zu korrigieren, was uns wiederum möglicherweise davor bewahrt hat, angegriffen zu werden. Smith ließ sich Zeit mit der Antwort. Das freut mich zu hören. Ihr habt dabei ein erstaunliches Maß an Kenntnissen an den Tag gelegt, die man bei euch nicht vermutet hätte. Das höre ich bisweilen, nickte Smith sanft. Es muss wohl so sein, dass ich keinen allzu gebildeten Eindruck erwecke. Ich rede nicht von Bildung, grollte Quest. Ich rede davon, dass ihr Dinge über unsere Mission wisst, die der Geheimhaltung unterliegen. Man muss sich fragen, woher eure Kenntnisse stammen. Willina warf dem Kommandanten einen raschen Blick zu. Ein dünner, unmerklicher Schweißfilm bedeckte seine Haut. An seinen Arm bemerkte sie winzige Spasmen, wie sie manchmal den Beginn eines neuen Krankheitsschubs ankündigten. Smith lehnte sich zurück. Man muss sich fragen, was eure Geheimhaltungs Vorkehrungen taugen. Ich habe die Zentrale nie betreten, wie man es mich geheißen hat. Ich war nur im Schiff unterwegs, habe zugehört, was die Leute reden und meine Schlüsse gezogen. Wie kommt es, dass ihr U-Tag beherrscht? Willina sah Quests linke Hand sich zitternd schließen. Sie hörte ihn anders atmen als bisher, also spürte er bereits etwas. Er schien es auf einmal eilig zu haben. Ich habe es gelernt, vor langer Zeit. Habt ihr einmal von einem nichtmenschlichen Volk gehört, das man die Jorsen nennt? Ja, sagte Smith. Unruhe kam in die Reihe der Männer. Tennant Kuton beugte sich vor, ein seltsames Glitzern in den Augen und zischte. Wann und wo? In einem alten Schriftstück, das ich auf dem verbotenen Markt von Korkorum erworben habe. Er sah hoch, blickte sie der Reihe nach an, schien etwas in ihren Augen zu suchen und seufzte schließlich. Das sagt euch nichts. Mit anderen Worten, ein weiteres Kleinod menschlichen Zusammenlebens ist verloren. Was war das für ein Schriftstück, fragte Quest, das ungebührliche Verhalten des Tenant ignorierend. Ein handgebundenes, handgeschriebenes Tagebuch aus der Sezessionszeit. An sich schon eine Kostbarkeit und wer immer es geschrieben hat, er war schon einmal hier. Er hat die Jorsen und ihre Welt genau beschrieben. Besetzt ihr dieses Buch noch? Nein, ich habe es kopiert, übersetzt und wieder verkauft, um meine eigene Expedition nach Jorsa zu finanzieren. Wilina hörte Davil neben sich schnauben. Kuton ließ die Hand mit einem klatschenden Geräusch auf die Tischplatte fallen. Quest nickte nur. Seine Augen verengten sich. Also wart ihr auch schon einmal hier. So ist es. Kuton konnte sich schon wieder nicht im Zaum halten. Warum habt ihr uns das nicht gesagt? Man hat mich nicht gefragt. Und ich wusste ja nicht, wohin die Megatau unterwegs war. Das war doch so furchtbar geheim, sagte Smith mit einem dünnen Lächeln. Diesmal räusperte sich Quest so vernehmlich, dass Kuton begriff und zurückzuckte. Vermute ich richtig, fragte der Kommandant dann bedächtig, dass ihr auf dem Rückweg von Yorsa wart, als euer Schiff havarierte? Smith nickte anerkennend. So ist es. So viel also zu Zufällen und Wahrscheinlichkeiten, meinte Quest und wiegte den Kopf. Was wolltet ihr auf Yorsa? Mich interessierten die Kristalle. In dem Tagebuch hieß es, sie bestünden aus der seltsamsten Materie des Universums. Und eure Mitreisenden? Einige waren Privatgelehrte und hatten ein wissenschaftliches Interesse, eine nichtmenschliche Rasse kennenzulernen. Die anderen waren Prospektoren wie ich oder Händler. Davil hob die Hand, um dem Kommandanten anzuzeigen, dass er eine Frage stellen wollte und fragte, als Quest ihm zunickte, welchen Erfolg hattet ihr auf eurer Reise? Überhaupt keinen, gestand der Mann aus der Vergangenheit. Ich nehme an, ihr zu öffnen. Ja. Als sich alle unsere Werkzeuge daran aufgelöst hatten, hat einer der anderen Prospektoren auf den Kristall geschossen. Wie man es manchmal macht, um eine Ader anzubrechen, das hat eine Verteidigungsreaktion ausgelöst. Wie sah diese Verteidigungsreaktion aus? Smith hob die Hände und ließ sie wieder fallen. Schwer zu erklären. Der Kristall veränderte sich, als würde er plötzlich größer werden. Dann traf uns etwas wie ein Schlag und wir fanden uns in der Nähe des vierten Planeten wieder. Der erste Verweser hob die Augenbraun. Die Jorsen hatten euch und euer Schiff an einen anderen Ort versetzt? Ja. Ist dadurch euer Hyperkonverter beschädigt worden? Wollte Quest wissen. Smith wiegte den Kopf. Das habe ich mich später oft gefragt. Ich weiß es nicht. Gab es weitere Reaktionen der Jorsen? Nein. Ich denke, es war eine automatische Verteidigung. Wir konnten uns danach dem Planeten ein zweites Mal nähern, ohne dass die Jorsen sich rührten. Welchem Planeten? Jorsa. Wir Daryl fuhr auf. Gelandet? Ihr seid mit eurem Schiff auf einem Planeten mit über vierfacher Schwerkraft gelandet? Es ging gerade noch. Es ist notwendig, auf so schweren Planeten landen zu können, weil manche interessanten Materialien sich nur unter hoher Schwerkraft entwickeln. In diesem Fall war es notwendig, weil wir Kontakt mit den Jorsen suchten. Jetzt merkten sie alle auf. Selbst Quest, der wie immer groß und schwer in seinem Sessel hing, schien sich aufzurichten. Das klingt interessant. Erzählt weiter. Der Planet selber ist eintönig, viel Wasser und viel kahles Land. Keine größeren Erhebungen natürlich, hier und da etwas, das wie Pflanzenbewuchs aussieht, flache Mose und Gräser oder der gleichen. Langweilig. Aber wir fanden in der Nähe des Südpols etwas, das wie eine kleine Siedlung aussah. Winzig, ein Dorf. Dort lebten eine Handvoll Jorsen, die mit der Steuerung irgendwelcher Maschinen beschäftigt waren. Mir kam es so vor, als seien sie ausgesprochen schlechter Laune gewesen. Habt ihr etwa mit ihnen gesprochen? Ja, allerdings nur kurz. Heißt das, beherrscht am Ende auch die Sprache der Jorsen? Smith betrachtete Quest aus verschleierten Augen. Das ist nicht nötig. Sie beherrschen unsere. Die Jorsen beherrschen unsere Sprache? Welche? Jede. Die Jorsen kennen uns Menschen und sie scheinen uns nicht besonders zu mögen. Quest knetete seine Hände. Velina beobachtete es erstaunt. Aber ihr habt mit ihnen gesprochen, vergewisserte sich der Kommandant noch einmal. Ja, sie sind nicht feindselig, falls ihr das meint. Gut, dann werden wir ebenfalls landen. Quest sah Davil an, der den Blick mit steinerner Mine erwiderte. Prüfen sie, welche Maschinen wir verwenden können. Ich nehme an, mit dem Beiboot wird es nicht gehen, aber sicher mit den Jägern. Notfalls müssen müssen die Triebwerke nachgerüstet werden. Wer soll hinabgehen? Sie werden die Expedition leiten. Tenant Kuton, bestimmen sie jemanden aus ihrem Stab für die Kontaktaufnahme. Außerdem will ich, sagte der Kommandant und sah Smith an, dass ihr mitgeht. Ich? Smith schien verblüfft. Ihr seid der Einzige, der schon einmal einem Jorsen gegenüber gestanden hat. Velina beobachtete ihn. Smith wusste zweifellos, dass er gehorchen musste. Der Kommandant war Herr über Leben und Tod, solange das Raumschiff unterwegs war. Wie ihr befehlt, erwiderte der Schiff brüchige schließlich die alte Formel aus den Zeiten der Republik gebrauchend. Damit ihr versteht, worum es geht und was wir von den Jorsen erfahren wollen, werde ich euch nun in das Ziel unserer Mission einweihen, erklärte Quest. Smith hörte aufmerksam zu, ohne zu unterbrechen, ohne eine Frage zu stellen und ohne eine Miene zu verziehen. Auch als der Kommandant mit seiner Erklärung fertig war, sagte er kein Wort. Und? fragte Quest nach. Was denkt ihr? Mit allem nötigen Respekt erhabener Kommandant, sagte Smith, das ist das verrückteste, was ich je gehört habe. Als Smith an diesem Abend an ihre Tür kam, wies sie ihn zum ersten Mal zurück. Er dampfte wieder vor mühsam gebändigter, animalischer Energie, die Ekstasen verhieß, auf die selbst die Jorsen neidisch werden konnten. Aber aus irgendeinem Grund sträubte sich alles in ihr. Das hätte geheißen, loszulassen, die Kontrolle aufzugeben, und nichts weniger. Also wies sie ihn ab, blieb in der Tür stehen und ließ ihn nicht ein. Sie hatte erwartet, dass er aggressiv reagieren würde, oder verletzt, wie sie es von Männern in solchen Situationen kannte. Aber er nahm ihre Ablehnung mit einem Gleichmut hin, der sie fast irritierte. Manchmal schien ihr, als sei unerschöpfliche Geduld das Fundament von Smiths Wesen. Dann wünsch mir alles Gute für den Morgen, sagte er. Das tue ich. Er zögerte. Ganz so leicht konnte er sich offenbar doch nicht losreißen. Immerhin. Das ist wirklich verrückt. Der Pantab muss ziemlich verzweifelt sein, wenn er in so einer Situation eines seiner größten Schiffe auf eine derart irrsinnige Suche schickt. Die Megatau ist ohnehin kein Kriegsschiff. Aber sie ist groß. Man könnte sie leicht zu einem Trägerschiff umbauen. Smith schüttelte den Kopf. Obwohl das auch nichts nutzen würde gegen die Invasoren. Nein, was man jetzt tun müsste, wäre die Jorsen um ihren Beistand zu bitten. Das wäre vernünftig. Du hast doch selber gesagt, dass sie die Menschen nicht leiden können. Schon, aber vielleicht wollen sie ja keinen Krieg in ihrer Galaxis. Der könnte nämlich früher oder später ihre Kontemplation stören. Vilina schwieg. Quest hatte Smith nichts von dem erzählt, was sie aus den Dokumenten von Paschkan über den großen Rückzug wussten. Mit anderen Worten, der Kommandant wollte nicht, dass er darüber Bescheid wusste. Ich bin müde, Smith, sagte sie nur. Am nächsten Tag waren die Vorbereitungsarbeiten an den drei Jägern abgeschlossen. Als Darwell im Hangar eintraf, um sich für die Mission umzuziehen, war Tenant Leti bereits da. Der Mann mit den babyblauen Augen und zahllosen Lachfalten im unbeschwert wirkenden Gesicht Trug die Tätowierung des Kupfertreiber Clans. Und erst jetzt bemerkte Darwell darin zu seinem Erstaunen das Familienzeichen der Cremoni. Die Cremoni hatten eine erstaunliche Anzahl berühmter Tenants hervorgebracht, aber alle Mitglieder dieser Familie, die er bisher kennengelernt hatte, hatten eine so dunkle Haut gehabt, dass sie die Sirta in weißer Farbe tätowiert trugen. Das denke ich mir schon, dass sie uns verschweigen, grinste Leti, als Davil ihn darauf ansprach. Der hellhäutige Zweig unserer Familie lebt im Süden von Telusa Krämer und zeichnet sich dadurch aus, dass in jeder Generation jemand geniedert wird, aber noch nie jemand geedelt wurde. Er war mit seinem Anzug und dem Schwerkraft Reduktor beschäftigt. Sagen Sie, wie ist das? Ich muss diese Kabel hier an jedem Gegenstand befestigen, den ich mit mir tragen will? Nur wenn er zu schwer ist, um ihn unter vierfacher Schwerkraft tragen zu können, nickte Davil. Es sind übrigens keine Kabel, sondern Gravitonenleiter und sie sollten den Schwerkraft Reduktor erst einschalten, wenn wir aus den Jägern steigen. Die Aufladung hält nicht besonders lange. Ach so. Er schaltete das Gerät ab, das unbequem groß auf der Brustseite des Anzugs hing. Heißt das innerhalb der Jäger haben wir Andruck Neutralisation, erwiderte Davil und zog seinen Anzug aus dem Fach, hoffend, dass er noch hinein passte. Er hatte wieder ein wenig zugenommen in letzter Zeit, als wolle er dem Kommandanten zumindest gewichtsmäßig ähnlich werden. Andruck ist ein bisschen was anderes als Schwerkraft. Die Tür ging auf, sie blickten beide hoch. Es war, wie nicht anders zu erwarten, Smith. Der Mann aus der Vergangenheit nickte ihnen stumm zu und sah sich dann aufmerksam um, jede Einzelheit des Raumes musternd. Als habe er vor, ihn später einmal aus dem Gedächtnis zu zeichnen. Es hieß, für mich stünde ein Schutzanzug mit Schwerkraftreduktor bereit, sagte er dann. Da, erwiderte Davil und deutete auf die Reihe der Halterungen mit ihren grauen Staubschutztüren. Das Gerät mit den zwei Linsen dort hinten ist der Körperscanner. Ich schätze, ihr braucht einen Anzug der Größe 60 B. Hören Sie, unterbrach Smith ihn, können wir den ganzen Quatsch mit dem Edeltum lassen, solange wir unter uns sind? Er Davil starrte die Hand eine ganze Weile an, bis er endlich begriff, dass er es mit dem Bürgergruß der Republik zu tun hatte. Wie antwortete man darauf? Man ergriff die dargebotene Hand. Er streckte behutsam seine eigene Hand aus, umfasste die Smiths und zuckte zusammen, als der zupackte und ihre Hände kurz schüttelte, ehe er wieder losließ. Davil, sagte er hastig, mein Name ist Davil. Den ganzen Quatsch mit dem Edeltum lassen? Er konnte es nicht fassen. Da kam einer aus grauer Vorzeit an und wurde in die Reihen der Edlen aufgenommen, ohne besondere Verdienste, nur weil er zufällig ein Raumschiff besaß. Und dann verachtete er seinen Stand? War so viel Undankbarkeit zu fassen. Es war wie zu fallen. Ein endloser, köstlicher Sturz aus unvorstellbarer Höhe. Es war so wie damals. Davil hielt den Atem an, als der Jäger aus dem Leib der dunklen Megatau geschleudert wurde. Der Anblick des freien Weltraums durch die großen, spiegelfreien Sichtscheiben war immer wieder dazu geeignet, seine Atmung zu behindern. Für einen Moment sah er die gleißende Pracht der Sterne des galaktischen Zentrums, doch dann Raumschiffs und der Planet schräg unter ihnen. Dieser gelb-weiß verhangene Gigant, dessen Krümmung fast nicht vorhanden war, überstrahlte alles. Durch die sanfte Melange aus fahlem gelb und schmutzigem Weiß schimmerte es bläulich, grünlich, bräunlich hindurch, winzige Farbflecken, die verrieten, dass sie es nicht mit einem Gasriesen zu tun hatten, sondern mit einem richtigen Planeten, mit einer Sauerstoffwelt sogar, deren Atmosphäre für sie atembar sein würde. So war es gewesen, als er jung gewesen war. Sein erster Raumflug, genau wie jetzt, auf dem Rücksitz eines Landeboots, gesteuert von seinem Vetter Quertuo. Ein Hüpfer über die Atmosphäre hinaus, gerade hoch genug, dass man die Kugelgestalt des Planeten erahnen konnte, aber doch ein richtiger Raumflug, wenn es wieder Wandersturz und nichts um sie herum als die dünne Hülle der Maschine, die Kälte und Leere abhielt und in Kräften der Schwerkraft trotzte. Sein Herz hatte gerast, seine Hände hatten sich in die Polster von Quertuos Sitz gekrallt und es war einfach herrlich gewesen. Danach hatte er gewusst, dass er nichts anderes machen wollte in seinem Leben, als hörte er die Stimme des Piloten vorne. Der Schwarmführer war seine Wahl gewesen. Er bitte Meldung der Einsatzgruppe. Knacken in den Lautsprechern. Jäger zwei, klar und in Position. Jäger drei, ich warte, sagte Hidu, als eine Pause eintrat. Hier Jäger drei, alles klar, kam krachend die Antwort. Ich hatte bloß gerade ein Problem mit einem der Geräte des Tenant, das Absolut einsatzbereit, keine Probleme. Jäger drei, klar und in Position. Hidu drehte sich zu Davil herum. Verweser, ich würde dann runtergehen. Ja, nickte Davil, bringen sie uns runter. Während der Schwarmführer den Landeanflug koordinierte und das Triebwerk in seinem Rücken aufheulte, betrachtete Davil die Wolke aus Kristallen, die den Planeten einhüllte. Immer wieder blitzte es darin auf, wenn einer der Kristalle Sonnenlicht in ihrer Richtung reflektierte. Im Schatten des Planeten glommen sie wie ein Schwarm dunkelblauer Glühmücken. Wie viele hatte der Computer der astronomischen Station gezählt? An die 40 Millionen. 40 Millionen Satelliten. 40 Millionen Wunderwerke einer unvorstellbar weit entwickelten Technik, jeweils Einwesen einer fremden intelligenten Spezies beherbergend, seit wer weiß wie langer Zeit. Und doch, wenn es stimmte, dass sich praktisch das ganze Volk im Orbit aufhielt, sich seiner seltsamen Ekstase hingebend, dann war es ein zahlenmäßig sehr kleines Volk. Kein Vergleich mit den Billionen von Menschen, die allein die bekannten Welten des Reiches bevölkerten. Die Jäger näherten sich dem Planeten, sanken tiefer, und der sanft schimmernde Halo löste sich auf in einzelne leuchtende Punkte, die sie in so weitem Abstand umgaben, dass man sich wundern musste, wie jeder Eindruck einer zusammenhängenden Wolke hatte entstehen können. Bald waren sie eingehüllt von Lichtpunkten, schweigend, leuchtend, aufblitzend, aber es bestand nicht im Ansatz die Gefahr, versehentlich mit ihnen zu kollidieren. Im Gegenteil, man hätte sich anstrengen müssen, einen der Kristalle zu treffen. Brennschluss, das Vibrieren der Rückenlehne erstarb, das unterschwellige Dröhnen verstummte, die plötzliche Stille war fast erschreckend. Man konnte zusehen, wie der Planet heraufkam, Empor quoll zu ihnen, aber natürlich war es in Wirklichkeit die elementare Gewalt seines schwere Feldes, die die Jäger in steilen Sinkbahnen herabzerrte. Jetzt werden wir es gleich wissen, hörte Davil den Piloten wie im Selbstgespräch sagen. Er wusste, was Hidu meinte. Sie hatten darüber spekuliert, ob sie es auf dem Planeten mit Abwehreinrichtungen der Jorsen zu tun bekommen würden. Smith hatte behauptet, seiner Beobachtung nach gäbe es keine. Man könne nach Belieben überall landen. Aber das war eine 400 Jahre alte Beobachtung und niemand konnte wissen, ob das immer noch so war. Aber vielleicht, überlegte Davil, war das Fehlen von Abwehreinrichtungen beeindruckender, als ihr Vorhandensein es je hätte sein können. Denn das hieß nichts anderes, als dass die Jorsen sich vor niemandem fürchteten. Die ersten Wolken tauchten auf. Gewaltige, kochende Strudel aus weißem und gelbem Dampf. Die Sterne und die Kristalle blieben über ihnen zurück. Die Triebwerke arbeiteten wieder. Der Ritt hinab begann. Ich spüre den Tod, Velina, sagte Quest. Unsinn, erwiderte die Heilerin. Tu es nicht ab. Ich meine es ernst. Ich auch. Dein Zustand ist schon lange nicht mehr so stabil gewesen. Quest gab ein kurzes, freudloses Lachen von sich. Er lag wieder einmal auf seinem Bett, mit bloßem Rücken, ein Tuch zum Schutz des brokatenden Überwurfs untergelegt und atmete zischend ein, als sie die Nadel aus seiner Wirbelsäule herauszog. Ja, mein Zustand ist stabil, keuchte er, wie wunderbar. Ich muss mehr als die Hälfte des Tages liegen, obwohl ich kaum schlafen kann. Meine Hände fühlen sich taub und pelzig an, als ob sie nicht mehr zu mir gehören. Mir wird schwarz vor Augen, wenn ich länger als ein Gier in der Zentrale stehe, und ich sehe aus wie einer dieser Traumdampf- süchtigen Höflinge, die ich so verabscheue. Das ist der Sud Blau, erklärte Velina, während sie die Probe der Rückenmarks Flüssigkeit in das Untersuchungsglas laufen ließ. Er ist dem Traumdampf chemisch sehr verwandt. West schnaubte nur. Wirst du mich bitte zudecken? Sie zog die Decke über seinen aufgeschwemmten Körper. Obwohl es warm war im Zimmer, schien er zu Nachts, wenn ich wach liege, sagte er dann, kann ich spüren, wie die Krankheit in mir frisst und nagt wie tausend kleine Maden, wie sie mich aushöhlt. Nein, ich spüre den Tod Velina. Ich spüre ihn kommen. Er greift nach mir. Es ist kein drittel Jahr mehr, das mir bleibt. Velina saß auf der Kante seines Bettes, das Untersuchungsglas in der einen und die Probennadel in der anderen Hand und fühlte sich mit einem Mal leer und hilflos. Niemand kann das wissen, Quest, sagte sie leise. Niemand kann das wissen, ja. Aber man kann spüren, ob die Kraft, die man aufbringt, wieder nachwächst oder ob man sich verzehrt. Und ich, Velina, ich verzehre mich. Ich bin wie eine Kerze, die noch ruhig brennt, aber deren Docht jeden Augenblick umkippen und verlöschen kann. Er hustete leicht und stöhnte im nächsten Moment auf, weil sein Rücken geschmerzt haben musste dabei. Und was habe ich gemacht in meinem Leben? Wie sieht die Bilanz aus? Alle, für die ich hätte sorgen sollen, sind tot. Ich könnte einen Sohn haben, der bei Hof zusammen mit dem Infanten erzogen wird, aber ich habe zu lange gewartet. Toyokan ist eine tote Welt, seine Städte liegen in Schutt und Asche, seine Lebenssphäre wird sich in Millionen Jahren nicht vom Angriff der Invasoren erholen. Was wird also bleiben? Nichts. Nichts wird bleiben. Ich habe gelebt und werde sterben, ohne eine Spur zu hinterlassen. Dein Name steht in den Annalen der Akademie. Pah, die Akademie wird bald selbst in Trümmern liegen. Und ein Name, was ist schon ein Name? Wenn derjenige, der den Namen getragen hat, tot ist, nur noch ein sinnloser Laut und wie wir uns anstrengen, unser Leben lang, um unseren Namen in die Erinnerung der anderen zu gravieren, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt als unseren Namen. Wir starren auf unseren Namen wie auf ein Heiligtum und vergessen zu leben. Er hob eine Hand, betrachtete sie. Im dämmerigen Licht der Seitlampe sah sie bleich, aufgedunsen und grau aus. Sieh dir das an. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wo ist die Hand hin, die ich kannte? Das ist nicht die Hand, mit der ich aufgewachsen bin. Es ist nicht die Hand, mit der ich meine Frau berührt habe. Ich war einmal gesund und voller Kraft und jetzt bin ich ein Wrack. Ich hätte noch gute vierzig Jahre haben können. Vierzig? Echote Velina verwundert. Toyokan Jahre, meine ich. Du kannst nichts dafür. Ja. Er schwieg und eine Weile hörte sie nur seine schweren, angestrengten Atemzüge. Ja, ich kann nichts dafür. Aber wer dann? Wer kann denn etwas dafür? Sie sanken in einer weiten Bahn abwärts. Ein ungetarter Anflug mit donnernden Triebwerken, die sich gegen das schwere Feld des Planeten stemmten. Für irgendwelche Manöver wäre auch nicht genug Energie gewesen, Hidu steuerte so hoch konzentriert, dass Davil seine Hände unwillkürlich um die Armlehnen krallte. Als die Wolken wichen, sahen sie eine weite, flache Landschaft unter sich. Graubraune Hügel hier und da, viel Wasser und nichts sonst. Ein gelber Himmel spannte sich über eine weite Ebene, die an Eintönigkeit kaum zu überbieten war. Die hohe Schwerkraft überlegte Davil hatte vermutlich verhindert, dass hohe Berge entstanden waren und die Erosion der Jahrmillionen, die das Volk der Jorsen zählte, musste ein Übriges getan haben, alle Erhebungen einzuebnen und alle Vertiefungen aufzufüllen. Verweser, bat Hidu, wir brauchen nun Koordinaten. Davil nickte. Der Pilot wagte nicht, Smith selber zu fragen, sei es, weil ihm der Schiffbrüchige nicht ganz geheuer war, sei es, weil ihm nun nicht klar war, wie er ihn anreden musste. So viel zu Sinn und Nutzen der Stände, dachte Davil. Er griff über die Schulter des Piloten hinweg nach dem Funkgerät. Smith, sagte er und registrierte, dass es ihm selber auch merkwürdig vorkam, ihn anzureden wie einen Gemeinen. Können Sie uns schon eine Richtung angeben? Weiter nach Süden auf jeden Fall kam die Antwort. Etwas war in Smiths Art zu sprechen, das an Davils Nerven kratzte, aber er hätte nicht sagen können, was. Die Siedlung war fast genau am Südpol. Hoffen wir, dass sie noch da ist? Sie sah jedenfalls ziemlich stabil aus. Davil antwortete nicht, sondern lauschte dem Klang der Stimmen nach. Auf eine schwer zu fassende Art wirkte Smith unbeteiligt, so als ginge ihn das, was um ihn herum geschah, nicht wirklich etwas an. Als sei diese Mission für ihn nur ein großer Witz und als müsse er sich ständig das Lachen darüber verkneifen. Er sah aus dem Fenster, hinab auf das graugrüne Meer, das sie gerade überflogen. Faserige Wolkenschatten zogen darüber hinweg, ziemlich zügig also musste ein ordentlicher Wind gehen. Trotzdem kräuselte sich die Wasseroberfläche kaum, wirkten die Bewegungen des Wassers ölig und zäh. Das musste ebenfalls an der hohen Schwerkraft liegen. Das durfte er nicht ungenutzt verstreichen lassen, dass die drei Maschinenleute an diesem Nachmittag gleichzeitig Schicht hatten und die ganze Kabine ihm allein gehörte. Also war er besonders früh aufgestanden und hatte den ganzen Vormittag mit den Übersetzungen verbracht, die nicht viel Neues ergeben hatten, um die Erlaubnis des Tenant zu bekommen, den Nachmittag freizunehmen und endlich einmal in herrlicher Ruhe zu schlafen. Doch als er in die Kabine kam, war da 1004 und putzte. Sie wischte die Wände ab, mit langsamen Bewegungen. Die Wände. Baylen fand es merkwürdig, dass jemand auf die Idee kam, die Kabinenwände zu reinigen. Außerdem fand er es merkwürdig, dass 1004 die Kabine schon wieder putzte. Schließlich war sie erst vor ein paar Tagen dagewesen. Und so langsam, wie sie es machte, würde sie noch fünf Gier brauchen, bis sie fertig war. Er schnappte sich seufzend ein Buch und verkroch sich auf sein Bett. Nach einer Weile merkte er, dass sie lächelte sie. Aber sie sagte nichts, wischte nur weiter, immer über die gleiche Stelle. Er begriff, dass sie darauf wartete, dass er etwas sagte, dass es die Regeln offenbar so verlangten. Er räusperte sich. Ähm, sind wir eigentlich derart dreckig? Weil du doch erst neulich sauber gemacht hast. Sie lächelte wieder. Das geht alles nach Plan, weißt du? Wenn auf dem Plan steht putzen, dann putze ich. Egal, wie dreckig es ist. Verstehe, dann haben wir vielleicht einen Preis gewonnen. Ein Jahr lang die sauberste Kabine des Mitteldecks. Kann gut sein. Großartig. Dann war an Schlaf nicht zu denken. Aber im Moment war ihm das gar nicht so wichtig. Sie lächelte. Und er lächelte auch. Und die faszinierende Scheckung ihrer Haut verfeinerte sich um Mund und Nase zu einem Muster winziger schimmernder Flecken. Gefällt es dir hier? fragte sie. Balen schluckte. Ja, doch. Das heißt, naja, da wo ich herkomme, hatte ich ein Zimmer für mich allein mit einem großen Studiertisch. Größer als das hier. Aber das war auf einem Planeten und dafür, dass wir auf einem Raumschiff sind, ist es gut, denke ich. Kommst du gut aus mit den anderen? Ich denke schon. Sie sind ziemlich nett zu mir. Ein bisschen rau allerdings. Es sind halt Maschinen, Leute, und ehrlich gesagt, nachts stinken sie nach Öl und Alkohol. Waschen sie sich denn nicht? Das frage ich mich auch, erwiderte Balen und musste unwillkürlich lachen. 1004 lachte auch. Sie gefiel ihm, wenn sie so lachte. Wo wohnst du eigentlich? fragte er. Im Unterdeck, erwiderte sie und senkte den Blick, tauchte den Lappen in ihr Wischwasser ein. Im ersten Schlafsaal. Nicht so schön wie hier. In diesem Augenblick wurde die Tür krachend aufgerissen. Ein hässlicher Mann mit der Figur eines Kampfringers platzte herein. entdeckte 1004 und bellte los. Was soll das? Was zum Niederloch machst du hier? Das Mädchen sah erschrocken hoch. Ich putze. Bist du blöde? Gang 17 und 18 habe ich gesagt. Weißt du, wie eine 17 aussieht? Ja, Vormann. Also, du dummes Stück, worauf wartest du dann noch? Aus seinem Mund sprühten Speicheltröpfchen, so schrie er. Bailen war völlig versteinert Haupt vor sich ging, hatte 1004 ihren Eimer und ihre Putzutensilien zusammengerafft und hastete mit demütig gesenktem Kopf aus dem Gang hinaus, ohne ein weiteres Wort zu wagen. Der Aufseher sah sich noch einmal schnaubend um, entdeckte Bailen auf seinem Bett und meinte, dieses niedere Pack ist dumm wie Zemmets Stroh, entschuldigen Sie die Störung. Damit knallte er die Tür wieder zu und war verschwunden. Bailen saß da wie betäubt. Schließlich raffte er sich auf und räumte sein Buch wieder weg, aber sein Herz pochte immer noch wie wild. An Schlaf war nicht zu denken. Da, die Siedlung. Seit einigen Gier waren sie nur noch über kahlen, grauen Fels geflogen, von Erosion glatt geschmirgelt und von erbarmungsloser Schwerkraft flach gedrückt, ohne Landmarken, ohne Berge und ohne Täler. Eine polare Wüste, kalt und öde, nur hier und da hell schimmernd, wo sich Eis gebildet hatte, oder dunkelgrau, wo feiner Kies angesammelt lag. War es eine Siedlung? Aus der Ferne erkannte man drei flache, wuchtige Kegelstümpfe, ungefähr an den Eckpunkten eines imaginären, gleichseitigen Dreiecks angeordnet, verbunden durch eine Art Wall oder Mauer. Hidu wandte den Kopf. Sollen wir sie erst einmal umfliegen? Ja, sagte Davil und griff nach dem Funkgerät. Smith, wo sind sie damals gelandet? Innerhalb des Walls oder außerhalb? Es krachte in den Lautsprechern. Die Funkverbindung war schlecht, die Stimmen unterlegt mit einem Geräusch, das wie das Dröhnen eines riesigen Generators klang. Außerhalb, kam die Antwort. Landen sie dicht davor. Das, was wie ein Wall aussieht, ist in Wirklichkeit eine Reihe einzelner Gebäude. Man kann problemlos dazwischen durchgehen. Danke, nickte Davil knapp. Er tätschelte dem Piloten die Schulter. Sie haben's gehört. Die Jäger umkreisten die Anlage. Aus der Nähe erkannte man, dass der Ringwall in der Tat aus einzelnen Elementen bestand, die man für seltsam geformte Gebäude halten konnte, wenn man davon absah, dass sie keine Fenster oder sonstige Öffnungen aufwiesen. Alles schien aus dem stumpfen grauen Fels der Umgebung erbaut zu sein. Lediglich auf der Oberseite der Kegelstümpfe waren jeweils zwei ineinander liegende konzentrische Ringe aus einem rötlichen metallisch schimmernden Material angebracht, deren Anblick einen an Antennen denken ließ. Der von dem Wall umschlossene Innenbereich der Anlage sah auf den ersten Blick aus wie eine Baustelle. Alle möglichen dunklen und hellen Kästen lagen da durcheinander, Löcher waren in den Boden gegraben, Dämme und Hügel aufgeschüttet und Mulden ausgehoben. Ihre Jorsen bauen um Smith, meinte Davil. Wenn ja, lassen Sie sich viel Zeit, erwiderte Smith. So sah es auch schon aus, als wir damals ankamen. Möglicherweise ist es also doch keine Baustelle. Ich glaube, es ist sowas wie eine Wohnlandschaft. Das Dröhnen im Funkverkehr war nervenzerfetzend. Man bekam das Gefühl, sich über einer Hochenergieanlage zu befinden, die kurz vor der Explosion stand. Die Jäger formierten sich wieder und Hidu verabredete mit den anderen Piloten einen Landepunkt. Es tat gut, als die Lautsprecher wieder schwiegen. Fällt ihnen was auf, Verweser? fragte Hidu, während der Jäger tiefer sank, langsam, damit es nicht wie ein Angriff aussah. In der Anlage meine ich. Davil nickte. Wenn sie damit andeuten wollen, dass niemand zu Hause zu sein scheint, das ist mir schon aufgefallen. Vielleicht sind sie alle drinnen, weil es ihnen draußen zu kalt ist. Vielleicht Davil späte hinab. Wenn es sich tatsächlich um eine Wohnlandschaft handelte, wohnte jedenfalls gerade niemand darin. Im schlimmsten Fall stellen wir fest, dass sie sich in diese grauen Klötze eingeschlossen haben und in Ekstase sind. Die Landestützen fuhren singend aus, krachten in ihre Verriegelungen. Dann setzte der Jäger auf. Das Tosen der Triebwerke erstarb in einem winselnden, schabenden Geräusch. Es gab eine ungewohnte Bewegung. Dann schlug Metall auf Metall, wie Davil es noch nie gehört hatte. Was war das? Die Federung der Landestützen, sagte Hidu. Die ist nicht für vierfache Schwerkraft ausgelegt. Ach ja, richtig. Davil schaltete den Schwerkraft Reduktor auf seiner Brust ein. Der war offenbar auf einen geringfügig anderen wert justiert gewesen als der Absorber des Jägers, denn es durchzuckte ihn, als habe ihn unvermittelt eine Geisterhand am Anzug gepackt. Hidu legte ein paar Schalter um, studierte sich einpendelnde Skalen. Sauerstoffatmosphäre, hoher atmosphärischer Druck, natürlich, aber ungefährlich. Kalt, keine giftigen Beimengungen, atembar. Gut, nickte Davil, das vereinfacht die Sache. Steigen wir aus. Hidu legte den Verriegelungshebel des Cockpits um und schob das Kanzeldach nach oben. Ein kalter Windstoß fegte herein, ließ sie frösteln und die Heizungen ihrer Anzüge aufdrehen. Dann machte Hidu sich daran hinaus zu klettern und Davil folgte ihm. Er hatte erwartet, dass die Luft nach irgendetwas riechen würde. Das war meistens der erste Eindruck, der Geruch. Paschkan hatte nach Dung, Gewürzen und Blüten gerochen. Seine Heimatwelt Yardoba roch nach Schwefel und verhüttetem Eisen, wenn man auf dem Haupthafen Kuriodoba landete und nach feuchten Wiesen und Beriblütentee, wenn man Erlaubnis für den kleinen Hafen Schem bekam. Und Gier roch nach Macht und Reichtum und Größe, auch wenn er nicht hätte sagen können, wie dieser spezielle Geruch zustande kam. Doch Yorsa roch nach nichts. Die Luft bis in die Innenseite der Nase war kalt und trocken und sie roch nach nichts. Hier standen sie neben ihrem Jäger, der schwer und müde in seinen Stützen hing, legten die Köpfe in die Nacken, um zu den Fürsten der stumpfgrauen Bauwerke vor ihnen hochzublicken und alles wirkte so steril wie eine Theaterkulisse. Die Sonne stand dicht über dem Horizont, eine fahle, weiße Scheibe, die den gelben Himmel mit mattem Licht erfüllte. Vermutlich ging sie zurzeit überhaupt nicht unter, wanderte nur am Horizont entlang. Das Sonnenlicht war nicht einmal kraftvoll genug, um nennenswerte Schatten zu werfen. Ein Aufschrei ließ Davil und Hidu herumfahren. Neben Jäger drei lag einer der Männer flach auf dem Boden, der andere kniete neben ihm. Es ist Tennant Leti, rief der Pilot. Er hat vergessen, den Schwerkraftreduktor einzuschalten. Im Nu standen sie um den nach Luft dringenden Biologen versammelt, der auf dem Rücken lag und stöhnend seinen Körper mit der rechten Hand abtastete. Sind Sie verletzt? fragte Davil. Leti sah ihn mit bleichem Gesicht an. Ich glaube nicht, ich hätte mir alles Mögliche brechen müssen, oder? Vermutlich hat die Übergangszone des Absorberfeldes sie gerettet. Es hört nicht abrupt auf, wissen Sie, sonst wären sie jetzt tot. Bei den Geistern Lefaras. Ich bitte um Verzeihung Verweser, dass ich die Mission derartig störe. Er rappelte sich mühsam auf, schaffte es in die sitzende Position und mit Hilfe des Piloten schließlich aufzustehen. Eine Menge blauer Flecken würde er vermutlich zurückbehalten. Schon gut. Davil sah sich um, deutete dann auf den Piloten des zweiten Jägers, Freigoro. Sie bleiben bei den Maschinen, normale Vorsicht. Es geht mir hauptsächlich darum, dass keine Tiere hineinklettern oder dergleichen. Wenn die Jorsen uns vernichten wollten, hätten wir vermutlich ohnehin keine Chance. Freigoro nickte zackig. Ich habe gehört, erster Verweser und Folge. Wir anderen sehen uns die Bauten einmal aus der Nähe an. Wir bleiben zusammen und falls wir doch getrennt werden sollten, treffen wir uns wieder hier. Laufen die Aufzeichnungen? Die Träger der Rekorder, Hidu und der Pilot des dritten Jägers, Krevel, nickten. Auch Tenant Leti würde einen Rekorder tragen, allerdings einen für fortlaufende biologische Analysen. Dann los. Smith ging voraus. Es hatte etwas Beruhigendes, ihn auf die großen grauen Klötze zu marschieren zu sehen, als mache er sich nicht die geringsten Sorgen. Davil hielt sich hinter ihm. Dann folgten Hidu, Leti und schließlich Krevel. Es ging sanft abwärts. Wenige Schritte vor der Phalanx der Bauten veränderte sich die Beschaffenheit des Bodens, sah der bisher raue, unebene Fels plötzlich aus wie flach geschliffen und poliert. Die nach außen gerichteten Seiten der Bauten waren rau, allerdings wirkte diese Rauheit künstlich. Die Durchgänge zwischen ihnen waren kaum breiter als eine Armspanne, die steinernen Wände rechts und links waren wiederum glatt und glänzten beinahe metallisch und nichts rührte sich ringsum. Die Durchgänge maßen an die zweihundert Mannslängen. Dann betraten sie den Innenbereich. Die seltsamen Hügel und Rampen, die vereisten Mulden und dunklen Löcher taten sich vor ihnen auf wie eine bizarre Gebirgslandschaft. Aus der Nähe sah man, dass in die Rampen kunstvolle Muster eingraviert waren und dass die hellen Kästen aus einem durchscheinenden perlmuttfarbenen Material bestanden. Doch abgesehen davon schien alles verlassen zu sein. Vielleicht schoss es Davil durch den Kopf, ist ihr Projekt längst beendet, der große Rückzug abgeschlossen, alle nichtmenschlichen Arten aus dieser Galaxis entfernt. War bei ihnen damals mehr los? warnte er sich an Smith. Der schüttelte den Kopf. Nein, wir müssen warten. Das schwerste ist, überhaupt ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Gehen wir ein bisschen umher, meinte Davil. Sie wandten sich nach rechts, gingen langsam an der Innenseite des Walds entlang. Da rührte sich plötzlich etwas. Ein Wirbeln war in der Luft, etwas wie Rauch, wie ein Tanz grauer Schatten, die über einem der Hügel aufstiegen und mit dem Wind vergingen. Ein klagender, kratzender Laut ertönte. Dann war wieder Stille. Sie standen wie erstarrt. Unwillkürlich hatten sie sich Rücken an Rücken gestellt, blickten aufmerksam in alle Richtungen. Ihre Hände tasteten nach den Waffen, doch sie hatten keine mitgenommen und so fassten die Hände ins Leere. Hat jemand eine Idee, was das war? fragte Davil. »Smith?« Der Mann aus der Vergangenheit schüttelte den Kopf. Auf jeden Fall ist jemand hier. Die Stille war erdrückend. Es schien auf merkwürdige Weise stiller als still zu sein, als beginne eine Art negative Stille sie einzuhüllen, die imstande war, Leute aufzusaugen. »Gehen wir in die andere Richtung«, sagte Davil, und seine Stimme klang dumpf. In diesem Augenblick erscholl wieder dieser klagende Laut, näher diesmal und lauter, und im nächsten Moment hob sich direkt vor ihnen der gewaltige Kopf eines Jorsen aus dem Boden. Einen Jorsen auf einem Bildschirm zu sehen, selbst in einer dreidimensionalen Projektion war eine Sache, einem Jorsen leibhaftig gegenüber zu stehen eine ganz andere. Der Kopf war riesig, ein stumpfgrauer, flachgedrückter Ballon, übermannshoch, fleckig an manchen Stellen und schrundig an anderen. Die drei Fühler wippten auf und ab wie die Äste jadobanischer Peitschenbäume und sie liefen in dürre, graue Habischel aus. Die knopfartigen Knubbel auf den Wülsten unterhalb des Kopfes pulsierten, immer drei nebeneinander, als bahne sich darunter gerade ein Parasit den Weg ins Freie. Aber dann bewegte sich der Kopf weiter, zur Seite und der restliche Körper kam aus dem Loch hervor. Der Jorse beachtete die fünf Menschen überhaupt nicht, schien sie nicht einmal zu bemerken. Zu Davils maßloser Überraschung bewegte sich das fremde Wesen kriechend fort. Das, was sie für ein zweites Armpaar gehalten hatten, waren in Wahrheit vordere Beine, das hintere Beinpaar stand in einem absurden Winkel in die Höhe Kränzen dicker Borsten unterstützt, die aus Falten der Bauchseite hervorkamen und von denen bisher niemand etwas gewusst hatte. Mit erstaunlicher Geschwindigkeit, schneller als ein Mensch hätte rennen können, wuselte der Jorse eine der Rampen hinauf, die werne Sprungschanze über einem zugefrorenen Becken endete und hielt an deren oberem Ende abrupt an. Bei allen Sternstraßen, murmelte Hidu. Ist er riesig. Er ignoriert uns, sagte Tennant Leti. Er hat uns überhaupt nicht bemerkt, meinte Smeeth. Es war nach jedem denkbaren Maßstab ein riesiges Lebewesen. Der Körper maß wenigstens acht Manns Längen, wenn nicht zehn, und der Körperumfang war beachtlich größer als bei jedem anderen Jorsen, den sie je in einem der Kristalle oder auf einer Abbildung gesehen hatten. Durville fragte sich, ob die Jorsen bei all ihrer Weisheit womöglich doch noch mit persönlichen Problemen wie Übergewicht oder dergleichen zu kämpfen hatten. Sie setzten sich in Bewegung, unwillkürlich, ohne dass es eines Befehls dazu bedurft hätte. Erst zögernd, dann immer strammer marschierten sie am Innenrand des Walds entlang, um einen besseren Blick zu bekommen auf das, was der Jorse tat. Die zugefrorene Mulde war anscheinend doch nicht das, wofür man sie auf den ersten Blick gehalten hatte. Jedenfalls glommen in der Luft darüber plötzlich helle Lichtpunkte in verschiedenen Farben auf. Große und kleine Kugeln wie Seifenblasen, die einander umtanzten, dann wieder alle auf einmal innehielten, um sich darauf gemeinsam in eine andere Richtung zu bewegen. Manche von ihnen pulsierten, andere blinkten und ab und zu blitzten helle Linien und Ebenen auf und vergingen wieder. Und der Jorse machte irgendetwas. Sein linker vorderer Arm mit drei dünnen Fingern und einem krallenförmigen Fortsatz am Ende bewegte sich durch das Ballett der leuchtenden Kugeln und Blasen, schien sie zu berühren, sie fangen zu wollen, als wären die Lichtpunkte Armaturen, das jorsische Gegenstück zu tasten und hebeln. Wissen Sie, was er da will. Smith schüttelte den Kopf. Ich bin kein Jorsen-Experte, falls Sie das meinen. Ich hab keine Ahnung. Wie haben Sie sie damals auf sich aufmerksam gemacht? Wir haben gerufen, sagte Smith, und mit den Armen gefuchtelt. Gerufen, echote Darwill. Nun ja, wie auch sonst. Er hob den Arm und winkte zaghaft. Hallo, dürfen wir euch etwas fragen? Er kam sich ausgesprochen dämlich dabei vor und war beinahe froh, dass der Jorse ihn weiterhin ignorierte. Nicht so, meinte Smith. Wir müssen näher herangehen. Und dann alle auf einmal. Darwill betrachtete das unebene Gelände vor ihm. Es erschien ihm wie Hausfriedensbruch, einen Schritt über die Grenze des glattpolierten Felsens hinaus zu tun. Also gut, versuchen wir es. Tenant, passen Sie auf, dass Sie nicht stürzen. Der Schwerkraftreduktor bewirkt nur, dass Sie nicht zerquetscht werden, aber er kann Sie nicht davor schützen, hinzufallen. Ja, ja, knurrte Leti säuerlich. Smith ging wieder voran. Gespenstisch, wenn man daran dachte, dass er vor vierhundert Jahren schon einmal hier gewesen war. Darwill folgte ihm und stellte fest, dass es noch schwieriger war, sich über das unebene Gelände zu bewegen, als es ausgesehen hatte. Mehrmals war er selber in Gefahr zu stolpern und er wusste, dass die anderen es sahen. Hoffentlich waren sie dadurch wenigstens gewarnt. Vor der Mulde blieb Smith stehen, und Darwill gesellte sich zu ihm. Ob es sich bei dem milchig-weißen Material in der Vertiefung tatsächlich um Eis handelte, war auch aus der Nähe schwer zu sagen. Der Jorse beachtete sie immer noch nicht. So wenig wie ein Mensch, der völlig von einer komplizierten Aufgabe in Anspruch genommen ist, eine Reihe von Fluginsekten beachtet hätte, die sich entlang seines Schreibtischs aufstellten. Tenant Leti gelangte ohne Sturz an Davils Seite und warf ihm einen triumphierenden Blick zu, ehe er sich und die Sensoren seines Rekorders wieder auf den Jorsen konzentrierte. Hidu und Krevel kamen rasch nach. Für die durchtrainierten Piloten war das schwierige Gelände auch unter mehrfacher Schwerkraft kein wirkliches Hindernis. Also auf drei, sagte Davil, als sie alle nebeneinander standen. Keine vier Mannslängen vor der Nase des Jorsen, wenn er ein solches Organ besessen hätte. Eins, zwei. Sie rissen alle zugleich die Arme in die Höhe, wedelten wild damit herum und schrien Hallo, Hallo, wie Geisteskranke. Wenn der entsprechende Abschnitt der Aufzeichnung, dachte Davil mit Unbehaken jemals in die Kanäle der Bordunterhaltung gelangen sollte, dann war es vermutlich vorbei mit seiner Autorität. Nichts geschah. Der Jorse rührte sich nicht. Noch einmal befahl Davil grimmig und etwas auffälliger, wenn ich bitten darf. Eins, zwei. Wieder sprangen sie hoch, fuchtelten mit den Armen und brüllten sich die Lunge aus dem Leib. Diesmal war die Wirkung verblüffend. Der Jorse hielt inne, die Lichter erloschen und mit einer geradezu blitzartigen Bewegung drehte sich das fremdartige Wesen auf dem Fleck herum und war im nächsten Augenblick verschwunden. Wir haben ihn verscheucht, stellte Krevel verdutzt fest. Leti schüttelte den Kopf. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wir könnten, begann Hidu, aber er kam nicht mehr dazu, fertig zu sprechen, denn in diesem Moment war hinter ihnen eine Bewegung, ein Schatten, ein Geräusch, das sie schneller herumfahren ließ, als unter der Schwerkraft Jorsas ratsam gewesen wäre. Da stand der Jorse. Keiner von ihnen hatte gesehen, wie er dahin gekommen war, aber jedenfalls stand er vor ihnen, die drei Fühler auf seinem gigantischen Schädel bebend auf sie gerichtet, den Kopf langsam hin- und herwiegend. Die länglichen Schlitze in den Wülsten unterhalb des Schädels bewegten sich, gaben schmatzende, schnaubende Geräusche von sich. Die fadenartigen Gebilde an seinem Hals und Oberkörper, die auf Bildern wie dünne, schleimige Haare ausgesehen hatten, waren zu silbernen Klumpen gefroren, die leise klingelnd gegeneinander schlugen, während der Jorse langsam näher rückte. Alles, woran Davil denken konnte, war, dass sie nicht wussten, ob die Jorsen so etwas wie ein Maul hatten, ob sie Zähne besaßen, ob sie Menschen fraßen. Dann erscholl diese Stimme. Tief, machtvoll, die Stimme eines Gottes. Was, fragte sie donnernd, wollt ihr? Quest fiel endlich in, wenn auch unruhigen, Schlaf. Velina deckte ihn noch einmal zu, mit einer Decke in toyokanische Handstickerei, die seit der Invasion eine Kostbarkeit war. Dann stand sie leise auf, sammelte alle ihre Utensilien auf und verließ das Schlafzimmer. Draußen im Empfangsraum stand ihre Tasche, in der sie immer alles verstaute. Niemand sollte sehen, dass sie Quests Räume mit Gerätschaften eines Heilers betrat oder verließ. Als sie die leere Heilstation betrat, leuchtete das Signal am Analysator, das anzeigte, dass die Untersuchung der Flüssigkeit aus Quests Rückenmark abgeschlossen war. Sie nahm das Probenglas heraus, verschloss es und stellte es in den Gefrierer. Dann nahm sie das Ergebnis zur Hand. Sie fühlte, wie ihr Gesicht zur Maske erstarrte, während sie die Ergebnisse in die Diagramme eintrug. Die entsprechende Mappe war nicht beschriftet und sie führte alle Daten von Hand. Nur sie wusste, was die Aufzeichnungen zu bedeuten hatten. Selbst wenn jemand das Unvorstellbare getan hätte und in die Heilstation eingebrochen wäre, um die Daten zu durchwühlen, er hätte nichts damit anfangen können. Er hätte vor allem niemals erfahren, dass der Kommandant krank war. Und Quests Krankheit verschlimmerte sich zusehends. Der Zerfall der Zellen hatte sich beschleunigt. Das passte zu ihrer Beobachtung, dass immer höhere Dosen von Sud Klar nötig waren, um Quest arbeitsfähig zu halten und dementsprechend immer höhere Dosen von Sud Blau, um die Schadwirkung von Sud Klar abzumildern. Lange würde auch das nicht mehr funktionieren. Die erste Heilerin saß vor ihren Unterlagen, bemühte sich, Trendlinie durch die Messwerte nicht allzu weit in die Zukunft zu verlängern und dachte darüber nach, was sie sonst noch machen konnte. Es würde ihr nichts anderes übrig bleiben, als anzufangen, Paste Grün zu geben. Ihr Blick wanderte über die Tiegel, Gläser und Flaschen des Heilmittelschranks. Paste Grün. Manche Heiler verwendeten es überhaupt nie, um ihre Patienten nicht zu erschrecken. Paste Grün, wusste der Volksmund, war das Mittel für Todeskandidaten. Davil trat vor. Dies war seine Aufgabe und er würde sie erfüllen, selbst wenn ihm das Herz den Brustkorb zu zersprengen drohte. Wir suchen den Planeten des Ursprungs, sagte er und hoffte, dass der Jorse entweder wusste, was damit gemeint war oder nachfragen würde, falls er diesen Ausdruck nicht kannte. Der Kopf des Jorsen legte sich schräg. Die knubbeligen Knöpfe seiner Wülste pulsierten, das einem schlecht werden konnte von dem Anblick. Das hier ist er nicht, erklärte die machtvolle Stimme. Ja, aber wisst ihr, wo er ist? Nein. Damit wandte sich der Jorse ab und einem der Hügel zu. Seine Fühler schienen eine Art Takt zu schlagen, worauf der Hügel rötlich aufleuchtete und ein Schattenmuster anzeigte, das eine Weile zu sehen war und dann verblasste. Der Kopf des Jorsen zuckte wieder zu ihnen zurück, schien sie förmlich rammen zu wollen. Was wollt ihr noch? Diese Stimme, die aus dem Himmel auf sie herabzustürzen schien wie ein Hagelschauer, deren Klang einem durch und durch ging, die einen von den Zehenspitzen bis zum Schädeldach mit Vibration füllte. Davil hob die Arme. Bitte, sagte er, ihr seid das älteste und weiseste Volk, das wir kennen. Bitte helft uns, den Planeten des Ursprungs zu finden, den Planeten, auf dem alles Leben im Universum seinen Anfang genommen hat. Wir kennen diesen Planeten nicht, erwiderte der Jorse. Wir denken, es ist nur eine Legende, Geht wieder. Damit wandte er sich ab und wuselte zwischen zwei Hügeln davon, eine Rampe hinunter und war verschwunden. Die Männer standen da und sahen einander ratlos an. Er ist ja vielleicht wortkarg, meinte Krevel schließlich. Davil nickte und sah noch einmal in die Richtung, in der der Jorse verschwunden war. Das kann man wohl sagen. Oh, er hat sich geradezu ausgiebig mit ihnen unterhalten, sagte Smith mit spöttischem Grinsen, verglichen mit dem Gespräch, das ich damals hatte. Das ist nicht ihr ernst. Geht es noch kürzer? Smith nickte. Ich fragte, ob ich ein Stück Kristall bekommen könnte. Und sie sagten nein. Und? Nichts und das war's. Sie schickten mich fort. Sie sind durch die halbe Galaxis geflogen, um dann nach einem einzigen Nein aufzugeben? Oh, ganz so war's nicht, lächelte Smith und sah sich um. Es ist nicht so, dass die Jorsen einen darüber im Unklaren lassen, wann es Zeit ist zu gehen. Da, sehen sie? Es geht schon los. Davil blickte in die angegebene Richtung und entdeckte nichts als ein paar Steinchen, die aus unerfindlichem Anlass wie aufgeregte Jungtiere in die Luft hüpften, wieder und wieder und Sandkörner, die sich ähnlich verrückt benahmen. Und wenn er es recht besah, fanden alle diese Hüpfereien entlang einer unsichtbaren Linie statt, die langsam auf sie zu wanderte. Was hat das zu bedeuten? fragte er. Sagen wir es einmal so, meinte Smith. Mit künstlicher Gravitation kann man jemandem eine gehörige Tracht Prügel verpassen. Das klingt, als wollten sie mir raten, nicht auszuprobieren, wie das ist. Ja, nach allem, was ich gehört habe, ist es nicht zu empfehlen. Die Linie kam tatsächlich näher. Ein Rausschmeißer, ganz klar. Rückzug zu den Jägern, ordnete Davil an. In seinen Augen war die ganze Suche nach diesem Planeten des Ursprungs ohnehin eine Erlegenheit nach dieser kargen Auskunft erledigt sein sollte, umso besser. Tenant Leti war neugieriger als Davil. Als sie schon im Durchgang durch den Wall waren, drehte er um und ging der Linie, die auf dem polierten Fels tatsächlich unsichtbar war, mit ausgestreckten Händen entgegen, bis er unvermittelt aufschrie. Oh, oh, verdammt! Die rechte Hand unter die linke Achsel geklemmt, schloss er hastig zu den anderen auf. Bei allen Sternteufeln, fluchte er leise, die sind nicht zimperlich. Als sie die Jäger erreicht hatten, sahen sie, dass es keine Linie war, die sie verfolgte, sondern ein Kreis, der sich um sie schloss. Eisfetzen, Staub und winzige Kiesel stoben auf einer sich enger und enger schnürenden Bahn in die Höhe und spritzten klackernd davon. Alles an Bord, befahl Davil. Senkrecht Start. Der Anblick der hüpfenden Steinchen war tatsächlich ungemein beeindruckend. Selbst bei Gefechtsalarm kamen Jetbesatzungen selten schneller an Bord und der Alarmstart hätte für beste Bewertungen bei den Akademieprüfungen genügt. Sie schossen hinauf in den gelben Himmel über Jorsa und hinaus ins All, die Triebwerke bis an die Schmerzgrenze überlastend und als sie hinter sich blickten, sahen sie noch, wie der ganze Planet unter einem blau-leuchtenden Energieschirm verschwand. Wie ich schon sagte, meinte Smith, sie lassen einen nicht im Unklaren darüber, wann es Zeit ist zu gehen. Die Teilnehmer der Jorsa-Expedition saßen um den Konferenztisch versammelt, außerdem der erste Führungskreis. Die Aufzeichnungen wurden abgespielt, mehrfach. Und als das Projektionsfeld über der Mitte des Tisches schließlich verblasste und das Licht im Raum sanft heller wurde, herrschte betretenes Schweigen. Man merkte den Piloten an, dass sie in diesem Moment lieber woanders sein würden. Der erste Verweser war bleich und schwitzte sichtlich. Nur Tenant Leti, der Quest noch nie toben gesehen hatte, zeigte keine sonderliche Gemütsregung und Smith war ohnehin immer die Gelassenheit in Person. Der Kommandant hockte dumpf brütend in seinem Sessel und sagte kein Wort. Solange er schwieg, wagte niemand sonst etwas zu sagen. Auf unsere Funksprüche, fragte Quest schließlich unerwartet leise, reagieren sie immer noch nicht, nehme ich an? Tamiliak blinzelte nervös mit seinen Schlitzaugen. Nein, erhabener Kommandant, keinerlei Reaktion. Hmm. Wieder Schweigen. Der einzige Unterschied war, dass Montag angefangen hatte, ungeduldig mit den Fingerspitzen auf die Tischplatte zu trommeln, leise, aber nervtötend. Quest warf ihm unter seinen schweren Lidern hervor einen Blick zu. Ihr habt einen Vorschlag zu machen, erster Pilot. Montag zuckte zusammen, aber er überspielte seinen Schrecken rasch. Wir sollten Rücksprache mit Gier nehmen, schlug er vor. Vielleicht, wenn wir den Jorsen eine Botschaft des Pantab übermitteln. Er sah sich um und verstummte. Ohne Zweifel hielt das niemand für eine sonderlich überzeugende Idee. Immerhin hörte er auf zu trommeln. Tennant 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 Zoll Wörter größer überwettet. Ges Menschen entsprechen. Richtig, aber das wenige, das wir wissen, rechtfertigt meine Einschätzung, glaub ich, beharrte der wissenschaftliche Leiter, was Lethi mit missbilligendem Kopfschütteln kommentierte. Überdies haben wir allen Grund zu der Annahme, dass sich keines dieser Völker mehr in unserer Galaxis befindet. Die Jorsen dürften sie längst umgesiedelt haben. Sicher wissen wir das aber nicht. Kuton zog einen Sternhimmelausdruck aus dem Stapel vor sich. Eines der Völker, eine Art intelligenter Flugwesen, die in den Dokumenten von Paschkan Brotori genannt werden, besiedeln nach diesen Angaben etwa 20 benachbarter Sternsysteme, ungefähr 4000 Lichtjahre von hier entfernt. Er schob die Grafik in die Mitte des Tisches. Eine leere Stelle darauf war mit Rotstift eingekreist. Sterne, die um diese Position herum zu sehen sein müssten. Die Edlen des ersten Kreises starrten verdutzt auf den Ausdruck. Das heißt ja, begriff der erste Raumüberwacher Hunort schließlich und rieb sich erschüttert die ehrenwerte Stirn, dass diese Sterne seit mindestens 4000 Jahren verschwunden sein müssen. Richtig, nickte der Tenant. Als sich erneut bedrücktes Schweigen auf die Runde herabsenkte, streckte Kuton die Hand aus und nahm die Grafik behutsam wieder an sich. Montag fuhr sich mit der Hand durch seine beeindruckende Haarmähne. Und wenn wir versuchen, ein paar Kristalle als Geiseln zu nehmen, schlug er vor. Ich meine, sie werden ganz sicher mit uns Kontakt aufnehmen, wenn wir… Vergesst das! unterbrach ihn Smith. Habt ihr etwa einen besseren Vorschlag, Bürger? Smith sah den ersten Piloten mit ausdruckslosem Gesicht an. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Jorsen uns Menschen nicht leiden können? In Montags Gesicht arbeitete es. Er schien sich nicht sicher zu sein, ob er diese Bemerkung als Beleidigung auffassen musste. Ein paar der anderen edlen grinsten unverhohlen. Doch bevor der erste Pilot etwas erwidern konnte, hieb die Hand des Kommandanten schwer auf die Tischplatte. Euer Vorschlag ist idiotisch, Montag. Wir werden uns auf keinen Fall mit den mächtigsten Lebewesen des bekannten Universums anlegen. Kein weiterer Gedanke mehr in diese Richtung. Montag nickte grimmig, innerlich kochend vor Ärger. Ich habe gehört, erhabener Kommandant. Die Stille, die sich nun ausbreitete, war geradezu unwirklich. Die Piloten, Zeit ihres Lebens nur dröhnende Mannschaftsräume zwischen Hangars und Maschinenanlagen gewöhnt oder Quartiere in den billigen, lauten Vierteln rund um die Raumhäfen, hatten das Gefühl, plötzlich taub geworden zu sein. Jedes Atemgeräusch klang wie ein Unwetter. Davil räusperte sich, verhalten zunächst, dann noch einmal kräftiger. Es schien ein mächtiger Brocken zu sein, den er da von seinen Stimmbändern zu wälzen hatte. Erhabener Kommandant, sagte er mit bebenden Lippen. Ich fürchte, die Situation lässt keinen anderen Schluss zu als den, dass unsere Mission gescheitert ist. Denken Sie? fragte Quest knapp. Seine Stimme klang wie ein zuschnappendes Fangeisen. Ja, erhabener Kommandant, ich denke, dass es unsere Pflicht ist, den Pantab über die gewonnenen Erkenntnisse zu unterrichten und seine weiteren Befehle zu erwarten. Es war ausgerechnet Montag, der grimmig nickte und murmelte. Er wird uns als Kundschafter ins Reich des Sternenkaisers schicken, jede Wette. Quest sah mit auffordernd funkelnden Augen in die Runde. Hat noch jemand eine Meinung hierzu? Niemand sonst hatte eine Meinung dazu. Na schön. Dann will ich Ihnen etwas zeigen. Pilot Hidu, lassen Sie die Aufzeichnung Ihres Rekorders noch einmal laufen, befahl der Kommandant. Hidu beeilte sich, die entsprechenden Tasten am Abspielgerät zu drücken. Das Licht im Raum erlosch bis auf sanfte Dämmerung, das Projektionsfeld leuchtete auf und sie sahen wieder, wie die Männer durch den Wall gingen. Smith vorneweg, gefolgt von einem argwöhnisch nach allen Seiten sichernden Davil, sahen die eigentümliche Bodenformation des Innenraums und zuckten wieder zusammen, als plötzlich der Kopf des Jorsen vor ihnen aufragte. Sie sahen, wie er die Rampe hinaufwuselte, sahen die leuchtenden Kugelformationen vor ihm auftauchen und »Halt«, rief Quest. »Halten Sie das an«, Hidu gehorchte. Das Bild, wie der Jorse nach einer der leuchtenden Kugeln griff, fror ein. »Was«, stellte Quest bedächtig die Frage, »macht er hier eigentlich?« Zögern in der Runde. »Es sieht aus, als würde er irgendetwas steuern«, sagte Davil schließlich. »Ja. Er arbeitet. Ein Vertreter einer Spezies, die die höchste Stufe der Entwicklung erreicht hat und sich seit undenklichen Zeiten nur noch dem Nichtstun und der Ekstase hingibt. Arbeitet.« Quest fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, wischte sich Wangen und Stirn und starrte die ganze Zeit unverwandt auf das stillstehende Bild. Man fragt sich natürlich, woran. Wir wissen, dass die Jorsen nur noch zwei Arten von Maschinen kennen. Und da das hier entschieden zu groß ist, um eine molekulare Maschine zu sein, darf man vermuten, dass wir die Kontrollen einer stellaren Maschine sehen. Ich wage sogar zu behaupten, dass sie ihn bei Arbeiten am großen Rückzug gestört haben. Für meine Augen sieht das, woran der Jorse hantiert, wie ein Modell einer Sternkonstellation aus. Lassen Sie es einmal weiterlaufen, Hidu. Langsam. Ein unterschwelliges Keuchen ging durch die Runde. Im langsamen Modus war der Ton abgeschaltet, und so verfolgten sie in gebanter Stille, wie die schimmernden Kugeln den Bewegungen des Jorsen folgend, einander umkreisten. »Halt! Seht ihr den Punkt in der Mitte, der seine Position nicht ändert?« Allgemeines Nicken. Das war jedem aufgefallen, peinlicherweise erst jetzt im langsamen Modus. Was, frage ich mich, wenn das der nächste Stern ist, den die Jorsen in eine andere Galaxis versetzen wollen? Dann leben auf einem der Planeten dieser Sonne nichtmenschliche Intelligenzen. Dann sind die Jorsen in diesem Sonnensystem in irgendeiner Weise aktiv. Und wenn ich mich recht an die Geschichte erinnere, die Tennant Kuton über die erste Begegnung zwischen Jorsen und Menschen gefunden hat, dann waren die Jorsen darin erheblich auskunftsfreudiger, als sie es erlebt haben. Aber wir wissen nicht, welcher Stern das ist, warnte Kuton zögernd ein. Quest schüttelte langsam den Kopf. Im Dunkeln wirkte er wie ein lebendes Gebirge. Wir haben diese Aufzeichnungen. Daraus lässt sich das Modell dreidimensional rekonstruieren. Dann haben wir relative Abstände zwischen Sternen und wir haben Winkel, mehr als ausreichend, um einen Stern eindeutig zu identifizieren. Und wir haben eine Datenbank sämtlicher Sterne dieser Galaxis, die jemals von einem Schiff der Flotte vermessen wurden. Er streckte die Hand aus, deutete auf das fahle Bild über der Mitte des Tisches. Edla Felmuri, Tennants, geht unverzüglich an die Arbeit. Ich will wissen, welcher Stern das ist. Seit Jahrhunderten war es vorgeschrieben, dass die Schiffe der Reichsflotte während ihrer Sprungetappen Aufnahmen des umgebenden Sternhimmels anfertigten, die während des nächsten Aufenthalts auf einer Basis zusammen mit den jeweiligen stellaren Koordinaten an das kartografische Institut auf Gier weitergeleitet wurden. Diese Aufnahmen der Galaxis aus unterschiedlichsten Blickwinkeln erlaubten es, die absoluten Positionen der registrierten Sterne zu errechnen. Aus dem Vergleich mit älteren Daten ließ sich die Drift jedes Sterns ermitteln. Und unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit des Lichts, die einen Sterne an Stellen sehen ließ, wo sie vor langer Zeit einmal gewesen waren, ergaben sich schließlich Positionen und Bewegungsvektoren praktisch aller Sterne, die jemals von mehr als zwei Raumschiffen der Flotte gesichtet worden waren. Es war ein gut eingeübter, automatischer Vorgang, der den seltsam anmutenden Sachverhalt erklärte, dass man sehr exakte Sternkarten der namenlosen Zone besaß, obwohl diese zum größten Teil noch nie von Raumschiffen beflogen worden war. Nicht erfasst waren lediglich Sterne, die sich hinter ausgedehnten Dunkelwolken verbargen, besonders lichtschwache Sterne und solche, die so weit entfernt waren, dass ihre Parallaxen zu gering ausfielen, um ihre Position mit einiger Genauigkeit bestimmen zu können. Die Akademie ging davon aus, dass über drei Viertel der Galaxis kartografiert war. 80 Milliarden Sterne. Verglichen damit war die Zahl der Sterne, über die man mehr wusste als Koordinaten und Leuchtkraft, geradezu lächerlich klein. Da die Megatau eine Kopie dieser Sterndatenbank besaß, war die Idee des Kommandanten zwar tollkühn, aber auch geradezu peinlich naheliegend. Böse Zungen erzählten, die Navigatoren, die sich zusammen mit den Astronomen unverzüglich an die Arbeit machten, hätten rote Ohren gehabt und immer wieder fassungslos die Köpfe geschüttelt, während sie die Aufzeichnungen der Yorsa-Exkursion kopierten und bearbeiteten, die Abbildungen, bei denen es sich um Sternkonstellationen handeln mochte oder auch nicht, herausfilterten und gegeneinander abglichen und schließlich aus allen vorhandenen Blickrichtungen vermaßen, bis die relativen Abstände und Winkel eindeutig feststanden. Dann kam ein speziell erstelltes Suchprogramm zum Einsatz, das der Reihe nach jeden einzelnen Stern in der Datenbank daraufhin überprüfte, ob sich zu ihm Nachbarsterne in entsprechenden Winkeln und Abstandsverhältnissen finden ließen. Für einige Gier kam die Arbeit an Bord der Megatau, soweit sie auf Rechnerunterstützung angewiesen war, nahezu zum Erliegen. Das bordeigene Unterhaltungsprogramm wurde unterbrochen, das Kommunikationssystem leitete nur noch Nachrichten mit Vorzugsstatus weiter und bizarrerweise mussten einige Türen im oberen Mitteldeck auf Handbetrieb umgeschaltet werden. Dann stand das Ergebnis fest. Eine kleine gelbe Sonne, erläuterte der edle Felmori, erster Navigator, die Ergebnisse. Registriernummer 1202-1179004. Entfernung von hier aus etwa 12.000 Lichtjahre. Er ließ die Projektion der Sternkarte aufleuchten. Der hypothetische Kurs zum Zielstern wurde in nahezu rechtem Winkel zum bisherigen Weiterführen wieder auf den Rand der Galaxis zu. Sonstige Daten? fragte Quest. Felmori schüttelte den Kopf. Keine bekannte Expedition ist jemals auch nur in der Nähe gewesen. Auf einen Tastendruck wurde das Zielgebiet vergrößert und die Konstellation der Sterne mit einem Bild des daran arbeitenden Jorsen überblendet. Die Navigatoren hatten an dieser Sequenz sorgfältig gefeilt, um den Erfolg ihrer Arbeiten ins rechte Licht zu rücken. Aber der Effekt, den sie erzielten, war, dass es jedem kalt den Rücken hinablief bei dem Gedanken, dass die Jorsen imstande sein sollten, über eine Distanz von 12.000 Lichtjahren hinweg die Existenz eines ganzen Sonnensystems zu kontrollieren. Fliegen wir hin, sagte Quest. Solange der Stern noch da ist. Alles duckte sich, nickte, am eifrigsten Montag der erste Pilot. Nur Davils untersetzte Gestalt straffte sich. Verzeiht, erhabener Kommandant, sagte er. Aber was versprechen wir uns davon? Nur weil wir möglicherweise dort auf andere Jorsen treffen und diese uns möglicherweise mehr über den Planeten des Ursprungs erzählen könnten? Verweser Davil, unterbrach Quest müde. Ich bin im Augenblick nicht dazu aufgelegt, mit ihnen zu diskutieren. Ein Gefühl sagt mir, dass wir keine Zeit verlieren sollten. Wir können diskutieren, sollten wir keinen Erfolg haben. Einverstanden? Er sah Montag an. Erster Pilot, es ist euer Schiff. Er erhob sich, blickte in die Runde. Ihr Edlen. Damit ging er, wie immer gefolgt von Velina. Kurz darauf verließ die Megatau das System der Sonne Loi Mok und steuerte den nächsten Eintauchpunkt an. Das Sublicht an Bord war immer noch orange. Nach Bordzeit war es später Abend. Seinen Mitarbeitern hatte Kuton längst freigegeben, doch er selbst fand nicht zur Ruhe. Und wozu auch? Er fand keinen Gefallen an den Vergnügungen, die an Bord angeboten wurden, und er hatte keine Freunde, mit denen er gern Zeit verbrachte. Ihm war eine anspruchsvolle, geistige Aufgabe wie diese lieber. Die Zeittafeln, die sie in den javousischen Speichern entdeckt hatten, verwendeten einen völlig unbekannten Kalender. Wenn es gelang, die darauf genannten Ereignisse mit bekannten historischen Zeitpunkten zu verbinden, konnte das wertvolle Informationen liefern. Und wenn nicht, war es zumindest eine spannende Knobelange. Kuton mochte es, zu knobeln, sich durch Bücher und Datenbanken zu wühlen und den Gedanken freien Lauf zu lassen, während in der Tiefe des Schiffs Triebwerke tosten und Generatoren wummerten, während in der Trennwand das Wasserrohr gluckerte und vom Deck darüber das Klappern von Schritten zu hören war. Es war alles so vertraut, schuf eine Stimmung von Behaglichkeit, die ihm half, sich zu konzentrieren. Und zu vergessen. Als es klopfte, sah er höchst ungern auf. »Er bitte?« Die Tür ging auf. Er wollte es nicht glauben, wer den Kopf hereinsteckte. »Edler Montag! Ihr?« »Ist es gestattet einzutreten?« fragte der erste Pilot mit ungewohnter Höflichkeit. »Oder störe ich?« »Oh nein, natürlich nicht.« »Kommt herein, kommt herein!« »Wartet!« Kuton war schon aufgesprungen, fegte Kleider und Papiere von seinem zweiten Stuhl, klopfte hastig mit der Hand die Sitzfläche ab. »Ein Edler in seiner Kabine!« »Das war hier doch alles eines Edlen nicht würdig.« »Wie kam er dazu?« »Ihr müsst vielmals entschuldigen, wie es hier aussieht, aber ich hatte nicht damit gerechnet.« »Und schon gar nicht.« »Schon gut.« Montag nahm ihm den Stuhl aus der Hand und setzte sich. »Niemand erwartet das.« Er verschränkte die Arme, sah Kuton an und bedeutete ihm schließlich, sich ebenfalls zu setzen. »Und niemand weiß, dass ich hier bin.« »Verstehen Sie?« »Ja,« beeilte sich Kuton zu nicken. Dann überlegte er, ob er wirklich verstand, was der Edle meinte. »Ich glaube schon. Darf ich Sie etwas fragen, Tennant?« »Ja, sicher. Ich meine, ja, bitte.« »Ich nehme an«, sagte Montag, »und seine Kindpartie spannte sich plötzlich an dabei. Es ist ihrer Aufmerksamkeit nicht entgangen, dass dieser Mann, den wir aus einem Wrack aufgelesen haben, Smith und die erste Heilerin...« Da war es wieder. Das, was er vergessen wollte. Da war es wieder und tat immer noch weh. »Ja,« sagte Kuton, »nicht darauf achtend, dass er dem Edlen das Wort abschnitt.« »Es ist mir nicht entgangen.« Montag nickte. »Und?« »Was denken Sie darüber?« »Es steht mir nicht zu, darüber ein Urteil abzugeben. Aber Sie müssen doch irgendetwas darüber denken.« »Es bleibt unter uns, keine Sorge.« »Verzeiht mir, aber ich will trotzdem nichts dazu sagen.« Der Wissenschaftler hatte Angst, der erste Pilot könnte seine Stimme beben hören. »Die erste Heilerin ist eine Edle, und Smith ist ebenfalls ein Edler. Was also soll ich dazu sagen?« Montag holte Tiefluft, lehnte sich zurück. »Glauben Sie, dass das stimmt? Dass Smith ein Edler ist, meine ich?« »Der Kommandant hat es so entschieden, habe ich gehört, und ich habe das fraglos zu akzeptieren.« »Ja, ja, schon.« »Aber Smith war ein Bürger der Alten Republik.« Normalerweise wäre er damit ein Freier, nicht wahr? Sie als Historiker müssten das doch wissen. Kuton merkte, dass ihm das Atmen schwer fiel. »Sicher, aber er war Kommandant eines Raumschiffes,« hat er uns erzählt. Kuton fühlte seinen Unterkiefer herabsinken, ohne dass er etwas dagegen hätte tun können. Vermutlich sah er aus wie ein sabbernder Idiot, starrte Montag an, endlos, und das plötzliche Schweigen war wie ein Abgrund. »Ihr meint...« Mühsam gewann er die Kontrolle über seine Stimme zurück. »Ihr meint doch nicht etwa...« »Ich frage bloß,« sagte Montag kalt. »Er hat es uns gesagt. Aber wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass von zehn Kühlkammern an Bord der RIG neun versagt haben, und zwar so vollständig, dass die Leute darin nur noch gefriergetrocknete Mumien sind. »Einzig Smeet ist gesund wie nur irgendjemand.« »Bei den dunklen Sternen erhustet nicht einmal.« Er beugte sich vor und sah Kuton an. Seine Augen glitzerten zornig. »Haben Sie sich noch nie gefragt, ob dabei alles mit rechten Dingen zugegangen ist?« Die Legende der Zwölf Der obere Hangar lag um diese späte Nachtzeit dunkel und verlassen. Jeder Schritt darin haltet, dass man hätte meinen können, das halbe Schiff müsse davon aufwachen. Die RIG war ein unheimlicher, bedrückender Schatten und größer als Kuton sie in Erinnerung hatte. Aber das mochte am Licht liegen. Auch im Dunkeln sah das Schiff elegant aus, ein gewaltiges, schlafendes Tier mit einer klaffenden Rückenwunde. Die nach außen gebogenen Teile der Hülle dort, wo der Hyperkonverter explodiert war, glänzten matt im Restlicht. »Vergesslichkeit hat manchmal auch etwas Gutes«, meinte Montag halblaut. Kuton sah die silbernen Stiftschlüssel in seiner Hand an. »Ich hätte an so vieles andere denken können«, sagte er. »Ich meine, der Verweser hätte sie ja auch zurückfordern können.« Montag ging ein paar Schritte, inspizierte den Steg zur Einstiegsschleuse hinauf eingehend, soweit er etwas erkennen konnte. »Es ist mir aufgefallen, dass er das nicht getan hat, ja. Jedenfalls erspart es uns, ihn darum bitten zu müssen.« »Genau.« Sie gingen den Steg hinauf, Kuton voran. Er entfernte den klobigen Versiegelungsbolzen und betätigte den Öffnungsschalter des Schotts. Nervenzerfetzendes Quietschen halte durch den Hangar, während es sich zur Seite schob. In dem Schleusenraum dahinter ging sanft das Licht an. Ein helles, bläuliches Licht, vermutlich der Sonne Giers nachgebildet. Die Luft an Bord roch immer noch schlecht, derart gesättigt von Körperausdünstungen, dass man meinen konnte, eine ganze Großgruppe Niederer hätte ein Dritteljahr eng gedrängt darin ausgeharrt. Auf dem Weg in die Kanzel konnte Kuton den ersten Piloten hinter sich angewidert keuchen hören. »Bei allen Dämonen der Sternstraßen, das ist ja fürchterlich.« In der Kanzel vergaß Montag den Geruch. Er stand da, sah sich um, mit großen Augen wie ein Kind, bis sein Blick auf das fiel, was nur der Sitz des Piloten sein konnte. Er ging langsam darauf zu wie auf ein Heiligtum. »Eine integrierte Steuerung«, hauchte der Edle ehrfürchtig. »Ich habe so eine einmal im Museum gesehen. Damit ist ein einziger Mann in der Lage, das Schiff zu fliegen. Können Sie sich das vorstellen? Steuerung, Navigation, Raumüberwachung, Maschinenführung, Kommunikation. Alles in einem Pult.« Er ließ sich auf den Sitz gleiten und legte behutsam die Hand um einen eigenartig aussehenden Steuergriff, der zahlreiche Rändelschrauben und Drucktasten an verschiedenen, mit den Fingerspitzen leicht erreichbaren Stellen aufwies. Er bewegte ihn behutsam, fuhr sachte mit den Fingern über die Instrumente, die ihn entlang des halb elliptischen Pultes umgaben. Schließlich schüttelte er seufzend den Kopf. Auch wenn die Republikaner korrupte Bastarde waren, Raumschiffe konnten sie bauen, das muss man ihnen lassen. Kuton bemühte sich, angesichts eines derart eindimensionalen Geschichtsverständnisses nicht abfällig das Gesicht zu verziehen. »Wollt ihr auch sehen«, fragte er, »wie sie Kommandantenkabinen eingerichtet haben?« Montag schien unsanft aus einem Traum zu erwachen. »Richtig, ja.« Er sah sich um. »Bei einer Rigg müsste die sich unter uns befinden, oder?« »Exakt«, »Kuton registrierte, dass sich der Pilot überraschend gut mit historischen Raumschifftypen auszukennen schien. Er trat an ein kreisrundes Geländer, das nur ein gewöhnliches Stück Boden zu umzäunen schien und drückte einen Schalter, worauf das Stück Boden sich wie eine Irisblende öffnete und eine schmale, abwärtsführende Wendeltreppe freigab. »Soll ich vorangehen?« Manchmal war Smith wie ein halb verhungertes Tier, und sie war die Beute, über die er herfiel. Es hatte Zeiten gegeben, in denen sie das, was sie taten, unschicklich und unakzeptabel gefunden hätte, aber irgendwie waren diese Zeiten vergangen und jene Begriffe mit ihnen. Sie überließ sich willig seiner Wildheit und seiner Raffinesse, vergaß Raum und Zeit und ihren eigenen Namen, und manchmal kam es ihr vor, als sei sie es, die in Wahrheit hungrig war, nicht er. »Ich weiß gar nichts über dich«, sagte sie später, während ihr Kopf auf seiner haarlosen, warmen Brust ruhte, sie seinen Samenroch, seinen Schweiß glitzern sah und das Schlagen seines Herzens hörte. »Bist du...« »Ich meine, warst du verheiratet?« Sie spürte, wie sein Atem für einen winzigen Moment stockte. »Was würde das für einen Unterschied machen?« fragte er dann leise, während sein Atem schon wieder gleichmäßig ging. »Ich weiß nicht. Ich würde es eben gerne wissen. Ob ich eine Frau zurückgelassen habe in der Republik? Ja. Nein, habe ich nicht. Und Kinder? Du bist heute reichlich neugierig, muss ich sagen. Das sind Frauen nun mal. So viel solltest du schon gemerkt haben. Du erwächst nämlich den Eindruck, als ob du einige Erfahrungen mit Frauen hättest. So? Tu ich das? Ja, tust du. Sie lächelte, obwohl er das nicht sehen konnte. Vielleicht konnte er es fühlen. Und ließ ihre Hand anzüglich zwischen seine Beine wandern. Also, was ist? Wie viele Kinder hast du? Mindestens 300. Oh, reife Leistung. Wie alt, sagtest du, bist du? Ich sagte überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung mehr, wie alt ich bin. Jedenfalls hast du dich beneidenswert gut gehalten. Sie spürte ihn schon wieder reagieren. 300 Kinder, das müssten inzwischen ganz schön viele Nachkommen sein. Millionen, sagte er mit belegter Stimme. Sie spürte seine Hand in ihrem Haar, auf ihren Schultern, streifte das Laken zurück, das seine Blöße bedeckte, und erhob sich über ihn. Langsam. Genussvoll. Und sie suchte seinen Blick, während sie es tat. Das hungrige Tier und die Beute. Danach lag sie schwer auf ihm. Doch er trug sie, und in sein Keuchen hinein fragte sie leise, Liebst du mich eigentlich? Eine Veränderung in seinem Atem ließ sie aufhorchen. Sie hob den Kopf und sah ihn an, sah einen schmerzlichen Ausdruck in seinem Gesicht. Das würde ich niemals wagen, flüsterte er. Sie fanden zerlesene Bücher in seltsamen, fremden Sprachen. Notizbücher voller Aufzeichnungen in einer unbekannten Schrift, vielfach geflickte Kleidungsstücke und ausgetretene Schuhe. Doch sie fanden keinerlei Dokumente, die Smith als Kommandanten oder wenigstens Eigentümer der RIG ausgewiesen hätten. Nichts. Und sind sie sicher, dass keine Dokumente in den Sachen waren, die sie ihm gebracht haben? fragte Montag mehrmals. Absolut sicher, erwiderte Kuton. Ich habe alles genau untersucht, wie der Kommandant es angeordnet hat. Ich habe sogar das Schloss seines Tagebuchs öffnen und die Seiten darin fotografieren lassen. Keine Dokumente. Und sie hätten republikanische Dokumente erkannt? Verzeiht aber, ich bin Historiker. Wenn mir ein Dokument der Republik entgangen sein sollte, dürft ihr meine Verstoßung aus der Akademie beantragen. Schon gut, ich meinte ja nur. Kuton musterte zum wiederholten Mal die Wände. Kein versteckter Safe, keine Umrisse eines Geheimfachs. Die Dokumente sind hier irgendwo. Oder es gibt sie nicht. Es muss sie geben. Kein Schiff darf ohne entsprechende Ausweise starten oder landen. Das war früher auch nicht anders. Wenn Smith nicht der ist, der er zu sein behauptet, und die Ausweise ihn belasten würden, kann er sie vernichtet haben. Kuton sah den Edlen an. Das war doch eure Theorie, oder? Montag erwiderte den Blick finster. Das ist sie immer noch. Eine Hypothese. So gesehen ist das Fehlen der Schiffsdokumente eher belastend. Vielleicht sind sie ja anderswo im Schiff. Vielleicht. Alles an Bord sah reichlich abgenutzt aus. Die Kabinen im hinteren Teil waren regelrecht verwohnt, die Matratzen der Betten durchlegen, die Decken durchgescheuert. Selbst die Sitzflächen der Stühle in dem kleinen Speiseraum waren abgewetzt. Wissen Sie, wie das alles aussieht? Meinte der erste Pilot schließlich. Als hätten die Leute ewig gewartet, ehe sie in die Kühlkammern gestiegen sind. Ihr meint, Sie haben den Geräten misstraut? Jedenfalls scheint mir, Sie haben jahrelang gezögert, sie zu benutzen. Montag zog ein Fach auf, nahm einen metallenen Teller heraus und hielt ihn ins Licht. Sehen Sie sich das hier an. Der Boden. Von tausendfacher Benutzung zerkratzt. Sie lösten die Abdeckung vor der Wiederaufbereitungsanlage, inspizierten die verschiedenen Zählwerke und den Abnutzungsgrad der diversen Filter. Ohne Zweifel, diese Anlage war über allemaßen stark beansprucht worden. Das ist merkwürdig, meinte Montag plötzlich und deutete auf einen großen Tank aus einem halb durchsichtigen, grauen Material, in dem etwas Schattiges wallte und brodelte. Was ist das? fragte Kuton. Das sind Nahrungskulturen. Spezielle Bakterienkulturen, die aus den Abfallstoffen der Wiederaufbereitung unter ultraviolettem Licht eine Art synthetische Notnahrung herstellen. Schmeckt widerlich, hält aber am Leben. Das ist so ungefähr das Beste, was man darüber sagen kann. Notnahrung? wiederholte Kuton konsterniert. Haben wir etwa auch sowas? Jedes Langstreckenraumschiff hat das. Ist ein normaler Teil der Wiederaufbereitung. Normalerweise wirft man die Notnahrung weg, aber zumindest stinkt die nicht so, wie normaler Abfall das täte. Aha. Kuton betrachtete die sich zäh bewegenden Schatten im Innern des grauen Behälters. Aber wenn das ein normaler Teil der Wiederaufbereitung ist, was ist dann daran merkwürdig? Na, dass die Kulturen noch leben. Sie müssten längst abgestorben sein. Wieso das? Montag sah ihn an, wie nur ein Edler von der Gnade des Pantab einen geistig minderbemittelten Gemeinen ansehen konnte. Diese Kulturen haben seit Jahrhunderten keinen Nachschub an Rohmaterial erhalten. Weil die Menschen, die dieses Rohmaterial erzeugen, im Kälteschlaf lagen oder tot waren. Verstehen Sie? Ja. Kuton beeilte sich zu nicken. Ja, ich verstehe. Das ist allerdings merkwürdig. Montag ging in die Hocke, zog einen Metallkasten unter dem Tank hervor, öffnete ihn und kramte darin herum. Smith könnte natürlich eine neue Kultur angesetzt haben, nachdem das Annäherungssignal ihn aus dem Kälteschlaf geholt hat. Schwer zu sagen. Hier ist jedenfalls keine leere Tüte. Und wo hat er die Reste der alten Kultur hingetan? Wann hat er den Tank gereinigt? Er müsste vor dem Tiefschlaf daran gedacht haben, ihn trocken zu legen. Schwer vorstellbar, das alles. Kuton hätte gern eine scharfsinnige Bemerkung gemacht. Bloß fiel ihm nichts ein. Montag wirkte etwas ratlos, wie er da hockte und in das Geflecht aus Röhren, Kabeln und Aggregaten starrte. Schließlich schüttelte er den Kopf. Ich glaube, wir sollten uns mal die Kühlkammern genauer ansehen. Ja, sagte Kuton, wenn er etwas manipuliert hat, dann da. Ja, Kuton rührte sich nicht, Montag auch nicht. Keiner von ihnen hatte besondere Lust auf den Anblick neun tiefgefrorener Leichen. Der Pilot stemmte sich hoch, als fiele ihm plötzlich jede Bewegung schwer. Er griff schweigend nach der Abdeckung, hob sie zurück in die Passnuten und ließ die Verriegelungen klackend wieder einschnappen. Gehen wir, sagte er. Was ich nicht verstehe, gestand Kuton auf dem Weg hinab in den Maschinenbauch des Schiffes, ist, wofür ein relativ kleines Schiff wie dieses überhaupt Kühlkammern hatte. Im Normalfall, meine ich. Eine Rick war ein Schiff für Privatleute. Die wenigsten werden sonderlich weite Strecken damit zurückgelegt haben. Ich meine, die Megatau hat schließlich auch keine Kühlkammern. Und wir fliegen wirklich weit. Das hat mit einem Phänomen zu tun, das man Größenparadoxon nennt, erklärte Montag. Eine quer verlaufende Rohrleitung zwang sie, sich zu bücken. Je größer das Schiff, desto kleinere Eintauchpunkte kann es benutzen. Und zwar, weil es sie anpeilen kann. Wenn Sie die entsprechenden Formeln studieren, sehen Sie, dass die Schiffseigenmasse darin vorkommt. Ein unendlich großes Raumschiff würde alle Eintauchpunkte anpeilen können, die es gibt. Ein beliebtes Thema in den Grundkursen an der Akademie, um die Neulinge aufs Glatteis zu führen. Jedenfalls, ein Schiff von der Größe der Megatau braucht selten länger als drei Tage zum nächsten Eintauchpunkt. So eine Rick kann dagegen durchaus mal ein Fünfteljahr oder länger brauchen. Ein Fünfteljahr, nur um den Eintauchpunkt zu erreichen? Ja, oder noch länger. In den Randzonen kann das richtig abenteuerlich werden. Deshalb auch die integrierte Steuerung. Einer bleibt wach und steuert das Schiff. Der Rest der Besatzung verschläft die Zeit in den Kühlkammern. Außerdem gibt es auf diese Weise weniger Streit. Den Raum mit den Kühlkammern zu betreten, war, als dringe man in eine Gruft ein. Die Glasdeckel waren von innen beschlagen. Die indirekte Beleuchtung ließ die mumifizierten Überreste der Besatzung dahinter nur schemenhaft erahnen. Der Gitterrostboden klapperte unter ihren Schritten, als sei er Teil einer Alarmvorrichtung. Und es war deutlich kälter als der Rest des Schiffes. Ich hasse sowas, meinte Montag, trat an eine der Kühlkammern und tastete mit der Hand am oberen Rand entlang. Helfen Sie mir mal, Tennant. Gemeinsam zogen sie das Aggregat samt seinem grausigen Inhalt ein Stück hervor, in die Mitte des schmalen Gangs, gerade so, dass sie an die Rückwand herankamen. Ein armdickes Kabel führte unten aus der Verkleidung und verschwand in einem abgedichteten Zugang in der Wand. Zum Glück war es lang genug. Öffnen Sie die Rückwand nicht, während die Kühlkammer in Betrieb ist. Lebensgefahr stand auf einem kleinen farbigen Warnschild. Aber Montag zog einen Universalschraubendreher aus der Tasche, um genau das zu tun. Wenige Augenblicke später starrten sie erneut in ein Gewirr aus Kabeln und Schläuchen. Einige Instrumente mit kleinen Anzeigeskalen waren zu erkennen. Sie standen alle auf Null. Ein kleines rotes Licht blinkte, vermutlich schon seit hundert Jahren. Wir brauchen, sagte Montag endlich, jemanden, der sich mit solchen Geräten auskennt. Zwei Puwara-Kerzen auf dem Tisch im Schlafzimmer brannten, verbreiteten ein sanftes Licht und einen sanften Duft. An diesem Morgen waren die Vitalwerte des Kommandanten besser als sonst. Wie Lina hatte den Tegel mit Paste grün und die zugehörigen Messer schon in ihrer Tasche, aber nachdem sie seinen Pulsdruck gemessen hatte, beschloss sie, noch damit zu warten. Und? wollte Quest wissen. Wie lange gibst du mir noch? Ich habe dir nichts zu geben, sagte sie. Nichts außer einigen Heilmitteln und Ratschlägen. Noch ein Dritteljahr? Was meinst du? Sie hob nur die Augenbrauen, schwieg aber. Quest seufzte. Nein, kein Dritteljahr mehr, ein Fünfteljahr höchstens. Er beugte sich vor, zog das Kurzhemd zurecht, begann das Langhemd überzustreifen. Soll ich dir etwas sagen? Ich beginne, meinen Körper zu hassen. Schau nicht so. Er lässt mich im Stich. Er hat die Unverschämtheit einfach zu zerfallen. Jeden Morgen wundere ich mich, dass ich noch lebe. Und ich sehe als erstes nach, was noch funktioniert. Heute Morgen habe ich mein rechtes Bein nicht mehr gespürt. Es war noch da. Es war nicht abgedrückt gewesen oder so etwas. Ich habe es einfach nicht mehr gespürt. Unmöglich aufzustehen oder zu gehen. Gut, es ist wieder aufgetaucht. Aber es kommt mir immer noch vor wie ein Fremdkörper. Als würde es nicht zu mir gehören. Denkst du, das bleibt jetzt so? Das weiß ich nicht, sagte Wilina. Beeinträchtigung der sensorischen Nerven. Noch etwas, das sie prüfen musste. Der Kommandant hob seine rechte Hand und betrachtete sie. Ist das nicht merkwürdig, meinte er versonnen. Jetzt in diesem Augenblick lebe ich. Ich sehe. Ich sehe diese Hand. Kann sie bewegen. Fühle ihre Bewegungen. Ich atme. Ich rieche diesen Raum. Den Duft der Puvaras. Den Geruch deiner Essenzen. Ich bin. Jetzt in diesem Moment bin ich. Und ich kann darüber nachdenken, wie es sein wird in einem Dritteljahr, wenn ich nicht mehr bin. Ist das nicht völlig abstrus? Wilina musterte ihn. Überlegte, ob sie die Äußerungen des Kommandanten als beginnende Depression auffassen musste oder nicht. Das ist unser aller Schicksal, sagte sie, weil sie das Gefühl hatte, er erwarte eine Antwort. Das Wissen um unsere Sterblichkeit ist es, was uns über Tiere erhebt. Erhebt es uns, ja. Im Augenblick kommt es mir eher wie eine Last vor, dieses angeblich so erhebende Wissen. Und was wissen wir denn eigentlich? Nichts. Wir beobachten nur etwas, das wir nicht verstehen. Und je mehr wir versuchen, es zu verstehen, desto weniger begreifen wir. Er stand auf, nahm seine Hose vom Stuhl, stieg hinein. Mein Ohrheim starb, als ich ein Kind war. Ich entsinne mich noch an die Festlichkeiten damals. Das Begräbnis, die Einsetzung meines Vaters ins Patriarchat. All die Menschen und die Musik und die geschmückten Säle. Und wie ich mitten darin stand und darüber nachdenke, wie das wohl ist, tot zu sein. Ich sah den toten Körper aufgebahrt liegen, ruhig, glatt. Das Gesicht wie grauer Stein, so reglos. Irgendwie war es mein Ohrheim und war es auch wieder nicht. Es war, als wäre er ausgetauscht worden gegen eine Statue, eine Puppe aus Wachs. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir immer vorgestellt, Tod sei wie Dunkelheit. Aber da wurde mir klar, Dunkelheit, das hieße, jemand ist da, der Dunkelheit wahrnimmt. Jemand oder etwas, der imstande ist, zu denken, es ist dunkel. Ich starrte auf die Gestalt auf der Bahre. Und mir wurde klar, dass Tod noch weniger ist als das. Dass da niemand mehr ist, der irgendetwas wahrnimmt, weder Dunkelheit noch sonst etwas. Dass Tod genau das sein muss. Das Erlöschen desjenigen, der wahrnimmt. Quest trat an den Tisch. Barfuß, mit unverschnürtem Gürtel und offenem Wams, hob eine der Kerzen vor das Gesicht und betrachtete sie, als erwarte er nie wieder eine zu sehen. Das ist es, was mich erwartet. Der Tod. Ich, in diesem Augenblick noch ein Jemand, werde zum Niemand. Nichts wird mehr übrig sein von einem ganzen langen Leben. Nicht einmal eine Erinnerung. Nicht einmal das Bedauern, das nichts mehr ist, wird übrig sein. Denn ich, derjenige, der jetzt noch sagen kann, ich, werde verlöschen. Einfach so. Er blies die Kerzenflamme mit einem raschen Stoß Luft aus und sah den dürren, schwarzen Docht an, von dem ein Moment noch eine winzige Rauchfahne aufstieg. Und dann nichts mehr. Was ergibt das für einen Sinn? Wilina wollte etwas antworten, etwas entgegensetzen, aber sie wusste nicht was. Etwas in dem, was er sagte, zog ihr den Boden unter den Füßen fort. Sie wäre am liebsten gegangen, fortgerannt, nur um nichts mehr davon hören zu müssen. Doch Quest wartete nicht auf eine Antwort. Zu wem auch immer er sprach, sie war es nicht. Ich muss an all die einsamen Tage im Patriarchenpalast denken, sagte er. Wie ich über Büchern hocke, während draußen die Sonne auf die Flussebene und die Wälder scheint. Mich in Redekunst übe, um den Clan einst in den Räten und am Hof vertreten zu können. Wie ich mich vorbereite auf die Würde des Patriarchen. Wie ich mich vorbereite auf das Amt. Wie ich mich vorbereite auf die Verantwortung für den Clan. Wie ich mich vorbereite, vorbereite, vorbereite. Mein ganzes Leben war Vorbereitung. Und kaum, dass es endlich beginnen könnte, endet es schon. Er hatte eine Hand zur Faust geballt. Anscheinend ohne sich dessen bewusst zu sein. Sein Blick ging in eine unnennbare Ferne. Seine Stimme auch. Nach all der Mühe des Aufwachsens sollte das Leben länger dauern. Er hielt inne, dachte Na. Eigentlich, fuhr er dann fort, ist nicht einzusehen, warum es überhaupt enden sollte. Als sie sich am frühen Morgen wieder im Hangar trafen, kam Montag in Begleitung seiner sanften kleinen Frau mit rauchblauen Augen und goldenem Haar. Das ist Kiki Mana, stellte er sie vor. Sie ist Technikerin im Bereich Klimakontrolle. Kiki Mana, das ist Tennant Kuton. Sie begrüßten einander. Kuton fand die Technikerin attraktiv, vermutete aber, dass es sich bei ihr um eine Konkubine montags handelte. Eine Vermutung, die sich gleich darauf bestätigte, als sie die Rampe hochgingen, und er hörte, wie sie dem ersten Piloten nervös zuraunte. Ich verstehe nicht, wie du auf die Idee kommst, ich würde mich mit Kältekammern auskennen. Besser als wir auf jeden Fall, gab Montag leise zurück. Außerdem bist du vertrauenswürdig. Sie stiegen hinab zu den Kühlkammern. Alles stand noch so, wie sie es zurückgelassen hatten. Kiki Mana ging vor der geöffneten Rückwand des Gerätes in die Hocke, rollte ihr Bündel mit Werkzeugen und Diagnosegeräten neben sich aus und machte sich daran, das verschlungene Gewirr von Leitungen, Kabeln und Stellreglern zu untersuchen. Was wir wissen wollen, erinnerte sie der erste Pilot, ist, ob jemand daran herumgefummelt hat. Die Technikerin nickte. An diesem Gerät hier auf jeden Fall. Sie deutete auf ein paar Stellen, wo Kratzer im Metall zu sehen waren, Kabel lose herausstanden, Regelschrauben auf unzulässigen Werten standen. Hier ist die Sicherung entfernt worden. Da hat jemand den Kühlkondensator verstärkt. Was das hier soll, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls ist es nicht so, wie es sein sollte. Aha, machte Montag triumphierend. Verzeihen Sie die dumme Frage, Kiki Mahner, sagte Kuton. Aber können Sie mir erklären, wie kühl kann man funktionieren? Ich habe nur eine ungefähre Vorstellung, was ein Kälteschlaf eigentlich ist. Ich bin Historiker, müssen Sie wissen. Von Technik verstehe ich wenig, eigentlich nichts. Die Technikerin fuhr sich mit der Hand durch die Haarpracht, blies die Backen auf und entließ die Luft wieder mit einem abgrundtiefen Seufzer. Puh, dann nehme ich an, Sie glauben wie die meisten, dass man im Kälteschlaf mühelos Jahrhunderte übersteht. Etwa nicht? fragte Kuton verdutzt. Eben nicht. Sie blickte Montag hilfesuchend an. Aber der erste Pilot sah drein, als interessiere ihn die Antwort auf diese Frage genauso und als habe er sich nur nicht die Blöße geben wollen, sie zu stellen. Also fangen wir mit den Grundlagen an. Die sollte ich noch zusammenkriegen, sagte Kikimana schließlich seufzend. Zunächst. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Kälteschlaf. Zwei Stufen sozusagen. Die erste, leichte Stufe ist tatsächlich ein Schlaf. Man will damit in erster Linie eine ereignislose Zeitspanne hinter sich bringen, die allerdings nicht zu lang sein darf. Ein Siebteljahr, maximal ein Fünfteljahr. Dafür erhält man von der Automatik Mittel injiziert, die es ermöglichen, dass die Körpertemperatur weit über die natürliche Grenze hinaus abgesenkt werden kann. Das Herz schlägt noch, aber unglaublich langsam. Atmung, Verdauung. Alles funktioniert weiter. Aber so langsam, dass man ein Fünfteljahr verschlafen kann und es einem nur wie ein etwas längerer Nachtschlaf vorkommt. Und die zweite Stufe, wollte Montag wissen, es geht hier ja nicht um Fünfteljahre, sondern um beinahe 400 ganze Jahre. Die zweite Stufe ist die vollständige Hibernation. Das ist kein Kälteschlaf mehr. Das ist ein richtiges physikalisches Einfrieren des Körpers auf eine Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt. Das vollständige Anhalten aller Körperfunktionen. Der Herzschlag, der Stoffwechsel, die Vorgänge in der Zelle, jedes einzelne Molekül. Alles kommt zum Stillstand. Daran denken die meisten Leute, wenn sie von Kälteschlaf reden. In diesem Zustand kann ein Mensch theoretisch tatsächlich unbegrenzte Zeit über dauern. Aber das ist dann eine Hibernation. Kein Kälteschlaf mehr. Kuton blickte sich um. Hinter den beschlagenen Glastüren waren die fratzenhaften Mumiengesichter zu erahnen. Aber diese Leute hier sind tot. Warum? Weil sie zu langsam eingefroren wurden. Aha, machte Montag wieder. Zu langsam? Was heißt zu langsam? Hakte Kuton nach. Kikimana stand auf, trat an eine der genannten Kühlkammern und klopfte gegen die von innen vereiste Glastür. Daran sieht man es. Das Eis. Das ist Wasser aus ihren Körpern. Bei einer richtigen Hibernation wäre die Scheibe fast klar. Ich verstehe es trotzdem nicht. Das Einfrieren und Auftauen aus einer Hibernation muss schnell erfolgen. Innerhalb weniger Augenblicke. Nicht das Einschlafen und Auftauen aus der ersten Stufe des Kälteschlafs wohlgemerkt. Das dauert jeweils etwa ein halbes Gier. Aber die Tiefkühlung, die geschieht innerhalb von Augenblicken. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber jedenfalls spielen Magnetfelder dabei eine wichtige Rolle. Den Atomen wird blitzartig die Bewegungsenergie entzogen. Das ist das Prinzip. Und beim Auftauen erhalten sie es genauso blitzartig zurück. Und was ist dann schiefgegangen? Sie wurden in Kälteschlaf der ersten Stufe versetzt und dann einfach immer weiter abgekühlt. So wie ein Laie sich das eben vorstellt. Gut, aber das funktioniert nicht. Man kann einen lebenden Körper nicht über Wärmeleitung homogen abkühlen. Das geht nur über ein Feld. Wenn man es über Abkühlung macht, bilden sich in den Zellen Eiskristalle, spitze, große Stacheln, die die Zellwände zerstören. So ist der größte Teil des Wassers im Laufe der Zeit aus ihren Körpern diffundiert. Und deswegen sind die Innenseiten der Abdeckungen beschlagen. Huton hob fragend den Finger. Verstehe ich das richtig? Sie sind während des Einfrierens gestorben? Durch das Einfrieren? Genau. Montag nickte wohlgefällig. Mit anderen Worten, derjenige, der das Feld sabotiert hat, hat sie ermordet. Was? Die Frau sah den Edlen verwundert an. Wieso sabotiert? Diese Geräte enthalten überhaupt keine Feldgeneratoren. Bitte? Für eine Hibernation braucht man richtig schweres Gerät. Das geht nicht mit diesen paar Kühlaggregaten. Sie maßt die Größe des Raumes mit den Augen. Hier drinnen hätten höchstens zwei Hibernatoren Platz, wenn überhaupt. Montag deutete auf die Reihe der Kühlkammern, die für Kuton plötzlich aussahen wie zwölf aufrecht stehende Särge. Und was sind das dann? Kühlkammern für Kälteschlaf der ersten Stufe, erklärte die goldblonde Technikerin blinzelnd. Das habe ich doch erklärt, oder? Das sind keine Hibernatoren. Man hat bloß versucht, sie dazu umzubauen. Man hat... Was? Der erste Pilot sah drein, als hätte sie ihn geohrfeigt. Hier, diese ganzen Manipulationen. Sie wies mit der Hand auf die aufklaffende Maschinenrückseite, das Gedärm der Kabel und Röhren. Entfernte Sicherungen, verstellte Regler, alles um die Kammer auf Hibernationstemperatur zu bringen. Kuton hatte plötzlich das Gefühl zu träumen. Das alles geschah nicht wirklich, oder? Er hatte sich nicht wirklich die Nacht um die Ohren geschlagen. Das war nur ein fiebriger, eifersüchtiger Traum. Halt, sagte Montag entschieden. Auf seiner Oberlippe glänzten feine Schweißtrüpfchen. Sie sahen sehr real aus. Einen Moment. Entschuldige, wenn ich das sage, Kikimana, aber du irrst dich. Ich irre mich sicher oft, räumte sie mit zusammengekniffenen Augen ein, und Kuton hatte den Eindruck, dass sie das durchaus doppeldeutig meinte. Aber in diesem Fall nicht. Doch. Auch in diesem Fall. Versetzte Montag nicht minder heftig. Denn ein Mann hat in einer dieser Kühlkammern überlebt. Dort vorne die zweite, die leere. Darin hat er fast 400 Jahre übersprungen. Unmöglich. Smith. Der Mann, der ganz in Schwarz herumläuft, als sei er der Lehrer des Infanten. Hast du den noch nicht gesehen? Er ist oft halbe Tage lang in den Mitteldecks unterwegs. Der? Offenbar hatte sie ihn tatsächlich schon einmal gesehen. Ich habe mich schon gefragt, aber das kann trotzdem nicht sein. Sie zerfurchte grübelnd die Stirn, rieb sich nachdenklich die Schultern. Nein. Unmöglich. Als er losgeflogen ist, gab es die Republik noch. Und er steigt jede Nacht zur ersten Heilerin ins Bett. Erklär mir das, forderte Montag. Ich habe keine Ahnung. Kikimana beugte sich hinab und rollte ihr Bündel mit den Werkzeugen wieder zusammen. Ich weiß nicht, wie er das fertiggebracht hat. In diesen Kühlkammern jedenfalls nicht. Das ist ja noch viel abenteuerlicher, als ich gedacht habe, meinte Montag. Sie hatten alle Kühlkammern herausgewuchtet und umgedreht, sodass man bei jeder Einzelnen die Rückseite abnehmen und die Aggregate dahinter untersuchen konnte. Trotz der Kälte im Kühlraum waren sie dabei ins Schwitzen gekommen. Doch dann konnten sie erst einmal nicht weitermachen, weil Kikimanas Schicht begann und Montag wieder in die Zentrale musste. Die Injektionsphase hatte unüberhörbar schon eine ganze Weile begonnen. Das Austauchen stand unmittelbar bevor. Wir treffen uns heute Abend wieder hier, sagte der erste Pilot und zupfte sein Kurzhemd zurecht. Und zu niemandem ein Wort. So mussten sie direkt zurücklassen, groß und schwarz und rätselhaft. Der Hangarverweser blickte misstrauisch drein, fuhr sich durch seine braunroten, hochgeknoteten Haare und sagte drohend, Ich berufe mich auf Sie, Tennant. Ehe er Kutonsbitte folgte und die Versiegelung durch eine andere ersetzte. Nur für den Fall, dass Davil die Schlüssel zurückhaben wollte. Den Tag über war der Wissenschaftler reizbar und unleidlich. Er scheuchte seine Mitarbeiter davon, weil er seine Ruhe wollte und konnte sich dann doch nicht auf die Arbeit konzentrieren. Und wenn schon. Es gab ohnehin nichts zu tun oder unendlich viel, je nachdem, wie man es betrachtete. Gegen Mittag ertappte sich Kuton dabei, dass er nur da saß und eine der dünnen javousischen Speicherplatten in den Händen drehte, Gedanken verloren. Was wussten sie eigentlich über die Kultur der Javousier, diese alte menschliche Hochkultur, die lange vor der Republik und den ersten Pantaps existiert hatte? Nichts. So gut wie nichts. Man kannte Javous, das in irgendeinem vergessenen Krieg zerstört worden war. Man hatte Artefakte, eine Handvoll, alles fremd und unpersönlich anmutende Zeugnisse einer Epoche, die glanzvoll gewesen sein mochte oder auch nicht. Aber die Träume dieser Menschen, ihre Hoffnungen und Legenden, all das war verloren, als hätten sie nie gelebt. Er warf die Speicherplatte auf den Tisch, wo sie scheppernd auf dem Stapel der anderen liegen blieb. Müde war er. Müde und verwirrt. Er drehte das Licht und den Temperaturregler herab, hängte ein Schild vor die Tür, dass man ihn nicht stören solle, und ging zu Bett, wo er bis zum Abend schlief und klatschnass aus gewalttätigen, aufwühlenden Träumen hochfuhr. Die Megatau donnerte schon wieder durch den Hyperraum, ihrem geheimnisvollen, fernen Ziel entgegen, als sie sich vor dem oberen Hangar trafen, wo sie ein missmutiger Verweser einließ. »Wir fressen die Lichtjahre«, berichtete Montag, der natürlich kein Auge zugetan hatte und bleich und ungesund aussah. »Wir fegen durch den Raum, dass die Aggregate glühen, aber Quest?« »Die Etappen sind ihm zu kurz, die Orientierungsphasen dauern ihm zu lang, er ist wie besessen. Man hat das Gefühl, am liebsten würde er hinausgehen und schieben.« »Glaubt ihr, er hat Recht, dass wir auf Jorsen treffen werden?« Montag zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht.« »Er hat fast immer Recht, oder?« Während eine gleichfalls durchnächtigt aussehende Kikimana, Kuton bekam fast ein schlechtes Gewissen, dass er sich einen ausgedehnten, wenn gleich wenig erholsamen Nachmittagsschlaf erlaubt hatte, die Kältekammern der Reihe nach aufschraubte und untersuchte, durchkämmten Kuton und Montag direkt nach einem richtigen Hibernator. Sie gingen die Laderäume ab, fanden aber außer leeren Regalen aus filigranem Metallschaum nur ein paar Kisten, die jedenfalls zu klein waren, um auch nur einen Menschen aufzunehmen, geschweige denn eine Maschine, die einen Menschen schadlos einfrieren konnte. Dann arbeiteten sie sich durch die Maschinenbereiche, zwängten sich vorbei an armdicken Kabeln und bauchdicken Rohren, stiegen über schwere Kühlrippen und farbig schillernde Isolatoren und fanden nichts. Kuton kam sich vor wie in einem Dschungel aus Stahl und Keramik und erstaunte nur, was Montag alles erkannte. Das muss der Energieverteiler sein. Aha, und hier haben sie den Stützstofftank hingesetzt. Nicht dumm. Der Impulsdiffusor des Haupttriebwerks, klar. So ging es in einem fort. Kein Bauteil, das größer war als ein Mensch, gab dem ersten Piloten Rätsel auf und die meisten der kleineren Bauteile auch nicht. Schließlich vermaßen sie den Wohnbereich in der Hoffnung, einen versteckten Hohlraum aufzuspüren. Aber auch diese Anstrengung blieb ergebnislos. Doch Kuton fiel etwas auf. Es gibt keine Uhren, stellte er fest und blickte sich um. Seht ihr? Nirgends eine Uhr. Er ging rasch die Kabinen ab, die Kanzel, den Wohnbereich. Überall dasselbe. Man sieht noch die Stellen, wo sie abmontiert wurden. Verrückt. Montag schüttelte erschöpft den Kopf. Was soll das nun wieder? Sie haben recht. Schauen Sie, sogar die Uhr der Kücheneinheit fehlt. Kuton starrte die Frontblende an. Das dunkle Loch darin. Er hatte das Gefühl, dass die fehlenden Uhren eine tiefe, eine geradezu schreckliche Bedeutung hatten. Aber er hätte um nichts in der Welt sagen können, welche. Schließlich stiegen sie wieder hinab in die Gruft der Kühlkammern. Kikimana schraubte gerade die letzte Rückwand wieder an. Dunkle Ringe unter den Augen. Also, sagte sie müde. Die neun Kammern, in denen die Toten liegen, sind alle manipuliert. Die übrigen nicht. Die zehn Kammern, meinst du, korrigierte Montag sie. Es waren zehn Leute an Bord. Hörst du mir zu? Ihre Augen funkelten. Ich sagte neun. Aber, ja, ich weiß. Diese Kammer, in der Smith war, sie ist nicht verändert, eine normale Kälteschlafkammer. Montag war sichtlich konsterniert. Wie kann das sein? Keine Ahnung. Kikimana schien mit ihrem Schraubendreher ein Loch in ihre linke Hand bohren zu wollen. Und willst du noch etwas wissen? Diese Kältekammer war in Betrieb. Die ganze Zeit ununterbrochen. Aber ich glaube, es hat nie jemand darin gelegen. Baylen langweilte sich. Er hatte nichts mehr zu tun. Und Tenant Kuton schien das Interesse an weiteren Übersetzungen aus den UTAK-Dokumenten verloren zu haben. Zweimal war er bei ihm vorstellig geworden. Zweimal hatte der Tenant zerstreut von seiner Arbeit hochgeblickt und gemurmelt. Ja, ja, ich überlege mir etwas. Dabei war es geblieben. Er war in den Lesesaal gegangen, hatte halbe und ganze Tage in Büchern und Berichten gelesen, die von der Gegenwart handelten, von der wirklichen Welt, über die er so gut wie nichts erfahren hatte, im Paschkanarium. Das war interessant gewesen und zugleich erschlagend in seiner Fülle und die Lesegeräte waren nicht die besten, schwer und unbequem und umständlich zu bedienen. Als seine Augen begonnen hatten, wehzutun, hatte er wieder aufgehört. Aber er konnte schließlich nicht den ganzen Tag im Bett liegen und an die Decke starren, also strich er durch das Schiff, das mit bebenden Aggregaten unterwegs war, zu einem unbekannten Ziel. Das Sublicht glomm wieder grün, was die Gesichter der Leute, die in den Gängen unterwegs waren, fahl und angespannt aussehen ließ. Niemand von der Mannschaft wusste genaueres über den Flug, nur, dass das Sublicht auf rot gehen würde, sobald sie da waren. Höchste Alarmbereitschaft. Was heißt, dass die oben auch nicht wissen, was uns am Ziel erwartet, hörte Bailen einen stämmigen Jägerpiloten mit ballonartigem Bizeps am Nebentisch in der Kantine sagen. Wird gut sein, wir polieren schon mal unsere Strahlröhren, nickte sein Gegenüber und seine metallschwarzen Augen funkelten. Eines Morgens tauchte 1004 auf, nachdem Bailen sie schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte. Er kam gerade aus der Kabine und wäre beinahe in sie hineingerannt. Hallo, sagte sie leise, aber etwas außer Atem, als wäre sie ein ganzes Stück gerannt. Sie lächelte und strich sich die Haare aus der Stirn, und Bailen gefiel es, dass sie lächelte. Hallo, sagte er. Weil ihm im Augenblick nichts Gescheites einfiel, fragte er, nur um irgendetwas zu sagen, ist es mal wieder soweit mit unserer Kabine? Sie schüttelte den Kopf. Nein, nein, ich bin woanders eingesetzt und wollte nur, also nicht, dass du denkst, ich meine ... Sie seufzte und verdrehte die Augen zur Decke. Ich rede Unsinn, nicht wahr? Bailen betrachtete sie. Am liebsten hätte er überhaupt nicht aufgehört, sie anzusehen, aber das wäre natürlich unschicklich gewesen. Also blickte er zwischendurch immer wieder auf den Boden oder den Gang entlang. Nur kurz allerdings. Ich weiß nicht, bekannte er. Sie legte die Hände über Kreuz auf die Brust, sah zu Boden wie, um sich zu sammeln, und sah ihn dann wieder an. Ich möchte dich gern etwas fragen, aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn du ablehnst. Ablehnst? echte Bailen. Was denn? Weil ich, wie du weißt, eine Niedere bin. Sie gestikulierte mit den Händen. Es ist unstatthaft, dass ich dich so etwas frage. Du kannst mich anzeigen deshalb. Bailen blinzelte. Wieso soll ich dich anzeigen? Sie blickte ihn an mit zusammengepressten Lippen und schien schließlich zu einem Entschluss zu kommen. Also gut. Es ist so, dass ein paar von uns demnächst ein Fest machen. Zumindest so etwas Ähnliches. Nur eine kleine Party. Heimlich, weil wir das ja eigentlich nicht dürfen. Ein paar von uns. Also ich auch. Und ich wollte... Sie holte Luft, als sei sie am Ersticken. Also ich wollte dich fragen, ob... Ob du... Ob ich? Bailen starrte sie an und seine Gedanken verhedderten sich dabei in eigenartigen Knoten und Schleifen. Ob du kommen möchtest? Zu eurem Fest? Als... Na ja, als mein Gast. Du lädst mich ein? Diese Schlussfolgerung kam ihm wie die überspannteste Kühnheit des Universums vor. Kaum, dass er sie über die Lippen gebracht hatte. Aber sie nickte. Heftig sogar. Es wäre natürlich... Schränkte sie mit einem erschrockenen Ausdruck im Gesicht ein. Bei uns unten. Im Unterdeck. Nicht die feinste Umgebung. Ich meine... Und wann? Sobald das Schiff am Ziel ist. Wenn roter Alarm ist, müssen wir ohnehin im Unterdeck bleiben und haben praktisch nichts zu tun. Ein guter Zeitpunkt. Sie sah ihn an. Schluckte. Was denkst du? Möchtest du kommen? Ja, natürlich, erwiderte Bailen entgeistert. Sie stieß einen leisen Schrei aus. Einen Herzschlag lang dachte Bailen, sie würde ihm um den Hals fallen. Aber dann trat... Nein, sprang sie einen Schritt zurück und umarmte sich selber. Aber wie finde ich euch? Kennst du die Scherenmeisterei? Im untersten Hauptdeck? Ja. Nie im Leben würde er die vergessen. Dort hatte er seine prächtige Novizenmähne verloren, als er an Bord gekommen war. Es durchzuckte ihn jedes Mal, wenn er den Ort nur von Weitem sah. Komm dorthin, vor den Eingang, sobald das Sublicht rot ist. Ich hol dich ab. Ohne seine Antwort abzuwarten, wandte sie sich ab und eilte davon. Wisst ihr, was ich nicht verstehe, fragte Kuton, als sie ein paar Tage später in seinem Arbeitszimmer beisammen saßen, immer noch an dem Rätsel der Kältekammern knabbernd. Warum sie nicht einfach beschleunigt haben? Je mehr sie sich der Geschwindigkeit des Lichts genähert hätten, desto langsamer wäre ihre Eigenzeit geworden. Natürlich wären trotzdem 400 Jahre vergangen, aber für sie selber nur ein paar Jahre. Vielleicht sogar weniger. Wie die Auswanderschiffe der verlorenen Welten, meinen Sie? Erwiderte Montag. Ja, der ganze Unsinn mit Kälteschlaf und Hibernation wäre völlig überflüssig gewesen. Sie wären alle noch am Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie daran nicht gedacht haben. Der erste Pilot reckte sich. Oh, ich bin sicher, dass Sie daran gedacht haben. Aber es war nicht durchführbar. Diese sagenhaften Auswanderschiffe. Vor 14 Jahren ist eines gesichtet worden, das die Ölpresser-Clanschaft durchquerte, unterbrach Kuton ihn. Seine Hand wedelte Richtung Außenbord. Und man schätzt, dass noch Hunderttausende unterwegs sind. Ja, ja, sicher. Aber haben Sie sich die Aufnahmen einmal angesehen? So ein Auswanderschiff ist riesig und es besteht zu 99 Prozent aus Treibmasse. Muss es auch, wenn es auf konventionellem Weg die Geschwindigkeit des Lichts erreichen und wieder abbremsen will. Das ist primitive Technik. Der Hauptantrieb der RIG, genau wie unserer, arbeitet mit virtuellem Impuls. Deshalb kann sie so schön klein und elegant sein und trotzdem die Galaxis durchqueren. Aber den virtuellen Impuls holt man aus dem Hyperraum. Das heißt, nachdem der Hyperkonverter zerstört war, blieb ihnen nur treibmassengestützter Antrieb. Und mit dem bisschen, was sie an Bord hatten, hätten sie selbst einen Orbit um einen Planeten nur mit Mühe erreicht. Ganz zu schweigen von eigenzeitreduziertem Flug. Kuton seufzte. Na schön. War nur so ein Gedanke. Außerdem hätten wir uns unmöglich auf ein Abfangmanöver bei Lichtgeschwindigkeit einlassen können. Bis wir das Schiff an Bord gehabt hätten, wäre die Abwehrschlacht gegen die Invasoren schon alte Geschichte gewesen. Montag schnippte imaginären Staub von seinem Ärmel. Wissen Sie, was mir zu denken gibt? Dass die zehnte Kältekammer in Betrieb war, aber niemand darin lag. Ich hab's mir noch mal von Kikimana zeigen lassen. Das Depot mit dem Kälteschlafmittel ist noch voll und das Rückenlager weist keinerlei Liegespuren auf. Eindeutig. Sie waren doch dabei, nicht wahr? Ja, nickte Kuton. Die Kammer war offen, als wir an Bord gekommen sind. Und ist abgedampft. Es sah so aus, als sei Smith gerade aus dem Kälteschlaf erwacht. Als hätte ihn eine Automatik beim ersten Ortungskontakt aufgeweckt. Genau. Und genau so war es eben nicht, rief der Edler aus. Das wissen wir jetzt. Smith wollte, dass wir das glauben und nicht weiter darüber nachdenken. Sein Finger hämmerte auf die Lehne seines Stuhls. Wir haben es mit einem Betrug zu tun. Ich weiß nicht, wer oder was dahinter steckt. Aber wo eine Lüge ist, ist auch noch mehr. Kuton nickte langsam. Ja, zumindest so viel war eindeutig. Es war eindeutig, dass Smith ihnen etwas vorgegaukelt hatte. Und er musste einen Grund gehabt haben, das zu tun. Was wollt ihr unternehmen? Dem Kommandanten können wir damit noch nicht kommen. Aber ich denke, es ist Zeit, mit dem ersten Verweser zu sprechen. Die Aufgabe, die der Tenant endlich für ihn gefunden hatte, hatte Bailen reichlich verblüfft. Die javousischen Archivplatten reinigen und ölen und zurück in den Kasten ordnen. Es klang, als habe man kein Interesse mehr an den Aufzeichnungen. Womöglich hieß das, dass man ihn bald zurückkehren lassen würde, mitsamt den Heiligtümern der Bruderschaft. Oh ja, er würde die kostbaren Metallplatten voller Inbrunst säubern und voller Behutsamkeit einölen und mit äußerster Akribie zurückordnen. Das würde er. Kein Makel würde an ihnen sein, wenn er sie zurückbrachte, ins Allerheiligste von Paschkan. Ebenso verblüfft war er, als er den Arbeitsraum des Tenant betrat und darin den ersten Verweser Davil, den ersten Piloten Montag und Tenant Kuton vorfand, offenbar in eine ernste Besprechung vertieft, die er nun gestört hatte. Er wollte sich schon mit einer Entschuldigung zurückziehen, als der Tenant aufstand und ihm bedeutete zu bleiben. »Wenn ihr nichts dagegen habt«, meinte er zu den anderen gewandt. Die Männer runzelten beide die Stirn, als hätten sie durchaus etwas dagegen, aber sie sagten nichts. Davil nickte sogar. Er saß wieder so zusammengesunken da wie damals im Archiv des Fürsten Quolonuoti. Der Tenant nahm Bailen beiseite. »Ich habe alles da drüben hingelegt«, erklärte er leise. Bailen fielen fast die Augen aus dem Kopf, als er die unersetzlichen Speicherplatten auf dem Bett des Tenant wild durcheinanderliegen sah. Der Archivkasten stand davor auf dem Boden, daneben eine Ölflasche und ein paar weiße Lappen. Bei den Ahnen der Jawus. »Versuch dich zu beeilen. Ich will das Zeug so rasch wie möglich los sein.« »Ja, Tenant.« »Und du hörst nichts und siehst nichts, verstanden?« »Ja, Tenant.« Natürlich spitzte er nun erst recht die Ohren und beobachtete die drei Männer verstohlen, während er sich ans Werk machte. Die Archivplatten wurden nicht ganz so inbrünstig gereinigt, nicht ganz so behutsam geölt und nicht ganz so akribisch einsortiert. Dafür bekam er rasch mit, worum es ging. »Ich habe Berichte gelesen über alte Langstreckenflüge mit internierten Mannschaften«, erzählte Davil. Es war Gang und Gäbe, dass ein Teil der Leute nicht wiederbelebt werden konnte. Schlechte Isolation, Wärmebrücken, Kriechwärme. Die Körper tauten langsam auf und waren nur noch matschiger Brei. »Brei, ja. Keine vertrockneten Mumien. Das in der RIG sind nämlich keine Hibernatoren«, sagte Montag. »Wir sollten das nur glauben. Wir haben feststellen müssen, dass selbst erfahrene Raumfahrer wie wir den Unterschied zwischen Hibernatoren und Kälteschlafkammern nicht kennen. Woher auch? Hibernation spielt in der Raumfahrt keine Rolle mehr. Die Frage bleibt, wieso diese Leute dann versucht haben, sich zu internieren. »Falls sie gewusst haben, was mit ihnen geschieht«, meinte Montag. »Vielleicht wollten sie einfach nur einen Kälteschlaf machen.« Davil zog skeptisch das Kinn ein. »Aber wozu?« »Die Hauptfrage ist doch wohl, wie Smith die Zeit überlebt hat«, warf Kuton ein. »Fast 400 Jahre.« »Könnte er einfach einen Kälteschlaf nach dem anderen gemacht haben?« wollte Davil wissen. »Ich habe allerdings keine Ahnung, wie ein Kälteschlaf auf die Alterung wirkt.« »Ich habe mich kundig gemacht«, erklärte Montag und zog einen Zettel hervor. »Im Kälteschlaf wachsen Haare und Nägel nicht, aber das heißt nicht, dass deswegen der Alterungsprozess gestoppt wird. Kälteschlaf ist gut gegen unreine Haut, Allergien und Gelenkerkrankungen. Er ist manchmal schlecht für das Gehirn und meistens schlecht für die Lunge.« »Das ist ja sprichwörtlich«, nickte Davil. »Wie war das? Die Hälfte aller Leute, die eine Hibernation überstanden haben, sind nachher lungenkrank?« »So ungefähr. Beim Kälteschlaf ist es nicht ganz so schlimm. Das ist eben, was allgemein bekannt ist. Aber selbst Leute, deren Kälteschlafzeit sich auf mehrere Jahre addiert, sterben nicht merklich später deswegen.« »Kälteschlaf ist also verlorene Zeit?« »Ja, selbst wenn es nicht so wäre. Allein in den empfohlenen Wartezeiten zwischen zwei Kälteschlafphasen wäre Smith zum alten Mann geworden. Abgesehen davon, dass er dann weit über tausend Kälteschlafperioden hätte machen müssen. Kein Mensch würde das überleben.« Nachdenkliches Schweigen kehrte ein. Bailen beugte sich tiefer über seine Platten, wischte und ölte und bemühte sich, kein Geräusch zu machen. Sie schienen seine Anwesenheit vergessen zu haben. Gut so. Er wollte unbedingt mehr über diese geheimnisvolle Geschichte erfahren. »Also ist Betrug im Spiel«, sagte der erste Verweser endlich mit dumpfer Stimme. »Die Frage ist, welche Art und zu welchem Zweck. Wie könnte die Erklärung lauten? Smith könnte zu einem späteren Zeitpunkt an Bord gekommen sein. Ein Raumschiff könnte ihn hingebracht haben. Aber wozu? Es will mir nicht in den Kopf, dass es eine abgekaterte Sache war, uns das Wrack finden zu lassen. Derjenige, der das inszeniert hat, hätte ja wissen müssen, wo wir uns befinden und dass wir nach Jorsa fliegen. Und das wussten wir selber erst in dem Moment, in dem wir gestartet sind. Und das Wrack selber, der Unbekannte hätte wissen, müssen, dass es da ist oder es hinbringen müssen, sagte Montag. Oder er hätte es irgendwie herstellen müssen. Der Einzige, der im Augenblick ein Interesse haben könnte, uns einen Spion an Bord zu setzen, dürfte der Sternenkaiser sein, überlegte Davil. So es ihn tatsächlich geben sollte. Aber man muss sich fragen, wozu jemand, der das alles weiß und das alles kann, noch ein Spion braucht. Eine verrückte Idee schoss Bailen durch den Kopf. Vielleicht ist Smith einer der zwölf, sagte er laut. Im nächsten Augenblick schlug er sich erschrocken die Hände vor den Mund. Stocksteif auf dem Bett sitzend, mit schreckgeweiteten Augen, verfolgend, wie die drei Männer sich unwillig zu ihm umtreten. »Wie bitte?« fragte Davil frostig. »Entschuldigung,« flüsterte Bailen entsetzt. »Bitte entschuldigt vielmals. Das ist mir nur so herausgerutscht.« In Davils Augen war wieder dieser unerbittliche Glanz. »Bitte wiederhole, was du eben gesagt hast.« »Verweser, bitte. Ich habe nicht gelauscht. Ich habe nicht absichtlich...« »Bitte.« »Natürlich hast du gelauscht.« »Ich hätte an deiner Stelle auch gelauscht. Das ist doch ganz normal. Also, wie war das eben?« Bailen nahm die Hände herab. Er war auf einmal schweißgebadet. Ich sagte, »Vielleicht ist Smith einer der Zwölf.« »Einer der Zwölf.« »Zwölf was?« Mir ist eine alte Geschichte eingefallen, die man »Die Legende der Zwölf« nennt. Nur eine verrückte Idee, nichts weiter. Das ist mir schon klar. Aber du weißt, dass wir bereits einer Legende folgen, der Sage vom Planeten des Ursprungs. Da kommt es auf eine verrückte Idee mehr oder weniger auch nicht mehr an. Also sag, was hast du gemeint? Was ist die Legende der Zwölf?« »Ich meinte die Legende, dass es unter den Menschen zwölf Unsterbliche geben soll,« sagte Bailen und zog unwillkürlich den Nacken ein, als erwarte er, geschlagen zu werden. Wenn Smith einer davon wäre, würde das alles erklären. Davil lehnte sich zurück. Mit einem Blick, als sehe er den jungen Paschkani zum ersten Mal. Er klopfte sanft mit der Hand auf die Lehne des freien Stuhls neben sich. »Komm,« sagte er bedächtig, »komm her und setz dich, mein Junge, und erzähle uns von dieser Legende.« Auf einer Welt, deren Bewohner vergessen hatten, dass ihre Vorfahren einst als Siedler gekommen waren und zahllose andere Planeten ebenfalls von Menschen bewohnt sind, beging eines Tages ein Mann eine furchtbare Tat. Eine Tat so unaussprechlich, dass sie nicht überliefert werden darf. Doch war es so, dass er sich durch diese Tat das Geheimnis der Unsterblichkeit verschaffte. Er hatte sechs Frauen. Die gebaren ihm jede zwei Kinder, Zwillinge, immer einen Jungen und ein Mädchen, zwölf Kinder insgesamt, und die waren unsterblich. Sie wuchsen heran, wurden erwachsen, aber sie alterten nicht und starben nicht. Sie lebten im Verborgenen, auf der Welt ohne Namen, bis der Kontakt zur übrigen Menschheit wiedergefunden wurde. Dann zerstreuten sich die sechs Männer und sechs Frauen in die Tiefen des Weltraums. Bis auf den heutigen Tag ziehen sie durch das Universum auf der Flucht vor den Menschen, die keine Unsterblichen in ihrer Mitte dulden. Es heißt, dass die Tat ihres Vaters die gesamte Existenz unwiderruflich aus dem Gleichgewicht gebracht hat und sie deshalb niemals Erlösung finden werden. Aber dass sie die Sehnsucht danach behalten haben und weil sie nicht sterben müssen, sind sie die glücklichsten und unglücklichsten Menschen zugleich. Er schwieg und ein Moment tiefer Stille trat ein, tiefer als ein Abgrund. Baylen musterte beklommen die Männer, die vor sich hin starrten, wie in Bann geschlagen. Das ist die Legende der Zwölf, fügte er leise hinzu. Eine sehr alte Geschichte, ein Märchen. Aber das stimmte nicht. Er wusste es. Er hatte es in dem Moment gewusst, in dem er die Legende erzählt und gesehen hatte, wie die Männer reagierten. Davil war der Erste, der sich räusperte und mit rauer Stimme fragte und Weiß man etwas darüber, ob diese Geschichte einen wahren Kern hat? Gibt es diese Unsterblichen? Wir in der Bruderschaft glauben, dass sie so wirklich sind wie die Eloah. Das heißt alles und nichts, der erste Verweser fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Freilich, eine Erklärung wäre es, aber was für eine. Unsterblich 400 Jahre in einem Raumschiff, allein, wie soll das jemand aushalten, ohne verrückt zu werden? Der Tenant fuhr sich durch das Haar, wie er es manchmal tat, wenn er tief in Gedanken versunken war. Ich kenne diese Geschichte, murmelte er. Ich habe sie schon einmal gehört, als Kind noch. Aber Smith, ausgerechnet! Davil schüttelte den Kopf. Natürlich merkwürdig ist er schon, aber ich hätte mir vorgestellt, ein Unsterblicher, obwohl ich weiß nicht. Das ist doch Unsinn, polterte Montag und schüttelte den Kopf, als wollte er ein Tier abschütteln, das sich in seinen Haaren festkrallte. Das kommt davon, wenn man anfängt, Legenden zu befolgen. Erst suchen wir den Planeten des Ursprungs, den noch nie jemand gefunden hat, von dem niemand weiß, ob es ihn überhaupt gibt, aber von dem die Hälfte aller Sagen behauptet, dort sei die Unsterblichkeit zu finden. Und jetzt ein Märchen, das uns einen Unsterblichen an Bord dichtet. Nein, für meinen Geschmack ist das zu viel Unsterblichkeit auf einmal. Es ist nur eine Geschichte, sagte Bailen zaghaft. Eine verrückte Idee von mir. Er hätte es begrüßt, wenn sich in diesem Moment der Boden unter ihm aufgetan und ihn geräuschlos verschluckt hätte. Keiner hörte auf ihn. Vielleicht gibt es zwischen beidem einen Zusammenhang, überlegte Davil. Er zückte seinen Kommunikator. Auf jeden Fall kommen wir mit Grübeln allein nicht weiter. Es wird Zeit, dass wir den Kommandanten informieren. Bailen rutschte langsam von seinem Stuhl herunter. Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit, meinte er so beiläufig wie möglich. Die Hand Davils schloss sich um seinen Arm wie ein Schraubstock. Nichts da, junger Freund. Du kommst natürlich mit. Der Kommandant empfing sie in seinen Privatgemärchern. Bailen fielen fast die Augen aus dem Kopf, als er die verschwenderische Pracht sah, mit der die weitläufigen Räume ausgestattet waren. Der Pantab selbst konnte kaum herrlicher wohnen, zumindest nicht in der Vorstellung des in dieser Hinsicht nicht sehr erfahrenen Novizen. Sie durften um einen großen, runden Tisch aus kostbar glänzendem Holz sitzen. Auf dicken Kissen mit Rukantermustern und schimmernden Troddeln. Ein schweigsamer Diener servierte heißen Fiar, dunkelrot, glühend und duftend und wirklich gut. Und der erhabene Kommandant Efterland Quest saß da wie ein menschliches Bergmassiv. Eine seiner mächtigen Hände schwer auf der Tischplatte ruhend und hörte sich an, was Montag und der Tennant zu berichten hatten. Es war das erste Mal, dass Baelen ihn ohne die erste Heilerin sah. »Ich werde nicht umhinkommen, sie alle zu bestrafen,« sagte er schließlich schwerfällig. »Und den Hangarverweser. Mein Befehl war unmissverständlich. Keine Untersuchung der Rigg.« Er sah in die Runde, die ihn schweigend und entsetzt ansah. »Aber«, fuhr er fort, »mögen ihre Beweggründe auch niedergewesen sein. Ihre Resultate sind zweifellos überaus bemerkenswert.« »Sagen wir, ein Vierzigstel Gier Strafwache für jeden.« Erleichtertes Seufzen am Tisch. Baelen saß starr, das Fiat-Glas in der Hand und verstand kein Wort, bis sich der Tenant zu ihm beugte und ihm flüsternd erklärte, »Das ist nur eine symbolische Strafe, um die Autorität des Kommandanten zu wahren.« Da ruhte auch schon der Blick des Kommandanten auf ihn. »Wie es aussieht, haben wir diesem jungen Mann erneut allerhand zu verdanken. Er wird uns fehlen, wenn er nach Paschkan zurückkehrt.« Baelen riss die Augen auf und konnte nur mit Mühe einen Jubelschrei unterdrücken, hatte ihm der Kommandant doch gerade versprochen, dass er zurück durfte. Und natürlich mit den Heiligtümern, sonst würde die Bruderschaft ihn ja verstoßen. »Gut«, fuhr Quest fort, »zu diesem Smith, dieser rätselhaften Gestalt. Verweser, was schlagen Sie vor?« »Ein Verhör,« erklärte Davil. »Wir fragen ihn, wieso er am Leben und die übrigen Besatzungsmitglieder tot sind. Und wenn er uns etwas von Kälteschlaf erzählt, konfrontieren wir ihn mit unseren Untersuchungsergebnissen. Dann soll er uns erklären, wie er die 400 Jahre an Bord der RIG überlebt hat.« Quest schüttelte düster den schweren Kopf. »Nein, das interessiert mich nicht. Von mir aus kann er die Leute alle umgebracht und ihr Blut getrunken haben, was soll's. Das Einzige, was mich interessiert ist, ob er einer dieser sagenhaften Unsterblichen ist oder nicht.« Er richtete den Zeigefinger wie eine Waffe auf Davil. »Weil das bedeutet, dass er den Planeten des Ursprungs gefunden hat.« »Aber die Legende sagt, ich habe gehört, was die Legende sagt. Jetzt will ich hören, was Smith sagt. Montag, wir sind in der letzten Etappe, nicht wahr?« Der erste Pilot nickte beflissen. »Ja, erhabener Kommandant, wir werden das Ziel in weniger als fünf Gier erreicht haben.« »Das sollte reichen.« »Ruf den ersten Kreis im Besprechungsraum zusammen. Der Junge soll auch dabei sein, als Beobachter.« »Sie werden das Verhör führen, Davil.« »Ich?« »Aber erzählen Sie ihm, was wir gefunden haben und knallen Sie ihm sofort die Legende der Zwölf hin. Überrumpeln Sie ihn. Keine Sorge, ich schalte mich ein, wenn ich etwas wissen will. Aber ich will ihn in erster Linie beobachten.« »Ich habe gehört, erhabener Kommandant«, nickte Davil. Montag grinste. »Ich bin gespannt, wie er sich da herausreden will.« Diesmal war es wirklich ein Verhör. Zwei Bewaffnete brachten Smeet herein, begleiteten ihn zu seinem Stuhl und bauten sich mit grimmigem Gesicht hinter ihm auf. Die Halteschlaufen an den Halftern ihrer Strahlwaffen waren geöffnet, die schwarzen Griffe schimmerten bedrohlich. Eisige Stille herrschte, aus der das Rascheln der Kleidung und das Scharren der Schuhe regelrecht herausdröhnte. Velina saß im Halbkreis der Edlen auf der gegenüberliegenden Seite des Konferenztisches, starr wie ein Stein, blind und taubt durch den Tumult, der in ihrem Inneren tobte. »Smeeth? Ein Unsterblicher?« »Dem sie die Umarmung gewährt hatte, mit dem sie Nächte verbracht hatte, die sie ihr Leben lang nicht vergessen würde? Ihr Leben, das so kurz war gegen seines, wenn es stimmte, was der Kommandant vorhin erklärt hatte. Ein Unsterblicher, einer der legendären zwölf Jahre sie kannte die Sage, hatte sie ihrer Nichte vorgelesen damals im elterlichen Palast, noch nicht ahnend, mit welcher Wucht die Erwartungen der Familie sie einst treffen würden. »Smeeth?« Wie sie ihn jetzt hereinkommen sah, erschien ihr die Vorstellung völlig irreal. Er hätte genauso gut der Windmacher sein können, der am Nordpol wohnt und die Sommerstürme schickt, oder der König der Träume, der auf den Strahlen des Mondlichts gehen kann. Sie zwang sich, den Blick abzuwenden und die anderen Mitglieder des ersten Führungskreises anzusehen. Sie sah Montag, wie er den Schiffbrüchigen feindselig musterte. »Warum?« Davil schaute angespannt drein, Felmuri sichtlich konsterniert und während Hunoth die würdevolle Haltung eines Patriarchen bewahrte, glotzte Grenne Stier vor sich hin. Tamiliaks Gesicht war ausdruckslos, verschlossen wie immer in das Kutons dagegen stand regelrechte Qual geschrieben. Und Quest neben ihr, der todkranke Kommandant, wie musste es für ihn sein? Er saß reglos da, die buschigen braun verfinstert, den Blick unverwandt auf Smith gerichtet. Und plötzlich kam es Velina so vor, als habe sie die wahre Quelle der Spannung entdeckt, die im Raum herrschte. Als sei Smith ihr positiver Pol und Quest ihr negativer. Diesmal schlug Smith nicht locker die Beine übereinander, sondern blieb einfach sitzen, die Arme vor sich auf dem Tisch, die Hände locker übereinandergelegt. Es war eine Körperhaltung, aus der sich rein gar nichts ablesen ließ, außer, dass dieser Mann sich vollkommen unter Kontrolle haben musste. Er blickte in die Runde der Edlen, ohne jemand Bestimmtes zu fixieren, nicht einmal sie. Und nun sahen sie oder bildeten sich einzusehen, dass dies wissende Augen waren, Augen, die schon unfassbar viel geschaut haben mussten. Davil begann. In knappen Worten berichtete er, dass sie sein Schiff untersucht, was sie bei den Kühlkammern gefunden und wie sie versucht hatten, sich das Ganze zu erklären. Und dann erzählte er noch einmal die Legende der Zwölf. Sie zu hören, den Mann vor Augen, der Teil dieser Legende sein sollte, ließ Velina frösteln. Smith betrachtete seine Hände, nickte, sah dann hoch und sagte, Ja. Niemand begriff. Was heißt das? Wollte Davil wissen. Sie haben recht, erwiderte Smith. Soll das heißen, Sie sind tatsächlich einer der Zwölf Unsterblichen? Sie brauchen meine explizite Aussage für das Protokoll, nehme ich an. Also für die Kameras, ja, das soll heißen, ich bin einer der Zwölf Unsterblichen. Einatmen in der Runde, zusammenzucken, keuchen. Velina starrte ihn an. 300 Kinder habe er, hatte er gesagt, und sie hatte es für einen Scherz genommen, ahnungslos, aber wer hätte so etwas ahnen können? Sie sah, wie ein Ruck durch den gewaltigen Leib Quests ging. Heißt das, gewitterte es aus ihm, als er sich wie eine schnappende Feder nach vorn beugte, dass ihr schon einmal auf dem Planeten des Ursprungs wart? Nein, es ist so, wie die Legende berichtet. Ich verdanke die Unsterblichkeit meinem Vater. Kannte er den Planeten des Ursprungs? Nein. Die beiden Männer blitzten sich an. Ein Kräftemessen. Ich weiß nicht, ob ich euch glauben soll, sagte Quest schließlich. Smeet hob eine Hand und ließ sie wieder auf die andere zurückfallen, sagte aber nichts. Ihr werdet es müssen, schien die Geste zu sagen. Quest sank zurück in seinen Sessel. Ich komme darauf zurück. Fahren sie fort, Verweser. Davil hatte sich auf einem Block Notizen in Kurzschrift gemacht. In der Legende heißt es, ihr Vater hätte etwas Unaussprechliches getan, um ihnen und ihren Geschwistern die Unsterblichkeit zu verschaffen. Was genau war das? Smeet nickte langsam. Mein Vater, sagte er, und mit einem Mal war etwas in seiner Stimme, das sie noch nie gehört hatten. Etwas Stählernes, Jenseitiges, etwas, in dem die unausmessbare Kraft kollidierender Galaxien und die unauslotbare Tiefe des leeren Raums mitschwang, hat etwas für uns getan, das die Existenz aus ihrem Gleichgewicht gebracht hat, unwiderruflich und für alle Zeiten. Nicht einmal mein Tod und der meiner Geschwister könnte es ungeschehen machen. Es darf nie wieder getan werden, nirgends und niemals. Und es war leider nicht wirklich etwas Unaussprechliches. Deswegen haben sich alle, die davon wussten, mit einem Schwur gebunden Stillschweigen darüber zu bewahren. Auch ich. Ich kann es ihnen nicht sagen. Es wäre zu gefährlich. Es tut mir leid, aber ich kann mir darunter nichts vorstellen. Was ist das Gleichgewicht der Existenz? Und wie kann man es stören? Was kann man daran stören? Smith schwieg. Solange das Velina schon glaubte, er würde einfach nicht antworten. Dann aber sagte er plötzlich sanft, was würde geschehen, wenn jemand die Gravitationskonstante verändern würde? Wenn er das Maß der Bindungskräfte zwischen Protonen und Elektronen beeinflussen würde? Die Folgen wären drastisch, nicht wahr? Doch was mein Vater getan hat, war tiefgreifender als das. Da will hob die Augenbrauen. Das klingt wie ein faszinierendes Rätsel. Dessen Auflösung sie niemals erfahren werden, Verweser. Seine Haut. Velina begriff plötzlich, was es damit auf sich hatte. Das, was aussah wie tausende kleine Narben übereinander und durcheinander, waren tatsächlich welche. Verletzungen, die er sich im Laufe eines unausdenkbar langen Lebens zugezogen hatte, die verheilt waren. Und irgendwann, vielleicht tausend Jahre später, hatte er sich zufällig an derselben Stelle noch einmal verletzt oder dicht daneben. Sie überlegte, wie viele Narben ein Mensch im Durchschnitt besaß, angesammelt über ein halbes Leben hinweg, und ahnte schaudernd, wie alt dieser Mann sein musste. Darville merkte, wie Smiths dunkle Andeutungen die Edlen beschäftigten, wie sie darüber nachdachten, was um alles in der Galaxis das sein konnte, das einem Dutzend Kindern die Unsterblichkeit gab und dafür die Existenz aus dem Gleichgewicht brachte. Was nur? Und so gefährlich, dass man nicht einmal davon reden durfte? Die Existenz. Meine Güte. Ihm dagegen kam das alles auf einmal vor wie leeres Gerede. Wie ein Manöver, mit dem die Zwölf Unsterblichen von irgendetwas anderem ablenken oder sich einfach einst hatten wichtig machen wollen. Womöglich waren sie es selbst gewesen, die die Legende in die Welt gesetzt hatten. Er würde sich nicht weiter darum kümmern, beschloss er und blickte auf die Fragenliste, die er vor dem Verhör eilig zusammengestellt hatte. Es gibt einige Punkte, die für das Protokoll zu klären sind, sagte er. Zunächst die Rick. Handelt es sich dabei tatsächlich um Ihr Raumschiff und können Sie belegen, dass Sie der Kommandant waren? Smith griff in seine Hemdtasche, zog ein kleines Etui heraus und ließ es quer über den Tisch schlittern, direkt in Davils Hände. Die Eigentumsurkunde mit genetischer Beglaubigung, das Kommandantenpatent und die Code Karte. Davil klappte das Etui verblüfft auf und betrachtete die Dokumente, die das Emblem der Republik trugen. Woher hatte er die plötzlich? Ich erinnere mich, dass sie gründlich durchsucht wurden. Ich war etwas unfair ihren Sicherheitsleuten gegenüber. Sie hatten dieses Etui die ganze Zeit bei sich? Im Laufe der Zeit habe ich gewisse Tricks entwickelt, nicht alles finden zu lassen, was ich bei mir trage. Gewisse Tricks, so, so. Davil nahm die Urkunden heraus und reichte sie an Kuton weiter, der sie intensiv in Augenschein nahm. Echt, nickte der Historiker schließlich. Lediglich die genetische Beglaubigung müsste man natürlich überprüfen. Ich würde gern eine Frage stellen, wenn du gestattest. Bitte, nickte Davil. Auf eurem Kommandanten Patent, wandte Kuton sich an Smith, ist als Geburtsjahr 17.574 angegeben. Das ist nicht euer wirkliches Geburtsjahr, nehme ich an. Natürlich nicht. Das habe ich mir gedacht. Mich würde interessieren, wie alt ihr tatsächlich seid. Smith hob die Hände in einer Geste der Hilflosigkeit. Gerechnet nach welchem Kalender. Ich habe auf so vielen Welten gelebt, nach so vielen Zeitrechnungen, dass ich, ehrlich gesagt, den Überblick verloren habe. Ich habe eigenzeitreduzierte Flüge mitgemacht. Wie wollen sie das zählen? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Und es interessiert mich auch nicht. Es ist eine bedeutungslose Zahl. Und ungefähr? Welches ist das erste historische Ereignis, das ihr persönlich miterlebt habt? Ein Ereignis, das in euren Analen längst nicht mehr verzeichnet ist. Davil sah, wie Kuton weiß wurde bei dieser Antwort, wie er plötzlich krank und elend dreinschaute. Tennant, sagte er leise, lass es gut sein, das ist im Augenblick nicht so wichtig. Kutons Lippen bewegten sich, aber es war kaum zu erfahren, was er sagte. Das kann nicht sein. Wie kann das sein? Mehr als zehntausend, mehr als zwanzig tausend, wie nur? Auch der Junge, Baylen neben ihm, der sich schüchtern halb unter die Tischplatte duckte, starrte den Unsterblichen mit weit aufgerissenen Augen an. Ich glaube, sagte Davil, wir sollten mit naheliegenderen Fragen weitermachen. Sie haben gesagt, dass ihr Hyperkonverter auf dem Rückflug von Yorza explodiert ist. Smith nickte. So war es. Was geschah dann? Wir erlitten einen erzwungenen Rücksturz mit den bekannten schmerzhaften Begleiterscheinungen. Nachdem wir uns davon erholt hatten, versuchten wir, den Schaden zu beheben, doch es stellte sich heraus, dass uns das nicht gelingen würde. Also begannen wir Notrufe zu senden und warteten auf Hilfe, wobei uns klar war, dass es lange dauern würde, bis die kam. Unerträglich lange. Er spreizte die rechte Hand und betrachtete seine Fingernägel. Sie müssen sich vor Augen halten, dass sich nicht eine Mannschaft im üblichen Sinne an Bord befand, sondern ein Haufen äußerst, sagen wir zu Streit gekommen und nach dem Unfall dauerte es keine zehn Tage, bis die erste Prügelei ausbrach. Es war klar, dass wir nicht jahrelang zusammen überstehen würden. Und da beschlossen sie in Kälteschlaf zu gehen? Der Gedanke kam relativ bald auf, ja. Da diejenigen, die der Astrogation kundig waren, sich ausrechnen konnten, dass unser Notruf nicht mehr zu ihren Lebzeiten empfangen werden würde, wurde der Plan entwickelt, alle einzufrieren, um so die Zeit bis zur Rettung zu überdauern. Wussten sie, dass ihre Kältekammern dazu nicht geeignet waren? Ich kannte mich damals mit den technischen Einzelheiten nicht aus. Ich wusste nur, dass Hibernatoren und Kälteschlafkammern grundsätzlich unterschiedliche Geräte waren. Ich sagte ihnen also, dass es nach meinem Kenntnisstand nicht aber ein Mann namens Ule Morca, ein Händler von Groß Teria, der Bankrott gegangen war und sich mit seinem letzten Geld an meiner Expedition beteiligt hatte, war technisch bemerkenswert versiert, hatte früher mit Kältekammern gehandelt, zumindest behauptete er das, und war sich sicher, dass er sie zu Hibernatoren umbauen konnte. Er überzeugte die anderen, und ich muss zugeben, ich habe es nicht für ausgeschlossen gehalten, dass er es schaffen würde. Warum haben sie nicht erst einmal einen Freiwilligen eingefroren, um zu sehen, ob es funktioniert? Oh, das haben sie, natürlich. Aber wie unterscheiden sich ein Hibernierter und ein Toter? So gut wie gar nicht. Ich habe erst, ich weiß nicht, 50 Jahre später oder so gesehen, dass sich das Eis bildete und die Körper mumifizierten. Bis dahin dachte ich, sie würden es schaffen. Man hätte den Freiwilligen wieder auftauen können. Ule Morker hat von Anfang an klargestellt, dass das nicht möglich sein würde. Er glaubte, dass er das Einfrieren schaffen konnte. Aber zum Auftauen würde man die technische Ausstattung eines Hibernationslabors benötigen, um dieses Feld aufzubauen, das man dazu braucht und so weiter. Smith hob die Hände. Es war eine verzweifelte Aktion, die einzige Chance, die sie sahen. Und was das anbelangt, hatten sie recht. Warum haben sie sich nicht einfrieren lassen? Dazu traute ich der Sache nicht genug. Da ich es außerdem nicht nötig hatte, um zu überleben, sah ich keine Notwendigkeit, das Risiko einzugehen. Und was haben sie stattdessen gemacht? Nichts. Gewartet. Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe geschlafen und gegessen, mich körperlich in Form gehalten und mich durch die Datenbank gelesen. Nichts weiter. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit. Davil beugte sich vor. Verraten Sie mir, wie man das macht. 400 Jahre. 400 lange Jahre allein in einem Raumschiff. Wie kann man das aushalten, ohne mit dem Schädel gegen die Wand zu rennen? Smiths Gesicht blieb unbewegt, indem sie ihr Gefühl für das Verstreichen der Zeit eliminieren. Sie schrauben alle Uhren ab. Sie führen kein Tagebuch mehr, kein Logbuch, nichts. Sie gehen zu Bett, wenn sie müde sind und stehen auf, wenn sie erwachen. Und sie verbringen jeden Tag in genau der gleichen Weise, tun jeden Tag dieselben Dinge in derselben Reihenfolge. Sie essen jeden Tag dasselbe, gezwungenermaßen, weil bald nur noch die Notnahrung zur Verfügung steht. Irgendwann erleben sie nicht mehr eine Folge von Tagen, sondern nur noch einen Tag. Irgendwann vergessen sie die Zeit. Sie merken nicht mehr, wie Jahre verstreichen, weil sie vergessen haben, dass es so etwas wie Jahre überhaupt gibt. Er sagt es so unbeschwert, als sei das eine seiner leichtesten Übungen. Ein sehr interessanter Zustand, wie ich festgestellt habe, wenn ich auch zugeben muss, dass ich den normalen Lauf der Dinge vorziehe. Aber was hat ihnen die Zuversicht gegeben, das durchzustehen? Sie wussten ja nicht, dass wir eines Tages vorbeikommen würden. Ich hatte berechnet, dass wir 2000 Lichtjahre von der nächsten besiedelten Welt entfernt waren. Spätestens nach 2000 Jahren hätte man also unser Notsignal empfangen. Sie hatten sich darauf eingestellt, 2000 Jahre lang zu warten? Ehrlich gesagt hatte ich durchaus die Hoffnung eher gefunden zu werden und sei es, weil die Besiedelung der Galaxis stetig voranschreitet. Davil sah den Mann auf der anderen Seite des Konferenztisches an, öffnete den Mund und machte die verwirrende Erfahrung, dass ihm die Worte fehlten. Er hatte irgendetwas sagen wollen, aber es war zwischen Gehirn und Kehlkopf verloren gegangen. Aber sie haben, sagte er endlich, ohne sich sicher zu sein, dass es das war, was er ursprünglich hatte fragen wollen, eine der Kammern eingeschaltet und laufen lassen. Leer. Und als wir uns ihnen näherten, haben sie sie geöffnet, damit es so aussah, als wären sie gerade aus einem Kälteschlaf erwacht. Ein schwacher Versuch zu vermeiden, Fragen beantworten zu müssen, wie die, die Ein krachender Laut aus verborgenen Lautsprechern zertrümmerte die atemlose Stille. Austauchen steht unmittelbar bevor, erscholl die Stimme des edlen Bleg, des zweiten Piloten. Quests Blick ging zum Montag, aber der stand bereits auf. Ich gehe besser in die Zentrale, meinte er halblaut. Ihr Edlen. Als sich die Tür hinter ihm schloss, betrachtete jeder seine Hände, verfolgte, wie sich die Härchen von der beginnenden Singularisierung aufstellten. Eine unwillkürliche Reaktion aller Raumfahrer. Man spannte sich für den Moment des Austauchens. Wir werden, sagte Quest unbeeindruckt, dieses Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Ihr, Smith, werdet bis dahin … Die Triebwerke verstummten. Man spürte es mehr, als Austauchen. Das Brennen hinter den Augäpfeln hatte noch nicht wieder ganz aufgehört, als bereits der Alarm losging. Feindkontakt! Feindkontakt! Dröhnte Iosteras Stimme, die sonst so ruhig und gefasst war, in der jetzt aber helles Entsetzen mitschwang. Wir orten einen schnellen Flugkörper. Den Daten nach ist es ein Aufklärer der Invasionsarmee. Die Männer rannten schon. Die Sphäre Störsender aktivieren, Störfeld Sonden los, bellte Quest. Er darf auf keinen Fall senden. Wo bleibt die Bereitschaftsmeldung der Waffenstände? Die Alarmgongs schrillten. Ein durchdringender Laut, der sich durch Gehirn, Knochen und Rückenmark fraß. Das Rotlicht pulsierte überall im Schiff, jagte die Besatzung aus Betten und Kantinen, hetzte sie in ihre Kampfpositionen. Die Megatau verwandelte sich in eine Kriegsmaschine. Waffenstand grün, volle Bereitschaft, kam die erste Meldung noch, während die nun doppelt besetzten Düaden sich aufeinander abstimmten. Er fliegt den vierten Planeten an, rief Iostera. Position 1700, 95, drittes gefiert, Geschwindigkeit 8, fallen 5. Störfeld Sonden gestartet, kam es von Tamiliak, aktiviert auf hohe Stufe, jetzt. Wo kommt er her, wollte Quest wissen. Er ist zu klein, um allein operieren zu können. Such das Mutterschiff. Waffenstand Rot, volle Bereitschaft. Waffenstand Gelb, volle Bereitschaft, klar bei Energiewerfer. Pilot, Kurs auf den vierten Planeten, Maximalbeschleunigung. Ich höre und folge Kommandant. Waffenstand blau, volle Bereitschaft, klar bei Plasma-Kanone. Kommandant an Jäger und Beiboot, Kampfbereitschaft herstellen und Start auf mein Kommando. Mission, Abfangen des feindlichen Aufklärers. Ich habe die Daten des Systems, meldete sich Felmuri. Her damit. Eine weiße Sonne war auf den Schirmen zu sehen. Eingeblendete Diagrammlinien zeigten die Position und Flugbahn des Aufklärers und die Bewegungen der Störfeldsonden. Weiße Sonne, 20% Übergröße, starke Strahlung im ultravioletten Bereich. Neun Planeten, davon zwei Gasriesen. Der vierte Planet ist bewohnbar. Umlauf 1,8 Standardjahre, Tagesdauer 36,2 Gier, dichte Atmosphäre, möglicherweise atembar. Ein Mond. Jäger kampfbereit erhabener Kommandant. Raumüberwacher, sind die Kursdaten verfügbar gemacht? Hunoth drückte eine Taste. Kursdaten allgemein verfügbar. Kommandant an Jäger, Start frei. Sie haben die Erlaubnis zum Zerstörungsschuss. Eine Salve zusätzlicher dünner Linien tauchte auf den Schirmen auf. Navigator, irgendwelche Zeichen von Leben oder Zivilisation auf dem vierten Planeten? Nein, keine Funkwellen, keine Reaktorsignaturen, keine Siedlungen auszumachen, aber das kann an der Entfernung liegen. Sucht weiter. Beiboot, wo bleibt die Startmeldung? Beiboot ist jetzt kampfbereit erhabener Ko... Raus mit ihnen! Quest war wie ein Kraftwerk, von dem Blitz und Donner ausging. Auf einmal war er nicht mehr groß und unförmig, sondern eine Naturgewalt. Seine Stimme schnitt durch das Gewirr der Stimmen, als existiere ein speziell für ihn reservierter Frequenzbereich im menschlichen Hörspektrum. Seine Befehle kamen wie Feuergarben automatischer Waffen. Raumüberwacher, ich höre nichts! dröhnte der Kommandant. Wo ist das Mutterschiff? Nichts auszumachen, schüttelte Iostera den Kopf. Wir messen nichts an. Sieht aus, als ob er allein wäre. Das kann nicht sein. So ein kleines Schiff wäre Jahre zu den Eintauchpunkten unterwegs. Ich weiß aber, was ist mit der Sonnen-Corona? Gibt es eine Basis auf einem der Planeten? Strengt euch an! Hände flogen über Tastaturen, Daten blitzten auf Bildschirmen auf, das Schiff schien zu beben vor Wut und Furcht. Maschinenführer, ich brauche eine Energiereserve für die Triebwerke. So schnell wie möglich! Ich höre, Kommandant, erwiderte der edle Grenne. Wird bereitstehen in anderthalb Gier. Raumüberwacher! Nichts erhabener Kommandant, es ist nichts auszumachen! Quests Faust krachte auf die Lehne seines Sessels. Ist jedem hier klar, dass wir diesen Aufklärer zerstören müssen, ehe er einen Notruf senden kann? Ist jedem klar, dass der Erfolg unserer Mission davon abhängt und damit möglicherweise das Schicksal des ganzen Reiches? Alles duckte sich, Rücken krümmten sich, Finger zuckten noch emsiger über Kontrollen. Ich will wissen, woher dieser Aufklärer kommt und was er hier zu suchen hat und ich will ihn in seine Atome zerblasen sehen! Ein atemloser Moment. In die Stille hinein drang plötzlich die Stimme Smiths. Der Aufklärer ist Alleinkommandant. Er erhält seine Flugdaten über Funk. Sie haben überschwere Trägerschiffe, die Eintauchpunkte über mehr als 10.000 Lichtjahre hinweg anmessen können. Quests Kopf ruckte herum. Er sah den Mann an, von dem man glauben musste, dass er unsterblich war, und sein Blick sagte, was habt ihr hier in der Zentrale verloren? Doch er holte nur Luft und fragte, woher wisst ihr das? Ich kenne das Reich des Sternenkaisers, erwiderte Smith mit düsterer Miene. Ich bin vor ihm geflohen. Die Stimme des Staffelführers knirschte aus den Lautsprechern. Jäger an Kommandant, wir erreichen gleich Schussweite. Quest sah immer noch zu Smith hoch. Der Schräg hinter dem Sessel des Kommandanten stand, als gehöre er dahin, und schien zu überlegen, ob er ihn aus der Zentrale werfen lassen sollte oder nicht. Seine Hand fand die Sprechtaste. Ich höre, Hidu, feuern sie nach eigenem Gut Dünken. Sollen wir ihn vorher auffordern, sich zu ergeben? Quests Blick wurde stählern. Seine Stimme war kalt wie der Leerraum selbst, als er antwortete. Nein, die Chance geben die uns auch nie. Während alle in die Zentrale stürmten, blieb Baelen unschlüssig zurück. Sie waren am Ziel, oder? 1004 hatte gesagt, dass sie sich treffen würden, wenn das Ziel erreicht war. Unten vor der Scheren Meisterei. Weil dann roter Alarm angekündigt war und die Niederen bei rotem Alarm in den unteren Decks bleiben mussten und Zeit hatten, Feste zu feiern. Die Besprechung war erst einmal vorüber, so hatte er das verstanden. Im Grunde hatte er hier auch nichts mehr verloren und 1004 hatte ihn eingeladen. Ausdrücklich. Er lauschte auf das Durcheinander der Stimmen, das der Zentrale hineindrang, das Dröhnen und Knattern und Sirren der Instrumente, die Befehle Quests, die wie Axthiebe kamen. Das alles klang zum Fürchten. Er verstand nicht ganz, worum es ging, aber man konnte förmlich riechen, dass sie in Gefahr waren. Die Megatau würde kämpfen. Sie würde zerstören, womöglich selber zerstört werden. Man konnte doch kein Fest feiern, wenn man alle Augenblicke damit rechnen musste, zu sterben, oder? Er sah 1004's Gesicht vor sich, die sanftbraunen Flecken auf goldenem Grund, die rings um ihre Augen und um ihren Mund herum zu winzigen Sprengseln wurden und zu tanzen schienen, wenn sie einmal lächelte. Der Klang ihrer Stimme war noch in seinem Ohr. Wenn man schon alle Augenblicke damit rechnen musste, zu sterben, so wollte er diese Augenblicke nirgendwo lieber verbringen als in ihrer Nähe. Er stand auf, trat durch die Tür in die Zentrale und in das Gewirr der Stimmen. Niemand nahm von ihm Notiz. Als wäre er unsichtbar, konnte er zur Treppe gehen und zum Hauptdeck hinabsteigen. Auch hier rannten und schrien die Leute, packten Geräte aus Schränken, schoben Rollcontainer durch die engen Gänge. Er drängte sich ins unterste Hauptdeck hinab, wo die Versorgungszone lag, der kleine Laden, die Schneiderei und so weiter. Hier war alles menschenleer und die Triebwerke donnerten, dass es einem die Eingeweide aus dem Leib trieb. Wie wollte sie ihn hier eigentlich abholen? Die Rampe in die Unterdecks war viel weiter vorne und in den Hauptdecks durfte sie doch nicht mehr unterwegs sein. Vor der Scherenmeisterei blieb er stehen und kam sich ziemlich dämlich vor. Die Jäger hielten auf ihr Ziel zu, das unsichtbar in der schwarzen Weite des Alls vor ihnen flog, markiert nur von einem kleinen roten Rechteck in der Der Planet kam näher, eine wolkenverhangene, grün-weiße Kugel, in deren Dämmerungszone man mächtige Gewitter toben sah, selbst aus dieser Entfernung. Die zwei Strahlwaffen, deren dunkle Rohre rechts und links unterhalb des Bugs herausragten, wurden schussbereit gemacht. Aus dem Reaktor im Heck flossen enorme Energiemengen nach vorn, Kammern saugten sich mit Plasma voll, Atome wurden in extreme Anregungs Zustände gezwungen. Auf einer Skala glitten zwei Balken über einen dicken Strich hinweg. Zwei rote Lämpchen glommen auf. Finger legten sich behutsam auf die Auslöser der computer gesteuerten Feuer 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 Automatiken. Ein umgelegter Hebel am Funkgerät sorgte für die Synchronisation. Jetzt, sagte Jagdschwarmführer Hidu nur. Die Jäger feuerten simultan, mit einem krachenden Donner als Bräche unter den Füßen des Piloten ein Gewitter los. Die Schüsse waren von einer hocheffizienten Automatik so gesteuert, dass die mit Lichtgeschwindigkeit aus den Rohren brechenden Strahlen zur exakt gleichen Zeit am Ziel ankommen würden. Es dauerte zwei Herzschläge bis dahin. Zwei Herzschläge, in denen der Pilot des Aufklärers nicht einmal wissen würde, dass auf ihn gefeuert worden war, denn die entsprechenden Impulse seiner Ortung würden gleichzeitig mit den todbringenden Strahlen bei ihm ankommen. Die Kampfstrahlen selber sah man nicht. Der Raum war zu leer. Zwei Herzschläge lang hielten die Jägerpiloten den Atem an. Und dann dauerte es noch einmal dieselbe Sonne aufflammen sahen da vorne, wo das rote Rechteck das Ziel markiert hatte. Flammte auf, um im nächsten Augenblick zu verlöschen. Verhaltener Jubel drang aus den Lautsprechern und verebte, als die Instrumente wieder Messwerte anzeigten. Negativ kam die Meldung. Ziel nicht zerstört. Wiederhole nicht zerstört. Bei allen Sternteufeln, was ist das für ein Schirm? fragte jemand. Sie hatten davon gehört und jetzt hatten sie es zum ersten Mal selber erlebt. Und ihn schauderte. Jedes einzelne ihrer Strahlgeschütze wäre, hätte man es gegen planetare Ziele eingesetzt, imstande gewesen, unvorstellbare Verheerungen anzurichten, Berge hinweg zu fegen, Städte auszulöschen, ganze Landstriche zu verbrennen. Der Aufklärer, ein Winzling, kaum größer als ein Jäger und mit vermutlich auch nur einem Mann Besatzung, hatte ihre geballte Feuerkraft abbekommen. Ohne den Schirm wären weniger als Atome von ihm übrig geblieben. Doch das Schiff aus einer anderen Galaxis existierte nicht nur nach wie vor, es korrigierte sogar gemütlich seinen Kurs. Hallo! Bailen fuhr herum. 1004. Sie lugte ums Eck und winkte ihm zu kommen. Schnell, hier entlang! Zu seiner Verblüffung nahmen sie den Weg zu den Aufzügen. Doch die gingen nicht ins Unterdeck, oder? Dann sah er in einer Nische daneben eine schmale Tür, hinter der eine Sprossenleiter senkrecht abwärts führte. Geht schneller als der Weg über die Rampe, meinte 1004 und griff nach den Sprossen. Es roch modrig in dem Schacht, in dem alle Geräusche Stählern wiederhalten. Die Beleuchtung flackerte unruhig, einige der Leuchtelemente waren erloschen. Bailen folgte ihr, nicht ohne ein mulmiges Gefühl. Wir sind in eine Raumschlacht geraten, sagte er. Ja, großartig, nicht wahr? lachte es von unten. Das heißt, das garantiert niemand, was von uns will. Hast du denn keine Angst, dass wir getroffen werden könnten? Ach was! Aber es ist ein Schiff der Invasionsflotte. Die sind enorm gefährlich. Naja, dann trifft es uns eben, meinte die Niedere leicht hin. Zu sterben kann auch nicht schlimmer sein als das Leben, das wir führen. Bailen schluckte. Findest du? Vorsicht, sagte die Tiganerin. Langsam, hier fehlt eine Sprosse. Er tastete mit dem Fuß nach unten. Da ging es ins Leere, ein irritierendes Gefühl, und die Sprosse darunter knirschte. Das muss man melden, meinte er, als sie den Boden erreichten. Oh, freilich, sagte sie. Das ist schon seit Jahren gemeldet, was glaubst du denn? Seither steht es auf der Liste des Schiffsmeisters und nichts passiert. Sie fasste ihn am Arm. Komm, hier unten ist die Megatau ein Wrack, aber ich pass schon auf dich auf. Die Luft in der Zentrale bebte. Wenn man aus der Anspannung der Leute hätte Energie gewinnen können, dachte Davil, hätte man damit die Megatau quer durch das System katapultieren können. Die Triebwerke tobten, dass man es bis hier herauf hörte. Der Boden bebte, man spürte es durch die Sohlen hindurch, und er wollte sich nicht vorstellen, was das für die Besatzung in den Hauptdecks bedeutete. Auch der zweite Angriff auf den Aufklärer, der immer noch auf den vierten Planeten zusteuerte, war ergebnislos geblieben, obwohl sich das Beiboot daran beteiligt hatte. Die Megatau holte auf, war aber noch nicht in Schussweite. Alle Aggregate liefen mit maximaler Leistung. Es gab im Augenblick nichts zu tun, als die Anzeigen und Computerberechnungen auf den Schirmen zu verfolgen. Die Meldungen der Jägerschwärme kamen aus den Lautsprechern wie Schläge auf eine zum Zerreißen gespannte Trommelhaut. Plasmakatapulte laden und synchronisieren. Mindestdistanz wird erreicht in 17, feuerfrei bei 19. Verstanden, Schwarmführer, gehen in seitliche Formation. Beiboot bereit bei Bugstrahler, haben Ausfall am linken Energiewerfer. Verstanden, Beiboot, fliegen Sie von rechts an. Quest schüttelte grimmig den Kopf. Das wird wieder nichts. Er drehte sich zu Smith um, der immer noch dastand und das Geschehen mit unbewegter Miene verfolgte. Wenn ihr schon in der Zentrale seid, ohne dass ich euch dazu aufgefordert habe. Verzeiht, eure Wachmänner haben mich hereingeführt. So, haben sie das. Wie auch immer, da ihr so viel über die Flotte des Sternenkaisers zu wissen scheint. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie wir diesem einen kleinen Schiff beikommen können? Smith furchte die Augenbrauen. Es wird demnächst in einen Orbit um den Planeten gehen, nicht wahr? Was ihr versuchen könntet, ist, einen Jäger in entgegengesetzter Richtung um den Planeten zu schicken, damit er den Aufklärer frontal angreifen kann. Und was soll das nutzen? Die Abwehrschirme der Invasionsschiffe können sich punktuell verstärken. Deshalb sind sie so schwer zu brechen. Aber die Verstärkung geht natürlich zulasten der nicht beaufschlagten Stellen. Wenn die übrigen Jäger und das Beiboot den Aufklärer von hinten unter Dauerfeuer nehmen, wird der Schirm auf der gegenüberliegenden Seite geschwächt sein. Der Jäger, der ihm entgegenfliegt, muss allerdings feuern, sobald er über den Horizont steigt. Er zuckte skeptisch die Schultern. Wie gesagt, das könnte man versuchen. Ob es mehr bringt, kann ich nicht sagen. Hm, verstehe. er. Zu Davils Verblüffung suchte Quest seinen Blick, wollte sehen, was ein Stellvertreter davon hielt. Das hatte er noch nie getan. Der erste Verweser dachte hastig nach, sprach etwas dagegen, es zu versuchen? Nein. Er nickte. Quest drückte die Sprechtaste. Hidu? Er sah noch einmal zu dem Mann in Schwarz hoch und sagte widerwillig Danke. 1004 ging voraus. Einen nach Chemikalien stinkenden Gang entlang, dessen Wände dunkle Flecken hatten. Sie mussten sich durch eine automatische Tür zwängen, die nicht mehr funktionierte, sondern einfach halb offen stand. Auf der anderen Seite roch es nach etwas, von dem sich Bailen nicht sicher war, ob es Urin oder Fleischbrühe war. Das sind die bionischen Tanks, erklärte die Tiganerin, die leckeren Sachen für die Kantine. Sie wedelte mit der Hand in einen Quergang. Dort hinten. Eine weitere automatische Tür, die zwar funktionierte, aber ziemlich quietschte, führte in einen großen, hell erleuchteten Raum, in dem ein wildes Sammelsurium alter, abgeschabter, teilweise beschädigter Tische, Stühle und Sessel stand. Hier und da saßen Leute herum, redeten miteinander oder aßen etwas aus kleinen, weißen Plastikschalen. Unser Wohnbereich, sagte 1004. Das eigentliche Ziel aber war einer der beiden Schlafräume, ein unheimlicher, dunkler Raum mit niedriger Decke, in dem 200 schmale Betten aufgereiht standen. Bailen bemerkte mit grausen Leitungen an der Decke, die an manchen Stellen mit Lappen umwickelt waren, von denen es herabtropfte, und er riss ungläubig die Augen auf, als 1004 nach einem Stück Holz Griff, um damit einen Lichtschalter zu betätigen, und warnend sagte, bloß nicht mit der Hand drauf fassen. Dann lernte er die Party-Teilnehmer kennen. Der erste war 871. Ein junger, grünhäutiger Kamiote, dem ein Stück des rechten Ohrs fehlte und der ihm mit unangemessenem Grinsen die Hand schüttelte. Eine etwas ältere Tiganerin, die 270 genannt wurde, lächelte ihn nur zahnlückig an. 1058 Ein blasser Mann, der Bailen reichlich unsympathisch war, erklärte 1004 aufgebracht, jemand habe ihm die Lebensmittel gestohlen, die er für das Fest besorgt hatte, und stapfte dann ungehalten durch die Flucht der Betten unter jedes Spähend, auf dem niemand lag. Ich glaube ihm nicht, meinte 1004 zu Bailen. Vermutlich hat er die Sachen verkauft und will es nicht zugeben. Ein Junge mit krausem schwarzem Haar, etwa in Bailens Alter, nickte lächelnd. Hallo, ich bin 14, sagte er und begrüßte Bailen. Meine vollständige Nummer ist 144444168444, ziemlich viele Vieren, was? Ich bin Bailen, erwiderte Bailen und genierte sich beinahe, einen richtigen Namen führen zu dürfen. Von der Bruderschaft von Paschkan fügte er hinzu, als könne das den Rangunterschied abmeldern. Eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, die 115 genannt wurde und damit beschäftigt war, Flaschen aus einem Wand verschlagt zu ziehen und in eine Tasche zu packen, tat, als habe sie keine Zeit, den Gast zu begrüßen. Sie ist neidisch, flüsterte 1004, weil ich jemand von oben mitgebracht habe. Fast jeder hier ist deswegen neidisch. Bailen spürte einen Stich der Enttäuschung. Deshalb hatte sie ihn also nur eingeladen. Er hätte nicht so genau sagen können, welchen Grund er sich gewünscht hätte, aber diesen jedenfalls nicht. Das ist der Lange, fuhr sie fort und deutete auf einen Mann, der durch die Reihen herankam, ausgesprochen schläfrig strein blickte und eher untersetzt war, wenn nicht sogar klein. Wir nennen ihn so, weil er die Nummer 359135 hat. Es gibt bloß noch fünf andere in der ganzen Mannschaft, die eine so lange Nummer mit sich herumschleppen müssen. Einer hat 359134. Ist halt, wie man's erwischt. 933 war ein Tigana mittleren Alters, dessen Hautflecken von einem fahlen, hellen Grau waren. Später tauchte noch 506 auf, eine bitter dreinblickende Frau mit zwei Mördermalen auf der Stirn und klagte einem gewissen 608G es schon wieder schlechter. Die erste Heilerin hat gesagt, sie würde den Heiler Uboron schicken, aber der kommt ja nie hier herunter. Bailen musste sich beherrschen, die beiden Tätowierungen auf ihrer Stirn nicht anzustarren. Eine Mörderin. Auf einmal hatte er das Gefühl, in etwas hineingeraten zu sein, das er nicht wirklich verstand. 1004 klatschte in die Hände. Kommt, rief sie, packt die Sachen, ich habe im Hecklager ein tolles Versteck für uns, mit Musik und allem. Treffer, johlte eine zur Unkenntlichkeit verzerrte Stimme aus den Lautsprechern. Treffer! Die Edlen an den Dyaden starrten mit offenen Mündern auf den Schirm. Das Nachbild der Explosion verblasste langsam, aber das rote Symbol wollte einfach nicht verschwinden. Hier Beiboot, wir sehen ihn immer noch, was ist los? Freigoro hier, Feindobjekt hat definitiv einen Treffer erhalten, wurde aber nicht zerstört. Wiederhole, Treffer positiv, aber nicht final. Er taucht ab, zischte der zweite Raumüberwacher Eustera. Er will landen! Auf den Schirmen erschien ein winziger, lodernder Lichtfleck. Die ersten Partikel der oberen Stratosphäre reagierten mit dem Schutzschild des Aufklärers. Das darf er nicht, sagte Quest wie zu sich selbst. Landen darf er nicht. Das war jedem klar. Sobald der Aufklärer gelandet war, würde er die Planetenmasse als Resonator für den Hyperfunk nutzen, und dagegen konnten ihre Störsender nichts mehr ausrichten. Megatau hat Feuerdistanz erreicht, rief Montag. Quest bellte, alle Waffenstände Feuer, Jäger abdrehen. Das Schiff erbebte unter dem stakkatoartigen Donnern der Strahlwaffen. Das langgezogene Jaulen der Plasma Katapulte, das sich anhörte, als würden schwer beladene Kisten mit annähernd Schallgeschwindigkeit vom Heck zum Bug über blankes Metall gezerrt, tat in den Zähnen weh. Doch nun war bereits Atmosphäre im Spiel. Wurden die Strahlbahnen kurz vor dem Ziel sichtbar als breite, grellgelbe Balken, saugte die Stratosphäre des Planeten einen großen Teil der zerstörerischen Energie ab. Unsere Schirme haben Atmosphärenkontakt, meldete der erste Pilot angespannt. Wir können nicht mehr lange so weitermachen. Maschinenführer? Quest flüsterte nur, aber selbst so war er unüberhörbar. Steht die Energiereserve bereit? Ja, Kommandant, erwiderte Grenne. Montag, sagte Quest. Rammt ihn! Der erste Pilot fuhr herum. Kommandant! Schild Interferenzen! In den dichten Brauen des Kommandanten stand der Schweiß. Sein Atem ging schwer. Rammt ihn, Montag! Rammt den verdammten Bastard! Montag hatte Augen groß wie Teller, aber er wandte sich gehorsam seinen Instrumenten zu, schaltete, steuerte, holte tief Luft und hieb die Taste nieder, die der Energiereserve den Damm brach. Eine ungeheure Entladung schoss durch den Hyperkonverter, um dem rätselhaften Kontinuum jenseits der bekannten Dimensionen einen gewaltigen zusätzlichen Impuls zu entreißen. Die Megatau wurde vorwärts geschleudert wie von einem Riesen getreten, auf den winzigen, glühenden Punkt zu, traf ihn mit der Unterseite und das Inferno brach los. Der Schlag schien das Schiff in zwei Hälften zu spalten. Wer nicht angeschnallt war oder sonst festen Halt hatte, wurde zu Boden geschleudert. Knochen Knochen Jäger Jäger Gesicht. Was heißt das? Ist er verglüht? Schwer zu sagen, nach unseren Daten nicht, aber er hat sich nicht mehr wie ein manövrierfähiges Raumfahrzeug bewegt. Würdet ihr euch an seiner Stelle wie ein manövrierfähiges Raumfahrzeug bewegen, selbst wenn ihr es könntet? fragte Quest voller Ingrim. Er drückte auf die Sprechtaste. Kommandant an alle! Liegen primäre Schäden vor! Wie sich herausstellte, war das nicht der Fall. Es gab Gehirnerschütterungen und Hautabschürfungen, zersplitterte Glasscheiben, zerbeulte Türen, Überschwemmungen in Gängen und Kabinen und die Tabletts der Kantinen waren aus ihren Halterungen gesprungen, um sich über alle Bänke und Tische zu verteilen. Aber nichts davon beeinträchtigte die primäre Einsatzbereitschaft des Schiffs. Auch die Schutzschirme standen noch, trotz des Interferenzkontakts mit dem Schirm des Aufklärers. Quest nahm diese Information mit steinernem Gesicht zur Kenntnis und gab reglos den nächsten Befehl. Kommandant an Beiboot, kommen Sie an Bord, um ein Einsatzkommando aufzunehmen. Er sah in die Runde. Wir werden uns die Überreste des Aufklärers ansehen. Wir müssen wissen, ob er gesendet hat oder nicht und falls er noch senden kann, müssen wir ihn daran hindern.